Was? An Nahl? An Nahl. Nein, sag die Eier. Ich kenn die Eier. Sag. Ja, Suche 16, Vers 67. Ja, lies mal die Eier. Ich möchte, dass du das vor uns liest. Amir, willst du mich verarschen? Du hast die Eier vorgeschlagen. Dann lies die Eier. Ich möchte, dass du uns das vorliest. Mach du das mal bitte. Okay. Willst du nicht Hassanat sammeln für Allah? Jetzt ist er mal ehrlich. Guck mal, jetzt geht er das Prüfen. Heftig. Das erste Mal, dass er jetzt auf einmal sagt, warte, ich geh das mal prüfen. Guck mal. Amir, welche Eier? 67. 67. 16, Vers 67. Das ist die Suche 16. Und der Vers ist 67. Life ist altersbeschränkt. Warum das denn? Was ist das denn? Guck mal jetzt, wie die Zahlen runtergehen. Gut, bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Du sagst, ich habe geraucht, ich habe getrunken, aber es gibt große Unterschiede zwischen mich und dich. Hast du das jetzt gelesen, Asis? Halt mir keine Reden jetzt. Ja, ich habe es gelesen, aber wo liegt das Problem? Ja, lies mal bitte vor. Sag mir, steht da, steht da, in dieser Sora. Wir müssen das trinken. Ja, man darf das doch machen, oder nicht? Okay. Ja, siehst du, wie man dich auseinander nimmt? Das war's. Bist du bereit für eine große Bomb? Bomb? Ja, aber bitte nicht abhauen. Ja. Jetzt fragt der Onkel Google, guck mal. Ja, der meint Bon, ein Kopf. Bomb-Squaca? Der meint eigentlich Bomb-Squaca? Bomb-Bong-Bong. Das steht im Koran Das heißt verboten Bist du abgehauen Bumm Bist du zurück? Ja ich rede über das Hast du deine Join fertig gemacht? Alles Ich danke dir dass du dabei warst Gott segne dich und deine Familie Alles klar Amira Alles Salamu alaikum Wa alaikum salam Ich habe eine Frage An die Muslime Wenn sie doch dieses Kalifat Und so wollen Und damit leben wollen Dann dürfen die auch kein Typik Und so weiter machen oder? Die dürfen eigentlich überhaupt gar nicht In den Kufar-Land hier sein Weil sie sich die Kufar zu Beschützern nehmen Zu Schutzherren Die Obrigkeit nehmen sie sich als Schutzherren Damit sind sie raus aus dem Islam eigentlich Deswegen siehst du auch Dass viele Muslime auswandern Und sich ein islamisches Land suchen Wo die ihre Religion ausleben können Und praktizieren können Verstehst du? Ja deswegen Weil wenn dann hier keine Demokratie mehr herrscht Dann schaden sie sich doch selbst Das ist traurig Die Muslime wollen viel lieber Iphone und AOK-Versicherung Und dann Bleiben sie hier in das Kufar-Land Anstatt auf Allah zu vertrauen Und ein islamisches Land auszuwandern Ja deswegen Ich habe auch gehört Das deutsche Reich Das ist doppelmoral Gehört man sowas Ja deswegen darf auch keine Musik hören Da habe ich gehört In Afghanistan ist das auch verboten Musik zu hören und so weiter Also muss man den Muslimen das sagen Und sagen ja mal zu Deine Religion ruft sich dazu auf Die Hitschler zu vollziehen Auszuwandern Und ja ein islamisches Land zu suchen So sieht es aus Okay Amir Das wollte ich nur wissen Okay danke dir Okay mein lieber Gott Lege dich und deine Familie Ich auch Ciao Äh Vato Loco Stell mir keine Anfrage Oder ich blockiere dich Du hast gerade den Herrn Jesus Christus beleidigt Wenn du nicht die Anfrage Sofort zurücknimmst Wärst du blockiert Du kannst gerne hier drinnen bleiben Kannst zuhören Aber du willst nicht mehr hier hochgenommen Hast du das kapiert Ja willst du mit dem Herrn Jesus Christus Ein Du weißt schon was machen Raus Raus Blöbel So hören wir weiter Was der Ananas zu sagen hat Mr. Ananas Mr. Hananas Hananaska In Hananaskia Wie der auch noch so Werbung freigeschaltet hat Dieser Teufel Ananas lächelt und lacht gemeinsam mit ihm und auch Isan Weil er sich über den Islam müßlich macht Eine Frage an Isan Bayern und NS Islam Warum grinst du in die Kamera wenn der Prophet Zahnbar war oder dem Asallam beleidigt wird Was nennt man übrigens Verleumdung und Lüge Und das bedeutet die gewaltigsten Warum Warum Was ist das denn für eine Verleumdung Der hat doch recht Ja der selber ist ein Heuschler Zeigt nicht sein Gesicht und wettert die ganze Zeit gegen Türkei und türkische Gesetze und diese ganze Zeugs Aber halt nicht mal den Mumm Sein Gesicht zu zeigen und dazu zu stehen Und eventuell dann für seinen Glauben in den Ihr wisst schon in die Ewigkeit zu gehen Aber der ist ein Heuschler Der Typ der da ein Video gegen dich erstellt hat Ananas Und macht dich an Was ich natürlich nicht gut finde Weil er soll sein Gesicht zeigen und dazu stehen Aber selber ist er so ein Feigling Und stellt sich dem ganzen nicht Ja genau Ja wer hat denn überhaupt was mit Islam zu tun Ananas Jeder beschuldigt doch den anderen als nicht Muslim Als ein Kerfel Als was weiß ich was Jeder von euch betitelt jeden als Kerfel Sobald du mit einer falschen Glaubensrichtung ankommst Akrida Glaubenslehre Dann bist du ja dran Die beschimpfen dich hier Machen dich an Und hast dich gesehen Super Wer ist denn von euch einig Jeder betitelt den anderen als Kerfel Ihr habt nichts von dem Islam Laut den authentischen Hadithen Der Propheten Mohammed Hansi Hansi Er hatte früher oft mit Iman TV Straßengespräche geführt Und bei ihnen gab es auch einen Streit Dass sie auseinandergegangen sind Ja irgendwie hat Iman TV gar keine Lust Der Hansi ist auch überhaupt gar nicht eloquent genug Der Hansi kann nicht mal zwei Wörter gerade ausreden Und der will auf einmal in Debatten treten Mit Menschen Die ihm weitaus überlegen sind Sowohl intellektuell Als auch sprachlich Da ist doch schon Die sprachliche Barriere Ist schon eine Katastrophe Was ist denn mit dem Intellektuellen Man merkt ja Dass das viel zu viel Kamelurin ist Ja Natürlich hat dann Iman TV Die ja versuchen Eloquenz an den Tag zu legen Die versuchen Intellektuell Spirituell irgendwie rüber zu kommen Und dann haben die auf einmal so einen Hansi da Der nicht mal zwei Sätze gerade ausredet Ja wie kommt das denn Und der Hansi ist so jemand Der sich nicht unterordnen will Der will immer der Boss sein Und kriegt das nicht hin Sich so unterzuordnen Ja und dann haben die gesagt Raus mit dir Verschwinde So kann ich mir vorstellen Ne Könnt ihr nachvollziehen Wie ich das gerade hier so preisgebe Kann man absolut nachvollziehen Der Hansi denkt Der wäre der Kapitän Ich bin der Kapitän meines eigenen Schiffes So wie Hansi So wie Pia Vogel Und kann sich nicht unterordnen Weil er hochmütig ist Ja Und dann hat bestimmt Iman TV gesagt Ja verschwinde So jemanden brauchen wir nicht Genau wie bei Anders Und deswegen macht er sein eigenes Ding Der Anders kann sich selber auch nicht unterordnen Er denkt Der wäre der Beste von allen Und dann auf einmal hast du den Salat Versteht ihr? Super So ist das Diese Leute sind nicht fähig Sich unterzuordnen Ja und jetzt ist Hansi natürlich runtergerutscht Zu den anderen Dauer-Kandidatin Und macht als 60-jähriger Färbt er sich den Bart Damit er mit diesen jüngeren kleinen Jungs Da abhängen kann Haltes Sack Der wird so jugendlich und fresh Wirken der Hansi Er ist auch ein bisschen Bart färben So ein bisschen Käppi tragen So Klamotten anziehen Und so Wie die Kufal Und der Mohammed hat gesagt Wer ein Volk nachhaben Der ist einer von ihnen Ja da haben sie Die Kufal nach Der möchte keinen gelben Bart tragen Er möchte nicht die Klamotten Der Muslime anziehen Er will lieber die Klamotten Der Kufal anziehen Er will schön aussehen Dieser Käffel Käffel du Du bist ein Käffel Und das bleibst du auch Und werst als Munafir auch in die Ewigkeit gehen Das war's Mehr ist das gar nicht Ein Munafir bleibt ein Munafir Und ein Käffel bleibt ein Käffel Will er mir Bleib lieber in Österreich Und will mir hier Hartz IV nehmen Anstatt Allah und seine Gesetze zu praktizieren Ich bin gleich wieder da Kufat TV Hallo Schock Deine größere Liebe gibt es nicht Ja Als die Liebe des Herrn Jesus Christus Genau Da ist er ja Hast du dich erschrocken Habt ihr dich erschrocken Ihr kleinen Süßen Habt ihr wieder schlechte Gedanken gehabt Augenbrauen Zupfen Ja genau Sonst ist Andernfallslandes im Möllenfeuer Fußnagel Der Typ Das ist mein Hofner Wir müssen jetzt weiter auf Ananas reagieren Wartet Hört euch mal bitte an was er zu sagen Ja die lacht euch kaputt Wo ist Ananas Ach hier Mr. Ananas Und bei ihnen gab es auch einen Streit Weshalb sie auseinander gegangen sind Ähnlich wie es bei mir war Als die Person dazu kam Hatten wir gerade ein Gespräch mit einem Christenanlauf Und ihr wisst Ich mag es immer ganz neutral mit der Person zu reden Das kommt meiner Meinung nach Im sinnvollsten und Besten rüber Und am Ende des Tages sehen die Zuschauer Wer der Idiot ist Und wer sinnvoll, rational und schlüssig argumentieren kann Wer am Ende der Idiot ist Und wer schlüssig und rational argumentieren kann Schau dir das mal bitte an Der will also Das wofür die Muslime mich verurteilen Dass ich so die Muslime quasi wie so ein Dings dastehen lasse Das will er ja selber machen Schau dir das mal bitte an Wie behämmert ein Mensch sein kann Bei ihm machen die dann wieder sagen Die Ananas ist der Beste Weil er Werbung macht für den Islam Aber genau andersrum mache ich das für das Christentum Für den christlichen Glauben Da bin ich ein Hetzer Habt ihr es gesehen? Aus dem Mund dieses Kamelurin-Fetischisten Steinküsser Habt ihr diese Doppelmoral gehört? Der will also Menschen als Idioten darstellen Habt ihr gesehen? Das ist seine Intention Ihm geht es ja gar nicht um die Wahrheit, den Typen Verstehst du? Versteht ihr jetzt? Wenn es jemandem nach der Wahrheit Wenn es jemandem um die Wahrheit gehen würde Meinst du, er würde so einen Satz von sich rausholen Ja, dann können wir den Leuten zeigen Wer der Idiot ist Und wer besser rationale Argumente hat Siehst du? Und deswegen nimmt er auch 4 Euro pro Frage Und Gott sei Dank habe ich den schön da bekommen Dass er das zugegeben hat Ja Du kleiner Betrüger Ananas Komm, heute im Sonderangebot Eine Frage 3,99 Euro Ich habe 1 Cent günstiger gemacht für euch Jungen Gauner, du Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, wo du hinkommst, Ananas Wenn du mit dem Islam in den Tod gehst Du wirst für all deine Sünden bezahlen müssen Für all deinen Dreck, den du in deinem Leben angehäuft hast Du wirst zur Rechenschaft gezogen von Gott Das ist wie das Amen in der Kirche So sicher ist das Du wirst noch sehen, wo der Herr Jesus Christus dich hinführt Mit deinen 4 Euro pro Fragen Ja Du kannst auch nicht normal Fragen beantworten Da muss man Geld nehmen Oh Teufel Ja, wir haben das gemacht für Koranwettbewerbe Achso Da schmeißt ihr als Oma nicht zusammen Deine Community schmeißt da nicht zusammen Sondern ihr nehmt bewusst 4 Euro pro eine Frage Da musst du ja mal Geld geben, was für Kohle ihr da macht Unglaublich Äh, Locke 53 Weißt du, wohin ich gehe? Zu meinem Herrn Jesus Christus Der ist der Wunderschönste Der Allerbeste vom Besten Der Allmächtige Gott Mein Liebling Mein Ein und Alles Und da wirst du hinkommen Wo Allah und seine 72 Jungfrauen sind Da wirst du dann Hallo sagen So an der Türschwelle stehen Dann wird er aber nicht mit seinen 72 Jungfrauen da stehen Dann wird er mit einer 72-jährigen Jungfrau da stehen Eine alte Oma wartet auf dich, Locke Erleben, du Lila Ja, genau Du musst aufwachen, Locke Locke, du musst aufwachen Du musst wegkommen von dieser Lüge namens Islam Und deine Entscheidung für Jesus Christus trifft Traumisch, ey So, hören wir weiter Wer der Idiot ist und wer sinnvoll, rational und schlüssig argumentieren Deswegen werde ich niemals idiotisch argumentieren Ich kann zwar so etwas Der wird niemals idiotisch argumentieren Aber idiotische Dinge von sich geben Das kann der sehr gut, der Ananas Soll ich live machen mit dem Ex-Mustion Idiotisches argumentieren Das heißt, du nennst ganz viele Sachen, die in der Bibel stehen Alle auf einmal Bevor du überhaupt auf eins antworten kannst Nennst du die nächsten zwei Punkte Der andere wird nicht drauf eingehen Dann sprichst du ihm rein Dann lachst du behemmd Dann lachst du behemmd Habt ihr gesehen, was der bei Iman TV gemacht hat? Dieser Heuchler Habt ihr das gesehen? Der hat die Leute ausgelacht Ist so aufgestanden vom Stuhl Hat sich totgelacht und so Meint er Ich habe Niveau Habt ihr das gehört? Der Typ ist so fix und fertig Wie der sich selber erhöht Aber dabei ist das eine ganz, ganz kleine Maus Habt ihr das gesehen? Aha Siehst du Locker zugegeben Du machst es doch auch Aber Ananas sagt Ne Ich mach sowas nicht Und dabei haben wir genau gesehen Was er bei Iman TV gemacht hat Was für ein niveauloses Verhalten Ist er aufgestanden von seinem Stuhl Lacht er sich so kaputt Weil die Christen so komische Antworten geben Ist das das Niveau von dir Ananas? Hä? Ist das das niveauvolle Verhalten von Ananas? Und wenn ich das mache Ist das dann nicht niveauvoll, ne? Dann bin ich niveaulos, ne? Sag mal Hast du zu viel Kamelurin getrunken, Junge? Unglaublich Wachen ist nicht meine Art Weil ich halt etwas an mir habe Was ich sehr schätze Und das nennt sich Niveau Wie der sich so selber erhöht, ne? Weil ich etwas schätze an mir Was, was ich Ich hab Niveau Ich bin kein niveauloser Mensch So nach dem Wort Ist das zu fassen? Wer sich selbst erhöht Der wird erniedrigt Und wer sich selbst erniedrigt Der wird erhöht Der Typ, der macht sich größer als der ist Das ist eine kleine Maus Und macht sich zu einem Löwen, der Typ Das kannst du keinem erzählen, ne? Was ist das für ein Mensch? Diese Überheblichkeit Dieses überhebliche Verhalten Kamelurin, ne? Doch, mit dem konnte ich ganz gut reden Deshalb fing ich an mit ihm zu reden Und ich kam mit ihm an einen Punkt Wo er selber gemerkt hat Sein Gotteskonzept ist widersprüchlich Und dann kommt die Standardantwort Wenn man merkt, dass Gotteskonzept widersprüchlich ist Und zwar Ja, aber bei Gott geht es schon Du bist Materie, Geist und Seelen Stimmt? Du bist eine Person Ein Mensch, oder? Aber es ist nicht dasselbe Das heißt hier Jesus ist alleine vollständig Aber mein Körper ist nicht alleine vollständig anders Es ist nicht dasselbe Beispiel Guck dir das mal an Wie fertig der Typ ist Anas, du bleibst doch immer noch ein Mensch Besteht aus drei Komponenten in dir Dass wir Gott mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können Das ist doch normal Wir sind doch begrenzt Wie willst du ein unbegrenztes Wesen denn erklären? Dass man dieses Kindergarten-Gotteskonzept von Allah erklärt Ja gut Ist Allah innerhalb seines Schienbeins Oder außerhalb seines Schienbeins? Sollen wir jetzt auf dieses Niveau herab? Ist das ein Typ? Ist Allah in seinem zwei rechten Hände? Oder ist er außerhalb seiner zwei rechten Hände? Ist er in seinem Fuß Oder außerhalb seines Fußes anders? Wie viele Komponenten hat denn Allah? Er hat einen Fuß Er hat ein Schienbein Er hat zwei rechte Hände Er hat volliges Haar Er hat einen grünen Anzug Was ist das? Transformers? Dann sagt er mir das unlogisch Das Gotteskonzept von den Christen Ja was ist mit dem Islam? Das ist ja eine Katastrophe Mann Hör mal, hör mal, hör mal Was der macht? Der Körper ist nicht alleine vollständig Anas Das ist nicht dasselbe Beispiel Ja aber du bist ein Mensch Du heißt nur Anas Ja aber was meint die nicht möglich Bist glaub ich bei Gott möglich Ja Der macht für alles wirklich Guck mal wie behämmert die argumentieren Dann wollte ich gerne auf diesen Punkt eingehen Habt ihr das gesehen? Das ist das Argument eines studierten Jungen Der Arner ist ja ein studierter Mann Und dann bringt er mir solche Kamelurien Aussagen Mann Jeder Fünfte ist dann nimmt er sowas auseinander Was ist das? Er hat gesagt Lass den Der hat kein Wissen Komm lass den Man scheint bei ihm bereits Du hast doch selber gar kein Wissen Er ist sinnlos Die für mich jedoch nicht sinnlos Und deswegen hatte ich ihn Vielleicht auch niemals so schöne Art und Weise Zurecht gewesen Hätte ich vielleicht auch nicht so machen sollen Vielleicht live machen sollen Er hat gesagt Oh wir müssen nicht immer draufhauen Um es euch ganz genau zu zeigen Hände ich einfach genau den Clip ein So dass ihr euch ein Bild davon habt Ein Bruder warst du nicht so Wir müssen nicht immer so Nein 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 Raus was Hände ich mir das nicht sagen Ich kenne dein Clip Weißt du was sagt ihm auch andere Weißt du was? 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 Du sagst mir die sind diese Arminer Bruder Du nimmst die Arminer Bruder Du nimmst die Arminer Bruder Du nimmst die Arminer Bruder Unglaublich Du bist ein Trick Du nimmst die Arminer Bruder Häftig wie der Hansi redet Du bist ein Dreck Guck mal was er da sagt Der Hansi Und der will noch ernst genommen werden Der Typ Du bist eine Dreck Du bist eine ganz Dreck Aber der Hansi kann nicht anders Weil sein Gott ja so redet Innamen Muschrikun Neces ist ja Dreck Müll Versteht ihr? Dreckig Neces ist Dreckig Neces ist Dreckig Necesa Dreck Ja ich kenn die Ja ich kenn die Du hast gesagt die Wahrheit Was hast du gesagt die Wahrheit Sie war ich Jetzt du tut Weil ich liebe Ich kenn die sehr gut Du Lula Du Lula Ich versuche auf schöne Art und Weisen mit den Leuten zu reden Weil du weißt es nicht ob manche von Sahabern Die sind erst Muslime geworden Nachdem sie mit den Waffen Und den Propheten Mohammed Sussalam Erst jahrelang bekämpft Weitkriege Bitte vergessen nach wie vor nicht Unsere Geschwister in Palästina Und die aktuell nach wie vor sehr stark sind Bitte lasst euch von mir nur erzählen Was wir uns unterdrückt haben Das ist absoluter Unsinn Es kommt nach wie vor in Südam Aber halt nur sehr sehr stark begrenzt Das heißt Ich werde nach wie vor spenden Und wir haben auch einen Nachgang für die Bilderaufbau verwendet Ich habe euch in der Infobox mal Zwei sehr bekannte Hilfsorganisationen Verlöpft weil die uns spenden Nach wie vor bitte natürlich auch unsere Palästina-Dattelkauf Ernstlich aber Martin Das ist keine Dattel aus Palästina Die wo natürlich das Thema Und hier sind sogar viele bei Interviews mit palästinianischen Bauern Wo man sieht wie sie das Ganze entwickeln und verarbeiten Und auch direkt hinter den Muslimen füllen Natürlich kommen diese Dattelkauf nicht direkt aus dem Gaza Sondern aus den restlichen Gebieten aus Palästina Ja ok 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 Und Dattelkauf sehr lustig an Um leider zu uns zu tun Und dann ging die Diskussion los Danke Es ging los Du bezeichnest andere Leute als Bruder Die kannst du zu jemandem Bruder sagen Der im Islam bereinigt Der gegen den Islam ist Und auch die kannst du zu jemandem Bruder sagen Der gar kein Muslim ist Aber vorhin habe ich ihnen erklärt Was willst du denn Willst du jetzt schon wieder verbal aufs Maul bekommen oder was? Willst du wieder geistlich aufs Maul bekommen? Amir Was willst du denn machen? Lass doch mal den Enes ausreden Was hast du mit dir? Warum bist du so hasserfüllt? Hä? Warum bist denn du so hasserfüllt? Lass doch mal den Enes ausreden Sag doch gar nicht Ich mache einen Bogen so wie dein Gott gemacht hat in Sura 98 Vers 6 Was? Ich bin so wie dein Gott in Sura 98 Vers 6 Wie der Gott der Christen meinst du? Mit 6 Hörner und 6 Augen Ey der kommt doch nichts nachher, das stehen bei Nein So Raus hier Weiter Jetzt habe ich ihm erklärt, dass es ein Vers im Bauch gibt Wo auch Allah die Brüderschaft zwischen Muslimen und Nichtmuslimen darstellt Und das ist der bekannte Vers, wo Allah über das Volk von Aad spricht Und er sagt, wir haben zu ihm Pahar und Brut geschickt Und es gibt auch viele andere Verse, wo Allah die Propheten als Brüder ihres Ungläubigen Beutes gezeigt hat Und bevor ihr jetzt alle kommt mit Aber müsst ihr euch ein Faktor haben Und Ibn Hasdainim Okay Leute Aber Ibn Hasdainim ist nicht der Propheten Er ist nicht der einzige Gelehrte auf der Welt Wann versteht ihr das? Sag doch Ja aber du verrückter Anas Der Typ ist eine hohe Nummer Ibn Hasdainim Das ist ein Selafi Gelehrte, der Millionen von Selafis ernst nimmt Wer bist du, dass du ihm widersprichst? Du hast ja gar nichts für die islamische Ombau getan Gar nichts Du warst ein bisschen bekannt durch Iman TV Und dann hast du einen Kanal erstellt Und willst auf einmal Leuten in den Islam herbringen Geh erstmal deine Pampers wechseln, Mann Der redet immer so großgelehrt, als wenn er zu kleinen Nummern Ibn Uslamin wird von vielen Muslimen verehrt Und als hohe Autorität angesehen Genau wie Ibn Bas Und Cheikh Al Fawzan und so Das sind heftige Selafi Gelehrte Und dann kommt ein Anas daher und sagt sowas Und der Anas bedenkt ja gar nicht, dass eine Fatwa nicht von jeden Idioten erlassen werden kann Eine Fatwa ist ein wasserdichtes geprüftes Urteil, das gesprochen wird Warum? Weil derjenige, der eine Fatwa gibt, ausschließlich derjenige ist, der sich auskennt mit Koran, Hadith und Sunda Also das muss eine hohe Autorität sein Beispielsweise ein Cheikh oder ein Mufti, der Kenntnisse hat über Fiqh und über Mohammeds Leben und was im Koran verzeichnet ist Da kommt der und sagt, ja ist das der einzige Gelehrte? Ja man muss doch prüfen was der Gelehrte da sagt Und das ist keine kleine Nummer der Ibn Uslamin Das ist eine riesennummer Ibn Uslamin Das ist ein Selefi Gelehrter Das ist der Cheikh von Hansi und diese ganzen Dauerbahnen Also haben wir ein bisschen Respekt hier von diesem Cheikh von denen Der Ibn Uslamin ist auch derjenige der sagt, Allah ist ein Jogger Da sagt er, wir sehen das gar nicht metaphorisch, das waren diese abgeirrten Sekten wie Ahbash und Maturidiyah oder Sharia Allah kann auch joggen wenn er möchte Ja genau, Allah ist ein Jogger Allah ist Yusin Bolt geworden einfach Yusin Bolt Keiner kann so schnell laufen wie Allah, helft dich ey Das kannst du keinem erzählen Das kannst du einfach keinem erzählen Helft dich Sahboum Alkit Was willst du denn schon wieder? Du gehst mir jeden Tag auf die Nervenwand Jeden Tag Amir Was willst du? Ruhig dich doch mal die Zuckermauer Ist jetzt Allah ein Jogger, ja oder nein? Amir, wieso hat der Gott der Christen sechs Hörner? Ich will das mal wissen Ja aber sag mal, ist Allah ein Jogger, ist der so Yusin Bolt oder was ist da los bei dem? Antworte doch mal auf meine Frage Ja antworte doch mal, ist Allah ein Jogger? Allah ist doch kein Mensch, wie soll er ein Jogger sein? Wieso joggt der dann? Wer sagt sowas? Ibn Usaimin Ibn Usaimin ist frei von so Aussagen, mein Lieber, du kannst ja nicht mal Arabisch Wie willst du das denn? Willst du mich veräppeln? Ich hab deine Aussagen hier, Mann Dann zeig mir mal den Vers, wo er sagt, Allah ist ein Jogger Hab ich schon letztes Mal vorgelesen für euch alle Amir, du kannst doch gar kein Arabisch, was wirst du denn vorlesen? Ich hab das doch hier vor mir, Mann Was für kein Arabisch Die Leute können sich übersetzen Seine Aussage Hör doch mal zu jetzt, du Pimpersanbeter, sag mir mal, wieso haben die Äh, die Schienreinanbeter Hallo Wieso hat der christliche Gott sechs Hörner, Mann Sag doch mal Was hat der? Warum hat der Allah einen grünen Anzug Warum hat der Allah einen grünen Anzug Und hat wolliges Haar Gibt's kein Vers im Koran, aber in der Offenbarung steht, dass euer Gott Sechs Hörner haben sechs Augen Äh, ja natürlich, die Zure 68 für 42 hat den Schienbein Habt ihr das gehört, Leute Der christliche Gott hat sechs Hörner und sechs Augen Das ist unglaublich Habt ihr das gesehen, wie wir hämmert sind? Das ist Schaitan, den ihr anbetet Und ihr wisst das nicht mal La hawlau la khuita illa billah Allahum us ta'an Allahi hidiq Allahi hidiq, du bist auf einem sehr, sehr falschen Weg Plus, plus hat Jesus sich selber angebetet Warum? Weil er verwirrt war Ja Der christliche Gott ist verwirrt und betet sich selber an Hallo Der christliche Gott hat sich selber angebetet Ja, ist er verwirrt? Oder B, oder B Er war auf den Ideen Ha 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 Der christliche Gott betet sich selber an Das ist unglaublich Ha 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 Amir, du Zuckermaus du Amir Amir Ach ja Raus hier Hört ihr mich hier? Raus hier Hört ihr mich hier? Ja, lass das, das Gehirn von Abu Mahajin, wie geht da, der ist ja schon fertig, wichs und fertig, der Typ. Der sagt, guck mal, dein Gott bietet sich selber an, ja, was macht denn Allah? Ja, in Suche 33,56, der bietet sich selber an. Ich hab dir auch gesagt, weg mit Abu Mahajin, weg, raus, geistesverstörter Typ. Ah, mein Widerspruch ist genehmigt worden, Hammer, Leute. Ich hab den blockiert, der geht mir nur auf die Nerven, Mann. Mit dem kannst du kein vernünftiges, normales Gespräch führen, ne. Der kommt mit Babyanbietern, Baby in Windeln und sowas, ja, gut, auf dieses Niveau. Dann können wir auch auf das andere Niveau dann herunter. Rönde mich schon. Mann, diese Verbindung regt mich so auf, ey. Okay, weiter im Text. Er ist nicht der Prophet, er ist nicht der einzige Gelehrte auf der Welt. Wann versteht ihr das endlich? Sagt doch einfach, Ibn Uthaymin ist der einzige Gelehrte für euch. Er ist für euch wie ein Prophet. Was er sagt, ist Gesetz. Sagt das doch einfach. Guck mal, wie der nicht unterscheiden kann, der Anas. Guck dir das mal bitte an. Jetzt wird er wieder so emotional, persönlich und so, ne. Und rafft ja nicht, dass Ibn Uthaymin eine sehr hohe Stellung genießt in der Salafi-Szene. Der ist eine hohe Autorität. Und das kann man doch nicht abstreiten. Er hat Bücher geschrieben über den Islam. Er hat ein Vermächtnis hinterlassen. Das ist doch keine kleine Nummer. Das ist doch keine kleine Nummer. Der Ibn Uthaymin, der ist eine hohe Autorität in der Welt. Und jetzt vergleiche ich mal Anas Islam mit Sheikh Ibn Uthaymin. Der nicht in Deutschland lebt. Der in Saudi-Arabien lebt und sein Leben dem Islam gewidmet hat. Und nicht im Kufar-Land lebt, wie ihr alle. Ananas Islam, lieber AOK und iPhone haben, hör Anas. Und Quatsch von sich reden, ne. Mann, Mann, Mann. Ist das ein Monat. Aber wenn Ibn Uthaymin ein ganz normaler Gelehrter ist, wie jeder andere, dann könnt ihr nicht immer nur ihn anfühlen und sagen, er hat die absolute Wahrheit. Weil es gibt viele andere Gelehrte, die diesen Vers ganz anders entdecken. Ja, es gibt viele andere Gelehrte, die den Vers anders verstehen. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie lautet dieses Urteil und was sagen die Gelehrten, die meisten der Gelehrten darüber. Da muss doch ein Konsens gebildet werden. Kann doch nicht jeder sagen, was er will oder was er möchte. So, was sagen die Großgelehrten? Nicht nur Sheikh Ibn Uthaymin, sondern was sagt At-Tabari, Ibn Ketir, Al-Kurtubi. Was sagen die Großgelehrten, die Groß-Großgelehrten, die Mufasserien? Was sagen die dazu? Du siehst doch, das ist unmöglich und ausschließlich die Liebe nur zu den Muslimen gegeben wird und nicht zu den Kufaren. Du kannst dein Herz und deine Brust nicht für den Kufar und den Kufar öffnen. Ja, das ist eindeutig. Das, was du machst, ist total durcheinanderwürfeln im Islam. Und sagen, er hat die absolute Wahrheit. Weil es gibt viele andere Gelehrte, die diesen Vers ganz anders interpretieren. Ibn Uthaymin geht auf jeden Fall darauf ein, dass die Brüderlichkeit nur zwischen Muslimen ist und dass in diesem Vers lediglich gemeint ist, dass es irgendeine Abstammung vom Volk ist. Das ist an dieser Stelle nicht mehr besonders viel. Ja genau, die Doktrin, Dankeschön, die Doktrin Liebe und Hass in Allah, das ist doch normal. Jeder kennt das doch, die Liebe und Doktrin, also die Liebe und Hass in Allah. Feindschaft für diejenigen. Jetzt ist mein Live wieder eingeschränkt. Live ist altersbeschränkt. Jetzt muss ich wieder Widerspruch machen. Ey, wie man versucht mich aufzuhalten, ne? Wahnsinn. Anas, das ist mich nur am Melden, der Arme. Anna, sehr oft, mich zu melden. Wie gemeint ist, dass es irgendeine Abstammung vom Volk ist. Was das an dieser Stelle nicht mehr besonders viel Sinn ergibt, erkläre ich gleich. Nichtsdestotrotz, du kannst natürlich seiner Erklärung... Danke mal alles. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mich nervt es nur, wenn man eine Person als die einzig wahre darstellt und alle anderen sind absolute Vollidioten. Ibn Uthaymin hat nicht mal ein Tafsil vom gesamten Koran verfasst und da gibt es andere sehr große Gelehrte, die die besten in der Sprache waren, wie zum Beispiel Mufassir al-Wahidi in seinem Tafsir al-Basid detailliert diesen Vers erklärt. Bevor ich zu dem Tafsir komme, all das konnte ich Hamdi gar nicht mehr erklären. Denn dann hat er auf einmal nur noch ein paar Sätze gesagt und ist dann einfach rausgegangen. Äh, Achahum Huth. Also eben ohne Huth, also er hat sein Huth. Also verstehst du wieder, wenn ich komme, ich verstehe das. Cheikh Ibn Uthaymin, er hat das Sacken, das ist vom Stammdach. Bitte lasse ich uns nicht vor 2000, dort jetzt verdreht die Wahrheit. Dieser bedeutet Achahum Huth von deinem Stammdach in Sacken. Aber diese Menschheit bleibt ganz sehr lüge, darfst du nicht sagen, ein Käfer bei der Karte. Bitte liste auf die Philosophie, du hast viel, 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 ein Acker. Danke, ciao. Im Nachgang waren nur noch ich, Isam und Manuelsen zusammen im Chat. Isam und Manuelsen haben das als sehr ungerecht empfunden. Ich, Vollidiot, habe sogar noch irgendwie versucht, ihn zu verteidigen und gesagt, hey, ja, er ist vielleicht emotional gewesen, er mag diese Leute nicht, er hat mit ihnen schon viel in der Vergangenheit geredet. Aber dass man das macht und rausgeht, dass er das wie erst jetzt mal niemand schädelt, und man geht raus, das finde ich so schön. Ja, voll, 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 sei das. Was ich vor den Leuten gesagt habe, ihr macht doch einen Livestream, ich komme doch zu dir. Wo ist das Problem? Wie lächerlich, wie lächerlich. Guck mal, was er sagt. Der Typ ist seit einem Jahr weg, aber diese Geschichte, im Tammdi ist ja glaube ich schon eine Geschichte seit Jahren. Also er rennt schon seit Jahren. Er ist nicht, er wollte nicht nur, er wollte nicht nur. Ich renne mit Hansi, ich renne vor Hansi seit Jahren weg. Habe ich nicht schon Gespräche geführt mit Hansi? Habe ich nicht mit euch allen Gespräche geführt? Und dann soll ich vor jemandem weglaufen, der nicht mal in der Lage ist, zwei Sätze geradeaus zu reden? Unglaublich. Alter. Unglaublich. Ja, während ich das gemacht habe, hätte ich niemals geahnt, was er währenddessen weiter in seinem eigenen Livestream-TikTok über mich geredet hat. Und das ist das hier. Mir, alles, was du hörst, keine Angst, deine Karriere beendet, ja, Morafa. Er sitzt hier nicht mit dem Kofar, was sagst du deinem Bruder und isst mit deinem Spagetti und dann kommst du mit deiner, was so, oder? Was du nicht nochmal verstanden hast. All das nur wegen dieser Sache mit dem Bruder, was keine andere kann, keine Ansicht, ist unter den großen Gelehrten. Heuchler, also Heuchler ist einer der gewaltigsten Wörter, die man zu einem Muslim sagen kann. Denn damit sagst du indirekt auch. Ja, okay, aber dass Allah uns als Heuchler und alle anderen als Heuchler und Ungläubige bezieht, das geht schon klar. Aber wenn ein Muslim das zu jemand anderen sagt, das ist eine gewaltige Sünde, heißt das, dass... Deine Maria, Maria hat gestillt, heilige Bernhard. Ich kann nicht mehr füttern, bitte, ich sterbe. Heilige Bernhard wurde von Maria gestillt. Der heilige Bernhard wurde gestillt. Ey, was ist das denn schon wieder? Belästigung und Mobbing? Schaut ihr, dass Mannschaft schon wieder Belästigung und Mobbing bekommt? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Hört ihr mich? SOS? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Ja. Ja, ich habe schon wieder Verstoßverwarnung bekommen. Ich habe Verstoßverwarnung bekommen. Schon wieder. Es ist heftig. Wahnsinn. Wegen Belästigung und Mobbing gemeldet. Ich gehe raus und komme nochmal rein. Ich gehe raus und komme nochmal rein. Jeder kann glauben, so wie er wählt. So von meiner Meinung nach. Also, zum Beispiel, wenn du als Christoph bist. Kusset, wann du abhät, mir nicht tata bitt. Schitte mir, pille, wie denn sie ist schitt, oder? Oh, karte, boll. Mother, das ist so. Mann, ne sfört, warte, warte, warte. Psitten Paul motbringst好了. Rapp aí, Mama. Na, auf zu Belä Principia. Nichts gut ist es. Nein, nicht gut, aber wem von Kameras. Wo ist deine Kamera? Nein, nein, das bei mir. Sieh die Kamera! Sieh die Kamera! Sieh die Kamera! Warte, ich mach's Screenshot! Leider! Woodman ist da... Oh, was bist du? Oh, Kollege, hier bräuchte ich gar nicht beleidigen oder so. Nein, 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 nein. Hier, derjenige, der beleidigt... Hau ab! Hau ab! Dann geh ich kurz jetzt weiter rein. Mach's gut! Lachen, ja, hi hi ha ha hu hu, aber weitermachen. So Leute, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Ananas! Machst du indirekt aus, dass er entweder heuchelt, das heißt gar kein Glauben im Herzen hat, das heißt entweder du meinst damit, er ist gar kein Muslim, oder du meinst damit, all seine Taten sind einfach nur wie von einem Heuchler, aber er ist vielleicht noch Muslim. Huuu, Glück gehabt! In beiden Fällen ein nicht besonders schöner Ausgang für mich. Jetzt könnte man vielleicht sagen, hm, ist ihm vielleicht beim Livestream ausgerutscht? Er war ein wenig emotional. Ja, ich wusste nämlich zu diesen Zeiten noch gar nichts, bis er sich gedacht hat, hey, das ist doch bestimmt ein super Video für meinen Youtube-Kanal. Und er hat das Video dann sogar noch stolz hochgeladen mit dem Titel Warnschuss an Anas Islam. Während ich aus meinem Video, was ich hochgeladen habe, extra diese Streit stelle. Heftig, ne? Der Bruder Amir hier, ne? Der Ex-Muslim geht bei Isambayana hoch und dann siehst du auf einmal, wie die sich da alle bekriegen miteinander. Hahahaha! Und dann das wahre Gesicht dieser Leute rauskommt. Danke, Holy Jesus! Heftig, ne ihr Lieben? Danke, Holy Jesus! Heftig, heftig, heftig! Da gehe ich einmal nach oben, auf einmal eine ganze Katastrophe ausgelöst bei denen. Heftig, ne? Das ist heftig, da ist es heftig. Sehr gut, so muss das sein. Wenn ich aus meinem Video, was ich hochgeladen habe, extra diese Streitstelle rausgeschnitten habe, hat er ausschließlich den Streit hochgeladen. Was immer das nun für einen Sinn hatte. Und selbst seine eigenen Fans haben angefangen, ihn in den Kommentaren massenhaft zu kritisieren. Wieso er so maßlos austickt und das Wort Heuchler verwendet. Mitunter war mein Kommentar ganz oben gelistet, wo ich ihm gesagt, Bruder, wir haben doch über dieses Thema bereits kritisiert. Ja, warum nennt der Hansi dich denn Heuchler, Anas? Der Hansi nennt dich Heuchler, weil du die Brust dem Unglauben öffnest. Also ich rede aus der Perspektive eines Muslims, der ganz genau weiß, wie man die Doktrin Liebe und Hass in Allah vollzieht oder beziehungsweise praktiziert. Liebe für denjenigen, der Allah und seinen Gesandten zurechthandelt und Hass für denjenigen, der Allah und seinen Gesandten nicht entgegengesetzt der Lehre des Islams handelt. Ja. Das ist ganz einfach das Prinzip. Und wenn du auf einmal deine Brust solchen Leuten öffnest und dann auf einmal Stürzenberger umarmst, Irfan Pechi ihn Bruder nennst und mich auf einmal Brudi nennst und mich total hier belächelst und sowas. Natürlich, das geht ihm gegen den Strich. Ja, am liebsten würde ich dich Nackeltherapie anders, weil du ein Munervir bist. Aber der Hansi selber ein Munervir. Weil er liebt ein Österreicher in Saus und Braus und will nicht auswandern für Allah. Warte, ich muss nochmal das Video abspielen, das muss das von Dr. John, warte. Dr. Johnny, sehr emotionale hier Dings, warte, Konvertierung. Dr. John. Dr. John. Ja, Dr. John. Dr. John. Sehr emotionale. Aşhedu anna ilaha illallah wa ashhedu Sehr emotionale anna muhammadan muhammadan rasulullah ich bezeuge es gibt keine jubereine die mit Recht und Wahrheit angewildet werden darf außer Allah ich bezeuge dass muhammad sein Diener und Gesandter ist du hast den Westerboden Allah warte, ich vergesse, dass du viel gemacht hast Allah Was soll das jetzt? Sie können die Jette hier? Ich will schlafen! Auf deinen Maul! Ich will schlafen! Ich will schlafen! Ich will schlafen! Der Hansi hat ganz schnell den Ton ausgewahrt der seine Kinder da rausgehämmert Hansi der angreifliche Freak Ich will schlafen! Wie peinlich! Wie peinlich! Wie peinlich! Jetzt stell dir mal vor diese Kinder von denen die gehen dann auch noch zur Schule und dann sagen die, dass der Hansi ist der Vater von denen! Dann sagen die, warst du, dass der gerade da geredet hat? Heftig! 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 Aber weiter im Text! Marco Dankeschön! er hat gesagt Wir haben auf dem Zeitpunkt arlere Wieso legst du dann dieses Video hoch? Und du weißt, dass das eine Interpretation von Gel stacks! Ja, weil der Hansi will Klicks machen! genau wie du! Ihr seid alle Klicksgeil! Hansi will Klicks machen, du willst Klicks machen, er will auch Reichweite generieren und dazu passt es ja perfekt! Dein Name ein bisschen Reichweite ist gut! und dann vertritt er auch noch Schön seine Salafi-Lehre da und dann kann er ein paar Leute auf seine Seite ziehen von deinen Leuten, ne? Aber der hat natürlich Shitstorm kassiert, weil du, Anas, eine größere Reichweite hast als er. Er macht ja aus Allah einen Transformers, der Hansi. Ich glaube, du bist nicht so einer, ne? ...meine Antwort mehr, weil er hat mich irgendwann nur noch ignoriert. Auch als ich ihn drauf hingewiesen habe, wurde er nämlich das Video bitte runter, hat er es nicht gemacht. Als er dann gemerkt hat, dass selbst seine eigenen Zuschauer dieses Heuchler-Gerede zu extrem fanden und er hat mich zweimal überlegt. Ja, nicht seine eigenen Zuschauer. Der hat doch fünf Zuschauer, der Hansi. Wer folgt ihm? Höchstens so 200 Leute oder 100 Leute, keine Ahnung. Ja, keiner nimmt ihn ernst. Erstens ist er die sprachliche Barriere ein großes Hindernis. Zweitens die Intelligenz. Also der ist jetzt nicht gerade der Intelligenteste, der Hansi. Er ist auch nicht eloquent in Sachen sprachlicher Auslegung und alles, ja. Er besitzt weder Eloquenz noch sprachliche Begabtheit und er ist nicht intelligent. Man merkt das ja. Also diese drei Komponenten, die sind sehr, sehr schlimm, wenn man das dann von ihm in einem Video dann mitbekommt. Und das kann ja keiner leugnen. Also ich bitte dich. Es ist ja sehr peinlich, wenn man ihn nach vorne schickt. Ja. Aber das Ganze ist ja deswegen, weil du eine größere Reichweite hast und eher deine Leute da hingekommen sind und ihn angemacht haben, warum sie denn da, dich, ihren Liebling denn anmachen. Hansi Einstein. Hansi Einstein, genau. Nicht seine Leute. Dann hat er auf einmal das Video wieder runtergemacht. Jetzt würde man denken... Ja, siehst du, weil er einen Shitstorm kassiert hat, weil du eine größere Reichweite hast, Anas. Du bist ein Verdreher von Tatsachen. Der Hansi hat doch keine große Reichweite. Der Hansi ist ein kleiner Junge, den keiner ernst nimmt. Und wenn er dich als Muslim erwähnt und dich auch noch anmacht, dann werden die, deine Fans, werden die dann dahin kommen und ihn anmachen und Shitstorm verpassen. Nicht, weil seine Leute damit nicht einverstanden sind. Seine Leute sind gegen dich. Aber deine Leute sind mehr als seine Leute. Das ist das Problem. Aber weil du ein Verdreher der Tatsachen bist und weil dein Auffassungsvermögen dem eines Kamels gleicht, ja, da braucht man sich auch nicht wundern, dass da sehr viel Urin rauskommt. Richtige Cavalry-Fetishes. Äh, Anas! Puh, er ist zur Einsicht gekommen. Nee, er hat sich dann einfach gedacht, da mache ich doch gleich mal einen Re-Upload draus. Aber ich mache nur das Wort Heuchler raus, damit das Feedback nicht so negativ ist. Mir, Anas, was du hörst, keine Angst, deine Karriere beendet, ja, Monafa. Anas, was du hörst, keine Angst, deine Karriere beendet. Ihr seht sie nicht mit dir... Bereut er das Wort? Ja, es ist sehr komisch. Ihn interessiert nicht, sich bei mir zu entschuldigen. Er interessiert nicht, mit mir das Ganze zu klären, die mir Unrecht getan hat. Das ist natürlich unfassbar gnädig, dass es jetzt nur noch ein Warnschuss gegen mich ist, weil ich anerkannten Mufestilon, also Gelehrte, die den Koran erläutern, folgen werde. Und bevor jetzt jemand sagt, Bruder, wieso das Video? Ich werde immer auf solche... Ja, aber Sheikh Hussemin ist doch auch ein anerkannter Gelehrter. Das ist doch keine kleine Nummer, Anas. Sheikh Hussemin genießt eine hohe Stellung unter den Salafis. Und das sind nicht gerade wenige. Das sind Millionen und Abermillionen Muslime, die ihn ernst nehmen und die dich nicht ernst nehmen. Ja. Unglaublich. Sachen reagieren. Ich lasse es mir nicht gefallen, dass man über mich so schlecht redet, wenn ich eine anerkannte Ansicht der Gelehrten vorhänge. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, so seid ihr völlig frei, mich persönlich zu kontaktieren und mir eure wissenschaftlichen Beweise zu schicken. Und das ist gar kein Problem. Denn so hat das haben die nämlich auch am Anfang gemacht. Deswegen wundere ich mich über dieses Verhalten. Und ich habe ihm dann den Tafsir geschickt. Darunter Tafsir von einem Gelehrten namens Al-Sam'ani und Al-Basid Al-Wahidi. Zwei große Tafsir, die sehr tiefgreifend in der arabischen Sprache sind. Besonders das von Al-Wahidi. Und ich kann euch sogar noch mehr geben, wenn ihr noch mehr haben wollt. Bitte bedenkt, ich recherchiere... Meinst du diesen Al-Wahidi, der uns in Seite 708 sagt, dass Mohammed Zafsir am gleichen Abend vergeht... Meinst du diesen Al-Wahidi, der in seinem Buch niedergeschrieben hat, auf der Seite 708, dass Abu Ayyub vor dem Zelt Wache gestanden hat und da kam Mohammed am Morgen raus und hat der Abu Ayyub gefragt, Abu Ayyub, was machst du denn hier? Da hat Abu Ayyub gesagt, oh Allah ist gesandt. Ich habe gedacht, dass diese Frau dich umbringen wird. Warum? Weil du kurz davor erst ihren Vater, ihren Bruder und ihren gesamten Stamm ausgelöscht hast. Ist das dieser Al-Wahidi? Hä, Anas? Meinst du diesen Al-Wahidi? Hä? Hä? Meinst du diesen Al-Wahidi, der uns sagt, dass der Safi am gleichen Abend auseinandergenommen hat? Meinst du diesen Al-Wahidi? Einen großen Gelernten, hä? Hä? Frag den Anas mal, wen meinst du mit Al-Wahidi? Ist das dieser Al-Wahidi, der in seinem Buch niedergeschrieben hat, dass dein Prophet Safi am gleichen Abend im Zelt auseinandergenommen hat? Hä? Anas? Oh, Ananas. I love you, baby. Nimm an, erst recht, nehm ich nicht an, wenn du sagst, nimm an. Sag es, nimm an. Und sorgfältig. Ich rede nicht einfach irgendetwas aus meinen Gedanken, sondern ich recherchiere Sachen sorgfältig. Ihr habt im Deutschen und im Englischen keinen Zugang zu wissen. Bitte akzeptiert das. Übrigens sagte ich meiner Story, ein Gelehrter X, darauf hat sich auch Handy aufgeregt, und er sagte, wie kannst du ihn Gelehrter X nennen? Keine Ahnung, was er damit meint. Mit Gelehrter X ist das nicht abwertend gemeint, sondern damit einfach nur gemeint ein beliebiger Gelehrter. Gelehrter X, X im Nothemien X? Seinem Kamelurinauffassungsvermögen. Der denkt so, X ist dann der Name. Der denkt dann, X ist der Name für im Nothemien. Schau, das war dann der Hansi. Und ihr könnt nicht einfach nur von einem Gelehrten eine Ansicht hören und dann zu anderen Leuten hingehen und sagen, eure Ansicht ist falsch, während ihr das Thema nicht vollständig studiert habt. Ich habe dazu tausende Nachrichten beantworten müssen auf Instagram, weil alle gesagt haben, aber schau mal, da gibt es einen Link. Wow, Achik, das überrascht mich jetzt echt. Du denkst, ich kannte das nicht, ich kenne seine Erklärungen dazu. Aber für mich ergeben die anderen Erklärungen mehr Sinn. Und wieso, darauf gehe ich gleich ein. Und welchen Fatal? Weißt du, warum das mehr für dich Sinn ergibt? Weil die so softer sind, weil die softer sind, weil du die brutale Wahrheit über ihren Islam nicht akzeptieren kannst. Dass Mohammed hart mit den Kufar umgegangen ist. Sura 48, Vers 29. Du willst ein Kuschel-Islam machen. Du suchst dir nach deinen eigenen gelüsten Gelehrte aus, die nach deinen eigenen Vorstellungen des Islams reden. Das ist das. Die Wahrheit über den Islam möchtest du nicht haben. Die Wahrheit über den Islam akzeptierst du nicht anders, weil du selber ein Problem mit deinem eigenen Islam hast. Das ist das. Mehr ist das gar nicht. Du schämst dich im Grund und Boden für den Islam. Und die anderen Erklärungen mehr Sinn. Und wieso, darauf gehe ich gleich ein. Und welchen fatalen Fehler er dann sogar noch gemacht hat, ohne sich zu entschuldigen, darauf komme ich auch gleich zurück. Vielleicht noch ganz kurz. Und in diesem Statement behauptete er, ich habe mich bei ihm ausgeheult wegen Iman-TV. Bin du geweint bei mir, Anas? Ja, eine halbe Stunde? Ich habe dir Fatou gegeben, dass du Video gegen Iman machen kannst. Sollen wir jetzt reden? Nicht reden, Anas. Deine Karriere beendet ich das. Dann belerne ich dich. Jetzt muss der Hansi wieder seine Lüge-Taktiken ausdenken. Dass der Anas angeblich bei Hansi geheult hat. Der war an seiner Schulter, der Anas. Hat gesagt, Hansi, bitte Hansi. Oh bitte, ich will doch nicht. Ich will auch zu deiner Selefie-Pan-Gummi-Pan-Pan gehören. Bitte. Bitte. Mach aus mir auch ein Hansi. Bitte. Bitte. Der Hansi, der ist so krank. Der ist so kranker Typ, ey. Pass auf mich, Leute. Was eine abgrundtieflieglige Lüge ist. Ihr seht so, ihr seid alle so. Nicht nur Hansi, du bist genauso ein Lügner. Ihr seid alle das Gleiche. Wisst ihr auch warum? Weil ihr ein und denselben Geist habt. Das ist das. Sogar er hat mir Fatou gegeben, dass ich ein Video mache. Ich wüsste nicht, wieso ich von ihm Fatou nehmen sollte, weil er gar kein Mufti ist oder zu irgendeiner Fatou berechtigt ist. Ich verstehe nicht, was er da von sich gegeben hat. Okay. Du hast das doch gerade gesagt. Er ist nicht berechtigt, eine Fatou überhaupt rauszugeben. Ist Sheikh Uthamin berechtigt, eine Fatou zu geben? Ja. Er ist eine hohe Autorität in der islamischen Welt. Er hat Bücher geschrieben über den Islam. Er hat sein ganzes Leben dem Islam gewidmet. Was hast du denn gemacht, Anas? YouTube, hier Dings, Iman TV, ist das deine Karriere? Streit bei Iman TV um Geld und die Kufan Brüder nennen. Ist das dein Werdegang als Muslim? Und dann willst du einem Großgelähten die Sheikh Uthamin sagen, ob das, was er sagt, kein Hand und Fuß hat. Du Irrer, du. Ich kann nicht mehr, Mann. Das kannst du keinem erzählen. 7 Euro pro Frage bei Anas heute im Sonderangebot. Holt euch nur heute 7,99 Euro. Morgen ist wieder 10 Euro. Wir müssen die Kassen voll machen. Walla, walla, walla. I love you, baby. Ooh, Ananas. I love you so. Ooh, Nanananas. I love you, baby. Ich kann nicht mehr, das ist so crazy. Ooh, Ananas. I love you, baby. Was ist das? Ich müsste eigentlich 200 Millionen pro Euro machen, ey. So, weiter. Er gar kein Mufti ist oder zu irgendeiner Fatwa berechtigt ist. Ich verstehe nicht, was er da von sich gegeben hat. Ich habe mit ihm und auch mit anderen ehemaligen Teilnehmern von Iman TV, bevor ich den Livestream gemacht habe, gesprochen, einfach nur, um einen besseren Eindruck zu bekommen bei Leuten, die nicht mehr mit ihnen kooperieren und was dann in der Vergangenheit passiert ist, weil insbesondere, wenn genau dasselbe widerfahren ist, war das für mich noch mehr ein Grund, dass es jetzt ein Ende hat und ein Livestream zu diesem Thema. Nein, das Problem ist einfach, Iman TV hat bei Hansi gemerkt, dass er intellektuell sehr schwach ist, dass er sprachlich nicht zu ihnen passt und dass er überheblich ist. Eindeutig. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Anhand seines Charakters merkst du, dass der Typ sich überhaupt nicht unterordnen kann. Er will so der große Führer sein, der große Kapitän, derjenige, der das Sagen hat und derjenige, der schlauer ist als alle anderen. Mehr ist das gar nicht. Und dann haben die gesehen, ja, mit so einem Typen kann man nicht zusammenarbeiten. Der kann weder Deutsch sprechen, noch hat er eine Intelligenz, noch besitzt der Intelligenz gar nichts. Also da kommen mehr Kamelurin als Intelligenz raus. Ja. Und den versteht man auch gar nicht. Was willst du dann mit so jemandem, wenn du im deutschsprachigen Raum Menschen zum Islam bekehren möchtest? Da lachen ja die Leute und sagen, was ist das denn? Sind wir jetzt im Hartz-IV-Modus oder was? Was ist jetzt ein Ende hat und man ein Livestream zu diesem Thema macht? Deswegen habe ich... Ja, und bei dir ist das fast derselbe Fall. Danke, Mann. Und bei dir ist das fast derselbe Fall. Du kannst dich auch nicht unterordnen. Du hast deinen eigenen Kanal erstellt. Die Leute haben dir einen Push gegeben, dass die so gesagt haben, ja, Anas, du bist doch das Gesicht von Iman-TV. Da hast du dich so groß gefühlt, Anas, weil die Leute dich groß gemacht haben. Nicht, weil du groß bist, du bist eine kleine Nummer. Die Leute haben dir eine Stellung gegeben und dann hast du dich als was Besseres gefühlt und dann haben die gesehen, ah, guck mal, der überhebliche Anas, raus, raus mit dir. Und dann hast du natürlich ganz komische Ansichten gehabt und dann haben die gemerkt, ey, der Typ ist ja voll der Kärfe. Raus mit dem. Braucht wir nicht bei uns. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, Anas. Das ist die Wahrheit. Du weißt es ganz genau. Ihr beiden könnt euch nicht unterordnen. Ihr beiden denkt, dass ihr was Besseres seid und ihr beide habt natürlich dann dementsprechend eine geistliche Ohrfeige bekommen. Raus mit euch. Das ist die Wahrheit. Ob du es wisst, ob es dich schmeckt oder nicht, du weißt es ganz genau. Hansi genauso. Was es jetzt ein Ende hat und man einen Livestream zu diesem Thema macht. Deswegen habe ich ihn einfach nur gefragt und ganz normal mit ihm geredet und nicht rumgeheult. Amdi nennt das Warnschuss. Ich gebe dir die Feuerfreigabe. Was zur Hölle soll ich denn dort Schlimmes rumgeheult haben oder Schlimmes erzählt haben? Aber nachdem du ja so über mich redest. Ja, du hast dich an seine Schulter ausgeheult. Der Hansi hat dich auf seinen Schoß genommen, Anders. So wie der Hansi das darstellt. Und dann hat er dich so schön auf seinen Schoß genommen und er hat auf deinen Rücken geklopft. Ist schon gut, Anders. Kein Problem. Hansi ist ja da, dein Daddy. Alles gut, meine Sonne. Keine Sorge, du Munaf. Keine Sorge, ja Munaf. Komm, ich helfe. Ich bin der beste Mann. Das werde ich auch eine Sache anführen. Das war ein paar Reißer. Das Gespräch war unfassbar unangenehm mit ihm, weil er die ganze Zeit Iman TV auch wieder als Heuchler betitelt hat. Und ich hasse das. Wir können gerne unterschiedlicher Meinung sein, aber ich werfe nicht mit Worten wie Heuchler um mich herum. Deswegen war dieses Gespräch für mich alles andere als aufschlussreich und ich wusste von dem Punkt an, ich möchte auch mit Hamdi nicht weiter kooperieren. Er hatte mich nämlich im Nachgang immer mal wieder angeschrieben, ob man zusammen was machen will. Und ich wollte das nicht, weil diese Art und Weise zu reden, selbst in dem Moment. Guck mal, der Hansi wieder versucht durch Anas so ein bisschen so Reichweite zu generieren. Schaut euch mal bitte an, was für ein, der ist ja noch der größere Munaf wäre als alle anderen. Ich wusste, dass er schon ein Munaf wäre ist, aber dass der so katastrophal Munaf wäre und ist, dass er die Reichweite eines Anas nutzen möchte für seine Propaganda. obwohl er weiß, dass der Anas eine schreckliche Akkida hat und nicht der authentischen Sunda folgt, sondern einfach nach seinen Gelüsten sich Lehrer sucht, die zu seiner Lehre des Islams passen. Versteht ihr? Unglaublich. Da macht der Hansi wieder Ausnahme. Hör Hansi! Komischerweise sagt der Koran die ganze Zeit gehorcht Allah und seinem Gesandten und in den Hadithen steht es, dass Allah und sein Gesandter es besser wissen. Also das Wissen von Mohammed ist das Wissen von Allah. Von einem Menschen ist das Wissen dann von Allah, von Gott. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Abu Dar, Abu Dar hat das gesagt, als sie ihn gefragt haben, ob die Sonne am Wandern ist, da hat der Mohammed gesagt, ja, die Sonne ist am Wandern und sie geht zu ihrem Festruhen. Auch wieder geschehen ist und dieses Wort scheinbar ein ganz normales Wort für ihn ist, während Allah über die Heuchler sagt, dass die im Dirkil-Eswahl sind, das heißt im tiefsten Wund der Hölle, wäre ich wirklich sehr vorsichtig, dieses Wort zu brauchen. Bevor er jetzt ein Video sagt und irgendwie etwas erzählt mit, ich meinte, du bist ein Heuchler, Amali und nicht Heuchler, Ertikadi, wow, das kommt bestimmt viel besser an. Und wir nun zu dem Tafsir, zu diesem Vers, ein sehr, sehr schöner Vers, weil Allah sagt, wir haben doch, und er sagt, er zu dem Volke Hart, übrigens, das Volke Hart war auch ein Volk, was unfassbar schlimm zum Propheten war. Weil an dieser Stelle sagen nämlich viele Leute, ja, okay, vielleicht zu einem korrekten Christen kannst du Bruder sagen, aber doch nicht zu dem Ex-Musliman, der ist richtig schlimm. Naja, schauen wir mal, was Allah subhanahu wa ta'ala übt. Zu dem Ex-Musliman darf man nicht Bruder sagen, der ist übelst schlimm. Guck mal hier, aber zu anderen Brüdern ist okay. Hart sagt, also ein Volk, welches dem Propheten Hut abgelehnt hat, während Allah trotzdem sagt, ach, ich habe zu dem Volk Hart, zu diesem ungläubigen Volk Hart, ihrem Bruch, Sura 7, Vers 65, okay, werde ich mir gleich mal angucken. Oder Hut geschickt. Ihr sagt Allah in Quran, wa ilaha adin achar huud. Und im nächsten Vers heißt es, was sie geantwortet haben, das heißt, sie sagen, wir sehen in dir eine Torheit und Idiotie. Das heißt, sie haben sogar den Propheten direkt beleidigt und sie sagen, du bist ein Lügner. Dieses Volk ist so, so schlimm gewesen, dass Allah dann zu Hut offenbarte, dass er das sagt. Ha ala fada wa ba'ala wa ilaha adin wa ilaha adin Das heißt, Gräuel und Zorn ist nun von eurem Herrn über euch fällig geworden. Das klingt jetzt nicht unbedingt wie die korrekten Priests. Nicht umsonst hat Allah dieses Volk vernichtet nach der kuranischen Erzählung. Und trotz all dem bezeichnet Allah Hut als ihren Bruder. Und wieso das so ist, das erklären gleich die folgenden Genehmenden. Kurz vorweg, manch von euch hat ganz generelle Worte gesprochen und hat gesagt, wer immer einen Nicht-Muslim-Bruder nennt, der ist voll der Heuchler. Ihr habt gerade Allah als einen Heuchler betitelt, in dem Allah im Koran sagt, ihr Bruder und nicht. Und sonst sagte der Prophet Ja, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Du darfst sogar nach Sura 9 Vers 23 überhaupt deine Brust dem Unglauben öffnen, auch wenn deine Eltern dem Islam zuwiderhandeln. Oder deine Geschwister oder so. Du musst dich von ihnen abgrenzen und nichts mit denen zu tun haben wollen. Sura 9 Vers 23. Ich lese vor. Guck mal hier. Das ist nämlich die letzte Etappe in Mohammeds Leben. Sura Al-Tauber. Und da kannst du auch die ganzen Gelehrten fragen. Das ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben. Sura 9 Vers 23 lesen wir folgendes. O die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. Also mit anderen Worten, alle Muslime, deren Eltern so ein ganz normales Leben leben und mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben, wenn sie sich zu Schutzherren oder Freunden oder nähere so Liebe zu denen ausdrücken, dann haben sie mit Allah nichts zu tun, weil sie zu den Ungerechten gehören. Schau dir das mal an. Danke, ihr Lieben. Dankeschön. Siehst du, das ist dann wiederum die andere Seite des Islams. Du musst das also alles im Kontext betrachten. Sowohl kann auch ein anderer diesen Vers nehmen und sagen, ja siehst du, wir dürfen noch nicht mal zu unserem Vater, Mutter, alles zu näheren Freunden oder Schutzherren oder was auch immer nehmen. Das Wort ist ja auch Aulia. Mal gucken, wie das übersetzt, was der Typ hier sagte. Wir lassen das mal abspielen. Seht ihr? Kopiert das Wort Aulia, das bedeutet Freunde und sie übersetzen es mit Schutzherren. Sehst du, du darfst dir deinen Vater, deinen Bruder, deine Mutter nicht zu Freunden nehmen, wenn sie dem Unglauben zuvor stehen. Das weiß jedes Kind. Wisst ihr noch, als der Piervogel seine Brust seiner Oma geöffnet hat, dem Unglauben, als er sie umarmt hat, geküsst hat und sowas, obwohl sie gesagt hat, ich will keine Muslima werden. Du kannst mich nicht überzeugen. Und der Typ, der küsst seine Oma, zeigt ihr so Liebe und alles mögliche. Ja, weil er liebevoll ist, weil er seine Oma liebt. Aber hat er sich jetzt Ungerechtigkeit zugesprochen? Absolut nach dem Vers. Der Piervogel gehört zu den Ungerechten. Weil wenn der Mohammed und Allah mehr liebt, dürfte er seiner Oma kein einziges Liebe mehr schenken, weil diese Frau niemals den Islam annehmen würde. Und deswegen sagt Sheikh Uthaymin, wenn er also verzweifelt, dass er Muslime wird, muss er sie dementsprechend behandeln. Und dann tritt wieder der Hass ein. Wahnsinn. So sieht das aus. Guckt euch bitte mein Video an. Problem der Lüge im Islam. Da gehe ich nochmal drauf ein. Und dann zitiere ich auch Sheikh Ibn Uthaymin, was der zu dem Thema sagt. Lügen und täuschen im Islam. Ja, es ist absolut erlaubt. Absolut erlaubt zu lügen und zu täuschen, um an sein Ziel zu kommen. Aber wenn der Muslim verzweifelt, dass der nicht Muslim Muslim wird, dann sollte er ihn dementsprechend behandeln und mit Feindschaft entgegenbringen. Wahnsinn, ne? Übel, übel, übel. Übel, übel, übel. Aufnahme, genau, verbreite das, Sehr gut. Sehr gut, hilft mir weiter, das zu verbreiten. Sehr gut machst du das. Bruder Hut, nicht umsonst hatte der Propheten Hamart vielen Segen auf ihm, dass die Zunge die meisten Menschen in die Hölle führen wird. Weil ihr ebenso unvorsichtig seid, wie das Thema nicht studiert habt, aber ihr schnell... Hat dein Prophet nicht gesagt, dass die meisten Höllenbewohner Frauen sind? Ist das schön, Anas? Dass deine Mama eventuell, deine Schwester, deine Tochter irgendwann mal mit zu den größten Höllenbewohnern gehört? Ist das schön, Anas? Ist das okay, ihr Muslime, dass der Mohammed sowas sagt? Dass eure Mütter eventuell zu den meisten Höllenbewohnern gehören, eure liebevollen Mütter, die euch großgezogen haben, und jetzt stell dir doch mal vor, wenn die Kinder jetzt Muslime sind und die Mutter jetzt nicht so den Islam praktiziert, kein Kopftuch anzieht und so, dann wird sie, wo wird sie dann landen? Damit haben ja auch sehr viele, zigtausende von Muslime in diesem Land zu kämpfen, mit ihren eigenen Eltern, die dem Islam zuwiderhandeln. Aber dabei bemerken sie nicht, dass ihre Mutter sie großgezogen hat, aufgezogen hat, ihnen die Liebe gegeben hat, für sie gekocht hat, ein warmes Zuhause geboten hat, alles. Und dann macht Allah sowas und sagt, Mohammed sagt dann sowas, schau dir das mal bitte an. Und das Heftigste ist, wenn eine Frau sogar noch Tabaruj begeht, wie viele Millionen Muslime in diesem Land, wo die Eltern oder wo die Mütter keine Kopftücher tragen. Das sind ja dann dementsprechend Frauen, die da Tabaruj begehen. Ja, eine Frau, die sich dann zeigt, wir gehen Tabaruj und sie wird das Himmelreich niemals erben. Nicht mal den Duft von Paradies wird sie 500 Jahre lang riechen. So weit entfernt ist das für sie. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich würde den Islam sofort auf der Stelle aufgrund sowas schon verlassen. Sofort. Ja, meine liebenvolle Mama, die mich großgezogen hat, nur weil sie jetzt kein Kopftuch trägt, aber sich dementsprechend benimmt und mit meinem Vater zusammen ist, nur weil sie jetzt kein Kopftuch trägt. Und warum ist das Kopftuch überhaupt herabgesandt worden? Weil Omar eben Al-Khatab die Frauen beim Notdorfverrichten zugeguckt hat und hat gesagt, Sauda, wir kennen dich und er hat sich gewünscht, dass der Hijab fest herabkommt und auf einmal kam es, weil diese Sauda am Abend ihren Notdorf verrichtet hat auf dem freien Platz. Wundervoll. Wundervoll. Sehr gut machte das ihr Muslim. Sehr gut. Weiter im Text. Aulia, merkt euch das Wort Aulia, das bedeutet nicht Schutzherrin, sondern Freunde. Quelle führen wird, weil ihr ebenso unvorsichtig seid, ihr das Thema nicht studiert habt, aber ihr schnell in Reden seid. Und es kann sein, Ja, dein Prophet hat dir doch auch die, du weißt schon was versprochen, wenn du nicht den Gedanken gehabt hast zu kämpfen oder am Kampf teilzunehmen. Ja, Anas, wo ist das, frag den Anas mal bitte. Sahi Muslim 35, 33. Hast du schon mal den Gedanken gehabt zu kämpfen, Anas, gegen die Kufan? Der soll ehrlich antworten. Das will ich mal sehen. Wenn nicht, dann wird einer von denen sein, die alle mit Mangel begegnen. Ah, Anas, was ist denn da los, mein Kleiner? Also heißt das mit Worten, wenn die Muslime eine schlechte Wortwahl wählen, dann kann es sein, dass der Allah sie dann dementsprechend so bestraft. Was ist denn mit der Wortwahl, die der Mohammed gewählt hat, als er einen Sahabi gefragt hat, ob er diese Frau gepunktpunktet hat. Der hat das Wort F-I-C-K-E-N benutzt im Arabischen. Anas, dein Prophet hat das Wort ein Nikdaha benutzt. Frag, Leute, sie fragen bei einem Araber, was ein Nikdaha bedeutet. Heißt das im Umkehrschluss, Anas, dass dein Prophet zu denen gehört, die Allah bestrafen wird oder war er ein guter Typ? Dass du zu einem anderen Sahabi gesagt hast, hast du ein Nikdaha mit dir gemacht? Absoluter Wahnsinn, Anas. Anas. Ananananas. I love you, baby. Ananananas. I love you so. Sein eigener Prophet redet wie diese ganzen Leute, die die ganze Rap-Rap-Zeugs machen mit die Sprungpunkte hier und Punktpunkte da. Das ist so heftig. die Muslime haben manchmal, die haben einen, die sind besser als ihr eigener Prophet, weil sehr viele Muslime, die auf einmal so sich mit Islam beschäftigen, die hören dann auf, auf einmal so zu reden und dann sehen die auf einmal in der islamischen Schrift, dass Womit selber so geredet hat. Wahnsinn. Heftig. Dankeschön, ihr Lieben. Gott segne euch für eure Familien. Ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens getroffen für den Herrn Jesus Christus. Ja? Den Wahrhaftigen, den Gerechten, den Guten, der gute Hirte Israels. Amen. Mündern gegeben hat. Ich möchte, dass ihr bei diesem Video bitte eine Sache bedenkt. Ihr müsst endlich damit aufhören zu denken, dass nur wenn eine Sache falsch oder schlecht ist an einer Person, dass man diese Person dann direkt canceln muss und nichts mehr von ihr konsumiert. Die Gerechten haben schon immer erwähnt, dass man von jeder Person nehmen kann und ablehnen kann. Das heißt, ihr könnt vielleicht auch von mir in manchen Sachen profitieren? Ja, natürlich. Dann können wir ja, also im Islam kann man dann von jedem nehmen. Also der Salafi kann dann von den Sufis nehmen, der Sufis kann dann von den Wahhabis nehmen, der Anas kann dann von den Schiiten nehmen, die Schiiten können dann von den Sunnis wieder nehmen, alle können von allen nehmen. Also ein Riesenwirrwarr. Ich weiß nicht, ob ich noch weinen oder lachen soll, ehrlich, ey. Manchmal rede ich aus der Perspektive eines Muslims, manchmal rede ich aus der Perspektive eines Christen von allem etwas. Ich muss alle verteidigen, sowohl die Salafis als auch die anderen. Und vielleicht sagt ihr manchen Sachen, dem stimme ich nicht so ganz zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr müsst niemanden canceln. Keinen Hamdi, kein IMA-TV, keinen Isan Bayern, kein Anas Islam. Ja, dann erzähl mal, was bei der Kamelschlacht abgelaufen ist, Anas, als Aiche gegen Ali gekämpft hat. Als sie unterschiedlicher Meinungen waren, haben sie dann einen Diskurs geführt, haben sie debattiert oder haben sie sich direkt bekriegt? Anas. Leute, merkt euch das, die Kamelschlacht. Aiche, die Kindsfrau von Mohammed, hat eine ganze Oma angeführt gegen Ali. Die haben sich so dahin nackentherapiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kamelschlacht ist das. Und da entstand der erste Konflikt zwischen den Parteien. Die einen haben sich zu Ali gewendet und sind ihm treu gewesen und die anderen zu Aiche. Und dann fing das an. Der große Disput gegenüber den Muslimen. Wahnsinn, ne? Die haben sich so dahin massakiert, das glaubt ihr gar nicht. Absoluter Wahnsinn, Leute. Merkt euch das, Kamelschlacht. Die haben sich sogar bei der Kamelschlacht um die Kacke von Aiche das Kamel gestritten, Leute. Um die Kacke von Aiche das Kamel. Weil das natürlich heilige Kacke war. heftig, ne? Die haben sich ernsthaft um die, um den Kot von Aiche das Kamel gestritten. Ja, natürlich ohne Witz. Meinst du, ich mache hier Spaß oder was, nur weil ich darüber lache? Ja, für uns ist das lächerlich. Aber wie kann man sich über das, wie kann man sich über die Fäkalien eines Kamels streiten? Also, ich bitte dich, Mann. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn ich etwas sage, dann beweise ich das ja auch. Und alle kennen wir das, ne? Atabarani hat eine Überlieferung gebracht, eine authentische Überlieferung, in dem die Muslime sich zu der damaligen Zeit gestritten haben um die Kacke des Kamels, ne? Wahnsinn, ne? Von Aiche. Hören wir weiter. Keinen Hamdi, kein EMA-TV, keinen Isan Bayern, kein Anas Islam und auch unser Dauerbruder, Irfan Peci, wo dank ihm jetzt das Video 200.000 Aufrufe erreicht hat und 200.000 Leute den Koran gehört haben und stark berührt worden sind. Dank dir, Irfan, ich küsse dein Herz und sogar im Arabisch. Siehst du, habt ihr gesehen? Dank dir konnten wir dann 200.000 Menschen erreichen, die den Koran dann hören. Was meint ihr dann, wenn er mit mir dann sowas macht? Versteht ihr? Aber ich hätte ja dann, wenn er das mit mir gemacht hätte, hätte ich dann meinen Koran laufen lassen. Weißt du welchen, Anas? Sura Corona. Anas, ich habe auch eine Sura. Die Sura Corona. Kennst du die Anas? Hier, guck mal, meine Koran-Sura. Ich bedau' über die Anas, die Diaystengel, laresse, Ich begrieße noch in dietiante Ich bin das enseign produkt die G defeat unter andef слов. Gefallen, die Prinschlichkeit. Von der Zil die Face Ich würde 45 Lendar bis dahin Entsch donor долларов her Kivamente dass das Das ist der Virus, der von China kam. Glaub mir, so wahr ich hier sitze. Würdest du das einem nicht-arabisch sprechenden Muslim vorspielen, der würde weinen und sagen, Amir, du Idiot, warum hast du so eine Dummheit begangen und den Islam verlassen? Siehst du nicht, wie schön der rezitiert und dabei redet über China und Covid-19? Weiter heute! Wie findet ihr meinen Koran, ihr Lieben? Wie findet ihr meinen Koran, Corona, Surah Corona? Haben wir die Challenge von Allah angenommen und sie besiegt ja natürlich, wenn ihr wahrhaftig seid, dann bringt eine Suche wie diese. Wie perfekt sich das anhört, ne? Hört sich an wie Koran, ne? Absolut! Ein Nicht-Araber würde das niemals unterscheiden können zwischen einem Fake-Koran und dem echten Koran. Niemals! Und das weiß der Anders auch. Weiter im Text. Wie der Anders auch noch so Werbung freigeschaltet hat. Und sogar mal. Im Arabischen Raum ist das Video viral gegangen mit über 5 Millionen auf. Im Arabischen Raum ist das mit 5 Millionen Klicks viral gegangen. Guck dir das mal an. Seht ihr? Die haben eine Art Nutzen wollen, die da rausziehen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Dem Anders geht es gar nicht um ein richtiges Gespräch. Richtig so verbreiten und Koran so geschnitten, dass er den Irrfan aussehen hat lassen wie einen Idioten. Obwohl der Irrfan sehr gut geantwortet hat. Merkt ihr? Der will dich immer als Idioten darstellen. Das ist seine Taktik. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ah schade, ich hätte direkt so reagiert und so reagiert. Ich hätte aus ihm so einen Witz gemacht, ne? Das glaubt ihr gar nicht, ey. Sage ich ihm. Irrfan ist eine Bereicherung. Ob ihr es wollt oder nicht. Muss hier eine Sache vielleicht mal klappen. Ja, für Anas ist Irrfan eine Bereicherung, weil der Irrfan dir ein Dings gegeben hat. Wie nennt man das? Die Möglichkeit, so ein bisschen Reichweite zu generieren und dir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das ist das. Du bist eigentlich eine ganz kleine Nummer und ein ganz kleines Würstchen. Mehr ist das gar nicht, Ananas. Mach stellen. Mein Kanal ist erst groß geworden. Durch Irrfan und Herrn Stützenberger. Ich selbst. Seht ihr? Sein Kanal ist groß geworden, weil diese Leute ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Durch Irrfan und Stützenberger. So einfach. Heftig, ne? Ich habe mich angefangen, tiefgründig mit dem Islam zu beschäftigen, als ich eine Demo von Herrn Stützenberger in München gesehen habe. Stützenberger, genau. Ich sehe von ihm keine große Gefahr und weil es keinen Muslim auf der Welt gibt, der ihnen zuhört und sich dann denkt, ja, klingt schlimm, ich glaube, ich verlasse den Islam. Ja, doch gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich Gedanken machen um den Islam, um die politische Seite des Islams, die sehr gefährlich für sie auch selber sein wird. Denn für dich selber wird der Islam ja gefährlich, Anas. Für dich und die ganzen Leute wird der Islam ja gefährlich. Es gibt Gruppierungen, die euch nicht dulden. Genauso wenig wie ihr andere Gruppierungen duldet. Also ich glaube, du bist ja mehr so der tolerante Muslim. Also du bist ja eher so der, weiß ich nicht, ich glaube, du bist so eher der Mr. Bean im Islam. Du bist so der Mr. Bean des Islams. Häftig, ey. Das ist so Brudi. Brudi. Anas, Brudi. Anas, Bean. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich, ey. Das ist so heftig. Natürlich gibt es Leute, die, die Muslime, die sich dann aufgrund von Michael Stürzenbergers Kundgebungen und Argumente und diesem ganzen Gedanken gemacht haben. Das kannst du doch nicht verleugnen. Du warst so derjenige, der sich dann, weiß ich nicht, Gehirn hat waschen lassen und dachte sich so, ah, das ist ein Hetzer. Der Islam ist gar nicht so. Dabei hast du dich komplett verarschen lassen. Ja, super. Der Islam ist das Allerbrutalste, was es gibt. Ha! Das weißt du auch anders. ...hört und sich dann denkt, ja, klingt schlimm. Ich glaube, ich verlasse den Islam. Sondern jeder fängt dann an zu recherchieren und sich zu beschäftigen. Und dann fängt man an, eben Vorträge zu hören. Ja, genau. Jeder fängt dann an, sich zu beschäftigen. Und dann wird man merken, dass der Stürzenberger, ich muss ihn ja nicht mögen, aber das, was er sagt hat, der hat recht. Der Islam wird also sehr, sehr gefährlich für mich. Und er hat uns aufmerksam gemacht, wie die islamischen Länder überhaupt islamisch geworden sind, Anas. Wie sind die denn islamisch geworden? Durch Küsserei und Dauer und Merci, dass es dich gibt. Merci, dass es dich gibt. Die kamen mit Pralinen dahin, ne? In deinem Land, Anas. Khalid ibn Walid kam mit Merci, ne? Und mit Duplo und so, ne? Mit der längsten Stange der Welt, ne? Anas. Und er hat das Lied gesungen. Merci, dass es dich gibt. Und er hat sich umarmt, wie du Stürzenberger umarmt hast, ne? Hör mal, wie kaputt kann man ein Mensch nur noch sein, Mann? Unfassbar. Kommt der hier nach Deutschland und denkt, die Deutschen sind behämmert in der Birne und können nicht 10 Minuten Recherche unternehmen, um herauszufinden, was Islam ist. Und dann kommt so ein Anas-Islam, der denkt so, der hat voll Ahnung von Islam. Dabei ist das nur ein täuscher Lügner. Die islamische Geschichte ist eine grausame Geschichte. Das wissen wir alle. Die längste Praline der Welt. Ja, genau. Da kam der direkt mit Palme an. Merci, dass es dich gibt. Bitte kommen wir dir jetzt zum Islam. Ansonsten werde ich diese Praline von dir wegnehmen und dir eine andere Praline geben. Und zwar das lange. Die lange Praline an deinem Nacken. Ich gehe kaputt. Ich kann nicht mehr. Das ist so heftig. So, weiter im Text. Anders ist Islam. Ja, genau. Immer sich zu beschäftigen. Und dann fängt man an, eben Vorträge zu hören und Bücher zu lesen über den Islam. Und das ist perfekt. Keiner wird von Islam gehen. Ja, hättest du mal ein bisschen die Bücher von Ibn Taimiyah und von Sheikh Mohammed Abdel Wahab gelesen. Kitab al-Tawid und so. Da hättest du mal erfahren, was Islam ist. Hättest du mal die Biografie von Mohammed studiert. Da hättest du gewusst, herausgefunden, warum es den islamischen Staat gibt. Hättest du das alles wahrgemacht, Anas. Wärst du mal ehrlich genug gewesen, hättest gesagt, das, was der islamische Staat macht, ist eins zu eins das, was wir in der Biografie Mohammed sehen. Das Leben, was Ibn Ishaq uns über Mohammed übermittelt, ist der Werdegang des islamischen Staates. Wahnsinn, ne? Einfach so die Religion lernen und dann abfallen. Falls es wirklich solche Leute gibt, sind sie ja eh lost. Weil ich kann ja nicht von einem Gegner einer Position die Gegenposition lernen. Das lerne ich natürlich bei der Position selbst. Was ich viel schlimmer finde, sind, was die Muslime machen. Denn damit verwirrt man wirklich sehr die Menschen. Das sind Kommentare, die in Unwissenheit durchdrungen sind, die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben. Aber Hauptsache schreiben, der hat Recht, der hat Recht, obwohl er nie was darüber gelesen hat. Jetzt muss wieder seine Gehirn, welche Musik kommen. Er sagt hier, ja, zu den Propheten wurde auch manchmal Bruder gesagt, obwohl es ein ungläubiges Volk ist. Und damit ist gemeint, dass eben ein Mensch wie sie zu ihnen kam, eben ein Sohn von Adel. Das heißt, damit ist gemeint, ich bin euer Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch, genauso wie ihr. Du bist mein Bruder. Wir sind von der Abstammung alle von Adem. Ja, okay, aber hat Mohammed die Leute Bruder genannt? Anas? Wenn irgendwelche Leute ihn Bruder genannt haben, ist das die eine Sache. Aber hat Mohammed die Leute Bruder genannt? Oder hat er gesagt, why is to be safe? Ich wurde entsandt mit dem Schwert, gegen alle zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und nicht der Gesandte bin. Guck mal hier, was Mohammed gesagt hat. Pass mal auf. Habe ich für alle in meinen WhatsApp-Kanal reingemacht. Guck dir das mal an. Hier. Ich wurde vor der Stunde mit dem Schwert gesandt, damit Gott alleine angebetet wird. Ohne Partner. Und mein Lebensunterhalt wird in den Schatten meines Speeres gestellt. Und Demütigung wird allen auferlegt, der meinen Befehlen nicht gehorcht. Und wer ein Volk nach rammt, ist einer von Ihnen. Schöne Aussage, Herr Anas. Schöne Aussage, Herr Anas. Ja, genau. Ich brauche auch so einen Gehirnwäscher-Sound im Hintergrund. Ich brauche auch Gehirnwäscher-Sound, ey. Damit ich die Leute auch schön eindullen kann. Damit die sich schön kuschelig fühlen und dementsprechend die Gehirnwäsche dann vonstatten geht, ey. Leute, zieht euch, lasst euch mal nochmal diese Aussage auf der Zunge zergehen. Und dann hört euch das mal an, was der Anas uns übermittelt. Ich wurde vor der Stunde mit dem Schwert gesandt, damit Gott alleine angebetet wird, ohne Partner. Und mein Lebensunterhalt wird in den Schatten meines Speeres gestellt. Und Demütigung wird jedem auferlegt, der meinen Befehlen nicht gehorcht. Und wer ein Volk nachahmt, ist einer von Ihnen. Das ist das Vorbild von Anas. Heftig, ne? Und guck mal, was Anas hier sagt. Du bist mein Bruder. Wir sind von der Abstammung Anas von Anas. Das bezog sich eben nicht nur auf das Volk in Lauterloher, Heidi. Was ja auch nicht so viel Sinn ergibt. Wie der versucht, den Islam auf Biegen und Brechen irgendwie so liebevoll darzustellen. Merkt ihr das? Er versucht auf Biegen und Brechen irgendwie, den Islam so liebevoll darzustellen, obwohl der Islam nicht liebevoll ist. Weil nur eine Person gibt. Und diese Person hat das Volk gegründet. Und dann haben sie Incest betrieben. Und daraus ist das restliche Volk entstanden. Das gibt es bei keinem Volk. Diese Sache, dass nur ein Mann und eine Frau da gewesen ist, das war eben nur bei Erdern. Das heißt, wir können garantieren, wir sind in der Abstammung von Allah. Das haben wir nun mal alle gemeinsam. Er führt aber noch eine andere Erklärung an, die für mich noch mehr Sinn ergibt. Er sagt hier, nun ja, diese Bezeichnung Bruder heißt eben, dass er von diesem Volk ist. Das heißt, in diesem Volk aufgewachsen ist. Das heißt, er kannte die Menschen. Er wusste, wie sie ticken. Er wusste, wie sie denken. Er wusste, mit welchen... Okay, Anas, aber kann man das auch auf die heutige Zeit übertragen? Du siehst ja, dass Allah den Ungläubigen zuwider ist. Und dass er den Muslimen die ganze Zeit sagt, dass sie dem Unglauben nicht ihre Brust öffnen sollen. Dass sie ihnen hart gegenüber sein sollen. Du kannst also nicht nur einen Text nehmen und ihn als ultimativ ansehen und die ganz anderen Texte außer Acht lassen. Du siehst doch, dass die Muslime Konsens gebildet haben, wie man mit dem Kufar umgeht. Und das sagt uns zum Beispiel Ibn al-Qa'im in seinem Buch Achkam Ahlul-Zimma, wie man mit den Leuten der Schrift umgeht, wenn man sie zum Beispiel besiegt hat und mit ihnen einen Vertrag eingeht. Man muss die Nicht-Muslimen vor die Wahl stellen. So wie dein Prophet es gesagt hat, in Sahih Muslim. Setz sie vor drei Alternativen. Wenn sie also Ja sagen, dann sei auch du dem geneigt. Wenn sie also Nein sagen, dann bekämpfe sie. Ja, super. Jetzt habe ich wegen dir eine falsche Auswahl genommen. Ja, super. Toll. Alles deine Schuld, Anas. Shit. Aber Doktor C regelt. Doktor Cera war mir regelt hier ganz schnell. Das geht ganz schnell hier. Ganz, ganz fix. Das heißt, er kannte die Menschen. Er wusste, wie sie ticken. Er wusste, wie sie denken. Er wusste, mit welchen Argumenten er sie vielleicht kriegen kann. Er wusste, was ihre Problematiken waren. Das heißt, er war ihr Bruder. Und das ist die Erklärung, die für mich am meisten Sinn ergibt. Und zudem muss man auch hier vielleicht sagen, dass der wirklich ein Bruder im Deutschen so ähnlich wie ein Digger geworden ist. Das heißt, das ist wirklich ein... Ey, Digger! Das ist so umgekehrt jetzt Digger. Bruder ist Digger geworden. So müsst ihr euch das vorstellen. Nein. Ein Bruder im Islam ist derjenige, der Allah und seinem Gesandten dient und gehorcht. Das kannst du Bruder nennen. Aber jemanden, der Allah und seinem Gesandten feindlich gegenübersteht, kannst du dich einfach Bruder nennen. Ey, Digger! Deswegen der Anas, der versüßt doch alles. So Brudi, Bruder, der ist fernab vom Islam. Glaubt es mir. Was meinst du, wie empört die Muslime über seine Aussagen sind? Die würden sogar sagen, dass Amir mehr Ahnung hat als der Anas. Bezeichnung wie Bro, Digger und nicht etwas, dass ich jetzt sage, du bist mein Bruder in der Religion. Ich meine, Ex-Muslim würde ja auch nie zustimmen, er sei mein Bruder in der Religion. Das ist offensichtlich nicht damit gemeint. Und zwar, wenn ich Bruder zu einer Person sage, versuche ich ihn anzusprechen, du bist mein Bruder. Du bist ein Mensch wie ich. Wir leben hier zusammen in diesem Land. Ja gut, du willst ihm einfach nur schmeicheln. Das ist das. Du willst sein Herz gewinnen. Du nennst ihn Bruder, damit eine Connection aufgebaut wird. Merkt ihr, wie der ist? Versteht ihr? Er ist also so hinterhältig mäßig. Er hat so einen hinterhältigen Charakter. So kommt es mir vor. Er nennt dich Bruder, damit er so eine Bindung zu dir aufbaut. Damit er genau weiß, er weiß ganz genau, was er zu tun hat. Der Typ. Er ist seltenig. Wir sind zusammen hier aufgewachsen. Wir kennen uns, unser Volk. Wir kennen uns. Ich weiß eben, wie die deutsche Mentalität ist. Ich weiß, wie ihr seid. Ich bin wie du ein Mensch. Genau die Erklärung von Aloha Heidi. Wer jetzt immer noch sagt, voll irre geleitet, anders ist voll im Unrecht, anders ist voll der Idiot. Naja, dann gratuliere ich dir herzlich. Du erkennst nicht an, dass es andere Ansichten gibt. Du denkst, du bist der einzig Rechtgeleitete und ich gebe dir die erfolgreiche Diagnose Kippel, Hochmut und Arroganz. Wenn du jedoch rediglich sagst, hey, Ach so, aber dass du dann auf einmal das für dich beziehst als ultimatives Auslegung, das ist dann wieder in Ordnung. Das ist kein Hochmut und kein Stolz und sowas. Und deine Anfangssequenz in deinem Video war auch kein Hochmut, Stolz und Arroganz. Du weißt ja, was dein Prophet gesagt hat. Wer auch nur ein Funken Hochmut besitzt in seinem Herzen, Allah wird ihn das Paradies verwehren. Und du hast mehr als eine Tonne da drin in deinem Herzen. Überzeugt die Argumentation von Ibn al-Taymin mehr? Dann kannst du gerne seine Argumente nehmen und sagen, dass das unzulässig ist, aber zwingt diese Ansicht keinem anderen auf. Kommen wir noch kurz zu dem Tafsir al-Samhani. Hier sagt er ebenfalls, er war ihr Bruder in der Abstammung, aber nicht in der Religion. Und es wurde auch gesagt, damit ist gemeint, das heißt, er sagt hier und es wurde gesagt, dieses Kriela kann bedeuten, dass man das als eine ungutige Aussage betrachtet, insbesondere dann, wenn man diese Aussage revidiert. Aber hier scheint es, dass er hier einfach nur eine andere Ansicht anführt. Deswegen sagt er hier, damit ist gemeint, er war Adamian, das heißt, ein Mensch von Adam abstammend, wie sie. Was mich besonders genervt hat in Gesprächen mit Hamdi, als ich ihm das geschickt habe, hat er mir dann gesagt, dieses Adamian, Mithlahum, das steht da gar nicht. Du benutzt Tsiatevser und hat aus irgendeiner schiitischen Seite das Ganze rausgesucht und sagt, da steht Adamian, aber im Original steht nicht Adamian. Du versuchst mich hier zu manipulieren. Und dabei hat er einfach nur den falschen Vers rausgesucht, weil diese Bezeichnung auch da im Mund und dann zeigt... Ja, Hansi, der ist nicht in der Lage, einmal richtig eine Quelle aufzuschlagen. Da gebe ich dem Anas recht. Ich sage zu ihm in Bayern, Talbis Aljamia, Band 7, Seite 290, er sagt zu mir 229. Die Idee ist verrückt, Mann. Der Anas hat recht. Der Hansi ist nicht in der Lage, eine Quelle aufzuschlagen. Damals, als ich mit ihm geredet habe über das Stillen eines Erwachsenen. Was ist das denn? Damals, als ich mit ihm geredet habe, bisschen noch, als wir geredet haben über das Stillen eines Erwachsenen, wo ich gesagt habe, im Buch von Scheich Musa Shahin Lashi in Fatal Munim wie Shah Sahih Muslim, Band 5, Seite 622, hat er den Text ausgelassen, dieser Täuscher. Und dann versucht er, die Leute zu täuschen. Das ist so krass, wo ich gesagt habe, ey Leute, guckt euch das doch bitte an. Das kann jeder für sich selber lesen. Da steht, Aisha hat die Brüste gegeben. Und dann liest er das nicht vor. Schaut euch das bitte an. Der ist bereit, über Leichen zu gehen, der Typ, nur um seine Religion nicht zu verlassen. Absoluter Wahnsinn. Ja, und der Anders hat recht, da muss ich dem Anders recht geben. Der ist nicht in der Lage, die Quelle richtig zu betrachten. Auch das, wo er gesagt hat, das ist eine Lüge, wo Aisha die Samen von seinem Gewand kratzt, während er am Beten ist. Das ist eine Lüge von diesem ganzen Kuffar und diesen Christen nur am Lügen. Und dann sehen wir, dass diese Seite sagt, das ist Sahih, korrekt. Auch Sahih Muslim. Der ist am Ende, der Typ, Mann. Ich meine, wie oft wohnt der noch erwischt beim Lügen? Ich habe den falschen Vers rausgesucht, weil diese Bezeichnung Acha und Wut kommt an zwei Stellen vor. Ich habe das erste Vorkommen im Koran, und zwar bei Surat Al-Arab. Und dann sieht man auch, dass das an dieser Stelle sehr wohl vorkommt. Also ich habe nicht aus irgendeinem schildischen Tifzir zitiert. Und das nervt mich einfach, dieses unsaubere Recherchieren, dieses schnell Urt. Ja, genau. Da hat der Arnas recht, die sind schlampig in Recherchieren, diese Leute. Genau wie Issam Bayan. Habt ihr gesehen, als er gesagt hat, hier, Dead Sea Scrolls, die Funde am Toten Meer von den Qumran, sind alle fake. Alle fake. Und da hat er einfach in Google eingegeben, Qumran rollen fake, und da hat er die Überschriften gelesen, und da hat er gesehen, okay, die ganzen Überschriften sagen fake, fake, fake. Dabei hat er nicht mal eine angeklickt, um herauszufinden, ja, was war denn fake? Das waren 16 Fragmente von 100.000 nach 2002, die als Fälschung entlarvt wurden. Aber die anderen sind alle authentisch. Wir haben es zu tun mit dem absoluten Wahnsinn, ihr Lieben. Das ist unglaublich. Ja, aber die Schlauen unter den Muslimen haben sofort Nachforschung angestellt und haben sofort herausgefunden, dass das, was der Issam da gesagt hat, eine einzige Lüge ist. Ja. Es gibt ja viele, es gibt viele Muslime, die sagen, ja, ich kann Amir nicht leiden. Und Amir sagt, hier und da Sachen, die unter der Sau sind oder was auch immer. Du wisst ja, wie die sind. Aber er hat Recht in einigen Punkten. Und wenn wir die Unwahrheit sagen, dann müssen wir das klarstellen. Es gibt also Ehrliche unter ihnen auch. Hört ihr mich? Ja. Okay. Weiter. Genau, genau wie dieser Nagellack-Fetischist, der die ganze Zeit sagt, dass ich irgendwelche Skierquellen benutzen würde, obwohl ich nur stonitische Quellen benutze. Diese Leute sind fix und fertig, Leute. Das ist der Nagellack, den diese Leute schnüffeln und dann auf einmal nicht mehr klarkommen. Das ist das. Mehr ist das gar nicht. Das ist Kamelurin gepaart mit Nagellack und sie schminkeln. Ja, und dann kommt Klauenunsinn raus und dann sieht man diese ganze Recherche. Einfach dämlich. Das ist einfach nur nervig. Ich habe dieses Video nicht sehr gerne gemacht. Ich wollte eigentlich mich gerade auf viele wichtige Projekte vorbereiten. Ich will endlich mal wieder ein schönes Koran-Video machen, wo ich über einen sehr, sehr schönen Vers berichte. Ich muss das leider machen, um meine Würde aufrechtzuerhalten, meine Sachen klarzustellen, weil sonst schreien die Leute massenhaft an das Seidum und so weiter und so fort. Und dann kommt er wieder mit diesem Gehirnwäsche-Sound. Das ist so krass. Sehr gut, das habe ich mir auch gerade gesagt. Welche Würde hast du denn? Was für eine Würde hast du? Du folgst einer Religion, in der erlaubt ist, dass man Babys heiratet, Anas. Hast du überhaupt noch ein Funken Würde in dir? Du folgst einem Mann, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Du hast gar keine Würde in dir. Nix. Denn hättest du Würde. Hättest du gesagt, das kann ich mit meiner Moral, Ethik und Anstand nicht vereinbaren. Dann hättest du Würde. Dann hättest du gesagt, ja, ich habe einen Funken auf Würde anstatt Moral und Ethik. Und wenn ich besser als mein Vorbild bin, denn ich würde niemals ein sechsjähriges Kind heiraten, dann kann ich ihn nicht als Vorbild nehmen. Denn ich kann nicht besser sein als mein eigenes Vorbild. Verstehst du das jetzt? Und jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Er hat nie gelogen, nie gesündigt, nie ein schlechtes Wort geredet, Heiligkeit an den Tag gelegt und den Menschen Liebe mitgegeben. Ganz, ganz einfach. Du siehst also, dass die Perfektion Fleisch wurde, Gott Fleisch wurde und dann siehst du, dass du einem fehlbaren Menschen folgst. Verstehst du den Unterschied jetzt zwischen Jesus und Mohammed? Dass Mohammed sich selber zu Jesus machen wollte, weil der Herr Jesus Christus so verehrt wird und der Mohammed wollte auch verehrt werden. Sahi Bukhari, Hadith 45. Wer den Gesandten Allahs nicht mehr liebt als seine Mutter, Vater und alles Mögliche, der gehört nicht zu seiner Oma. Heftig, ne? Deswegen hat er die Worte des Herrn Jesus Christus genommen und für sich gegeben. Heftig. Einfach nur heftig. Und viele von euch schon gesehen. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Und das ist meine Schwäche, dass wenn mich ein Nicht-Muslim oder ein Islamhasser beleidigt, dann juckt mich das kein Stück. Aber wenn mich ein Muslim beleidigt, von dem ich denke, er ist mein Bruder in der Religion und ich muss mit ihm zusammenhalten. Ja, aber warte mal. Der glaubt nicht, dass du sein Bruder in der Religion bist. Du folgst einer ganz anderen Akrida als der. Du folgst auch nicht anderen sunnitischen Muslimen. Innerhalb des sunnitischen Islams gibt es viele Gruppierungen. Keiner ist mit dem einen anderen einverstanden. Nicht einer von euch. Alle betitelt ihr den anderen als Ungläubigen. Er ist zwar Sunni, ja, aber er folgt der falschen Akrida. Der fährt zur Hölle. Ist das nicht so? Wenn ich sage Oma, dann bedeutet das die Gemeinschaft. Oma bedeutet Gemeinschaft. Nicht Oma. Ja, innerhalb der Mohammed hat er gesagt, meine Oma, meine Gemeinschaft wird sich in 73 Sekten spalten. Und nur eine Sekte wird ins Himmelreich kommen. Ja, welche ist denn jetzt die richtige? Ist ja wie Lotto spielen. Wer ist denn jetzt auf dem richtigen Weg? Jeder sagt doch von sich, ja, wir folgen alle Mohammed. Ja, wer denn jetzt? Toll. Ja, siehst du, und da kommt der Herr Jesus Christus ins Spiel. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn es stirbt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Allein wenn man das herausfindet. Der Herr Jesus Christus sagt auch ein Vers vorher. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Ja, der Herr Jesus Christus kam vom Himmel. Ja, so einfach ist das. Einfach nur Johannes 8, Vers 23 lesen. Guck. Johannes 8, Vers 23. Pass mal auf. Ich bin nicht von dieser Welt. Ihr seid von dieser Welt. Ihr seid von unten. Ich bin von oben. Johannes 8, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und was bedeutet dieses, ich bin, der ich bin? Zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Da er sprach Yahweh zu Mose, geh und sag den Kindern Israels, ich bin, der ich bin, der Ewigseinde, hat mich zu euch geschickt. Jesus Christus behauptet also, derjenige zu sein, der sich Mose vorgestellt hat. Yahweh, sehr, sehr gut, King of Kings. Genau so sieht es aus. Genau so sieht es aus. Sehr gut gemacht. Ja. Ja. Wir gehen durch dick und dünn und das denke ich halt irgendwie von jedem Glaubensbruder und das ist vielleicht der Fehler. Dann verletzt es mich besonders, wenn diese Person mich dann beleidigt oder mir auf Instagram sehr respektlose Sachen schreibt. Aber dass dein Prophet gesagt hat, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und sag, er soll in den Piranis seines Vaters beißen und die Menschen beleidigen, Anas. Das geht dann schon wieder, ne? Wenn dein Vorbild solche Äußerungen getätigt hat, ne? Anstatt du das mathematisierst. Hä? Ist das schön, Anas, wenn sein Vorbild sowas sagt? Verliere ich mein Temperament? Das ist nicht so, dass man sagt, wieso bist du so weichherzig mit Stürzenberger und Irrfahren und anderen und dann zu uns so streng. Nun ja, wenn mir ein Muslim schreibt, ich sei ein Heuchler oder ein Kefir, dann fällt es mir wirklich sehr schwer, die Ruhe zu bewahren, weil das halt so verletzt. Wenn ich nächtelang Videos schneide, nächtelang Sachen recherchiere und lese, um euch Content zu liefern und die Glaubensgemeinschaft, die mir bisher am meisten Leid und Schaden zugefügt hat, die Muslime selbst waren. Und zwar nicht zu einem kleinen Anteil, sondern ich würde sagen, 10- bis 100-facher Schaden kam von den Muslimen im Vergleich zu den Nicht-Muslimen. Und das macht mich sehr fertig und deswegen werdet ihr auch sehen, dass ich da überhaupt keine Geduld habe, wenn ihr mich respektvoll anschreibt, mit schönen Beweisen, ohne zu urteilen und vielleicht zu akzeptieren, dass ihr vielleicht noch unwissend seid, was andere Erklärungen angeht, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber immer dann, wenn man sich arrogant über die andere Person stellt, habe ich es manchmal sogar als sinnvoll empfunden. Ja, warum ist denn dein eigener Gott arrogant, Anas? Er sagt in Surin 59, Vers 23, dass er Al-Mutakabir ist. Der Arrogante, der Stolze. Ist das die Eigenschaft von Gott, arrogant und stolz zu sein? Al-Mutakabir? Der Anas hat seinen eigenen Gott. Wie ist das zu fassen, ey? 6 Euro pro Frage, genau. Ich kann einfach nicht mehr, ehrlich. Das ist eine Lächerlichkeit, kaum zu überbieten. Kaum zu überbieten. Kaum zu überbieten. Kaum zu überbieten. Ach du. Ich komme jetzt gleich wieder. Von Anas gleich dem eines Kleinkindes wirklich. Er mag zwar intelligent rüberkommen, aber er hat kein richtiges Auffassungsvermögen. Er mag hier und da sehr gute Sachen sagen, aber sein Auffassungsvermögen ist sehr, sehr katastrophal. Sehr, sehr katastrophal. Er hat einen Ungerechtigkeitssinn vom Allerfeinsten. Die Gräueltaten, die Mohammed und die Sahaba begangen haben, das sieht er nicht. Er sieht also nicht, wie der Islam sich verbreitet hat. Das will er nicht thematisieren. Er will nicht sagen, wie überhaupt seine Familie und Generation zum Islam übergetreten sind. Und ja, super. Sehr, 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 sehr schlimm. Sehr heuchterig. Ach, mein Bruder ist auch da. So, ich nehme jetzt wieder Anfragen an. Wer also eine Anfrage schicken will, der kann eine Anfrage schicken. Was ist Anas für ein Landsmann? Ich glaube, der ist Palästinenser oder was, ne? Ja. Ja, wenn man sowas hört und die ganzen islamischen Schriften in seinen Kopf reingebrannt hat, dann, was erzählt der Anas denn dann? Also, wovon redet der da? Also, der will mir einen Islam näher bringen, der überhaupt gar nichts mehr mit dem Islam zu tun hat. Also, so eine verwässerte Version, oder wie? Das ist doch alles so Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Wie oft kommt das Wort in Palästina im Koran vor? Ich glaube, nicht ein einziges Mal. Warum soll das davor kommen? Er bringt dich näher im Islam, was? Er bringt dich nur zum Islam und überlässt die Radikalisierung anderer. Die Muslime, die können dir eine heftige Gehirnwäsche verpassen, ne? Die haben es richtig drauf. Die können dir so in dein Gewissen reinreden, dass du am Ende bereit bist, dann, äh, ihr wisst schon was zu tun. Ich weiß schon, was zu tun. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Nein, ich bin nicht der Beste aller Zeiten. Der Herr Jesus Christus ist der Beste der Besten. Der König, der Könige und Herr aller Herren. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Schöpfergott. So sieht's aus. Danke, Robinio. Robinio, 999. Gibt es jemanden Schöneres wie Jesus Christus? Seine Worte sind doch walsam für uns. Der Herr Jesus Christus hat uns Worte mitgegeben, die wir unseren Mitmenschen mitgeben können, damit wir ihre Herzen für den Herrn gewinnen. Und nicht das Schwert an den Nacken der Menschen halten. Ja, was ist das? Keiner kann mit Christus mitteilen. Niemand. Weder Buddha, Krishna, Mohammed. Niemand. Der Name, der über allen Namen steht. Und in den Namen Jesu Christi werden sich eines Tages alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und mit ihren Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, niemand kann es mit Christus aufnehmen. Der Schöpfer. Ja, ich hoffe, dass noch so viele wie möglich ihn erkennen als den wahrhaftigen Gott. Die denken so, die Christen beten einfach so einen Menschen an. Nein. Der Herr Jesus Christus ist schon von Ewigkeit Herr Gott gewesen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen und kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde. Das ist die Doktrin des christlichen Glaubens, der Bibel. Dass Gott selber auf diese Erde kommt. Ja. Und alles in die Hand nimmt, für seine Geschöpfe zu zahlen. Allein wie viele Debatten darüber geführt wurden. Und bewiesen wurde, dass Gott der Allmächtige sich durch die Propheten angekündigt hat zu kommen. Allein Jesaja 40, 3. Ebenet den Weg des Herrn. Jesaja 40, 3. Jesaja 40, 3. Amen. Wie kann das denn sein? Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, soll Ebene, zur Ebene. Wo finden wir das? In Markus Kapitel 3, Vers 1. Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 23. Lukas 1, Vers 1, Vers 1. Lukas 1, Vers 1, Vers 1. Äh? Matthäus 3, Vers 1, Vers 1. Richtig? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir lesen. In Matthäus 3, Vers 1, Vers 1. Guck hier. Matthäus 3, Vers 1. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade eben. Amen. So ist das. Und das bezieht dich auf... Guck mal, du bist jeden Tag auf TikTok live, stundenlang. Und wie ich sehe, hast du dir auch eine Arbeit gesucht, wo du das auch auf deiner Arbeitszeit praktizieren kannst? Ja nicht, der Herr hat mir eine Arbeitsstelle gegeben. Alhamdulillah, sehr schön, sehr gut, sehr gut. Dann hat er das gemacht. Nutzt doch diese Zeit und red doch ein bisschen über deine Religion mal. Ja, ich verstehe nicht, warum... Dein Haupt-Content besteht nur, dass du mit irgendwelchen Juhal redest, die sowieso nicht viel Ahnung haben, dann widerlegst du die und dann wirst du gefeiert von dir und deinen Anhängern. Und so, verstehst du? Wieso bist du nicht zum Beispiel... Jeder von euch ist noch ein Juhal. Keiner von euch hat auch Wissen. Ja, aber Armin, guck mal, stell dich doch nicht dumm, du weißt ganz genau, was ich meine. Hier sind Leute auf TikTok unterwegs, die hören das, was sagst, die werden sauer, die kommen hoch, die gehen dich an, die haben nicht viel Wissen von der Religion und dann machst du halt argumentativ, machst du die halt platt, verstehst du? Und dann, da denkst du, du hast das bewiesen. Geh doch zum Beispiel mal zum Hamdi. Geh doch mal mit ihm, aber sei doch mal ehrlich zu dir selber, warum immer mit diesen Kindern und so hier auf TikTok verschissen, was ich meine. Ja, ne, geht doch mal so wie der Irrfan, ja, der selber ein Muschlik ist, ein Götzendiener, er hat wenigstens seinen Mut zusammengenommen, hat sich mit jemandem, den ich selber als Monervier sehe, aber zusammengesetzt, ja, und hat diskutiert, verstehst du, und war sich sein Gesicht nicht zu schade. Mach du das doch auch? Ich hab dir das doch angeboten, hab ich gesagt, mach du ein Livestream, ich komm doch zu dir. Nein, warum? Guck mal, du weißt doch, TikTok, das Problem, hier kann man doch gar nicht richtig debattieren. Du sagst irgendeine Suche aus dem Koran, ich werf dir was von der Bibel vor, hin und her, dann geht das immer so weiter, mehrere Themen auf einmal, man kann gar nicht gescheit auf was eingehen, verstehst du, was ich meine? Deshalb sag ich, wenn ich zu ihm doch komme, dann kann er doch Regeln aufstellen und sagen, Amir, du hast jetzt drei Minuten Zeit zu reden und danach stummst du dich und dann hab ich drei Minuten Zeit. Willst du mich gerade verarschen, Abu Muhammad? Du weißt doch, du weißt doch, dass das nicht so läuft. Wie oft gab es dieses TikTok-Spiel? Bitte such kein Ausrede für diese Leute, ich bitte dich, komm herauf, dann. Und bitte erwähne worauf ich an, den Sprachlegastheniker, ich bitte dich. Was? Der jeden einzelnen Hadis leugnet, der die Gelehrten leugnet, sobald es ihm kritisch wird, also ich bitte dich, ich bin so alt am Reden, der seine eigene Eben Kassil korrigiert und sagt, ja, Eben Kassil kann auch Fehler machen, obwohl Eben Kassil nicht aus seinen eigenen Gelüsten zitiert. Verstehst du? Aber wer hat das gesagt, Hamzi oder wer anders? Ja, natürlich, der Hanzi hat gesagt, Eben Kassil hat Fehler gemacht. Ja, und jetzt? Ja, aber guck mal, hör mal zu. Was ist das? Sag zu Eben Kassil, dass der Fehler gemacht hat. Bleib doch mal ganz kurz, bleib doch mal ganz kurz ernst, ganz ruhig. Aber da kann ich nicht mehr ernst bleiben. Komm, Abu Muhammad, irgendwo ist die Grenze der Lächerlichkeit erreicht, dass irgendein TikTok-Monat, der Muslim hier in Europa, Eben Kassil korrigieren will. Okay, verstehst du? Irgendwo ist die Grenze der Lächerlichkeit erreicht. Okay? Ich verstehe alles, was du sagst. Ich will dir noch was sagen, guck mal. Erst mal, guck mal, kennst du ihn mal Malik, Gründer der vier Rechtsschulen, einer der Gründer der Malik-Kittischen Rechtsschule, kennst du ihn? Ja, genau, der Al-Kurtubi gehört dazu und der sagt, dass Sina-Kinder heiraten können. Ja, okay, guck mal, ich sag dir mal, erst mal, Imam Shafir hat diese Meinung gehört auch so gehabt und später haben seine eigenen Schüler ihn korrigiert und gesagt, unser Lehrer hat hier einen Fehler gemacht, ja? Das, was du auch... Aha, die Schüler korrigieren dann den Lehrer. Ganz kurz, bitte. Erst mal, der Imam Malik hat gesagt, von jedem Gelehrten kann man annehmen und ablehnen und keiner ist ohne Fehler, außer er. Und dann hat er in die Richtung des Grab des Propheten gezeigt, ja? Das heißt, niemand ist Machsum. Du weißt, was Machsum ist? Fehlerfrei. Selbst der größte... Wie bitte? Was ist mit Jesus? Jesus ist ein Prophet, verstehst du? Aber sogar sie... Ich habe nicht gerade was gefragt. Sogar sie haben Fehler. Hat Jesus Fehler begonnen? Ja, Jesus ist zum Beispiel ohne Sünde. Aha, danke schön. Ganz kurz, bitte. Guck mal, Abraham hat zum Beispiel auch dreimal gelogen, hat eine Sünde gemacht. Er war trotzdem ein Prophet, ja? Ich habe dich gerade gefragt, wer ist der Einzige, der nie gesündigt hat und keinen Fehler hatte? Jesus. Dankeschön. Hast du jetzt gesehen, warum die Christen Jesus folgen? Weil er ohne Sünde ist, weil er perfekt ist. Wir können uns nicht auf deine Gelehrten verlassen. Wir können uns nicht auf einen Blinden verlassen, der uns führen soll. Denn wenn ein Blinder die Blinden führt, beide fallen in die Grube. Wir brauchen also jemanden, der stark genug ist, perfekt, heilig ist, dem man ihm nachfolgt. Der uns zum ewigen Leben führt. Und das ist Jesus Christus selber. Amen. Okay, also ohne zu Sünde sein, ohne Sünde zu sein, macht es zum Gott. Nur Jesus ist ohne Sünde. Und wer ist noch ohne Sünde? Ich frage dich gerade. Ohne Sünde zu sein, macht dich zum Gott. Ja, klar macht dich das zu Gott. Wer ist denn außer Gott noch sündlos? Hat Maria Sünden? Ja, natürlich. Sie hat gesagt, mein Retter. Ich brauche Rettung. Ich frage dich, ob Maria Sünden hat. Natürlich hat sie Sünden. Maria ist eine Sünderin. Ist Sünderin? Okay, sag mal eine Sünde von ihr. Ich weiß es nicht, aber sie hat gesagt, ich brauche Rettung. Wenn jemand sagt, ich brauche Rettung, dann heißt das, dass sie gesündigt hat. Maria laut euch ist auch heilig und sündlos. Also müsste sie leben. Dass einer mit dem anderen nichts zu tun. Alle Menschen, Römerbrief Kapitel 3, Vers 23. Alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Alle. Es gibt nicht einen, der nicht gesündigt hat. Der Einzige, der ohne Sünde, ohne Makel, ohne gar nichts, ohne Befleckung, ist der Herr Jesus. Guck mal, ich verstehe, was du sagen würdest. Nur ich sage dir, laut euch ist auch Maria ohne Sünde, also müsste sie laut deiner Logik auch ein Gott sein. Aber ist okay. Guck mal, ich will dir noch kurz was sagen. Ich will dir noch kurz was sagen. Ich möchte, dass du redest mit Schwellen, Abu Muhammad. Ich will nicht, dass du einfach sagst, irgendwas in den Raum wirfst und das nicht beweisen kannst. Arne, alles gut. Zeig mir an der Bibelstelle, wo Maria sündlos ist. Guck mal, beruhig dich doch. Alles gut. Ich will dir kurz was sagen. Weil wir sind vom Thema abgewichen. Ich wollte dir nur kurz sagen. Erstmal, jeder Gelehrte kann Fehler machen und jeder Gelehrte hat Fehler gemacht. Und es gab immer Gelehrte. Hab ich doch verstanden, Abu Muhammad. Okay, wir haben hier, wie andere korrigiert haben. Warum sollen wir fehlerte Menschen folgen, Muhammad, wenn Jesus Christus selber gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird aus der Finsternis rübergehen zum Licht. Wir wandeln also im Licht mit dem Herrn Jesus Christus. Ihn kannst du als Vorbild nehmen, weil er keine Sünde kannte, weil er ganz genau weiß, was zu tun ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann wandeln wir nicht in das Finsternis, sondern sind wir durchgedrungen von der Finsternis zum Licht. Verstehst du jetzt? Weil er ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Soll ich einem Sünder folgen oder was? Soll ich Menschen folgen, die Fehler gemacht haben? Mohammed stand unter Illusionen, Abu Mohammed. Soll ich ihn als meine vertrauenswürdige Quelle nehmen, der verhext wurde, der von Satan unter Kontrolle stand? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Was sind deine Erfindungen? Aber lass ich gerne drauf eingehen. Aber weißt Erfindungen? Ja doch kurz, so bitte. Beruhig dich doch. Warum ticst du immer so aus? Weil du gerade gerade ganz genau weiß, wovon ich rede. Guck mal. Weil du es verstanden hast. Okay, okay, lass mich kurz. Ich kenne diese ganzen Namen. Ich kann dir gerne sagen, du sagst, der Prophet war unter Illusionen. Erstmal der Prophet wurde von einem Juden, ja? Und das sichere sozusagen verzaubert. Ja, aber schau dir mal den Tefsid, schau dir die Gelehrten an. Sie sagen, alle sind sich einig, dass diese Verzauberung keinen Einfluss darauf hatte, auf seine Offenbarung, sondern er hat ein gewisses Problem gehabt. Und zwar, ihm kam es manchmal so vor, als hätte er eine Sache getan, zum Beispiel mit seiner Frau den Beischlaf vollzogen oder etwas anderes, obwohl er es in Wirklichkeit gar nicht getan hat. Das war sein Problem. Das war, was diese Verzauberung auf ihn, welchen Effekt diese sozusagen, diese Verzauberung hatte. Und du kennst den Hadith, das ist ein Muslim, da wird gesagt, der Prophet hat im Traum zwei Männer gesehen und der eine fragt den anderen, was ist mit ihm? Das ist nicht der Traum. Ja, auf zu lügen, aber das ist ein Engel von Allah geschickt. Im Traum, ja, im Traum. Das ist kein Traum, okay? Das war im Traum, das steht auch so ein. Wenn ich dein Vorbild wäre und ich würde mir sagen, wie die Wahrheit nicht passiert sind, wo war denn Allah, um seinen Propheten zu beschützen vor dieser Verhexung? Ich dachte, nur über die Abgeordneten, der Satan macht. Kann ich bitte kurz ausreden? Guck mal, weil ich gehe jetzt gerade an was ein. Ja, du beruhig dich doch. Guck mal, ich finde es nur, okay, sagen wir, ich sage, dir war ein Traum, so wie es ein Muslim sei, wo hatte ich dir, du sagst, nein, okay, kann ich mir, egal, unwichtig. Auf jeden Fall, diese zwei haben mich nicht unwichtig, dann musst du den Hadis aufschlagen und sagen, warte mal, wir müssen das mal prüfen. Und dann steht, dass Amir recht hatte, das ist kein Traum, sondern der Mohammed lag da einfach und dann kamen zwei Engel, einer an seinen Fuß, einer an seinen Kopf und haben sich den angeguckt und haben gesagt, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Was stimmt mit dem nicht? Na, mir kannst du mal ganz kurz, bleib doch mal ganz kurz ernst und lass mich doch kurz umdrucken. Hör doch mal ganz kurz umdrucken, das wird nicht wie ein Kind, ganz kurz, bitte. Ganz mir zeigen, wo steht im Traum, kannst du uns das mal bitte zeigen, im Traum. Ich habe gerade kein zweites Handy, ich habe auch gerade das Buch nicht hier, ich kann jetzt nicht irgendwie aufmachen, sonst könnte man das machen. Ich habe den Hadis hier, soll ich den aufschlagen? Ja, schlag mal auf, sag mal, mach mal sunnah.com auf, machen wir zum Beispiel sunnah.com auf und zeigen, was sei Muslim mit Screen, was da genau steht. Ich kann dir das nicht per Screen zeigen, sondern ich kann dir die Quelle nennen, da kannst du selber nachprüfen. Okay, weil ich weiß, ich bin mir, ich könnte meinen Kopf geben, weil ich habe diesen Hadis oft gelesen, ja, dass da erklärt, dass er im Traum, dass zwei Männer zu ihm gekommen sind, also zwei Melayki, in der Gestalt von zwei Männern, wie sozusagen der eine Fähre. Ja, ihr kennt alle den Hadis, Mann, es wird doch nicht so ein Quatsch. Ja, okay, okay, aber guck mal, unwichtig, ich gebe dir recht, alles gut, okay. Auf jeden Fall, er hat dieses Problem gehabt, das war ein Unabhängig. Das war unabhängig von seiner Offenbarung, ja, und... Kannst du das mal bitte nachprüfen? Sayy al-Bukhari 5765, guck mal, da steht weder Traum noch gar nichts. Sayy al-Bukhari 5765. 5765, genau, Sayy al-Bukhari 5765. Okay. Akzeptiere ich, kann ich später gerne mal reinschauen, ich wollte dir nur sagen... Ja, aber du siehst, dass du gerade gelogen hast. Und jetzt nochmal zurückzukommen. Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, dein Vorbild, dem du nachfolgst, wie willst du denn sicherstellen, dass irgendwas in der Sunder zu finden ist, dass er das nicht unter schwarzer Magie getan hat? Nur weil irgendein XYZ-Gelehrter, der gesagt hat, dass es keine Auswirkung auf seine Offenbarung hat, das ist doch völliger Blödsinn, Mann. Wenn dieser Typ, wenn der Mohamed unter schwarzer Magie stand und die Gelehrten davon ausgehen, dass der von 40 Tage bis 6 Monate unter schwarzer Magie stand, weißt du, was das für eine Katastrophe ist? Okay. Wer will dir garantieren, dass irgendein Hadith überhaupt noch akzeptabel ist? Okay, okay. Kann ich reden? Kann ich reden, bitte. Wallah, du fällst dich. Warte doch mal, Warte doch mal, Leni. Du gibst dich, du bist ein Christ, verstehst du, bleib doch mal kurz ernst, Leni, bleib doch kurz stabil, beruhig dich doch, verstehst du. Ich bleib doch stabil, Mann. Du kriegst immer aus, verstehst du, beruhig dich doch, wir gewinnen hier nichts. Du kriegst nicht das Himmelreich, wenn du gegen mich hier gewinnst, und ich auch nicht. Das geht doch nicht, ich gewinne nicht. Ich will dir nur sagen, dass du irgendwelche Dinge so fantastisch sind, die nicht stimmen. Und das sagen selber die Gelehrten, die du immer so gerne zitierst, Al-Kurtubi, Ibn Kassir, Al-Jalalaim, Ibn Qudama, Ibn Al-Qaim, verstehst du? Die versuchen, Habib, Abu Muhammad, die versuchen, eine Ausrede zu finden, um dieses ganze Wahnsinn irgendwie zu erklären. Aber das ist heftig. Wenn du dir den Koran betrachtest, dann sagt Allah in Surah 15, Vers 39 bis 44, dass der Satan keine Macht über Muhammad hat. Und wenn der Satan diese Verhexung anwendet durch einen Juden, dann sehen wir, dass Allah nicht sein Versprechen einhalten konnte. Und das einfach ein Witz ist, was Bukhali da übermittelt, oder nicht? Guck mal. Erstmal, ich habe dir vorhin erklärt, der Schätan hat auch keine Macht auf das, über das, was Allah ihnen herabsendet. Er kann nicht das verändern, das aufhalten, verstehst du? Weil Allah sagt genauso im Koran, ja, wenn du kennst dich ja so gut aus, sagt Allah, wenn er, der Prophet, nur aus seinen Gelüsten etwas hinzufügen oder entfernen würde, von was wir ihm herabgesandt hätten, wir würden ihm die Halsschlagader durchtrennen. Ja, das sagt Allah zum Propheten. Ja, das ist ihm doch passiert. Das ist ihm doch passiert. Ja, das sagst du, ich bin von Khaybari, aber das ist eure... Ich kenne, ich kenne, ich kenne. Das ist ihm passiert in Sahibuqari, 44, 28. Er ist genau daran gestorben, als ein falscher Prophet. Er ist nicht daran gestorben, er ist nicht daran gestorben, sondern er könnte den Schmerz bis heute, von diesem Tag an bis heute, konnte er den Schmerz von dem vergifteten Essen in Khaybar, konnte er das fühlen. Er ist nicht daran gestorben, ja? Er ist daran gestorben, in seinem Sterbebett lag er und hat zu Aisha gesagt, oh Aisha, ich will immer noch den Schmerz von dem vergifteten Schmerz, dass ich aß in Khaybar, mir kommt es vor, als würde meine Schlagader durchtrennt werden. Der wahrhaftige Gott hat ihn auseinandergenommen. Wie gesagt, ich kenne das, ich habe es hier erklärt, verstehst du? Er ist nicht daran gestorben, er fragt auch nicht, dass er daran gestorben ist, sondern er sagt, er fühlt das bis heute. Aber Mohammed, aber Mohammed, hat der Satan Macht über Mohammed? Nein, hat er nicht. Suche 22 Vers 52, der hat den Koranvers zitieren lassen. Amir, kann ich dich mal was fragen? Kannst du mal bitte mir antworten? Ich habe dir gerade geantwortet. Aber guck mal, ich bin gerade so in Defensive, verstehst du? Du ballerst mich voll, jetzt suche das, suche das. Ich kann genauso über deine Bibel auspacken und du wirst auch nichts sagen können. Weil das hat doch nicht damit zu tun, dass ich jetzt nichts sagen kann. Du erzählst mir einen vom Pferd über deinen Propheten, weil du selber gar keine Ahnung hast. Nein, 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 du akzeptierst einfach das, was ich sage, akzeptierst nicht. Du lachst darüber, dass es nicht richtig ist. Du wolltest einfach die Wahrheit über deine Religion sagen. Wenn du keine Ahnung hast von deiner Religion, dann erzähl nicht einfach irgendeinen Quatsch, was Koran und Sunder dich widersprechen. Okay, ich habe keine Ahnung von meiner Religion. Auf gar keinen Fall. Du weißt ja nicht mal, dass Mohammed Ferse von Schaitan in den Mund gelegt bekam. Ja, das sagst du, satanische Ferse, was auch die Ulamer auch wieder hochkamen. Im Amal-Kurso wie Atabadi, Al-Ribis-Kassir, alle sagen das. Das sagst du und Christian Prinz. Ich und Christian Prinz, genau. Atabadi ist Christian Prinz. Sehr gut, Abu Mohammed. Sehr gut. Christian Prinz hat schon so viel Angst, dass er wieder seinen Namen ändert. Der ist sehr gut, Abu Mohammed, genau. Wir sind Atabadi, wir sind Ibn Kassir, wir sind Al-Jalalaim, wir sind Al-Waqidi, wir sind As-Berbe-Nusul, genau. Das sind wir. Amir, guck mal, ich weiß, du bist überzeugt von deiner Sache und du denkst, dein Gott ist ohne Fehler. Wie ist das? Bitte ganz kurz, laut Genesis 6, 6 ist dein Gott nicht allwissend. Laut 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16 kann Gott nicht sterben. Das, was du uns immer vorwollst. Gott kann doch auch nicht sterben. Gott kann doch auch nicht sterben. Gott kann doch auch nicht sterben. Er hat die physische Form eines Menschen angenommen, um für seine Schuld der Menschen zu bezahlen. Das, was die Propheten geredet haben über Gott. Dass er selber kommt, das habe ich doch gerade erzählt in Jesaja 40, 3. In Jesaja 43, 11. Verstehst du, dass der Retter kommen wird? Jesaja 9, 5. Das Kind, das geboren wird, starker Gott genannt wird. Jesaja 7, 14. Das Kind wird Immanuel genannt. Weißt du, was in Jesaja 27 steht? In Jesaja 27 steht zum Beispiel, dass dein Gott auf den Markt geht und einen Rasierer kauft, damit der andere in den Timberisch rasieren kann. Ich bitte dich. Wir haben das schon 10.000 Mal durchnommen, dieses Thema. Aber ich sag dir noch was. Okay. Das steht ja nichts über Schamhagen und das wird aus einer Metapher gesehen. Das steht nicht Metapher. Das ist ja genauso, als würde ich zu dir sagen, dass, wie erklärst du dann zu Jesaja 47, 23, dass eine Gebärmutter am Gewand von Allah zieht? Auszubillah. Auszubillah. Wie erklärst du Samuel 15, 3, wie erklärst du Samuel 15, 3, dass man kleine Kinder, die nicht mal die Pubertät erreicht haben, als Sex, glaube ich, dann nehmen soll. Zieh, gehen hinter uns selbst. Das ist ja Samuel 15, 3. Doch, das ist auch in 5. Mose. Das ist auch in 5. Mose. Amalek zu schlagen. Ja, zieh den Band, das befiehlt dein Gott. Zieh los, zieh den Band. Bring doch nichts durcheinander, Abu Muhammad. Bring doch nichts durcheinander. Ich weiß besser wie du, Bruder, guck mal. Ja, wenn du besser als ich weiß, dann zitier doch den Vers richtig und hör auf, wie Kamelohreben zu machen. Und schlag, zieh los und schlag den Band gegen Amalek und töte es. Amalek, das habe ich schon gerade gesagt. Und du hast das verdreht. Vollziehen den Band an Amalek, aber doch nicht das, was du am Anfang gesagt hast. Und was steht danach nach, was steht nach Vollziehen Band nach Amalek? Von Rinder bis Schafe, von klein bis groß und alles. Aber warum? Hast du dich schon mal gefragt, warum? Gib mir mal bitte den Kontext der Geschichte. Warte, warte, warte. Also gibt es für dich eine Rechtfertigung dafür, dass man kleine Säuglinge ihre Köpfe an Steine zerschmettern sollen? Hast du ein Problem damit? Willst du mir jetzt mit Musa und Al-Qeder kommen? Sehr gut, sehr gut. Ich kenne dich, Amil. Guck mal, ich kenne dich, verstehst du? Aber du hast viele Sachen nicht verstanden. Ich kann jetzt auch sagen, Hesekiel 412, ganz kurz bitte. Ich erkläre dir gleich Musa und Al-Qeder, kein Problem. Ich kann auch jetzt sagen zu dir, Hesekiel 412, dann sagst du mir, nein, das heißt Code aufbacken. In einer der ältesten Bibel steht mit. Das haben eure Gelehrten auch verdreht. Hast du ein Problem damit? Hast du ein Problem damit? Guck mal, ich weiß nicht, was ich ein Problem habe? Das ist, wenn dein Gott befiehlt seine Armee, geh los und töte alle Säuglinge und nehm die kleine Kinderfrauen. Aber dein Gott, der Allah bült das doch in Suche 248 bis 252. Er sagt, ja, die Kriegstexte sind meine Texte. Alles, was sagt er? Er sagt, ja, dass das, was David, Samuel und alle getan haben, sind von mir Befehl. Echt? Wo sagt er das? Im Koran sagt er das? In Sura 2, in Sura Al-Baqarah 248 bis 252. Sehr schön. Da geht auf die Kriege von David und alle ein. Oh, ja, ja. Zit hier mal diesen Vers, bitte. Ja, mach mal, du, ich hab dir das gegeben als Beweis. Mach das, liest das bitte durch. Du weißt besser, lest bitte. Du hast mir ein Vers genannt, ich will das von dir gemacht. Du bist sehr beeindruckt von meinem Wissen, du bist sehr beeindruckt von meinem Wissen. Ich bin so beeindruckt, ich weiß gar nicht mehr, dass ich auf TikTok live bin gerade. So beeindruckt bin. Sobald du etwas sagst, weiß ich so froh, wo was zu finden ist. Ach so, und ich bin so beeindruckt, ich bin so beeindruckt, ich weiß gar nicht mehr, dass ich auf TikTok live bin gerade. Vers 21 bis 24, Schwule töten, Zauberin soll sterben, auch Frauen auch als Zauberin nehmen. Du bist doch kein Atheist. Bitte, 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 bitte. Darf ich kurz reden, ich lass dich auch noch sagen. Aber Mohammed, du bist doch kein Atheist. Du glaubst doch auch ein Gott und Gottes Strafe. Natürlich, aber bitte lass mich kurz ausreden. Aber Mohammed, was soll man denn laut Islam mit Homos machen? Sollen sie nicht von Dächern dann, du weißt schon? Alhamdulillah, natürlich. Weißt du, was man laut deiner Glaube machen soll? Wenn ein Mann neben einem Mann liegt, dann sollen beide des Todes sterben. Das sagt dein Buch. Das sag ich doch, im alten Testament findest du sowas, weil Auge um Auge Zahn und Zahn praktiziert wurde. Unter anderem, ja. Aber dass du das auch noch so breit bist, da sieht man seine kleine Gesinnung. Guck dir das mal, was du da machst. Und deine Bibel sagt auch, wer soll auch sterben? Zauberinnen sollen sterben. Die ganze Gemeinde soll kommen vor Tore. Okay, haben wir doch verstanden. Du siehst doch, dass Allah selber sehr viel ausübt und sehr viel gestaltet. Sehr gut, du hast verstanden. Weißt du, was ich dir damit sagen will? Das heißt, vieles, was du uns immer vorwirfst, findest du erstmal in deinen eigenen Büchern auch. Weil du hast immer das schon bestätigt. Ich hab das doch schon tausendmal gesagt. Ich hab das doch schon tausendmal gesagt. Der Urheber von Alten Testament ist weder Allah noch irgendein von deinen Göttern, die du dir da aufgestellt hast. Nein. Der Urheber des Alten Testaments ist der Herr Jesus Christus selber. Und er hat auf verschiedene Völker sein Urteil gesprochen. Aber das, was Allah da von Mohammed verlangt, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis alle sagen, la ilaha illallah, sowas finden wir nicht in der Bibel. Was sagt Jesus im Lukas Evangelium? Wer nicht will, dass ich sein Gott bin, sein König bin, bringt vor mir und schlachtet. Ja, das befindet sich in Lukas 19, 27, da genimmt der Herr Jesus Christus eine Metapha als ein König. Und dann wirst du sehen, wie die ganze Geschichte etwas ganz anderes sagt, als das, was du dir von dir gibst. Sollen wir das mal zusammenlesen? Amir, dein Ticke Handy klingelt. Ja, sollen wir das mal zusammenlesen? Möchtest du ein bisschen lernen? Oder wolltest du Blitzer haben? Kunde wartet, geh ran, Kunde wartet. Aber Mohammed, komm, lass uns das zusammenlesen. Der braucht auf Kombi, der braucht auf Kombi. Aber Mohammed, was würdest du zu mir sagen, wenn ich zu dir sage, ich werde dir einen Platz im Himmelreich reservieren, wenn du mit deinem Haus und alles, was du besitzt, mir überstreckst? Würdest du sagen, ich wäre ein Betrüger oder würdest du sagen, oh, der ist ein cooler Typ? Hör zu, Allah sagt im Koran, oh, die, ihr glaubt, geht auf meinen Weg mit euer Leben und euer Besitz. Ja, das ist für euch besser, wenn ihr nur wüsstet. Okay, habe ich verstanden. Das befindet sich in so einem Zweifel oder Sektor. Ich weiß schon, man verspricht den Gläubigen das Paradies und alles, was sich darin befindet. So, und was ist jetzt das Problem? Aber Mohammed, wenn ich zu dir komme und sage, ich werde dir einen Platz im Himmelreich reservieren, gib mir mal bitte dein Haus, dein Auto, dein Garten, alles, was dazugehört, und ich werde dir einen Platz im Himmelreich reservieren. Würdest du mir glauben oder würdest du sagen, ich glaube, der will mich betrügen? Bei dir würde ich 100% glauben, dass du mich betrügen willst. Ach, aber bei anderen dann nicht, ne? Kommt drauf an. Wie kommt drauf an? Aber zeig mal, woran machst du das denn fest? Woran machst du das denn fest? Ja, guck mal, wenn dein Jesus zu dir jetzt kommen würde und sie würde sagen, Amir, gib mir deinen Garten und dein Haus für das Himmelreich, würdest du höchstwahrscheinlich ihm Vertrauen umgeben, oder? Ja, mein, Herr Jesus Christus ist ja auch sündlos und hat weder Fehler noch übergebracht. Er hat Bote erweckt, er hat blinde sehend gemacht, alles. Was hat denn dein Prophet gemacht? Hör zu ganz kurz, dass ich dir beibringe. Henoch, unter anderem, Hut, das waren auch Propheten, die blinde geheilt haben, gelähmt, geheilt haben, tote lebendig gemacht haben, ja? Viele Propheten haben diese Wunder gemacht. Was hat denn dein Prophet getan? Jeder Prophet hatte ein Wunder. Was war der Wunder von deinem Prophet? Okay, ich kann dir pannen, ja, Mohammed zum Beispiel, als die Juden zu ihm gekommen sind, haben gesagt, wenn du ein Prophet bist, dann bring uns ein Wunder, was uns nicht verfehlen kann, also was deutlich ist. Dann sind sie gekommen, hat er den Mond gespalten, haben sie gesagt, du hast unsere Augen fähig. Wie ist gespalten? Unter anderem, ich nenne dir noch ein Beispiel, ich kann dir viele Beispiele nennen. Wo findet ihr diese Wundspaltung? Daibu Khalidzai, Muslim, kein Hadith lesen. Wann kam Saibu Khalidzai, Muslim? Sunan Abidawud gibt es das bestimmt auch, Sunan Abidawud. Wann kam die Hadith? 300 Jahre später? Ja, und von wem sind die Mutawati-Überlieferung, von wem, von wem sind sie zurückzuführen, bis auf einen Zeitzeugen, der was... Wer hat denn so eine geschichtliche Dinge aufgezeichnet aus dem sechsten bis siebten Jahrhundert? Geben aber bitte die Quelle. Thomas, was du nicht verstehst, dass die Dinge nicht direkt schriftlich festgehalten wurden, aber die mündlichen Überlieferungen waren schon von Anfang an da, von dem Vertrauenswürdigen. Ich werde dich gerade verarschen bei so einem Spektakel, das den Mond gespalten wird. Ach so, wann ist dein Bibel gekommen? Das ist deine, aber wann ist deine Bibel gekommen? Ist deine Bibel auch gekommen, zu Zeit nach zu Jesus oder 200 Jahre später gekommen? Du schießt dir selber ein, du schießt dir selber ein Wunder. Ja, aber das ist kein Unterschied. Du schießt dir selber ein, du schießt dir selber ein Wunder. Lass mich kurz ausgeben. Du hast mich gefragt, was für Wunder hat gebracht. Ich sage dir, unter anderem für die Israel-Israeli-Musser-Buhari, wo die Sahaba kein Wasser hatten, ja, und Wudu nehmen mussten kurz vor dem Krieg. Aus seinen Fingernägel ist Wasser rausgeflossen, über 300 Leute haben sich mit diesem Wasser Wudu genommen, ja. Das ist auch ein sehr bekannte Haltis. So, also er hat auch Wunder gebracht, genau wie alle anderen Propheten. Aber ich frage mich... Ja, aber das widerspricht dem Koran. Okay, wo widerspricht? Aber das heißt, er muss nicht Wunder machen, das widerspricht. Ja, Allah sagt doch in Surah Al-Waqarah, ich glaube, das ist Ayah 118, dass der Muhammad nur mit dem Koran als Wunder gekommen ist. Ihm wurde nicht gegeben, Wunder zu vollbringen. Was sagst du denn dazu? Falsch. Ja, und ich sag dir noch was... Falsch? Dein Gott sagt etwas Falsches. Das wirfst du ihm vor, dass das ein einziger Wunder war. Das ist dein Eindruck. Der Koran sagt Allah, Gesandter kam mit keinem Wunder, sondern nur der Koran ist sein Wunder. Das bestätigen doch die Gelehrten. Wallah, ich bin müde, dir zu erklären. Wallah, ich bin müde, dir zu erklären. Ja, das widerspricht dem Koran, siehst du? Weil du gewährst, das Scheiße. Wenn also der Imam Wuhr Ali uns sowas übermittelt, dann widerspricht das ja dem Koran, weil Allah sagt, du redest aus Angst, Amir, du redest aus Angst. Du kannst nicht auf ein Thema bleiben. Du bist am Ausblick, vergiss es. Du redest so in Euphorie und Dings. Spann dich doch mal kurz. Du sagst erst mal mir ein Thema und ich antworte gerade darauf und schon bist du am Ausblick. Schill dich doch kurz mal. Die Leute lachen dich gerade aus. Willst du uns verarschen? Wallahi, ich hoffe, diese Debatte wird hochgeladen auf YouTube. Dann will ich sehen, zu wem man sagt, wer kann sich benehmen, der hat halt wie ein Kind. Du kannst sie doch gerne hochladen, wenn sie so erfolgreich war. Du kannst sie doch gerne hochladen, wenn sie erfolgreich war für dich. Ich muss nicht hochladen. Alhamdulillah, ich erzähle das gar nicht. Aber wer sich wie ein Kind benimmt, man sieht, wer sich wie ein Kind benimmt. Ich kann auch mal an. Man sieht, wer sich wie ein Kind benimmt. Das kannst du keinem erzählen, was hier los ist auf TikTok. Aber guck mal, Amir, lass uns rüber mal. Wo befindet sich denn die Mondspaltung im Koran? Wo befindet sich denn in welcher Seite? Mal gucken, ob du wissen hast. Hör ganz kurz zu, guck mal. Wo befindet sich die Mondspaltung im Koran? Schau mal, dein Wissentest. Ich habe dir schon ein bisschen... Ich bin Al-Jahil, Alhamdulillah. Ich weiß gar nichts. Aber wieso sagen die zu mir, dass ich kein Muslim war und ich weiß, wo er sich befindet? In Surah 54, Vers 1. Wie kann das sein, dass es kein Muslim war? Wie kann das sein? Wenn ich dich frage, du warst Muslim und ich frage dich in 2. Reqa, wenn man unten ist, bevor man aufsteht, zum 3. oder 4. Reqa, kannst du mir Al-Thiatul lesen, Al-Thiatulillahi. Du kannst nicht lesen, bin ich mir 100% sicher. Was kann ich? Zitier mir Al-Thiatulillahi, wassalawatu und, und, und. Wenn man im Gebet ist. Du warst Muslim. Du willst, dass ich den Tashabut mache? Du kannst nicht, oder? Du willst gerade, dass ich den Tashabut mache? Ja, du fragst, warum denken die Leute, dass du nicht Muslim warst? Warum? Weil du nicht wahrscheinlich die Ärzte ist, dass du nicht weißt. Du weißt ja überhaupt null vom Koran und Hadith und Sunda. Ich weiß null, ich hab dir alles gerade erklärt, mein Freund, plus deine eigene Bibel auch dir. Die Leute haben dich rausgedacht, was für eine Erklärung war das denn? Aber du zahlst, guck mal, ich sag dir nur, du hast mich gefragt, warum glauben die Leute nicht, dass ich Muslim war? Du weißt nicht mal, Tadjahu zu rezitieren, Achi. Okay, wenn ich das kann, verlässt du den Islam? Niemals. Aber ich bin mir sicher, du hast doch gerade den Baruch aufgestellt. Du hast doch gerade etwas gesagt. Du hast mir jetzt schön Google aufgemacht und jetzt liest du von den Islam von zwei Päten hier. ich hier lernen. Ob ich jetzt Google auf... Soll ich, soll ich es hier, soll ich meine Kamera zeigen und nur dich angucken? Hast du aus dem Überaufrufung gebracht? Du sagst ja, dass ich kein Muslim war. Wenn ich also Tadjahu und kann, dann verlässt du den Islam? Nein, nein, zitiere gerne. Zitiere mir, dass ich weiß, was du willst. Du bist unerlicher Mensch, du bist. Siehst du was, unerlicher Mensch, du bist? Habe ich irgendwo gesagt, wenn du das zitieren kannst, verlasse ich Islam. Das hast du gerade erfunden. Du hast aber an mir eine Challenge auferlegt. Du hast gesagt, du kannst doch nicht mal das Tadjahu machen. Du hast auch niemals gut sehen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich das also kann, im Umkehrschluss, wenn ich das also kann, dann bist du ein Lügner und ein Betrüger, oder? Ja, ja, sehr gut. Zitiere bitte. Ja, was machen wir denn dann, wenn ich das kann? Nichts, Alhamdulillah, du hast recht. Zitiere bitte. Komplette Katastrophe, Aussprache, Katastrophe, plus zwei Verse, Plus zwei Ayat, hast du komplett ausgelassen. Zwei Ayat habe ich komplett ausgelassen, ne? Ja, ja. Ich habe dir den Konflikt in der Schafhut dann gerade gemacht. Ja, ja, ja. Hast du das gerade gesehen, wie du dich blamiert hast vor den ganzen Leuten? Ich habe ihn blamiert, Alhamdulillah. Ah, jetzt auf einmal bist du komisch dran, ne? Ja, ja, du hast gerade, du bist der größte Gelehrte jetzt. Alles, alles gut. Du hast Katastrophal rezentiert mit Fehlern, zwei Ayat komplett rausgelassen. Warte, 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 warte. Was ist denn die kürzeste Surah im Koran? Weißt du? Ich weiß es, ja. Ja, welche ist? Siehst du, du weißt das noch nicht mal. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, okay, aber sag du mir, wenn ich nicht weiß, dann sag du mir. Was ist die kürzeste Surah im Koran? La Marche, das ist die, du da alt Kausal, Sura 108. Du bist eine richtige Blamage. Alles gut, glaub du, glaub du, du bist ein Muslim, das muss jeder Muslim wissen, dass der Koran 14 Zuhren hat, dass Ayatul Kulti Sura al-Bakara 255 ist, dass der erste Versuch der Koran in Ockenbarko 96 ist, und du kannst doch nicht mal Sura al-Bakara 255 ist, das ist nur Al-Bakara 255. Weißt du, was Ayatul Kursi ist? Der, der Thronvers, natürlich. Der Thronvers, kannst du zitieren? Ich kann ihn nicht zitieren, aber du kannst nicht zitieren, aber du kannst nicht zitieren. Nein, 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 alles gut, ich sag zu dir nur ganz kurz, ja, nee, weil ich kann, ich hab, ich bin müde davon, auf dich einzugehen, aber ich sag dir kurz, du sagst, ein Muslim muss das alles wissen, das ist Standard, du warst doch Muslim, also musstest du das wissen. Aber die Kürzeste Sura al-Bakara 255 ist, aber alle Muslime wissen, dass die längste Sura al-Bakara 255 ist, alle Muslime wissen, dass die kürzeste Sura 108 ist. Sehr gut, sehr gut, Alhamdulillah. oh mein Gott, alles gut, du hast recht, alles gut, du hast recht, aber du weißt, du sagst, du warst selber auch Muslim, wenn ich dir sag, Ayatul Kursi, du bist selber nicht. du weißt Ayatul Kursi nicht. Wie der sich vor 700 Leute. Du weißt Ayatul Kursi nicht. Aber du sagst mir, du weißt noch nicht, was die kürzeste Sura aus dem Islam und sagst, du weißt noch nicht, was Ayatul Kursi ist. Ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung, alles gut. Aber dass du siehst, was du redest, du sagst, jeder Muslim muss das wissen, du weißt nicht mehr Ayatul Kursi. Du hast unser Tag schon wieder verlöst, mein bester Hammer. Sollen wir die zusammen zitieren, die Sura Al-Kurs hat? Thronfers. Nee, da könntest du gerne zitieren, den Thronfers, mach mal. Ich kann nicht. Ich kann nicht, Thronfers zitieren. Weil ich hab kein Wissen, wo du was wirst. Du kannst gerne lachen, du müßer Betrüger. Amir. Allahu la ilahi, Allahu al-Khayyum. Was ein Typ. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Nix, ich kann nix. Einen schönen guten Tag. Hallo da, wir. Alles gut? Ja, handel, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ex-Muslim, warum macht ihr diese Scheiße in mein Internet, ey? Warum? Du brauchst ja nicht hier zu sein. Nein, aber das ist doch, das ist doch Blödsinn. Ihr macht euch gegenseitig, macht ihr euch kaputt und keine Ahnung, das muss doch alles nicht sein, ey. Warum macht nicht, warum macht nicht, warum, warum macht nicht jeder einfach sein Ding und jeder wird sehen, was nach seinem Leben passiert und gut ist. Aber warum muss man sich gegenseitig denjenigen runterputzen? Hä, wir reden doch ganz normal. Ein bisschen Lachen gehört dazu. Ist doch nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich hab, ich hab trotzdem mal zwei Fragen, das sind zwei Fragen, es ist keine Beleidigung oder sowas, das sind einfach nur zwei natürliche Fragen an den Christentum, ja? Natürlich oder unnatürliche Fragen? Ich weiß nicht, ob die natürlich oder unnatürlich sind, das kannst du mir ja beantworten, du bist ja Profi drin. Ich bin kein Profi, ich bin Anfänger. Na, Quatsch, du bist kein Anfänger, du hast ja studiert. Nein, ich will das, ich will das einfach nur mal, ich will das einfach nur mal wissen, wenn du zum Beispiel, du jetzt als Christ, ja, du sagst, du sagst ja auch zum Beispiel dieses, ähm, Vater und seinen Himmel, ne? Ja. Wenn du jetzt, rezizitier mir mal diese, das ist ja praktisch bei euch, diese Dinge, rezizitier mir mal dieses Vater und seinen Himmel. Rezitier mir, das heißt das. Ja, mach mal bitte, also sprech das mal bitte. du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf dem Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns auf der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Warum? Warum sagt der eigene Gott, ich will es nur wissen, warum sagt der eigene Gott oder warum sagt ihr zu eurem eigenen Gott, verführe uns nicht in Versuchung? Nein, führe uns aus der Versuchung. Denn wir werden versucht von Satan und der Herr soll uns aus der Versuchung raushelfen. Also heißt das nicht, verführe uns nicht aus der Versuchung, also verführe uns nicht in der Versuchung, also das war nicht so ein Zweifel. Nein, Gott kann ja nicht versuchen, das macht ja der Satan. Und die zweite Sache, die ich immer komisch finde, ist, viele reden ja hier immer über Eiche. Weißt du, was ich komisch finde? Weißt du, was ich komisch finde? Was? Der Allah zwei Suchen aus dem Koran rezitiert. Der ist also auch so ein Rezitierer, der Allah. So wie du. Der rezitiert den Koran. Der Allah. Du warst doch selber mal, du warst auch selber mal richtig, also darum ja auch Ex-Moslem, du warst doch selber mal Moslem, ne? Ja, ich war mal selber so ein Moslem, genau. So, aber was, dann bist du ja, ich habe gehört, dann bist du in Dingens gekommen, also ich will es nicht hier nicht äußern, also du weißt, wo ich meine. Und dann hast du beide Sachen irgendwie studiert, da wo du warst, ne? Ja. Also du weißt, was ich meine, ne? Ja. Genau. Und dann bist du durch eine Erkenntnis gekommen, dass der Islam nicht der richtige Weg ist, dass zum Beispiel der Christentum der richtige Weg ist. Genau. Ich glaube nicht an einen Gott, der 124.000 Gesandte und Propheten schickt, mit ihnen Bücher und alle seine Bücher sind verfälscht und der der unfähigste Gott ist, von dem man jemals gehört hat, der nicht auf sein Wort aufpassen kann. Was hältst du von so einem Gott? Das hat damit nichts zu tun, ob das richtig oder falsch ist. Ich kann es dir nicht sagen. Warte mal, warte mal. Du hast dir gerade gedacht, ja stimmt, das ist ja der Verrückteste, was wir je gehört haben. Der schickt also 124.000 Gesandte und Propheten und keiner ist in der Lage, seine Bücher, aber der kann ja nicht mal auf seine Bücher aufpassen, der Allah. Der macht also 124.000 Mal denselben Fehler. Warum und nein? Da hat doch, guck mal, wir sind doch 72 verschiedene Völker. Zum Beispiel ist das der Judentum, der Christentum, der was weiß ich Tum und jedes... Ja, warum? Jeder hat sein Buch, seine Offenbarung bekommen. Ja, okay, wo ist denn das Buch von den Chinesen und von den Russen? Ach komm, jetzt kommt der Dame dran. Du hast doch gesagt, zu jedem Volk hat er sein Buch hingeschickt. Ja, wo ist das Buch von den Chinesen? Ja, wir haben doch, ja, guck mal, die Chinesen haben doch, glauben doch am Bunda. Da gibt es doch kein, oder was weiß ich, was an die glauben Bunda. Wo soll es denn da ein Buch geben? Was hat Gott mit Buddha zu tun? Das ist doch Götzendienerei. Ja, aber was ist denn das Buch, was Allah den Chinesen gegeben hat? Xing Dong Dao. Ja, aber was haben die Chinesen? Das ist Götzen. Warum soll Gott den Chinesen ein Buch geben? Ich will dich gleich wieder rein, ja? Okay. Bis gleich, tschau, tschau. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Xing Dong Dao. So, dann bin ich wieder. Alle weg. Egal. Ist nicht schlimm. Sie kommen und gehen und gehen und kommen und kommen und gehen und kommen. Es ist nicht schlimm. Habt ihr euch erschreckt? Nein, die meisten sind doch eher, ja, schön. Ja, wundervoll. Wirklich, der Herr Jesus Christus, euch segnen, die wundervoll. Lasst euch niemals vom Islam täuschen, ne? Die Muslime haben, sie haben gar keine Ahnung von ihrer Religion. Das ist so heftig. Amen, ihr Gottes Segen und Friede, Palästin, mein Bruder. Friede, Palästin, ja, genau. Möge der Herr Jesus Christus das Leiden der unschuldigen Menschen lindern und ihnen beistehen. Amen. Amen. Arme, ich habe eine Frage und ich hoffe, dass wir beide uns vernünftig unterhalten können, weil ich weiß, dass du ein sehr, sehr, sehr reifer Mensch bist und auch gut zuhören kannst. Ich wollte fragen, warum zeigen eigentlich momentan so die meisten Menschen mit dem Finger auf Muslime, obwohl weltweit die meisten Morde jetzt auf Muslime, unschuldige Muslime gehen? Du willst also die Doktrin des Islams außer Acht lassen, nur weil jetzt zum Beispiel ein geopolitischer, durch geopolitische Strategien Menschen andere Länder angreifen und ihre Ressourcen klauen oder was auch immer sie da machen. Willst du jetzt die islamischen Schriften außer Acht lassen, obwohl der Islam den Wahnsinn in seinen Schriften vertreten hat oder wie? Das nicht. Was ich aber sage, ist halt eben, warum halt denn momentan so viele Muslime sterben anstatt irgendwie andere Menschen und trotzdem der Islam immer schlecht geredet werden. Das interessiert mich. Das war meine Frage. Ja, also wenn im Allgemeinen sterben sowieso Menschen, ob das jetzt Muslime sind oder nicht, in erster Linie sind sie Menschen und keine Muslime, okay? Menschen sterben, nicht ihre Religionszugehörigkeit, okay? Das ist das Erste. Und zweitens sind das Menschen, die einfach geopolitische Strategien verfolgen und auch in Ukraine sind das auch jetzt Muslime oder was? Wie viele Ukrainer gestorben sind, Russen, wo die sich bekriegt haben? Was ist das denn für eine Argumentation? Das ist ja kein Argument. Da hast du ja recht. Das sind ja geopolitische Konflikte, die da gerade stattfinden. Genau. Okay, aber wieso kann man denn jetzt nicht dem Israel, wie sagt man in der Bibel, die Juden sind doch das auserwählte Volk, sagt man doch, oder? Ja, richtig, genau. Aber warum tun sie denn da Christen und Muslime verjagen von Palästina, wobei eigentlich diese Menschen doch normalerweise doch auch für Frieden sein sollen? Ist das denn bei denen so gewollt, dass alle Menschen getötet werden sollen, auch die Christen? Nein, das nicht. Israel hat ja nur reagiert auf das, was die Hamas da seit Jahren macht. Und so siehst du ja, was sie auf einmal getan haben, als sie da auf die in Israel einmarschiert sind und dann auf einmal hunderte von Menschen, du weißt schon, was mit ihnen getan haben. Und das ist dann die Reaktion von Israel. Und dann übertreiben sie natürlich, weil sich Hamas ja nicht stellen möchte. Hamas versteckt sich dann und in Krankenhäusern und alles Mögliche, anstatt die Konfrontation mit den Israelis zu suchen. Verstehst du? Ja, aber die haben doch jetzt schon doch gewollt, dass sie doch jetzt hier Friedensverträge schließen, beziehungsweise die wollen doch die entführten Geisel doch freigeben. Hamas hat jetzt zugegeben, die wollen, dass sie einen Friedensvertrag und sie sind bereit, halt eben die Gefangenen auszutauschen. Ja, okay, das ist die eine Seite. Und dann siehst du in der anderen Seite, dass die Führer der Hamas gesagt haben, uns interessieren nicht die Bevölkerung der Palästinenser. Wir haben unsere eigene Strategie und wir wollen uns da niemanden unterordnen. Also gestern ihre eigene Bevölkerung ist ihnen egal. Aber gestern hat der Hamas-Führer das aber Gegenteil gesagt. Er sagte, wir wollen halt eben, dass es aufhört, wir sind bereit für einen Gefangenaustausch. Da steht schwarz auf weiß. Israel hat ja auch zugestimmt und Israel möchte aber trotzdem, dass die Hamas mehr oder weniger vernichtet wird. Aber Armin, du bist doch ein kluger Mensch. Wo ist denn die Hamas? Die Hamas gibt es doch gar nicht mehr, wenn du doch so siehst. Da sind doch diese Menschen, diese Kinder haben doch mit diesen ganzen terroristischen Organisationen doch gar nichts zu tun. Okay, kein Problem. Das eine hat mal mit dem anderen nichts zu tun. Du siehst aber, dass in Palästina, wenn die Kinder dort groß werden, mit was für einer Wut und Hass die gegenüber Israel schon aufwachsen, verstehst du? Und sobald ein arabisches Kind dort aufwächst, wird es mit diesem Gift infiziert oder das Gift wird initiiert. Verstehst du? Die wählen lieber den Tod anstatt das Leben. Überall, da hast du recht. Überall, wo Kriege, da hast du recht. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber jetzt meine Frage, wenn doch die, wenn die Palästinenser dort vertrieben sind, komplett vertrieben sind, wer meinst du ist der Nächste denn auf den zionistischen Zielen, auf den ihre Papiere? Das weiß ich nicht, aber du siehst ja, dass Allah ihnen das Land versprochen hat in Suche 17 Vers 101-104. Das Land gehört den Juden. Und dann kannst du nicht als Palästinenser hinkommen und sagen, nee, das Land gehört uns. Wenn dein eigener Gott ihnen das schon versprochen hat, also wovon reden wir hier? Ist das nicht ein bisschen ja euch da nicht? Aber warte mal, wenn die Juden doch, wenn doch die Juden jetzt doch momentan gegen diesen Krieg sind und das sind Gelehrte. Warum kann man denn dann nicht einen Frieden schließen und sagen, hier in den Büchern steht vielleicht dies oder jenes, aber Friede für uns alle, der Gott hat uns alle gleich geschaffen oder nicht? Warum muss ein Volk nicht... Ich sage dir, wo das Problem liegt. In Saibu Kali 29, 26, der Mohammed hat gesagt, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr die Juden bekämpft und der Stein, hinter welchen sich ein Jude versteckt, wird sprechen, Oh Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude. Komm und mach Nackentherapie mit ihm. Was hältst du davon? Wenn du zum Beispiel einen Jude wärst, Habib, hörst du mir zu, was hältst du denn davon? Wenn du zum Beispiel einen Jude wärst und sowas in den Schriften des Islams befindest und du das dann auf einmal liest, dass deine Familie, die Muslime, deine Familie Nackentherapieren wollen. Und der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis alle Juden Nackentherapiert werden. Wie würdest du vorgehen? Würdest du mit diesen Leuten Frieden schließen oder würdest du versuchen, diese Leute auszuradieren? Wenn diese Menschen, Nachbarn an Nachbarn mit mir in Frieden leben, werde ich natürlich das nicht umsetzen und ich werde die nicht jagen und ich werde nicht Gewalt ausüben an denen, weil sie doch in Frieden leben können. Okay, habe ich verstanden. Aber was machen wir? Die Doktrin des Islams ist ja diejenige, dass Mohammed gesagt hat, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis man die Juden bekämpft. Verstehst du? Ist das okay? Also, okay, jetzt habe ich eine Frage. Die Juden haben ja... Lass mal da drauf, bitte. Komm, du bist ein kluger, erwachsener Mann, um zu erkennen, dass Mohammed diese Doktrin des Hasses hinterlassen hat, oder? In dem, guck mal, ich sage ja, in dem Koran steht ja natürlich auch einiges, so wie auch in der Tora. So. Die Frage ist aber halt dem, wenn Menschen doch schon so lange in Frieden gelebt haben, und warum greift jetzt also ein Staat wie Israel denen an, die den Frieden gegeben haben und denen erlaubt haben, dort zu leben? Vorher hat doch denen das nicht mehr gehört, dieses Land. Da haben doch immer Juden drin gewohnt innerhalb dieses Gebietes. Das gehörte schon immer ihnen. Sie wurden aber vertrieben. Verstehst du? Von wem wurden die denn vertrieben? Von Arabern, von den ganzen Leuten dort und alles Mögliche. Die wurden vertrieben in die ganze Welt und Gott hat ihnen versprochen, sie wieder zurückzubringen ins verheißene Land. Und das hat sich erfüllt, die Prophezeiung. 1946 oder 1947. Wann war das? Verstehst du? Ja, das war kurz nach dem, oder beziehungsweise kurz, bevor es der Zweite Weltkrieg geendet hat. Genau, und da hat Gott durch den Propheten Jeremia, Jesaja gesprochen und hat gesagt, ich werde das Volk Israel wieder zurückbringen ins gelobte Land. 1948, glaube ich, war das. Okay, in einem deiner Videos hast du doch gesagt, ein Rabbiner hätte Mohammed verhext, ne? Also, ich will jetzt nicht böse reden oder fluchen, ich will nur das wiederholen, was du gesagt hast, ne? Das sage ich nicht, das sagt Imam Bukhali in Sayyib Bukhali 33, 29. Okay. Du bist also der Meinung, dass die Juden den Islam, den es ja so entwickelt haben, beziehungsweise, ja, ich sag mal so, kreiert haben? Nein, die Juden haben den Islam nicht kreiert. Es war eine christliche Sekte, die sich damals in der arabischen Halbinsel rumgetummelt hat und das waren sogenannte Gnostiker und dazu gehörte auch Bahira und der Wadak-ebn-Nawfar, der Ebioniter, das waren solche Leute, die von der Kirche ausgestoßen wurden und Mohammed mit irgendwelchen Irrlehren so gelehrt haben, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes wäre, dass er der Gesandte Gottes wäre und dass er nicht für die Sünden der Menschen gestorben wäre. Das sind so gnostische Lehren. So was befindet sich auch in dem Thomas-Evangelium. Vassilides hat so was von sich gegeben. Das sind Gnostiker. Das sind absolut teuflische Menschen gewesen, die solche Irrlehren verbreitet haben. Okay, die Araber haben aber auch, also auch schon vor 2000 Jahren gelebt. Also das heißt, die Araber haben ja Jesus nicht umgebracht. Das waren ja die Juden, oder? Nein, das waren nicht die Juden. Das waren die Römer waren das. Die haben den Herrn Jesus Christus als Kreuz. Wer hat denn die Römer befohlen, Bruder? Wer hat denn die Römer befohlen? Nein, die haben ihn angeklagt. Die Juden haben ihn angeklagt. Warum haben sie ihn nicht angeklagt? Was meinst du, was der Grund war? Das sagst du nicht. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Wegen Gotteslästerung. Markus 14, 21. Okay. Und der Hubertriester zerriss sein Kleid und sagte, was braucht ihr noch mehr? Habt ihr diese gotteslästerischen Aussagen gehört? Der macht sich selber zu Gott. Okay, also auf eine Lüge von denen, wie sie halt verbreitet haben, haben sie denn Jesus hingerichtet beziehungsweise getötet. So. Hast du mir überhaupt zugehört? Bitte. Habe ich gesagt auf eine Lüge oder was hat der Herr Jesus Christus behauptet? Nein, ich rede nicht von Jesus. Ich rede von denen, die gesagt haben, dass er halt eben also ein Gotteslästerer ist beziehungsweise ein Lügner. Nein, sie haben ihn nicht der Lüge bezichtigt, sie haben ihn der Gotteslästerung bezichtigt und zwar, weil er ein Mensch ist und sich selber zu Gott macht. Und du willst also abstreiten, dass das Judentum nicht die Finger im Spiel hatte, wo die Jesus umgebracht haben? Sie haben ihn angeklagt, nochmal zum 1000 Mal. Die Juden haben den Herrn Jesus Christus wegen gotteslästerischen Aussagen angeklagt und unter Pontius Pilatus wurde er zum Kreuzestod verurteilt. Verstehst du es jetzt? Ja. Weil die Roma zu der damaligen Zeit über den Juden geherrscht habe. Okay? Darfst du es jetzt? Ja. Okay, gut. Okay. Danke erstmal für die Erklärung. Aber wer wird denn also beziehungsweise die Welt retten? Werden das die Juden sein oder werden das die Christen sein? Weder die Juden noch die Christen. Es ist der Herr Jesus Christus selber, der in 1. Thessalonischer Kapitel 4 Vers 16 bald in den Luftraum kommen wird, um seine Heiligen mit sich zu ziehen und das war es dann. Dann wirst du, wenn du keine Entscheidung für den Herrn getroffen hast, für immer hier, also was heißt für immer, du wirst hier auf der Erde bleiben, unter der neuen Weltordnung, in der größten Diktatur bleiben, die die Menschheit jemals gesehen hat. Die totale Versklavung des Menschen. Und wer wird die Versklavung antreiben? Das wird die Elite sein, mitsamt dem Antichristen, der hier übernehmen wird, wenn der Heilige Geist und die Gemeinde Gottes aus dem Weg geschaffen werden. Und zwar durch die Entrückung. Das ist das nächste große Ereignis. Ich sage, du hast das jetzt gehört. Wenn du dich nicht zum Herrn Jesus Christus bekehrst, mein Lieber, der du mir gerade zuhörst, und deine Schuld vor ihm bereust und die Entrückung verpasst, so wirst du durch die neue Weltordnung gehen und dann wirst du durch die schlimmste Diktatur aller Zeiten kommen. Und dann wirst du sehen, was der Satan drauf hat, hier auf der Erde. Ich bete zu Gott und ich bin gläubig. Das spielt keine Rolle. Wenn du den Herrn Jesus Christus nicht hast, bist du ungläubig. Aber wenn ich doch zum Gott bete, du sagst doch selber, der Jesus Christus ist ja Gott gewesen. Beziehungsweise... Wie heißt denn dein Gott? Chode, Gott. Er hat mehrere Namen. Ja, ist dieser Chode auf die Welt gekommen und für deine Sünden zu sterben? Das kann ich nicht sagen. Siehst du, dann hast du nicht den richtigen Gott. Das war's. Okay, das heißt also, unsere Religion, du weißt ja selber, also besser gesagt, meine Glaube. Du weißt ja, der Glaube von den Jesiden ist ja Jahrtausende alt, vor dem Judentum, vor dem Christentum, vor dem Islam. Das weißt du auch, ne? Ja. Wie kann das sein, dass der liebe Gott uns erschaffen hat, aber im Nachhinein sagt, es war ein Fehler, der Erlöser ist, dann halt der Jesus Christus oder ein anderer Prophet, das ist jetzt keine Gotteslästerung oder der oder der. Wie kann das denn sein? Also es heißt doch bei uns, jeder Mensch ist gleich und es gibt nur einen Gott. Ich habe einen Schöpfer. Aber vor den Jesiden waren doch auch die Propheten da, die schon tausende Jahre vorher von Gott gesprochen haben, dass er selber kommt, um für die Schuld der Menschen zu sterben. Bestehst du? Nein, aber jetzt an, der ist nur wirklich, also ich will dich auch nicht lange jetzt aufhalten, du kannst gerne gleich jemand anderen hochholen, ich gehe auch runter. Warum feiern momentan so viele Menschen den Genozid, das, was wir 2014 erlebt haben, das gleiche halt eben bei den Muslimen beziehungsweise bei den Palästinensern? Warum feiern so viele Menschen das? Normalerweise heißt das doch Nächstenliebe. Ja, du siehst doch, dass die meisten Menschen überhaupt gar nichts mehr mit Jesus Christus zu tun haben. Und du siehst, dass der Islam, die Zure 9, Vers 5, das genau gebietet, dass man das mit euch Jesiden macht. Das ist euch im Irak und Syrien passiert. Ja. Aber du weißt ja schon, dass es die IS war, die von Mossad und CIA gegründet wurden. Das gleiche, was halt eben mit Hamas passiert ist. Ich bitte dich, hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Wenn zum Beispiel Amerika oder die Israel oder was auch immer diese Leute mit Waffenausrüst, das heißt das noch lange nicht, dass diese Doktrin sich nicht im Islam befindet, ein Kalifat zu gründen. Verstehst du? Die Muslime müssen ja auch Pakte mit anderen eingehen, um Stärke zu erreichen. Aber das Kalifat befindet sich in den Köpfen der ganzen Muslime. Alle wollen einen Kalifat errichten. Verstehst du? Diese Doktrinen, ja, aber die Doktrinen sind doch in fast allen Religionen doch vorhanden. Sei es bei den Juden, sei es bei den Muslimen. Da heißt das ja... Nein, nein. Bitte? Nein, nur der Islam hat die Doktrinen, alle Muschikin vor die Wahl zu stellen. Es gibt kein anderes Buch, das so eine Doktrin in sich hat, dass man Andersgläubige vor die Wahl stellen sollte. Verstehst du? Aber ist das bei euch Christen denn nicht so? Das heißt doch so, finde den Weg zum Jesus oder du wirst halt dem in ewigen Feuer brennen. Ja, das ist was anderes. Wenn ich dir sage, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht annimmst, dann wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Zwischen, ich komme zu dir mit einem Schwert und sage, entweder du glaubst an das, was ich glaube oder du gehst jetzt lang in die Ewigkeit. Verstehst du? Das heißt, wenn ein Kalifat errichtet wird, muss ich also hingerichtet werden oder ich bin der Glauben an und muss ich irgendwie Jizia bezahlen oder wie heißt das nochmal? Du als Jeside hast nur zwei Möglichkeiten. Islam oder in die Ewigkeit gehen. Das war's. Für dich gibt es keine Möglichkeit, Jizia zu bezahlen. Das gibt es nur bei den Ahlul-Kittar. Das heißt, die Leute der Schrift. Ihr Jeside werdet von Muslimen als sogenannte Muschikin vor die Wahl gestellt. Für euch gibt es nur Islam oder in die Ewigkeit gehen. Das war's. Also ich als Jeside wünsche mir Frieden und Freiheit für alle Menschen, für alle unterdrückte Völker. Das wünschen wir uns auch. Ich sehe auf jeden Fall hier sehr, sehr, sehr große Unheil auf uns zukommen. Auch für die Christen. Weil wenn der Zionismus halt eben wie gesagt mit Palästina fertig ist, ist der nächste dran. Und du weißt ganz genau, Iran ist auch schon auf der Karte und danach ist halt die westliche Welt dran. Also ich glaube nicht, dass der Zionismus hier für uns auf jeden Fall gut ist. Der ist für mich halt eben auf jeden Fall die Pest auf diese Welt. Der hat sehr viel Unheil gemacht und der sagt seit Jahrtausenden für Unruhe. Das ist unser Feind und nichts anderes. Weder der Muslime noch der Christe noch der richtige Jude. Für mich ist der Zionismus halt eben der Feind, der Krebsgeschwür auf diese Welt. Ja okay, dann musst du mal Surah 9 Vers 5 lesen und die Geschichte des Islams, was die Muslime mit den Kurden angerichtet haben. Dann kriegst du dann kriegst du Beine. Da kommen Tränen in deinen Augen. Ich habe schon 2014 und noch viele andere Genozide mitgekriegt, also beziehungsweise auch natürlich von Hörn. Du weißt ja, wie die erzählen von Mund zu Mund weiter Jahrtausende Geschichten. Wir haben schon 75 Genozide hinter uns. Wir wissen ja, was auf der Welt passiert. Aber das auf jeden Fall was momentan passiert ist, kein Vorteil für den Frieden auf dieser Welt. Ja, du siehst, also wenn du zum Beispiel die islamischen Schriften aufmachst, dann wirst du sofort merken, aha, der islamische Staat handelt doch genau nach dem Koran und hat alle anderen Muschikin vor die Wahl gestellt, so wie es Muhammad befohlen hat. Also ich sage dir ehrlich, mein Bruder, ich als Yazid habe keine Angst vor Muslime, ich habe Angst vor dem Zionismus, weil ich ja sehe, die gehen über Leichen, auch über Kinderleichen und deswegen sage ich ganz ehrlich, für mich ist der Islam kein Feind, weder der richtige Christentum, du weißt, wir sind mit Aramäern groß geworden, sie vertreten ganz andere Religionen, also wirklich einen Frieden, Kultur, sowie auch natürlich die richtigen Juden, auch so wie wir Jesiden und die Muslime auch, aber das, was die Zionisten tun, das ist für uns der Feind, normalerweise müssen wir alle Hand in Hand gegen die sein und nicht halt eben sagen, ja immer der Muslime, der Muslime, der Muslime, der Muslime, der ist doch in der Saria, in der Saria, darfst du denn unter der Saria dein Jesidentum weiter ausleben oder wirst du dann benachteiligt, was meinst du? In Irak haben doch die Jesiden doch Jahrtausende gelebt, auch in Syrien, warum denn, wo gab es denn halt eben da Stress, die haben Nachbarn an Nachbarn gelebt, in der Tükei genauso. Unter dem islamischen Gesetz, wenn es islamische Gesetzgebung gibt, darfst du dann als Jeside so Werbung machen für dein Glauben oder darfst du dein Jesidentum ausleben oder so, oder wärst du verfolgt werden, wenn die herausfinden, dass du ein Jesident bist? Das selber kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das noch nicht gemacht habe, aber früher haben die Menschen, wie gesagt, in Frieden zusammengelebt. Ja, du weißt, dass die Jesiden seit über 1400 Jahren verfolgt werden von den Muslimen. Wer war denn davor, die die Genozid sehr ausgeübt haben? Das waren nicht die Muslime, mein Bruder. Wer hat denn, da gab es vorher überhaupt gar nichts, ich habe normalen Freiheit und Frieden gelebt? Er hat für den Islam kam, das ganze Wahnsinn. Nein, 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 wir haben wirklich schon viele Genozide erlebt, auch vor dem Islam. Amir, da musst du schon wirklich ehrlich sein. Unsere Geschichten, du weißt ganz genau, du bist ja, glaube ich, der Iraner, du hast ja gesagt, du bist der Iraner, unsere Geschichten kannst du sogar vor dem Persischen Reich also zurückverfolgen, das weißt du auch ganz genau. Was ich dir damit sagen will, der Muslim, wenn er eines Tages die Macht hat, wird er dich, mich und alle Menschen hier in Deutschland und Europa vor die Wahl stellen. Das will ich dir damit sagen. Nein, Amir, die Christen und Juden haben doch immer früh in Frieden mit den Muslimen gelebt. Ich bitte dich, Amir, warum sagst du so was? Wer? Die Juden und die Christen haben immer mit den Muslimen doch gelebt, friedlich seit Jahrhunderten, verstehst du, was ich meine? Ach, das nennst du friedlich seit Jahrhunderten, in dem sie dieses Jahr bezahlen mussten? Amir, die Politik hat die Menschen gespalten. Bruder, die Politik hat uns alle gespalten. Die Politik, verstehst du, nicht der Glaube. War damals Politik sowas da wie heute oder was meinst du? Die Politik herrscht schon seit dem Zionismus, seit Jahrtausenden natürlich, die spalten die Menschen. Warum werden denn indogene Volke denn vernichtet? Weil sie doch die Wahrheit kennen, weil sie doch wissen ganz genau, wie der Frieden halt der wirklich auszuleben ist, Nachbarn an Nachbarn. Guck mal, mein lieber Chicago, du als ihr Seelib, müsstest eigentlich genau wissen, wie gefährlich der Islam für dich und deine ganze Familie ist. Das brauchst du, da brauchst du nicht zu verharmlosen und auf einmal auf die Zionisten gehen. Ich bin da mit dir, wenn zum Beispiel Leute aus geopolitischen Strategien ihre eigenen Interessen durchsetzen und einfach drauf losgehen und diese Leute dann umlegen. Das weiß ich, dass das sehr schlimm ist. Aber wenn auf einmal die Muslime eine göttliche Legitimation bekommen, dich, mich und alle Menschen vor die Wahl zu stellen, entweder den Islam anzunehmen, Schutzgeld zu bezahlen oder in die Ewigkeit zu gehen, dann müssen wir dagegen vorgehen und sagen, hör mal zu. Dein Buch ruft dazu auf, mich zu unterdrücken aufgrund meines Glaubens. Also das jetzt kapiert. Also 2014, du hast selber gesehen, sind auch Muslime. Hast du das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Oder möchtest du jetzt wieder klicken? Nein, nein, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Abja. Ich hab's verstanden. Hast du denn verstanden? Ich hab's verstanden, dass in den heiligen Büchern, von denen Muslime halt eben steht, dass halt eben, wenn es, sag ich mal so, Kalifat ausgerufen wird, dass es halt eben dann entweder die oder die Lösung gibt. So, genau. Was passiert dann mit dir, mir und allen möglichen, allen Menschen hier in Deutschland und Europa? Ich kann das nicht sagen, Abja. Ich hab das nicht so erlebt. Ach, du kannst das nicht sagen, obwohl ich dir gerade erklärt habe. Nein, aber guck mal, wir haben das selber nicht erlebt. Wir haben die meisten Genozide durch politische... Ich glaube, das ist ein Typ, Mann. Ich bitte dich, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Natürlich hast du's noch nicht erlebt, weil du in Deutschland lebst. Aber deine eigenen Landsleute haben es doch am eigenen Land zu spüren bekommen, Mann. Ich muss kurz telefonieren. so. Amir? Hallo. Hallo, mein Lieber. Hi, Gottes Segen. Grüß dich, alles gut? Gottes Segen. Gott segne dich für deine Familie. Dankeschön. Gleichfalls. Oder ich hab da mal eine kurze Frage. Die Christen, die stark im Glauben sind oder versuchen, stark im Glauben zu haben, warum haben die denn so harte Kampfe? Also kämpfen hier auf der Erde? Ich verstehe das nicht. Es gibt ja ein bisschen lauter sprechen. Ich höre dich nicht so gut. Kannst du mich jetzt haben? Ja, genau. Ich hab da mal eine kurze Frage und zwar die Christen, die aktuell zum Herrn kommen oder allgemein christlich sind. Haben die hier auf der Erde so krasse, starke Kämpfe? Sei es jetzt Geldnot, Probleme, Depressionen, weil ich höre von sehr viele Christen, dass sie halt gerade eine schwere Zeit haben. Aber warum ist das denn so? Ja, weil der Herr gesagt hat, durch den Apostel Petrus, dass wir uns auch bereit machen sollen, für Christus zu leiden, weil für Christus zu leiden eine Ehre sein sollte für uns. Verstehst du? Weil der Herr sagte, wir können nicht zwei Herren dienen und du wirst dem einen anhängen und dem anderen verwerfen. Deswegen, wenn auch ein Christleid erfährt, dann ist das so, weil der Herr das wollte und dass er genau aus dieser Zeit heraus Gott sogar dafür dankt, dass er diesen Leidensweg geht und niemals Gott verwirrt. Verstehst du? Okay. Wie kann ich das jetzt verstehen? Heißt das jetzt, dass jeder Christ durch diesen Leid gehen muss oder? Nein, nicht jeder. Es gibt gewisse Christen, die durch das Leid gehen müssen, weil der Herr das bestimmt hat und es gibt andere Christen, die ganz normal leben, sowohl als auch. Du siehst ja, dass es Christen gibt, die verfolgt werden und es gibt auch Christen hier in Deutschland, die ganz normal ihr Leben leben. Verstehst du? Es gibt von beiden gesparten. Verstehst du? Okay. Aber sie haben auch hier Kämpfe. Es ist ja nicht nur so, dass sie sorglos leben. Nein, auch ein Christ, der hier lebt, hat auch natürlich zu kämpfen. Ja, 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 klar, klar. weil ich höre, natürlich nicht nur wie ein Christ, der in den Islamischen Ländern gerade lebt, aber er hat auch seine eigenen Kämpfe hier zu kämpfen. Ja, weil ich höre halt nur von vor vielen Christen, zum Beispiel, wenn ich so gottlose Menschen sehe, dem geht es einfach bezaubern, ne, Geld ohne Ende, schöne Autos, machen hier Urlaub, da Urlaub und dann gucke ich mir so Christen an, die wirklich dran halten, ne, wirklich versuchen nach Bibel zu leben. Ey, denen geht das rotten schlecht. Ja, aber ist nicht schlimm, denkst du? Hast du die Bibel da? Äh, ich bin gerade am Fahren, ich habe leider keine Bibel dazu haben. Okay, guck mal, ich lese dir mal was vor, was der Herr Jesus Christus zu dem Thema sagt. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Matthäus Kapitel 5, Vers 3, und dann lese ich mal. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisches, segliches Wort, böses Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Verstehst du? Amen. Siehst du, der Herr weiß, dass wir leiden, aber der Herr wird uns auch groß schenken. Halleluja. Amen, Bruder. Da sagst du was. Ja. Mal verabschiedet, ob jeder diese Kämpfe, weißt du, da sagt man sich lohnt von Gott und alles. Weißt du, aber doch, du hast recht, ja. Ja. Okay, Bruder. Danke, mein Lieber. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Wie ist auch mal wieder das Wort, ne? Fang an, die Bibel wieder zu lesen. Mach ich, definitiv. Danke, mein Bruder. Danke. Gottes Willen, mein Bestes. Mach's gut. Ciao. Matthäus 5, Abfest 3. Ja, wie wunderschön sind die Worte des Herrn Jesus Christus. Der ehrenhafte Herr, der ehrenhafte Herr Jesus Christus, der absolute Gewaltlosigkeit gelehrt hat, absolute Feindesliebe gelehrt hat, absolutes Liebe deinen Nächsten wie dich selbst gelehrt hat. Ja, mit Christus an unserer Seite kannst du mit allen Menschen in Frieden leben. Mit Mohammed an deiner Seite hast du jedes Mal nur Kriegszustand. Toll. Super. Genau, komm zu Jesus. Sag mal, wie wundervoll ist der Herr Jesus Christus. Wie er seine Heiligkeit für dich, mich und alle hier auf dieser Welt verlassen hat, um uns ganz nahe zu sein. Schaut euch diesen wundervollen Gott an, der nicht nur ein Schienbein ist, der einen perfekten Körper angenommen hat. Der Herr Jesus Christus hat seine Herrlichkeit, seine Majestät verlassen und kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde. Jesus Akbar, genau. Jesus Akbar. Ja, wie heilig bist du, Herr Jesus. Wie heilig. Hochgelobt sei dein Name, du hochgelobter Gott in Ewigkeit. Der Apostel Paulus nennt ihn in Römer 9, Vers 5, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Heftig, ne? Christus, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Halleluja. Kreis den Herrn. Praise the Lord. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr euch für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben entschieden habt. Jesus Christus. Woher der Hassarm ihr zu wenig Liebe bekommt? Ne, nur weil ich die Wahrheit sage, heißt es nicht, dass ich dich hasse. Im Gegenteil, ich liebe dich und deswegen sage ich dir die Wahrheit. Aus Liebe heraus. Subahana Jesus. Subahana Jesus. Subahana Jesus. Subahana Jesus. Subahana Jesus. Alhamdulillah Jesus. Also greifst du Islam mit Liebe an? Ne. Ich greife die Schrift des Teufels an. Ja, das mache ich. Ich decke die Finsternis auf nach Epheser 5 und habe keine Gemeinschaft, sondern decke diese unfruchtbaren Werke auf. Unfruchtbaren Werke der Finsternis. Und dein Buch, der Koran, lügt über mein Buch, die Bibel. Lügt über den Herrn Jesus Christus, meinen Herrn und meinen Gott. Also muss ich als Christ dagegen etwas sagen. Subahana Trinity. Du denkst hier nur deinen Hass auf. Ne. Der einzige, der Hass und Zwietracht stiftet zwischen den Menschen, ist Allah selber. Surah 5, Vers 14. Allah hat ein Verlangen, Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften. Subahana Jesus. Geh zu Ananas. Nein, ich geh zu Birne. Ich geh zu Birne. Und biet ihm die Stirne. Denn er hat viel Gehirne. Viel, viel Gehirne. Ja, das ist Ananas. Das ist eine Birne. Und das ist schön. Oh ja. Gänse vor Ort, genau. Gänse Ort. Kann ich hochschäden. Ja. Kann ich hochschäden. Ich hab gesehen, sie wurden von der IS verfolgt. Schon wieder du? Ich hab tausend Accounts. Hab ich dich nicht blockiert? Ich hab mehrere Accounts. Brauchst du keine Ahnung. Ja, möchtest du dein Account auch wieder blockieren? Nein, bitte. Was willst du denn, Karl? Ich will debattieren. Ich will debattieren. Weil du bist ex. Über was denn? Und das macht einen forrisch. Und man sieht, dass du ex-Shiite bist und jetzt vom Schietentum draußen bist. Ja, aber du siehst ja, dass wir Jesus Christus besser folgen sollten anstatt Ali, Mohammed oder sonst wem. Hast du irgendwelche Hadithen, die dir auf komisch vorkommen, die ich dir vielleicht beantworten kann? Du? Also Hadithen bin ich gut anstatt Thema Koran. Weil Koran gibt es Leute, die haben schon den Tafsir durchgelesen, aber die Tafsir habe ich noch nicht durchgelegt. Ja, was ist das für eine Religion, in der deine Religion dich auffordert, gelbe Schuhe anzuziehen, anstatt schwarze, damit dein DNS so steif bleibt? Kannst du dir die Quelle nennen? Ja. Also ich hatte noch nie gelbe Schuhe an, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, ich habe noch nie gelesen, nur einmal gerade. Aber ich nehme nicht die Sonnitsche Hadithen, ne? Was? Ich nehme keine Sonnitsche Hadithen. Das ist schiätischer Hadith, Mann. Hier. Krizal ibn Babuja al-Kummi, Erzählung 50 auf der Seite 90. Ich betrachte Abu Abdullah mit einem schwarzen Schuh und er sagte, warum trägst du einen schwarzen Schuh? Wussten sie nicht, dass es drei Merkmale darin gibt? Der Erzähler sagte, ich sagte, was sind sie? Darf ich ihr Lösegeld sein? Er sagte, es schwächt deine Sehkraft, lockert deinen PNIS und führt zu Depressionen. Darüber hinaus gehört es zur arroganten Kleidung. Tragen sie gelbe Schuhe, denn dann stecken drei Eigenschaften. Der Erzähler sagte, ich sagte, was sind sie? Er sagte, es schärft die Sicht, stärkt den PNIS und beseitigt die Depressionen. Und darüber hinaus ist es Teil der Kleidung des Propheten. Was ist das für ein Unsinn, Mann? Karan! Ich hör dich nicht. Ich hatte schon mal gelbe Schuhe an, mir ist das nicht passiert. Ich hatte schon mal gelbe Schuhe an, das ist mir noch nicht passiert. Wie verrückt kann man denn noch sein? Das ist so krank. Hast du was aus Al-Kafi? Das kannst du keine mehr sagen. Hast du irgendwas aus Al-Kafi? Ja, ich habe aus Al-Kafi, dass Mohammed von einem Mann gestillt wurde, als er klein war. Ah ja, ich kenne den Nadir. Ja, der ist das schön. Ja, der Adotale war das und der Prophet hat seine Mutter mit sechs Monaten verloren und da gab es niemanden, der ihn stillen konnte. Und dann hat es gesagt... Also in der ganzen Saudi-Arabischen Halbinsel gab es nicht eine Frau, die ein Kind bekommen hat, die Mohammed steht. Das musste ein Mann dann erledigen, ne, Karan? Ja. Karan, wie verwirrt kann man nur noch sein, Karan? Verstehst du nicht, dass du noch schlimmer dran bist als Kamel-Urin? Ach. Was macht der Islam mit euren Gehirn? Karan! Ja, aber ohne mich würde der Prophet sterben. Ich kann nicht mehr, das ist doch krank, ey. Ein paar Männer stellen einen Jungen, ey. Das kannst du keine mit sehen. Da gab es keine Frau. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ich höre dich. Könntest du mich hören? Ich höre dich, sehr gut. Okay, gut. Ich habe eine Frage an dich. Nein, ich bin nicht da, um Fragen zu beantworten. Ich reagiere erst mit vier Euro, dann beantworte ich die Frage. Vier Euro? Ja. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass du ein Muchen so bist. Ja, dann musst du in den Spiegel gucken, dass du nochmal sagen. Gott segne dich und deine Familie. Bist du? Ah, sind die. Ah, sind diese Leute. Oh, mir leid. Er hat Koran rezitiert. Gott segne dich und deine Familie. Ex-Muslim, was geht ab? Ich bin Christ und ich klicke deine... Ich klicke deine dreckige Mutter, du dreckiger Hohen. Du musst in den Spiegel gucken, dass du nochmal sagst. Du musst erst mit den Spiegel gucken raus mit dir. Gott segne dich und deine... Hört ihr mich wieder? Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt. Ja. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, wie oft, wie viel ihr mir noch zugehört habt. Wenn zum Beispiel Andersgläubige oder gar glaubenslose Menschen, die ja auch drin sind, die überhaupt gar kein Glauben haben und einfach mir zuhören und ein bisschen mal schnuppern wollen, was hier so abgeht und dann so die Muslime, die hier reinkommen und dann sowas sagen. Was meint ihr, wie die Leute dann so sich... was sie sich denken vom Islam? Dass genau jedes Mal diese Glaubensgemeinschaft und die Glaubensanhänger dieser Glaubensgemeinschaft sich so benehmen und solche Dinge sagen. Wahnsinn. Also wenn ich glaubenslos wäre und diese Leute also dem Islam angehören, ich würde drei 500 Kilometer Bogen machen um diese Religion. Aber sowas von, wenn das die Glaubensgemeinschaft, also die Glaubensanhänger dieser Gemeinschaft sind, ich würde 500 Kilometer Bogen machen um diese Glaubensgemeinschaft. Unfassbar. Das ist doch ein Vorurteil von dir. Findest du nicht, das ist ein ekelhaftes Charakter von dir? Äh, aber du sagst irgendjemand, ich ziehe dir auch ihn an uns wie ein Muslim und bin jetzt nicht auch wie ein Muslim. Ach so, du kannst anhand eines Aussichts entscheiden, was für eine Religion man angehört. Du siehst selber aus wie ein Muslim. Kein Problem, wer ist denn Muhammad für dich? Du bist doch selber, du siehst doch selber aus wie ein Muslim. Ja, wer ist denn Muhammad für dich? Was ist denn Düsseldorf mit Tecken Bugatti, wo du auf Nase... wer ist denn Muhammad für dich? Antwort doch. Du bist doch kein Fussgeber. Du bist doch kein Fussgeber, also kannst du ja ganz normal antworten. Eljir kennt dich doch ganz gut. Raus mit dir, Mann! Ich will ja auf einmal nicht antworten, weil er ganz genau weiß, dass der sein Prophet Muhammad ist. Raus, hab ich gesagt, komm hier nie wieder hin. Raus. So schnell macht man das. Ja, wenn Muhammad ist, wenn du kein Muslim bist, dann sagt doch, wer Muhammad ist. Ist das ein Prophet für dich oder nicht? Ja. Gottes Segen, Amir. Gott segne dich, Manni. Amir, du musst so eine... Manni, Manni, Manni. Du musst so eine Geduld haben, so eine Ausdauer und vor allen Dingen ein Nervenkostüm. Das ist unheimlich. Unheimlich. Und das sich jeden Tag anzutun. Wir sind dir wirklich einen Urlaub schuldig. Wirklich. In die Karibik. Aber selbst aus der Karibik unter den Palmen komme ich dann auch live und mache dann weiter. Nein, mit dem Handy lässt du zu Hause. Ja. Du kriegst ein Fotoapparat mit. Ja, genau. Fotoapparat, genau. Nee, aber das Einzige... Fleisch sind von Palmen und Meer und Sonne und Gange. Ja, genau. Palmen, genau. Palmen. So, das Einzige, was die Muslime recitieren können, das sind Beleidigungen. Immer die gleichen. Immer die gleichen. Ich pumpte deine Musa, Musa, pum, pum, dek. Woher nimmst du diese Kraft? Woher nimmst du diese Kraft? Und du versuchst, ruhig zu bleiben und dann auch da noch irgendwie durchzudringen oder so, aber die haben, am Ende sitzt da eine Mauer. Ja, ist ne Mauer. Den letzten Rest, den letzten Rest kommst du nicht durch. Ich komme nicht durch. Okay, Manni. Alles klar. Deiner auch. Bleib gesund. Umstandhaft. Also, auf. Ciao. Hallo. Hallo. Den Manni kannte ich auch. Erstmal schöne Grüße, wenn du noch hier bist und ich kann mich ihm nur absolut anschließen. Ehrlich, ich danke Gott jeden Tag, dass du hier live bist und die Leute aufgehörst. Mach bitte weiter so. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich bin wieder raus. Tschüss. Okay, ciao. Schönen guten Tag. Hallo, Mr. Schia. Darf ich in deinen Bart beißen? Nein, das darfst du nicht. Warum? Weil das zu halal ist und du magst Mutter eher. Das ist nicht gut. Magst du Mesa Rolam Ahmed? Mesa Rolam Ahmed? Ja. Was soll ich denn an dem mögen? Ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist das dein Prophet oder so. Nee, das ist dein Prophet. Der hat behauptet, dein Prophet zu sein. Im Islam. Wallah sogar, nein. Wallah sogar, doch. Nein. Doch. Doch, das ist der pakistanische Prophet. Ja, aber nicht mein Prophet. Ja, doch. Der sagt, der ist der letzte Prophet. Nein. Doch. Wer daran glaubt, ist kraft. Ja, aber der sagt nicht in dem Sinne, dass der letzte Prophet ist, der irgendeine Schrift bekommen hat von Allah, sondern, dass er einfach von Allah so mehr oder weniger mit einer Botschaft gesandt wird. Ihr glaubt ja an Gesandte und Propheten. Ja. Ja. Aber er ist kein Prophet. Ja, mir ist es egal. Er wird sowieso zur Hölle fahren. Also, der ist auch da. Er wird so bereit gemacht fürs Gericht, weil er ohne Jesus Christus in der Tat tut. Ja, weil er sich als Prophet ausgeben hat. Genau, er ist ein falscher Prophet. Weil der Prophet sagt, dass er für die ganzen Menschen noch gekommen ist. Hm. Ja. Das heißt dann, dass er für die ganzen Menschen gekommen ist. Ja, dein Prophet ist gekommen, um Lankentherapie zu verfassen für die ganze Welt. Genau da. Ey, digga. Ey, was los mit dir, digga? Digga. Ey, lies mal deine Bibel. Da stand irgendwas mit Penis und so drauf vom Bibel. Genau. Mach's gut, mein Lieber. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ich hab eine Frage. Ja. Oder keine Frage. Ich will was sagen. Du bist ein Hurensohn. Ich hoffe, du machst einen Unfall und du stirbst jetzt. Siehst du, wie toll du bist? Schöner Muslim. Guck mal. Christ, ich bin Christ. Nur der Islam bekommt das ab. Mach mal weiter. Guck mal, wie die Leute den Islam hassen. Mach mal weiter. Genau so bin ich, dass du das repräsentierst. Damit alle die Muslime hassen, alle den Islam. Guck mal. Wie schön du das machst. Dass du dich nicht beherrschen kannst. Vor so vielen Leuten. Wer bekommt das ab? Die Muslime und der Islam. Guck mal, wie du bist. Ja. Ja. Und wieder haben wir die Bestätigung. Habt ihr gesehen? Und wieder. Und wieder. Und wieder. Habt ihr es gesehen? Alle hassen den Islam bis zum Geht nicht mehr. Wegen diesen ganzen Leuten. Wegen den islamischen Texten. Wegen diesen Wahnsinn. Der macht seinem Propheten und seiner Religion alle Ehre. Genau so. Hallo? Hallo? Ja, Armin, ich habe eine Frage. Ja? Wo steht noch mal, du hast noch mal so ein Vers gesagt, wo das ganze Metall der Welt in, äh, also in, äh, 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 ins Götz reingeht. Ja, in Zuge 69, bis 32. Darfst du dir lieber ein Café? 69. Ja, da wird er das hin und sie sich freuen. Ja, ja, eigentlich schon, aber auch, äh, viele andere Muslime, ne? Ja, sie freuen sich als Gewalt. Äh, wie war noch mal der Pferd sich, äh, wenn ich's dann mal aufschreiben? Zuge 69, bis 32, darfst du lieber ein Café? Okay, danke, Armin. Du kannst dich wieder rauszunnen. Ich wieder rauszunnen. Ciao. Okay, bis bald. Zuge 69, bis 32, genau. Hi, Armin, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie, wie geht's dir? Ich bin ein großer Fan von dir, mein Bruder. Kein Fan von mir, sage ich, mein Bester. Warum? Ich mag dich. Ja, trotzdem, aber ich bin ein Fan von dir. Ja, ähm, ich hab' ne Frage, und zwar, ähm, die Demo in Hamburg hast du schon mitbekommen, mit den, äh, dass sie Kalifat haben möchten, hier in Deutschland? Ja, sie meinten gar nicht, äh, Kalifat, sie meinten Mia Khalifa, Kalifat. Mia Khalifa. Hier vorne Mia Khalifa. Mia Khalifa. Die meinten gar nicht, dass Kalifat, äh, Mutsarier, die meinten Mia Khalifa, Allah ist falsch verstanden, Mann. Ja, Mann. Das meinten die eigentlich. Aber wo siehst du diese extremen Leute? Siehst du, was siehst du, Saudi-Arabien oder in, im Irak vielleicht gibt's die, aber über Syrien? Also die sind hier, die sind nur ruhig. Die sind nur ruhig, weil die runterzahlt sind, aber warte mal ab in ein paar Jahren. Aber guck mal, die, die meinen, die normalen Muslime möchten ja auch nicht diese extremen haben. Ne, die meinen ja auch diese extremen Muslime. Okay, ich will dich nicht aufhalten oder so. Äh, macht weiter und ich bleib hier einfach, äh, kann ich mich rausschmeißen, also... Okay, mach's gut, Alter. Hab mir gefreut, euch immer zu sein, wirklich. Ciao. Hey, hallo. Hey, hallo. Hörst du mich? Nein. Wallah. Wann kommst du zurück? Nie wieder. Warum nicht? Weil du nicht, äh, dementsprechend mir Liebe bewiesen hast. Ich liebe dich doch, aber du bist nur mein Bruder in Adam, aber leider bist du ein Kerl. Ja, aber das war keine richtige Liebe, ich brauche, äh, jetzt einen dicken, fetten Schluck Kamelurin. Du weißt ganz genau, Kamelurin ist gesund. Guck mal, ich hab hier eine Studie. Natürlich, ich hab nichts anderes behauptet. Es gibt Studien, die sagen, der ist halt sogar Krebs, also lügt nicht. Ich sag ja, äh, die Studie kommt aus Saudi-Arabien, richtig? Ja. Sehr gut. Natürlich kann man dieser Studie auch sehr, sehr vertrauen, ne? Ja, aber, äh, Saudi-Arabien ist nicht mal ein richtiges islamisches Land. Was ist denn ein richtig islamisches Land? Was die Scharia hat. Ja, was ist denn ein richtig islamisches Land? Wie funktioniert sowas, oder was müssen die machen, damit sie so richtig islamisch sind? Im islamischen Land wird auf jeden Fall kein Justin Bieber-Konzert gefeiert wie in Saudi-Arabien. Ja, okay, dein Prophet hat auch kleine Mädchen auf Trommeln spielen lassen und hat das auch mit gefeiert. Ja, ist doch süß. Ja, ist doch süß, da kann man auch Justin Bieber-Konzert machen lassen, oder? So süß. Nein, nein. Ist doch nicht schön. Nein, das ist schrecklich. Die einen spielen Trommeln für deinen Propheten und die anderen machen wie Justin Bieber. Instrumente sind Haram. Was? Instrumente sind Haram? Warum hat er dann das Trommeln erlaubt, der Mormon? Trommeln? Ja, ob das jetzt Trommeln waren, wie du das definierst, das waren andere Trommeln. Ja, aber der lässt einfach so kleine Mädchen auf so Trommeln spielen. Das ertönt ja ein Beat. Nein. Wie nein? Ja, nicht wie du das meinst. Das war keine... Aber wie denn sonst? Das war einfach nur ein Spielchen, meine. Das ist einfach nur so ein Spielchen, obwohl sich Omar so beschwert hat darüber. Ey, die spielen da gerade auf Trommeln, Mohammed. Und Mohammed hat gesagt, lass die mal. Omar hat sich wegen allem beschwert. Ja, ist kein toller Typ, ne? Ja, doch. Am Ende ging hin, Allah hat ihm das Paradies versprochen, Hermit. Er hat ihm das Paradies versprochen? Ja, natürlich wie alle Sahaba. Abu Bakr, Osman. Wo steht das im Koran? Das steht in den Hadithen. Aha. Wann kamen die Hadithe? Ja, ich komme... Die Hadithe gab es schon immer. Ja, aber willst du denn nicht die Bestätigung von deinem Gott haben, dass die Sahaba gerettet sind? Und das hat doch der Prophet gesagt im Hadith. Der Prophet hat gesagt in Zure 46, Vers 9, ich weiß nicht, was mit mir passiert, ich weiß nicht, wohin ich hingehe und ich weiß nicht, wohin ihr hingeht. Ja, aber das hat er dann später... Und der Mohammed hat auch durch die Hadithe bestätigt, dass Allah seine Gnade an ihn vollenden muss. Weil er weiß nicht, was mit ihm passiert. Weil er ein Sünder ist. Nein, der war kein Sünder. Allah hat ihm alle seine Sünden vergeben. Nein, Zure 48, Vers 2, Zure 47, Vers 19. Mohammed ist ein Sünder. Ja, natürlich. In seiner Jahaliah-Zeit war er natürlich ein Sünder. Nein, er redet gerade in seiner Prophetenzeit. Zure 48, Vers 2 und Zure 47, Vers 19. Weil Mohammed auch in Bukhari als Sünder beschrieben wird. Wir sind alle Sünder. So, warum sagst du denn, dass dein Prophet sündlos war? Sie haben alle gesündigt, jedoch wurde aufgrund Allahs Barmhertlichkeit ihnen die Sünde vergeben. Warum steht dann in Zure 66, Vers 8, vielleicht wird euch eure Sünde vergeben. Ja, mit 100%-Gewissheit können wir es ja erst am jüngsten Gericht sagen, oder? Dankeschön, fertig aus. Sind die Hadithe also ein Witz, wenn jemand sagt, dass sie sicher ins Paradies kommen, richtig? Nein, das war eine... Boah, hast dich gerade selbst getötet? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, da hat Allah... Einmal hat er das gecheckt, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, Junge, du verstehst das nicht. Allah hat den... Jeder aufrichtige Muslim muss doch sagen, inshallah, ich weiß nicht, ob ich gerettet werde. Nein, Allah hat die... Aber das war nur speziell für die Sahaba, da hat er den Mäßig eine Preview gegeben. Eine Preview, ja? Ja, genau. Aber dein Prophet ist dann unter den Sahabern, weil er weiß nicht, wohin er geht. Doch, später wurde doch gesagt, dass er ins Paradies kommt. Was später wurde gesagt, wenn der Koran ein zeitloses, gültiges Buch ist und allein Zuge 85, Vers 33 bis 35 sagt, dass die seine Worte auf einer ewigen Tafel verweilt waren und dann runtergesandt worden im Koran. Das, was du heute in deiner Hand hältst, ist eigentlich das ewige Wort, was auf der Tafel von Allah steht. Ja, das sowieso, aber du brauchst die Hadith. Ja, ohne die Hadith macht der Koran doch erst gar nicht Sinn, Bruder. Ja, danke schön. Dann ist das Wort von deinem Gott schon wieder unzuverlässig überliefert worden. Indem Allah sagt, mein Wort ist klar und deutlich. Merkst du, wie klar und deutlich das ist? Ja, aber du brauchst beides. Du brauchst beides. Du kannst nicht nur das eine haben. Siehst du, also ist Allah doch schon wieder fehlbar. Mein Gott sagt, dass sein Schluss ausreicht, um gerettet zu werden. Dein Koran sagt, dass sie sogar noch die Hadith braucht, um den Koran zu vertreten. Woran überhaupt zu bestätigen? Wenn da in deiner Bibel steht, du bekommst zehn Jungfrauen. Ja, wo steht das, dass ich zehn Jungfrauen bekomme? Zeig mal bitte. Matthäus 25. Matthäus 25, schließt uns mal bitte vor und lass dich mal hier blamieren vor allem. Ja, okay, warte. Ja. Dass du nie wieder zur Bibel zum Prada gehst und zu Hansi und sowas und das von denen nimmst. Okay, warte. Ja. Ja, Einheitsübersetzung. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Jungfrauen. Siehst du? Ja, was ist der Kontext der Geschichte, Mann? Der Kontext ist, da redet Jesus über das Himmelreich und das jüngste Gericht. Und da sagt er hier ganz klar, es wird sein wie ein Himmelreich mit zehn Jungfrauen. Was ist die Überschrift dieses Kapitels? Was? Da steht keine Überschriften. Die Überschriften wurden alle später hinzugefügt. Was ist die Überschrift? Gib mir mal bitte den ersten Vers von was? Wo warst du Matthäus 5 oder was? Nein, 25. Okay, Matthäus 25. Lies uns mal bitte von Anfang. Ja, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Jungfrauen. Die ihre Namen... Also, was ist das gerade? Ein Gleichnis, oder? Das ist kein Gleichnis. Der vergleicht doch gerade etwas. Nein, er erläutert hier, wie es im Paradies sein wird. Und da sagt er hier, im Himmelreich wird es sein wie zehn Jungfrauen. Was macht man bitte? Erzähl mal, jetzt lese mal bitte weiter. Guck mal, was der Herr sagt. Fünf von ihnen waren... Okay, nee, warte. Die ihre Lampen nahmen und den Bräutigam und Necku entgegen... Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Es ist überbekommen dumme Jungfrauen und schlaue Jungfrauen. Ja, genau. Es gibt also dumme Gläubige, die ohne Heil und Geist durch die Welt gehen. Und dann gibt es Kluge, die mit dem Heiligen Geist... Was bedeutet denn Öl in der Lampe, in dem Gleichnis? Was meinst du? Ja, so wie Jesus von einer Hure geseibt worden ist. Werden wir auch von... Achso, du meinst da, wo Mohammed in einem Drecktümpel gebadet hat und bei toten Hunden lag, ne? Das meinst du, oder was meinst du? Wasser ist niemals unrein. Bitte was? Wasser ist niemals unrein, merkt ihr das? Achso, Wasser ist niemals unrein, selbst wenn ein toter Hund da drin liegt, ne? Ja. Sehr gut. Das so, wenn ich dich habe. So möchte ich dich haben. Genau das will ich hören. Auch wenn die menstruationsbeflegte Klamotten da drin sind, ne? Jetzt, man muss ja abwägen, wie viel Prozent da drin ist. Aber man muss abwägen, wie viel Prozent da drin ist, genau. Ja, genau. Genau, wenn da 50 Prozent drin ist, würde ich sagen, nein. 50 Prozent, achso. Und wenn zum Beispiel ein Liter Wasser du hast und ein Tropfen Gift da drin wäre, würdest du dann davon trinken? Ein Liter was? Wenn du ein Liter Wasser hast und jemand einen Tropfen Gift da reinmacht, würdest du davon trinken? Oder würdest du sagen, dass das Wasser vergiftet und kontaminiert ist? Ja, okay, da ist kontaminiert, ja, natürlich. Achso, da ist kontaminiert. Aber wenn auf einmal tote Hunde da drin rumschwimmen in diesem See und menstruationsbeflegte Klamotten und Müll der gesamten Stadt da reingeworfen wurde, das findest du dann nicht kontaminiert, ne? Ja, aber guck mal, du trinkst es ja nicht. Du musst ja eine Hussl damit machen. Achso, man muss sich eine Ganzkörperwaschung dann zuwenden, richtig? Ja. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Habt ihr das gehört? So wie der Prophet das gemacht hat. Habt ihr das gehört, was der macht? Er würde also in so einem See baden Ganzkörperwaschung machen, wo tote Hunde drin liegen, menstruationsbeflegte Klamotten und Müll der Stadt reingeworfen wurde, weil sein Prophet das getan hat. Habt ihr das gesehen? Ja, aber guck mal, in erster Linie nehmen wir natürlich sauberes Wasser. Ja, okay, aber was, wenn wir kein sauberes Wasser finden und auf einmal einen See finden, wo tote Hunde menstruationsbeflegte Klamotten und Müll der gesamten Stadt da reingeworfen wurde und es keinen anderen Ausweg gibt? Was machen wir dann? Dann nimmst du das oder du kannst auch Erde nehmen. Arnie, du weißt das doch, Junge. Du weißt doch selber, dass ich nicht lüge. Ich geh einfach nur kaputt. Ihr seid so Comedy, ne? Das ist unfassbar. Aber du bekommst den... Würdest du auch deinen Finger in den Mund von deinen Kollegen stecken? Mein Finger in den Mund von einem Kollegen? Ja, wenn du gegessen hast, dann sagt der Mohamed ja, du sollst deine Finger nicht abwischen, sondern sie lecken oder von jemand anderem lecken lassen. Ja, weißt du warum? Weil das sonst Essensverschwendung wäre. Das wäre Essensverschwendung, wenn man auf einmal die Finger nicht ableckt oder sie von jemand anderem ablecken lässt, ne? Das ist so krank. Da kriegst du richtige Feeling, ne? Das ist ja unglaublich. Also du wärst bereit. Dein Finger in den Mund von deinem Kollegen... Hallo? Guck mal. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Würdest du dir auch den Bauch von einem Mann küssen lassen? Von einem Mann? Ja. Meinen Bauch küssen lassen? Ja. Na, das steht doch schon zur Homosexualität, oder nicht? Ja, wo hat dein Profit das getan? Wo? Hier, in einem authentischen Hadith. Wo? Soll ich den geben? Ja, ja. Ich muss lesen. Bauch küssen von einem Mann, dann, ja? Ja, ehrlich? Den Bauch. Den Bauch, ja. Bitte, bitte, bitte gib mir diese Überlieferung. Bitte, bitte, bitte gib mir diese Überlieferung. Ja, gebe ich dir. Okay. Ja. Sunan Abu Dawood, 5224. Okay, warte. Sunan... Okay. Lies uns vor. Okay. Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abu Layla, quoting the site ibn Hudda, a man of the Ansar, said that while he was given to the people and was taken to the people and making them laugh, the Prophet poked him under the ribs with a stick. Was hat der Prophet getan? Ich weiß nicht, was heißt poked? Er hat ihn gestochen, also so gepiekt, poked. Ah, ja, ja. Okay, verstehe ich nicht. Du kannst auch gerne den Hadith mal kopieren und in Google einfügen und den übersetzen lassen, wenn du kein Englisch verstehst. Ja, guck mal, ich war Englisch Leistungskurs, aber leider ist man Englisch eingerostet. Ja, okay, dann kopiere mal bitte den Dings und dann füge das mal bitte bei Google Translator ein. Ja, okay, warte. Okay. Google. Okay. Okay, hier. Okay. Also, der Mohammed lässt sich den Bauch von einem Mann küssen. Der hat das als Sahih eingestuft. Ja, du siehst, dass das korrekt ist, authentisch. Sahih in Chain, Albany. Gerald Al-Bani. Ach, guck mal, das ist ein Albaner, Bruder. Das ist ein Konvertit, der hat keine Ahnung davon. Ach so, der größte Gelehrte der letzten 100 Jahre hat keine Ahnung von Istab. Der größte Gelehrte, der einen Fake-Account nimmt mit Farid Bang da drauf, der hat mehr Ahnung als ein Scheher Al-Bani. Sehr gut. Gelehrte, der einzige Gelehrte, der ist der Scheher Al-Islam, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Er sagt, dass der Prophet gesagt hat, dass dein Herr aussieht, dass Allah aussieht wie ein kleiner Gnom mit wolligem Haar, einem grünen Anzug und Bartlos. Damals gab es keine Anzüge, das geht nicht. Ja, er sagt, er trägt einen grünen Anzug. Wie Leatherman. Grün Anzug? Green Lantern. Allah ist kein Gnom, Allah ist der größte. Ja, aber anscheinend nicht. Ja, war das ein Hadith oder was? Ja, von deinem Ibn Taymiyyah überliefert. Ja, der war bestimmt daif. Nee, ist sahih. Niemals. Natürlich. Du würdest mir sagen, dass solch ein Müll in unseren Schriften steht? Absolut. Was, das war irgendwie schön, ich höre diese Sache zum ersten Mal. Ja, so viele Muslime, viele andere Muslime hören das auch zum ersten Mal, genau. Ach, wir lassen das. Was, wir lassen das? Nein, doch, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Ja, hä, was ist das für eine kranke Sache, die du mir jetzt zeigst? Er hat den Bauch von einem Ding, er hat den Bauch des Propheten geküsst. Ja, er hat sogar den P.I.N.E.S. von einem Kind geküsst. Trotzdem, bei euch darfst man zehn Jungfrauen haben. Ach Gott, ich bitte dich, jeder lacht darüber, was du gerade gemacht hast. Du siehst doch, du siehst doch den Gleichnis, den der Herr Jesus Christus daraus zieht. Das muss ja doch aufleuchten. Das ist kein Gleichnis gewesen. Aber das ist kein Gleichnis gewesen, ne? Guck mal, wir können jetzt nochmal lesen. Der Herr Jesus Christus, die Törichten mit den anderen vergleichen. Das ist kein Vergleich und kein Gleichnis. Der Herr Jesus Christus steht drin, im Paradies wird es sein wie mit zehn Jungfrauen. Diese Jungfrauen haben Lampenöl. Das heißt, die werden nicht mit zehn Jungfrauen sein. Im Paradies wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, hä? Ja, genau, das steht hier drin. Nein, das steht ja überhaupt nicht da drin. Doch, das steht da. Doch, natürlich, dann wird das Himmelreich gleich mit zehn Jungs drin. Nein, das steht da nicht drin. Das steht doch hier drin, ich hab doch offen. Nein, das steht da nicht drin. So wie du das verstehst, ist es falsch. Nein, ich hab den, guck mal, wenn dann überhaupt. Du hast nicht den Heiligen Geld. Wird es mich gerade verarschen, oder was? Ja, genau. Ja, ich merk das schon langsam. Nein, jetzt mal ehrlich. Guck mal, du als Freikirschler, du hast gar keine Ahnung. Ich bin kein Freikirschler. Wer hat gesagt, dass ich Freikirschler bin? Du bist Freikirschler, natürlich. Ich bin kein Freikirschler. Wer hat sowas gesagt? Du bist doch unabhängig von der Kirche. Also, du bist Freikirschler. Ja, und trotzdem weiß ich noch lange nicht, dass ich Freikirschler bin. Was bist du denn? Aber ich bin unabhängig von irgendwelchen Denominationen. Oder von Kirche, oder was auch immer. Ja, aber du gehörst doch eine Gruppierung an. Ich gehöre überhaupt gar keine Gruppierung an. Ich gehöre meinem Herrn Jesus Christus an. Ja, natürlich. Allgemein, ja. Du gehörst vielleicht eine Sekte an. Ich gehöre meinem Herrn Jesus Christus. Nein, das stimmt nicht. Na klar. Nein. Du denkst auch, dass Gott eine PNIS so dick und so lang macht wie eine Palme. Und das beschäftigst du es mit zwei Schwestern gleichzeitig zu machen. Aber das ist doch logisch. Weil im Paradies sind wir doch alle mindestens 30 Meter groß. Wie Adam. Ja, schön. Dann kannst du dir stolz sein auf deinen Gott, der dir ein Palmen für ihr gibt. Das ist doch logisch. Deswegen ist es doch logisch, wenn wir dann ein größeres Glied haben. Ja, ist doch wundervoll. Aber auch dann mit den zwei Schwestern gleichzeitig dann zu machen, ist toll, ne? Man darf nicht mit Schwestern sein. Und auch mit deiner Schwester darfst du dann? Nein, man bekommt doch sowieso Jungfrauen und mit seiner eigenen Ehefrau. Nee, du darfst auch mit zwei Schwestern gleichzeitig machen. Guck dir das mal an, ein Nikabi. Ja, mit zwei muslimischen Schwestern natürlich. Unglaublich. Ja, aber mit eigenen Schwestern. Inzest ist verboten. Inzest ist verboten? Nein. Im Gender ist alles erlaubt. Nein, im Gender müssen wir bestimmte Dinge nicht mehr machen. Aber trotzdem, sowas wie Schwestern heiraten, so geht nicht. Ja, aber Al-Kurtebi sagt, durch die Überlieferung von deinen Propheten, dass der Allah dir einen Palmen für ihn jetzt gibt, so dick und so lang wie eine Palme. Und darüber hinaus darfst du dann mit zwei Schwestern und A, ein US von allen auseinandernehmen. Ja, wortwörtlich Schwestern gemeint oder muslimische Schwestern? Wortwörtlich Schwestern gemeint. Außer deine Tochter und deine Mutter. Ansonsten deine Oma, Tante, Nichten, Cousinen. Alles wird auseinandergenommen darum. Bongo, 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 Bongo. Das kannst du keinem erzählen, mit Schwestern. Wie? Mit Schwestern? Ja. Na, ich glaube dir nicht, weil du kommst mit so komischen Sachen. Ja, dann glaube ich. Aber diese Sachen sind so banal. Ja, ich weiß nicht, da hast du ein Problem mit deiner Religion, wenn du sowas sagst. Nee, aber die Sachen, ich frage mich nur, woher du diese ganzen Kleinen hast. Ja, die habe ich herausgefunden und die habe ich mit allen geteilt und alle sind schockiert und alle haben die anderen auch aufgeklärt und viele haben den Islam verlassen. Wie viele haben den Islam verlassen? Ja, tausende haben den Islam verlassen. Der Islam ist die am meisten wachsende Religion. Ja, durch Geburtenrate, genau. Nein, auch Konvertiten. Guck mal, welcher Deutscher konvertiert zum Christentum? Die sind doch alle Christen. Was soll denn jetzt zu Christentum konvertieren? Die sind keine Christen. Mindestens 40 Prozent sind Atheristen hier. Ja, okay, aber du siehst ja, dass die eher christlich aufgezogen sind, anstatt muslimisch. Was erzählt das für Quatsch? Ja, aber dann, die kommen in die Moschee, dann die hören diese schöne Ersäen. Ja. Ja, und nicht im österreichischen Glocken. Ich habe selber eine Zuhue gemacht. Möchtest du die mal hören? Du bist kein Prophet, der bist du. Ja, aber klar, ich habe eine Challenge von Allah angenommen. Ich habe Surakorona fertiggestellt. Surakorona. Ja, wirklich, glaubst du mir nicht? Surakorona habe ich gemacht. Stoffel. Ja, viel Stoffel, ey. Kommt dir den mal an, ey. Hallo, ich habe wirklich Corona zugemacht. Hier, guck. Wie fandst du das? Schrecklich, hä? Ja, wie schrecklich, das hilft dich. Das ist nicht heftig, hä? Ich habe fast Kinn in den Augen bekommen, wie schön. Aber es ist froh in den Augen. Covid, ja, du bist ein Virus aus China und machst alle klatt. Aber ich setze dich trotzdem immer schachmatt. Also komm und nimm ein Stückchen vom Kuchen und hör auf, die Kufa zu verfluchen. Amen. Oh mein Gott. Warum immer dieses dreckige Lachen bei dir? Ja, die muss direkt dahinter kommen, damit das fruchtet, verstehst du? Nein, Junge, das macht dich einfach nur lächerlich. Nein, das macht richtig Spaß, verstehst du? So richtig, richtig Spaß. Das macht keinen Spaß. Das ist so ein schönes Gefühl, das glaubst du gar nicht. Du musst auch mal herzhaft lachen. Das kann ich dir nur empfehlen. Ja, wenn du einen guten Witz machst oder so, aber doch nicht so. Ja, das war ein schöner Witz, genau. Ein schöner Witz, den andere verstanden haben, außer du. Okay, aber warum gibt es bei euch keine Jungfrauen dann, wenn du so meinst? Was sollen wir denn mit diesen Jungfrauen da im Himmel? Hallo, wir wollen in Gott einen Einklang einkehren. Spaß haben, ey. Spaß haben, Spaß werde ich in der vollkommenen Ewigkeit haben. Und zwar, dass ich die Gottesdienste des Herrn Jesus Christus sehe und die Engel. Wie wunderschön alles ist, dieser Ort, wo wir sind. Was soll ich denn mit diesem Hooded AIM? Nein, guck mal, das Paradies ist dafür da, um zu genießen. Ja. Zu genießen. Willst du nicht die Präsenz Gottes genießen? Willst du damit beschäftigt sein, in alle Ewigkeiten 70 Jahre lang Dauereorgasme zu haben, mein Lieber? Warum 70 Jahre? Das ist für immer. Ja, dein Prophet sagt das. 70 Jahre ist einmal, wenn du kommst, dann dauert das so 70 Jahre. Die ganze Zeit so, aaaaaah, 70 Jahre. Guck mal, wie gesagt, das Paradies, das ist ein unvorstellbarer Ort. Man darf dort Spaß haben. Und wenn es unser Gott sei, man darf sich mit Jungfrauen vergnügen, dann glaube ich dran. Ja, aber anstatt mal das in Frage zu stellen und sagen, ey, warte mal, ich glaube, das ist der Teufel. Der will uns mit solchen weltlichen Begierden locken. Was für Teufel? Der Teufel sagt, ob wir uns doch von so Sachen fernhalten. Deswegen hat der Allah euch vier Frauen erlaubt und SEX-Sklavenen, ne? Sag mal, hast du die noch alle, oder was? Guck mal, Polygamie gab es bei euch auch. Nein, der Herr Jesus Christus hat gesagt, da er verlässt, David hat geschehen. Und sie beide werden ein Fleisch, nicht sie beide werden vier Fleisch. Ja, okay, warum macht dann David vier Frauen, äh, acht Frauen? Ja, außerhalb des Befehles Gottes gehandelt. Das heißt, wir sind alle Sünder gewesen. Und Gott hat sie dafür bestraft. Aber dein Gott legitimiert in Zure 4, Vers 4, Polygamie und damit die Frau kaputt zu machen und ihre Seele zu zerstören. Ist das schön? Da lacht er. Das findet ihr witzig. Schaut euch das mal bitte an. Das findet ihr witzig. Guck dir das bitte an, was das für ein Typ ist. Nein, 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 guck mal. Nein, allein zum Beispiel bei Abram. Abram hat noch hier mit seiner Ding geschlafen. Mit seiner, mit der Sarah. Was, was passiert? Allein Abram hatte doch eine andere Frau noch dazu gehabt. Mit denen er dann hier... Ja, okay, hab ich dir gesagt, es sind alle Sünder gewesen. Sünder. Er fragt sich eine Sünde, zeigt, wo Gott gesagt hat, das war eine Sünde. Bitte? Zeig mal, wo Gott gesagt hat, das, was Abram gemacht hat, war Sünde. Ja, das, was der Herr Jesus Christus in der Bibel sagt, war immer das, was die Menschen außerhalb seines Befehls gemacht haben. Also er sagt etwas, die Menschen haben entgegen seines Befehls gehandelt. Sehr oft sehen wir das. Ja, aber trotzdem wurde das von Abram nie verurteilt. Ja, wie, das wurde nie verurteilt. Wurde nie verurteilt. Es war komplett legitim, dass er mit der anderen Frauen schlafen durfte. Deswegen hat der Herr auch Adam, Eva, Patricia und was weiß ich wen geschaffen. Nicht nur Adam und Eva. Wir reden über Abram, nicht Adam und Eva. Du siehst dort anhand dieses Beispiels, siehst du doch, dass der Herr ein Mann und eine Frau geschaffen hat, damit sie zusammen sein sollen. Und wenn Gott schon sagt, dass ihm die Heirat sehr heilig ist. Und dass ein Mann, eine Frau verheiratet sein soll und der Tod sich scheiden lassen soll. Aber was sagte Gott zu den Frauen und kann dazu die Mutter eingehen oder hast du nicht gesehen? Was ist das denn? Aber was sagte Gott zu den Menschen? Bevölkert die Erde und vermehrt euch. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du Polygamie praktizieren sollst. Natürlich, Polygamie kannst du dich am besten beverbreiten. Das heißt doch nicht, dass du Polygamie praktizieren sollst. Du siehst doch, dass sie nach und nach ihre eigenen Frauen hatten und mit ihnen Verkehr hatten. Man darf mehrere Frauen haben. Nein, ich habe dir doch gerade erklärt, dass der Herr gesagt hat, daher verlasst ein Mann seiner Frau und hängt seiner Frau an. Und sie beide werden ein Fleisch. Nicht daher verlässt man die Familie und hängt seinen vier Frauen an. Das ist doch Blödsinn, sowas, Mann. Ja, aber trotzdem wurde diese Polygamie von Gott legitimiert. Wie bei David, Salomon und anderen. Nein, er hat sie nur bestraft dafür. Habst du das nicht? Na, er hat sie erst bestraft, als sie... Er hat David nur bestraft, weil er den einen Soldaten dann getötet hat. Was hat David getan? Er hat die Frau eines anderen Mannes begehrt und hat dann diesen Mann an vorderster Front geschickt, damit er stirbt und er sich dann mit der Frau verheiraten kann. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Also wenn jemand die Frau von jemandem ausspannt, der verheiratet ist, ist das natürlich ein sehr, sehr dreckiges Verhalten. Genau, dann hat Gott ihn dafür bestraft, aber nicht dafür, dass er mehrere Frauen hatte. Wie kommt es, dass der Allah in Sura 33, Vers 37 das genau für Mohammed legitimiert und sein Herz ausflippen lässt für die Zeynep, für die Frau seines Adoptivsohns? Ja, als der Sohn gemerkt hat, dass der Prophet diese Frau attraktiv findet, hat er sich scheiden lassen. Was ist da passiert? Nachdem der Prophet attraktiv findet, ja, also dein Prophet klopft an der Tür eines einer verheirateten Frau und dann flirtet der mit dieser Frau, richtig? Das ist schön, ne? Das war kein Flirten, er hat, wie sagt man? Äh, ja, guck mal, er hat sie halt begehrt, was soll ich denn da sagen? Er hat sie begehrt, er hat sie attraktiv gefunden. Er hat sie begehrt, also, was machst du denn, wenn dein Kollege zu dir nach Hause kommt und du nicht da bist und dann auf einmal der mit deiner Frau am rumflirten ist? Findest du das schön, sowas? Na, das ist was anderes, guck mal, da geht es um den Propheten. Alles was anderes. Ja, weil der ein Prophet ist, hat er gewisse, äh, wie sagt man, gewisse Vorteile. Er darf bevorzugt werden. Er hat gewisse Vorteile, du willst deinen Gott verschaffen. Das heißt, der Gott der Bibel hat David für sein Verhalten verurteilt und seine Kinder auseinandergenommen deswegen. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass dein Gott ihm legal erlaubt, eine verheiratete Frau zu heiraten. Willst du das so fassen? Aber David wurde erst bestraft, weil er diesen Mann getötet hat. So, nein. Er hat diese ganzen Verhaltensweisen an den Tag gelegt, hat die Frau von diesem Typen ausgespannt, ihn in den Tod geschickt und dann hat der Herr natürlich über ihn Gericht gehalten. Und das Gleiche sehen wir genauso wie bei Mohammed, aber Mohammed macht nie etwas aus seinen eigenen Gelüsten, sondern in Surah 53, Vers 1 bis 3, heißt es, dass das, was er macht, Gott ihm eingegeben hat. Das heißt, alle seine ganzen Handlungen. Und als er mit Zeynep geflirtet hat, war es, dass Gott es so wollte. Deswegen sagt er, oh Allah, danke, dass du mein Herz will, sie ausflippen lässt. Dank, ne? Ja, weil der Gesandte Allahs hat bestimmte Rechte, die andere nicht haben. Und da sehen wir den Betrug. Habt ihr das gesehen, in der Bibel? Zum Beispiel, alle anderen Muslime durften nur vier Frauen haben, aber der Prophet durfte mehrere, weil er ein Prophet war. Weil er ein Prophet war. Also der Herr in der Bibel sagt, dass wir nur eine Frau haben sollen und die ganzen Leute bestraft hat, die auf einmal außerhalb seines Befehles gehandelt haben. Und dein Gott, der Allah, sagt auf einmal, oh Prophet, du kannst so viele Frauen bumm, 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 bumm machen, vorausgesetzt, dass du sie haben willst, ne? Ja, wenn er diese... Und da siehst du keinen Fehler da drin, ne? Ja, wenn er diese Rechte hat, dann sehe ich keinen Fehler drin, nein. Ah, wenn er diese Rechte hat. Vielleicht hat er sich diese Rechte einfach durch irgendwie seine Hirngespinste irgendwie gegeben. Das kann nicht sein, weil es ist ein Hadith. Du kennst doch den Hadith, wo die Leute zu Mohammed hinkommen und sagen, oh Mohammed, sollen wir dir Frauen geben, sollen wir dir Geld geben, dies und das? Und er hat gesagt, nein, ich will, dass ihr mich als Gesandte akzeptiert. Der Prophet hat niemals nach Gelüften gehandelt. Ach so, deswegen hat er elf Frauen gehabt, unzählige SEX-Sklavinnen gehabt, ein ganzes Harem. Die Menschen haben für ihn Dörfer ausgeraubt. Der hat die fetteste Beute gehörte immer ihm. Und in Zuge 33, Vers 50 durfte er mit so vielen Frauenverkehr haben, vorausgesetzt, dass er es will. Also ich weiß nicht, der Islam hat denn ja noch mehr Vorteile gebracht, als er durch die Korayisch bekommen hätte. Fällt dir nicht irgendwas auf? Nein, diese selben, das hätte er doch genauso mit den Korayisch gehabt. Ja, aber der hat bestimmt in Islam ja noch heftigere Sachen bekommen. Diese Sachen hätte er ja auch so bekommen, auch ohne den Islam. Also was will er denn, siehst du? Also Islam ist genau seine Masche gewesen, um genau noch mehr zu bekommen. Die haben ihm vielleicht was angeboten und erkennst du das, wenn ich dir was anbiete, zum Beispiel dein Haus, ein Beispiel. Ich gebe dir 500.000 für dein Haus und dann sagst du, ey, warte mal. Denkst du, ich verkaufe ihnen mein Haus für 500.000, mein Haus ist 5 Millionen wert. Und genauso war das mit dem Islam. Meinst du, ich verkaufe den Islam, obwohl ich weiß, dass ich durch den Islam mehr als das kriege, was ihr mir da anbietet? Er hätte aber nicht mehr bekommen, er hätte genau das bekommen. Er hätte sie mehr bekommen! Nein, das ist doch genau das. Der hätte sogar deine Frau auseinandergenommen. Nein, hätte er nicht. Natürlich, du musst dich auf der Stelle scheiden lassen, damit er sie in Ruhe pumpen kann. So wird 33,50. Du darfst den Akunzi auf der Seite 423 aufschlagen. Hat sich, warte mal, hat sich der Adoption von Mohammed freiwillig, freiwillig von sich aus scheiden lassen oder weil ihn der Prophet das gesagt hat? Der Prophet hat ihn dazu gezwungen, ja. Er hat gesagt, bereist deine Frau, er hat ihm erst gesagt, bereist deine Frau und dann hat der Seid gesagt, aber ich sehe, dass du sie begehrst, oh Rasulallah. Und dann hat er eine Ausrede gefunden der Seid und hat gesagt, ja, die ist frech zu mir gewesen. Sie hat sich erhoben gegen mich, ja, super. Vorher war alles in Ordnung, auf einmal verliebt sich der Prophet in diese Frau und dann lässt diese arme Seid sich von ihr scheiden. Ja, super toll gemacht. Nein, 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 so war das. Ja, der hat doch selber zugegeben, dass sie Probleme in dem Jahr hatten. Vielleicht war das nochmal ein... Sie haben es zugegeben, damit der Prophet sich nicht ungestört fühlt. Und du siehst doch die Reaktion der Quraysh. Ein Vers weiter, der hat ja die Adoption aufgehoben, der Mohammed hat, weil er diese Frau haben wollte, weil die empört waren über sein Verhalten. Heftig, ne? Naja, guck mal, was geht? Ich hole dich gleich wieder rein. Farid Bang Bang, ich hole dich gleich wieder rein. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss los bis nachher, ihr Lieben, danke. Wohin des Weges? Wohin des Weges? Hallo? Hallo, es ist barmherzig. Assalamu alaikum, Amir. Alaikum, Salamu alaikum, Gott segne dich und deine Familie. Lange Zeit wieder. Der Name ist ja schon eine Lüge, Diener des Barmherzigen. Du siehst, dass Allah nicht barmherzig ist. Du kennst mich doch. Hä? Ich war doch schon viermal in der Lange, ihr habt doch letztes Mal wieder geredet. Ich rede mit acht Millionen Menschen, denkst du, ich kann mir jeden von euch bemerken, oder was? Ich bin doch der Kurde Arme, hast du mich vergessen. Oh, es wird mir leid. Ich hoffe, ich hau mir gleich einer rein. Äh, wie geht's? Gut, handel dir ist es, wie geht's dir? Oh gut, handel ist alles. Ja, das kann ich für dich tun, mein Bestes. Allerdings wollte ich noch ein bisschen mit dir reden, danach ja. Ich habe lange nicht mehr mit dir geredet. Ja, wir haben lange nicht mehr miteinander geredet, ne? Ja, genau. Was hast du heute gegessen? Was gab es heute zu essen? Was hast du den ganzen Tag so gemacht? Mich interessiert das sehr. Außer Schule mehr nix. Was? Außer Schule mehr nix. Außer Schule mehr nix. Genau, und Faxen schieben. Ja, da hast du aber viel gelernt in der Schule. Außer Schule mehr nix. Ja, und du? Arbeiten. Arbeiten? Ja. Ja, ich muss immer arbeiten. Immer viel arbeiten. Ja, das ist ja das Leben des Lebens. Arbeiten zu Hause. Arbeiten zu Hause, ja? Genau. Aber willst du nicht irgendwann mal zum Herrn Jesus Christus finden, den Besten, Allerbesten? Inshallah. Die Schöpfung von Himmel und Erde? Inshallah, amin, inshallah. Ja. Inshallah, es ist auch für zu ihm. Ich habe eine Bibel zu Hause. Du hast eine Bibel zu Hause? Ja, ich habe. Ja, ja. Ja, wundervoll. Hast du die schon mal aufgeschlagen und gelesen? Ich habe die erst gegessen geholt. Also von einem Freund. Ah, schön. Guck mal, wie der Herr dich zieht. Wundervoll. Ja. Ja, ich finde das schön. Jetzt musst du noch aufschlagen, das Buch und gelesen. Aber du glaubst mir. Aber du willst, zeige ich dir auch. Ja, ich glaube dir, wenn du mir das sagst, dann glaube ich dir. Ja, natürlich. Das ist aber so ein kleines Bibel. Was? Das ist halt so ein kleines Bibel. Also jetzt so mittelreif. Hast du so ein Taschenbuch mäßig, so ein Taschenbibel? Ja, das ist so ein der, ja genau, ja, ja. Ah, okay, ja, immerhin etwas. Ja, ja, das sind so ein Neues Testament und die Psalmen dazu. Ja, schön. Du kannst ja auch im, du kannst ja auch, sag mal schnell, im Internet kannst du eine kostenlose Riese Bibel bestellen. Ja, ich habe jetzt schon eins bekommen. Was? Ich habe schon eins bekommen. Also, ja, okay, jetzt musst du noch da drinnen lesen, ne? Du musst deinen Schöpfer Jesus Christus kennenlernen, bevor es bald losgeht, ne? Ich lese schon, natürlich. Ich habe das nicht umsonst gehört. Ja, sehr gut, wundervoll. Ich bin begeistert. Dein Name jeder. Amen, wundervoll. Okay, möchtest du noch was wissen, mein Bester? Wallah, ich will nix mehr. Ich wollte nur dich grüßen und danach, ja. Ah, okay. Ja, gut. Wenn was ist, kannst du immer wieder reinkommen, ne? Ja, der Amen, pass auf dich auf. Gott segne dich bei der Wahrheit suche, mein Lieber. Ich werde für dich beten, ja? Ich auch, Habibi. Ja, für mich brauchst du nicht zu beten. Du musst nur um Schutz beten für mich. Aber das ewige Leben habe ich in Jesus Christus. Amen. Amen, Habibi. Willst du was, Amit? Ob ich was will? Ja, ja, bevor ich gehe. Nur, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst. Das ist mein größter Wunsch für dich. Keine Sorge, werden wir. Bitte? Keine Sorge, werden wir. Ja. Okay, mach's gut, mein Bester, ja? Mach's gut. Viel Spaß. Ciao, ciao. Danke dir, Orte. Ja. So, ich komme jetzt gleich wieder. Bis nachher, falls Stream läuft. Nein, wohin? Ich komme immer rein, da geht jemand raus. So, freut ihr bleiben? Nein, nein, nein. Wir sind schon bei 209.000. Heftig. Und der Stream ist noch gar nicht eingeschränkt worden. Ist ja jetzt nicht wundervoll. Armin, ich will iranisch essen. Was ist dein gutes Gericht? Fleisch, Reis und so weiter. Geh mal schön Rormesabzi essen. Oder, ähm, sag mal schnell, Juchikabab oder sowas. Boah, das geh mal essen. Darf ich hoch, Chef? Nein, du machst mich wahnsinnig gar nicht. Herrhoff dann. Gar nicht, Herrhoff dann. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Das ist crazy. Amir. Ja. Willst du wieder Pakete am Austeilen? Ja. Was, was dagegen? Hamdül Jesus, ne? Ja, Hamdül Jesus, ne? Wolltest du ein Stummschallpaket haben, mein Bester? Nee, du, ich bin jetzt gerade bei Aldi. Ich hol mir gerade die Aldi-Flat. Wollt fragen, soll ich S oder M machen? Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht S und M. Also in Allahs Himmel kannst du dann S und M machen. Hör mal, du benutzt ja immer den Allah und den Islam. Warum hast du nicht deine eigenen Worts? Warum bist du immer auf Hamdül Jesus und Schirr Amir und keine Ahnung? Ja, das wird ja ganz normal, ne? Dass das dem Herrn Jesus Christus gebührt. Auf jeder Sprache, ne? Ja, natürlich. Aber du kannst ja auch irgendwas aus dem Christentum benutzen. Du bist doch ein richtiger Pastor. Ja, aber das benutzen wir ja schon die ganze Zeit. Dem Herrn Jesus Christus gebührt die Ehre, du. Hör mal, dann sag mich mal eine richtige Gebet auf Lateinisch, mein lieber Pastor Amir. Hör mal, ich brauch das ja nicht zu sagen, weil mein Gott alle Sprachen beherrscht. Nicht nur an einem bestimmten arabischen Dialekt. Also kannst du kein Latein? Nee, kannst du Latein? Ja, klar kann ich Latein. Hör mal, Amir. Ja, mach mich mal. Zeig mich mal, was du drauf hast, du. Hör mal, Junge, hören's. Ja, halt mal, Junge. Jetzt bleib mal schön, schön, flach, Junge. Ja, schön. Halt mal den Blei, flach, Junge, ne? Ich kann auch anders, du, ne? Jetzt hier mal nicht stummen, du. Ja, komm mal ran jetzt hier, du. Ja, sag mal, dein Gott versteht eigentlich nur noch Arabisch hier. Den muss man nur auf Arabisch anbeten. Ja, was ist das denn? Ich stelle dich doch mal, lieber Pastor. Ja, bei so einem Zollt keine Hand mehr entspannt bleiben, du. Hör mal, hast du eine große Debatte mit der Hamdi? Ja, Hansi. Ja, der Hamdi, der gibt mir immer... Der, wenn ich doch nicht mal zwei geradeausse Sätze sprechen kann, du. Ja, aber dein Gott versteht nicht mehr. Was soll ich denn mit so einem Zottelgen, du? Bringen wir mal jemanden, der vernünftiges Deutsch spricht, hier. Bringen wir mal jemanden, der Lateinisch spricht von mir aus. Aber doch nicht so ein Hansi. Hör mal. Hör mal. Das ist doch nicht in der Kinderladen-Bude hier. Dein Gott versteht doch den Hansi. Das sagt er mir hier mit Hansi. Ist das denn, ist das eine Autorität hier für dich, oder was? Hör mal, Amir. Hör mal, Junge. Jetzt bring mich das Paket hier hin. Sag, ich weiß mal, da soll man den Fadierblot werben, damit ich mich überhaupt ernst nehmen kann, du. Bringen mich das Paket hier hin. Ja, bring mich das Paket, genau. Das ist das Einzige, was du noch zu sagen hast, du, ne? Hör mal, ich gehe jetzt gleich nach Aldi, ne? Da tue ich die Kolravi zurück. Hör mal, du sollst mal weniger Flachmänner zu dir nehmen, Junge. Hör mal, der ist mein Flachmänner. Du willst doch noch ein bisschen was vom Leben haben, Junge. Hör mal, ich bin Moslem. Ich trinke keinen Alkohol. Hör mal, dein Gott. Erlaub dir das doch in Suche 16, Vers 67, das hat der gute Ex-Moslem doch gesagt. Hat der gute Ex-Moslem, den dich nicht aufgeklärt, dass in Allas Himmel und auf Erden das Ganze ja erlaubt ist und legitimiert wird durch Suche 16, Vers 67, du. Suche 16, Vers 67, du musst auch mal die Suche erinnern. Dann solltest du mal die Streams von dem guten Dr. Scheer mal angucken, damit du auch mal was lernst und mal was hast in deinem Leben, anstatt den ganzen Tag nur den Frauen hinterherzuschauen. Du alter Lustmolch, du. Wollah, du hast ein Lachchen wie Pumoke. Ja, was soll denn bitte hier? Hallo? Pumoke, lach mal. Samasch, du sollst mal lieber dem Dr. Scheer mal ein bisschen was zuhören, damit du auch mal was in die Pumoke reinbekommst. Und nimm du den Beibern hinterherzuschauen, das kann ja wohl jeder. Okay, man, richtig ab, man, richtig ab. Ja, ein bisschen auch mal die Synapsen anstrengen, du. Ja, die Synapsen anstrengen, du. Wofür hat dir dein Enthirn gehebeln, der liebe Jot? Wofür hat dir dein Enthirn gehebeln, dass du zum Dr. Scheer gehst und mal was lernst? Hör mal, aber warum nennst du denn Scheer? Warum nennst du die Scheer? Ja, es ist eine Scheer, die Scheers. Also mir kommt dann so vor, als würde der einzige sein, der die Wahrheit erzählt. Und ihr ein Haufen von Lügnern seid. Und wenn ich das ganze Jägen prüfe, du, dann kommt das richtig zum Vorschein, dass ihr ein Haufen von Versagern, Lügnern und Täuschern seid. Ja, jetzt lach mal noch mal. Ja, jetzt lach mal noch mal über Allahs Schienbein, du. Komm, jetzt lach mal. Ja, jetzt lach mal noch mal über Allahs Fuß. Äh, ich kann dir jetzt gerade nicht ganz folgen, lieber Vater Amir. Ja, dann solltest du mal deine Synapsen anstrengen, deine Ohren mal putzen und dem Judendoktor streng mal zuhören, du. Dann kannst du auch mal was von lernen. Amir, sehr gut. Dann brauchst du nicht mehr in die Irre zu gehen, sondern dann hast du nämlich gutes Wissen, das fundiert ist und das durch die Schriften bestätigt wird. Der gute Dr. Schee, wie kann ich dir empfehlen? Ja, der Schee, der weiß, was da abgeht. Der Schee, der Schee, der Schee da oben. Das gefällt dir, ist er was? Oh, ich glaube, Jibili wirkt den gerade. Leute, guck mal, Jibili wirkt den gerade. Shake that, shake for me, shake that, shake for me. Oh, girl, shake that, shake for me, shake that. Nur Comedy mit euch, ehrlich gesagt. Hallo. Hallo. Du bist ja richtig lustig. Was war gerade für ein Thema mit dem, war das gerade ein Moslem oder was meintest du damit? Ja, das war ein Kamelurin-Fetisch, der sich als Kölner Jung ausgegeben hat. Ja, cool. Ja, da hat er mir einen auf Kölsch Jung getan hier, du. Da muss man ihm direkt auch antworten, dementsprechend. Ja, war ich cool gerade, bist echt cool drauf. Ja, du auch, mein Besser. Ich hoffe natürlich, dass du noch besser drauf bist und eine Entscheidung für Jesus kriegst. Unabhängig davon, ob wir hier lachen oder nicht. Also, Moslem bin ich auf jeden Fall nicht. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also, hast du schon mal die Hälfte schon mal in der Tasche. Jetzt fehlt noch die andere Hälfte, und zwar die Entscheidung für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Na, ich bin Katholik und, ja, mein Vater ist zwar Moslem und normalerweise stimmt aber nicht, weil meine Mutter ist deutsch und ich bin auch deutsch erzogen worden. Ja, gut, aber laut islamischer Doktrin heißt es, wenn dein Vater Muslim ist, dann ist es schon richtig, dann bist du ein Moslem. Ja, ich habe ja, ich habe aber mit dem Islam nichts zu tun. Also, nicht zu tun. Ja, das ist die eine Sache, aber das ist wirklich so. Wenn du im Islam, wenn dein Vater Muslim ist, dann bist du automatisch Moslem. Ja, ist aber Gott sei Dank nicht so. Ja, siehst du, deine Mutter ist natürlich eine sehr ehrenhafte Frau und hat dir schon mal den Weg geebnet, dass du schon mal den christlichen Weg kennenlernst. Verstehst du? Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar drüber, obwohl ich meinen Vater natürlich auch über alles liebe. Also, ich komme mit ihm gut klar, aber... Ja, ja, aber seine Religion kommt nicht mit allen klar, das ist das. Ja, da muss ich dir echt recht geben. Da Respekt. Ich habe ja auch von meiner eigenen Familie, von meiner Hälfte der Familie sind natürlich Muslime, habe ich ja auch Hass erfahren. Ehrlich? Ja, natürlich. Mein Opa, der war richtig... Also, von meinem Vater, der Vater, der war richtig radikal. Also, der hat meine Tante, also von meinem Onkel, die Kinder, die haben da zusammen in einem Haus in so einer Wohnung gelebt und wir waren oft da, weil das ja auch Kinder waren, also als wir noch Kinder waren. Und ja, und der hat immer... Was hat der gesagt? Auf Türkisch hat der uns verflucht mit... Wir sind deutsche blauäugige Bastarde, hat der gesagt. Boah. Heftig. Und das ist leider wirklich so gewesen. Naja, ich weiß, wie die Muslime drauf sind. Ja, man muss aber sagen, es sind aber nicht alle so, ne? Nee, ich meine die, die sich mit dem Islam auskennen, weil ihr Gott selber total am Beleidigen ist und sie durch diese ganzen Schriften vergiftet wurden. Ja, ich kenne viele, die sind noch normal, also die sind sehr normal, das sind richtig liebevolle und gute Menschen. Ich habe mit denen was zu tun, das ist von dem ehrenamtlichen Job, wo ich bin, sind da so zwei, drei Leute, sind richtig top, muss ich ehrlich sagen. Aber da muss ich dir leider recht geben. Viele, also das mit den, mit den ich sag jetzt mal Unmenschen, das wird leider immer mehr. Da muss ich dir recht geben in dem Punkt. Leider. Ja, deswegen wird es eine kostbare Seele, weil falls dir was passiert, egal durch wen oder wie, dass du wenigstens deine Seele in Sicherheit gebracht hast. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du dich einmal mit dem Herrn Jesus Christus auseinandersetzt. Ja, was heißt, ich bin jetzt, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der Übergläubige bin. Ich bin halt nur, ich bin halt katholisch und mehr nicht so. Das verlangt ja ich nicht von dir. Der Herr verlangt in Johannes 3, Vers 3, dass wir von Neuem geboren werden und Kinder Gottes werden. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Übergläubiger. Also ich bin, also ich, was heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin normal, das ist natürlich dann eine Beleidigung. Sagen wir mal, ich bin, ja, sagen wir mal, ich bin in dem Punkt, ich bin Mensch halt. Also ich halte mich, ich halte mich natürlich an die Gesetze und so, also so wie es geht. Aber ich bin normal, ich bin normal, stellt in meinem Leben jetzt nicht als allererste Stelle. Das ist nicht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht nur als allererste Stelle setzen, sondern Jesus Christus als allererste Stelle setzen. Ja. Wie bin ich mehr gelesen? Äh, nein. Wie lange? Boah, ich würde jetzt lügen, wenn ich die, wenn ich die sowieso so mal so gelesen hätte, würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde. Wie gesagt. Wie wäre es mal, wenn du dir heute mal Zeit nimmst, vielleicht mal so eine Stunde, aber einfach mal, dass Johannes erfangen geht, um zu lesen. Ja, ich habe da, ich habe da einen Bekannten, der ist in der Kirche und wäre jetzt auch Priester und so, der wollte mich so auch mal mitnehmen. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist nicht so unbedingt so mein Ding, auch wegen meiner Krankheit und so, die ich habe. Er bringt ja eine Krankheit vor dem Herrn Jesus Christus. Er kann dich von all deinen Krankheiten befreien. Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Ja, hast du schon mal zum Herrn Jesus Christus gebetet für irgendwas? Ja, natürlich. Hast du gebetet? Natürlich. Zum Herrn? Zum Herrn Jesus? Natürlich, wir haben ja hier Kirchen, so wie fast überall, so wie gehört, ne? So. Was habt ihr? Wir haben ja Kirchen und so hier. Ich war ja schon ein paar Mal in der Kirche. Es ist ja nicht so, dass ich nicht da reingehe, aber... Aber du hast ja keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Ja, das stimmt. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich bin ja jetzt nicht so der... Ich bin ja jetzt nicht so der, dass ich da jetzt der Übergläubige bin. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, das habe ich schon mitbekommen, ja. Ich meinte aber damit, dass du dir eventuell mal so... dir schon mal das Johannes-Effangelium mal durchschließt und einfach mal Jesus Christus aufs Neue kennenlernst. Verstehst du? Dass du eine Beziehung zu ihm aufbaust. Das ist ja nicht schlimm. Das ist doch super, sowas. Ja, ne... Nimm dir doch mal dafür Zeit. Ja, ich... Lesen ist bei mir... Also ich kann lesen, nur... Ich habe nicht die Geduld dafür, so zu lesen. Ich bin eher so ein bisschen so ein... Ja, flippiger Mensch, kann man sagen. Was ist denn mit der Hörbibel? Ja, okay. Das wiederum, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Da stehe ich zu. Bitte was? Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ja, ja. Du kannst bei YouTube eingeben. Einfach so, wenn du nebenbei Sachen machst, einfach Kopfhörer rein. Und dann kannst du dir ja zwischendurch das Johannes-Effangelium einfach... oder allgemein die Evangelien. Okay. Ja, einfach mal eingeben, Johannes-Effangelium, Schlachter 2000. Dann kommt das schon. Ne? Während du vielleicht die Wohnung aufräumst oder was auch immer, einfach stöpsel rein und das Johannes-Effangelium einfach laufen lassen. Okay. Danke dir. Ja, gerne. Gott segne dich an deine Familie. Ich hoffe natürlich, dass du auch zum Glauben findest am Herrn. Zum Herrn. Natürlich. Ja, ich finde das nur traurig, dass da unten wieder solche Kommentare kommen, die er gesagt, weil ich bin ja ehrlich, ich habe ja gesagt, dass ich das nicht so mit habe, dass da solche blöden Kommentare kommen. Echt traurig. Jeder hat kommentiert hier irgendwas. Du brauchst ja nicht darauf zu achten. Wenn ich auf jeden Kommentar hier achten würde, dann würde ich ja wahnsinnig werden, Mann. Verstehst du? Natürlich. Ja, okay. Ich wollte dir nur sagen, ich wollte dir nur sagen, Respekt vor dir, ja? Und was du gerade gemacht hast, das war echt cool. Ich danke dir. Ich danke dir, mein Lieber. Danke dem Herrn Jesus Christus, dass du hier reingekommen bist, dass ich dir sagen konnte, dass Jesus dich liebt und mit dir Gemeinschaft habe. Amen. Ja, danke. Danke dir. Ciao, ja? Okay, ciao. Hallo, Amir. Gehst du mich? Hallo, mein Lieber. Ja, Gott segne dich schon. Ebenfalls. Ebenfalls. Sicher auch von deiner Familie. Amir, ich habe eine Frage an dich. Ja? Also vorab, vorab, ich bin Schiite, du erkennst es ja schon. Ich erkenne das in deinen Namen. Ja, bist du vertraut, guck mal, eine ganze sachliche Frage. Bist du vertraut mit den Exegesen der Schiiten? Nicht so richtig, nein, aber ich weiß, dass die Mahm Jafar das für euch auslegt. Genau. Und einig andere, wie Pummi und sowas, ne? Bist du der Meinung, bist du der Meinung, dass sich die Exegesen, jetzt mal die Glaubensrichtung dahingestellt, da kennst du dich ja aus, aber bist du der Meinung, dass die Exegesen sich krass unterscheiden von den Zoniten oder bist du der Meinung, die sind recht identisch voreinander? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau, wie sich die ganzen Exegesen da unterscheiden, aber beispielsweise in Sura 33, Vers 37 sind sie sich natürlich einig, dass der Mohammed wirklich die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt hat und das durch Allah genehmigt wurde. Allah hat sein Herz für diese Frau ausflippen lassen und war der Grund, warum Mohammed diese Frau gefördert hat. Wahnsinn, ne? Also es gibt, da hast du auf jeden Fall recht, da hast du auf jeden Fall recht, aber im Großen und Ganzen, also guck mal, wenn ich dir sage, dass ich dir zustimme, weil ich ja Schiit bin und ich natürlich auch die Exegesen und die Hadithe der Sunniten verneine und nicht akzeptiere, okay, gehe ich mit dir. Aber spätestens dann, wenn es um die Exegesen der Schia gilt, okay, hätte ich bezüglich ein paar Fragen an dich. Aber du sagst ja, du bist ja nicht so vertraut mit den ganzen Sachen. Nee, nicht so vertraut, weil ich mich mit der sunnitischen Richtung total befasst habe. Ja, ja, genau. Okay, okay. Du hast ja in der Vergangenheit auch natürlich oft mit Schiiten geredet. Ist ja nicht so, dass du mit ihnen noch nie geredet hast, richtig? Ja, ja, ich rede ja auch mit Schiiten. Ist kein Problem. Anhand des Korans kannst du ja schon Argumente nach vorne machen. Jetzt habe ich, Amir, weißt du, was mir oft du vielleicht kannst mir helfen? Die Christen, sind die Christen, die, sind die Christen nicht teilweise auch gezwungen, indirekt gezwungen, an das alte Testament zu halten, obwohl sie es eigentlich nicht möchten, weil ich habe vorhin, ich habe dir vorhin zugehört und du hast, und, Christen reden nie über das alte Testament, weil das alte Testament halt sehr vieles beinhaltet, was sehr viele Christen kränken könnte. Ist das so? Nein, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Gott wir nicht mit dem alten Testament eigentlich zu tun haben, aber wir müssen das alte Testament akzeptieren, weil sich dort sehr viele Verse befinden, auf die der Herr Jesus Christus sich bezieht, um seine Gottheit zu beweisen, dass Gott selber Mensch wurde. Verstehst du? Warum? In 5. Mose 18 steht, in 5. Mose 18 steht, Moses sagt, dass Gott kein Mensch ist, oder was meinst du? Nein, 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 darauf bin ich gar nicht genau. So banale Sachen möchte ich gar nicht. Also, ich meine, banal in dem Sinne, dass es sich für euch so gewohnt ist, dass man das in zwei Sekunden widerlegen kann, ja. Ja, genau, das sind Sachen, die offensichtlich für Christen sind. Ich meine, ich meine, 5. Mose 18 steht drin, nach mir, nach mir wird euch, 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 nach mir wird euch Gott, ein Prophet in euch erwecken und in euren Brüdern auch. Ja, aber da steht auch deinem Volk, aus dem Volk für die Juden. Amil, kann ich meine Frage stellen? Ja, aber das erledigt sich schon, wenn du das nur liest. Ja, okay. Und, und, und Moses sagt hier, also, im 5. Mose 18 steht, dass ein Prophet nach ihm kommen wird. Und es ist ja nichts, also ich will, ich gehe nicht nach, ich gehe nicht davon aus, dass er mit Mohammed gemeint ist, wenn du das denkst. So dumm denke ich ja gar nicht, so banal denke ich ja gar nicht nach. Okay, also ich, ich sage nicht, dass er mit der Prophet gemeint ist. Ich will darauf hinaus, dass er mit Jesus gemeint ist, weil nach Moses kam ja Jesus. Ja, richtig, er ist ja nicht nur ein Prophet, er ist ja König in Ewigkeit, Priester, alles in einem aus der Jesus nicht. Wieso sagt Jesus, wieso sagt Jesus, aber warum, warum erwähnt Moses, dass den, den Titel des Propheten für Jesus? Ja, weil der Herr Jesus Christus ja mehrere Titel hat, er ist ja der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, er zerfrißt in Ewigkeit. Kann ein Gott ein Prophet werden? Nein, ich meine, als der Mensch wurde, hat er sehr viele Titel angenommen. lieber. Der Herr Jesus Christus war doch ihr, Jesus war doch ihr, Jesus war doch ihr, der Herr Jesus Christus ist ja Mensch geworden. Und er hat auch geredet, das hat er, aber ihr seid, irdisch, also auf der Erde, war doch Jesus 100% Gott und 100% Mensch, richtig? Ja, genau. Okay, okay, wenn wir davon ausgehen, dass Moses, dass im 5. Mose 18 damit Jesus gemeint war, okay, und Jesus auf der Erde 100% Mensch war, okay, und du sagst, dass Gott nicht zu einem Prophet werden kann, weil ja die Stufe von einem Prophet unter, unter, unter einem vollkommenen Gott ist, dann kam ja Jesus als Prophet, richtig? Nein, er kam nicht als Prophet, ich hab dir da... Amin, 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 Amin. Hast du eine Konzentration, die du mit mir führst, oder ist das Kamelo-Reed? Guck mal, guck mal, wenn du mit Sunnitischen sagst, ich kann, okay, ich halte ja sowieso nicht an dem Lachen fest. Ja, aber du kannst ja nicht lachen, wenn ich dir versuche, eine Antwort zu geben, was ist das denn? Ja, okay, weil, ja, okay. Du sagst etwas, aber man fängt an zu lachen, und ich kann nicht mal was witzig finden. Okay, aber okay, rede, antworte. Ich hab dir gesagt, der Herr Jesus Christus ist ja Mensch geworden und hat sowohl verschiedene Titel, die er hat. Und das ist einmal Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedex, und dann ist es ein Prophet, weil er auch prophetisch gesprochen hat, zum Beispiel in Matthäus 28, dann ist er auch der Messias, verstehst du, der verheißene Messias, der die Rettung der Menschheit bringt? Du siehst ja, dass der Herr Jesus Christus mehrere Titel hat. Aber wieso wurde hier nicht mehr erwähnt als Prophet? Das verstehe ich jetzt nicht. Der Herr Jesus Christus bekleidet ja auch das Priestertum in Ewigkeit. Also wenn ich als Nicht-Christ du etwas lese, dann gehe ich davon aus, dass hier Jesus mit Prophet gemeint ist und nicht Gott auf einmal. Ja, aber er ist nicht nur ein Prophet, nur wenn er prophetisch spricht, du siehst, dass er das erfüllt hat, was die alten Propheten über ihn gesagt haben, über den Messias. Und eine Sache, sehr gut, dass du das erwähnt hast, aufhör den Amir. Was ist denn die Aufgabe eines Messias? Warum ist der Isa im Koran Messias? Um für die Gerechtigkeit zu sorgen. Aber, Exmus, Amir. Was macht der Messias? Was ist die Doktrin hinter einem Messias? Was steckt hinter dem Messias? Also, Jesus wird kommen, um für die Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, aber was glauben die Juden? Warum warten sie auf ihren Messias? Warum? Ja, Antwort, guck mal, Amir, wenn ich dir dreimal eine Antwort gebe und du nicht mit meiner Antwort klarkommen möchtest, dann ist es eine andere Sache. Ich sage dir, weil wir haben den Messias und ich habe den Messias in meiner Schrift. Jesus Christus, der Messias, ist ja für die Sünden der Menschen gestorben, weil es in Jesaja 53 prophezeit wurde. Du hast mich ja aus meiner Sicht gefragt, dass der Messias die Sünden der Welt auf sich nimmt. Du hast mich aber aus meiner Sicht gefragt, oder nicht? Ja, warum soll denn der Isa aus dem Koran der Messias sein, wenn er nicht die Sünden der Menschen auf sich nimmt? Aber du hast auch aus meiner Sicht gefragt. Ja, was sagt denn der Islam dazu? Ich sage doch, er wird kommen, er wird kommen, um für die Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, Gerechtigkeit, was für eine Gerechtigkeit? Die auf der Welt gerade nicht herrscht. Ist doch eine offensichtliche Sache. Ja, aber warum ist er denn gekommen? Warum ist Jesus Christus von einer Jungfrau geboren und Miss Messias? Warum? Aber Amir, die Sachen, aber Amir, guck mal, weißt du, das muss beantwortet werden, Amir. Amir, 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 Jagdaqa, Jagdaqa, Notfahn, Notfahn Jagdaqa. Amir, Amir, guck mal, Amir, die Sachen, die Jesus drauf hatte, okay, die sind ja nichts Neues, also Salomo konnte doch im Alten Testament, ganz kurz, lass mich doch ausreden. Ich muss kurz tanken. Abib, Ahmad, stell mir gleich für eine Anfrage, ich hole dich gleich wieder hoch. Ich muss kurz tanken. Durst es, Durst es, okay, hat auf. Ich komme sofort wieder, ich muss kurz tanken. So, da bin ich wieder. Ich muss mein Cousin sein. Gott segne dich. Bester Mann, Gott segne dich auch. Ach, was für ihn? Bruder, ich bin aus, als ich reinkomme. Was bist du? Ich bin aus, als ich reinkomme, Bruder, sorry. Okay, Gott segne dich. Aber trotzdem, Bruder, Gott segne dich, alles gut. Danke, tschau. So, Ahmad. Ahmad. Amir, ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, okay, Amir, dass die Sachen, ganz kurz, ich will darauf hinaus, dass die Sachen, die Jesus gesagt, dass die Sachen, die Jesus gemacht hatte, das sind ja nicht, das waren ja, das waren ja keine unbekannten Sachen, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel im Alten Testament, Salomo konnte zum Beispiel auch, Tote zum Leben erwecken. Also die Sachen, die Jesus drauf hatte, parat hatte, okay, die sind ja nicht nur von Jesus, bekannt. Kannst du dir zeigen, wo der Salomo Tote erweckt hat? Wie bitte? Im Alten Testament, im Alten Testament, im Alten Testament. Verzeih mir mal bitte, wenn du redest, rede mit Beweisen, ansonsten schweig. Nochmal? Ich möchte das bitte von dir, deine Aussagen, prüfen wir bitte deine Aussagen, dass Salomo Tote auch erweckt hat. Okay, dann ich müsste, ich müsste dafür ganz kurz suchen, okay, aber ich hole dir das raus, ich habe das, ich habe das wirklich mal gelesen. Und ich rede gerade im Ernsten, ich rede gerade im Ernsten, also, du kannst dich einfach irgendwas sagen, in den Raum werfen, auf einmal redest du einfach weiter, so führt man kein Gespräch. Aber du weißt doch, dass es nicht so ein Gespräch ist. Sag Gott, wenn ich mit Menschen in ein Gespräch trete, dann versuche ich, meinen Standpunkt anhand der Schriften zu prüfen. Ich hole nicht einfach irgendeinen Quatsch aus meinem Mund raus, damit die Leute mich auslachen. Aber das ist doch kein Quatsch. Das ist doch kein Quatsch. Sag Gott, wenn ich also etwas sage, dann prüfe ich meinen Standpunkt. Ich möchte, dass du deinen Standpunkt prüfst, bitte. Okay, aber ich sage doch, okay, mache ich, mache ich gleich, aber ich will dir damit sagen, dass du ganz genau weißt, dass diese Sachen nicht nur von Jesus bekannt sind. Propheten davor, ich weiß, ich weiß, ja, Propheten davor konnten, haben auch ihre Wunder gehabt, die Jesus auch hatte. Okay, okay, habe ich verstanden, aber das, was über den Messias berichtet wurde, dass der Tod auch erweckt, die Blinden sehend gemacht werden, die Lahme gehend gemacht werden. dann war das Wunder von Jesus. Okay, ich verneine das doch nicht, aber ich meine, dann war das Wunder von Jesus. jetzt ist doch eine Aussage, ich kriege das Salomon Tote auf, erweckt, zeig mir das mal bitte. Ich möchte das mal lösen. Okay, ganz kurz, einen Moment, ja. Okay, ich gehe kurz raus, ich schicke dir wieder eine Anfrage, ich muss das kurz suchen, weil ich habe das ewig nicht mehr gelegen, aber ich hole dir das, ich hole dir das gleich rein, okay? Ich warte auf dich, jetzt geht der Google, Onkel Google fragen. Onkel Google, Friede sei mit dir, danke, dass du mir aushilfst aus allen Lagen, oh ja, Friede sei mit dir, Onkel Google. Onkel Google, danke, dass es dich gibt, Onkel Google, du hast mich bekommen und geliebt. Profit Google, Friede sei auf ihn. Mario musste DSDS genau, damit ich sechs Runden zurückgehe, nicht nach vorne, die mich sechs Runden rausschmeißen. Ist das ehrlich, ist das ehrlich, ist das ehrlich. Wie ich mit diesem Riesenwagen parke, wie mit so einem Smart. Dr. Shakey Shake, aber mir oder sie? Ja. Hallo. Hallo, mein lieber Gott. Alles gut? Dich auch, Dankeschön. Ja, man, ich feier dich so, nur mal so. Hallo, hörst du mich? Ja, natürlich, hörst du mich? Ja, ich höre dich, was kann ich für dich tun, mein Bester? Ja, eigentlich nicht so, ich würde nur sagen, dass ich, mach weiter so und ja. Gott segne dich, ich bin wieder Jesus Christus, dich segne ein Bild, noch ein bisschen. Zau, ne? Mach's gut. Bitte noch, wie lacht er am Ende. Guten Abend, Gott ist es, guten Abend. Wenn Jesus ein Gott, dann wird er euch so hart bestrafen, weil ihr euch lustig macht über andere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Anstatt du diesen Text korrigierst und aufhörst, den zu kopieren und immer wieder falsch rein kopierst, das ist doch unglaublich. Lernt doch erstmal, den Text richtig zu schreiben. Mann. Ahmad. Ich muss mich verbessern, das war nicht Samuel, es war Hesekiel, okay? Das war ein Fehler. Okay, aber es war Hesekiel. Okay, also... Stell dir mal vor, stell dir mal vor, Hesekiel war das? Ja. Okay, zeig mir, wo steht das? Hesekiel, welches Kapitel noch? 27, 36. Okay, warte, ich gucke. Hesekiel, 27. Wie, 26? Hallo? Hast du Onkel Google gefragt? Nein, 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 sorry. 37, 26, so. 37, 26? Ja, genau. Ja, okay. Aber du benutzt auch selber Google. Ey, was? Ich habe gerade meine Bibel aufgeschlagen. Ja, Abi. Du benutzt auch, guck mal, du fragst, guck mal, du verlangst... Ich schlag doch meine Bibel auf. Ja, aber du verlangst auch Sachen von Menschen, die du selber nicht zurückgeben kannst. Das geht doch nicht. Ey, ich schlag meine Bibel auf. Wenn du mir ein Vers aus der Bibel gibst, schlag ich meine Bibel aus. Wenn ich dir ein Vers aus dem Koran gebe, dann schlägst du doch deinen Koran auf. Oh, Mann, Abi. Also, du willst mir sagen, Das kann doch nicht wahr sein. Aber warte mal ganz kurz. Wo schaust du gerade nach? In meiner Bibel. Aber wo? Wo? In meiner App. In meiner Bibel-App. Oh, Gott, Abi, du bist so ein... Achso, du willst dich... Du blamierst... Du weißt, dass du dich gerade blamierst, ne? Man lebt nur einmal. Das interessiert mich nicht. Du hast also irgendeinen Schwachsinn gegoogelt, ne? Hä, das hat doch damit nichts zu tun. Boah, reiche jollad begeschäm dich mal jetzt langsam, ehrlich. Ich hab dir gesagt, geh und google und zeig mir, prüf deinen Standpunkt. Guck mal, was du mir jetzt... Guck mal hier, ich lese das. Guck mal hier, ich lese das. Guck mal hier. Ich will auch einen Bund des Friedens mit Ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit Ihnen bestehen. Und ich will Sie sesshaft machen und mehren. Ich will mein Heiligtum auf ewig in Ihrer Mitte stellen. Wow. Und wo steht das jetzt? Ich geh dir wieder rausgoogeln. Nein, nein, aber ich hab was ganz anderes. Amir, warum schmeißt du jeden runter, bei dem du jetzt hier irgendwas gepunktet hast, okay? Und danach lässt du dich gar nicht mehr ausreden. Du hast dich gerade blamiert vor... Das ist mir egal, diese 400 Personen jucken mich doch gar nicht. Du hast doch vorhin selber gesagt... Ja, aber du siehst doch, dass du lügst. Du siehst doch vorhin, du hast doch... Zackkorn, Ahmad, Zackkorn. Du siehst doch, dass du anhand deiner eigenen Kriterien gerade widerlegt wurdest. Guck mal, guck mal, ich... Guck mal, hör mir mal zu, Amir. Du hast doch vorhin selber zu dem Typen gesagt, okay, wenn ich die ganzen Kommentare unten lesen würde, dann würde ich doch wahnsinnig werden. Okay, und genau so wie du vorangehst, gehe ich auch voran. Ist mir auch scheißegal, was da unten steht. Also, willst du das jetzt zugeben, dass du deinen Standpunkt nicht prüfen konntest und dass Jesus Christus doch einzigartig ist? Nein. Also, äh... Ich danke dir für das Gespräch. Nein, danke schön, Didi. Ja, doch mal, warum bist du so kindisch? Siehst du, warum bist du so und sagst, okay, Amir, du hast recht, du hast recht, das, was über den Messias geschrieben steht, hat keiner von ihm zufrieden. Du bist doch Mitte 30. Warum bist du so kindisch? Warum verhältst du dich so? Ach, das ist kindisch? Wolle wieder unten. Raus, raus. Da sagt er zu mir, ich bin kindisch. Unfassbar, Mann, unfassbar. Der sagt zu mir, ich bin kindisch. Ich hab gesagt, wo steht das? Du siehst doch, dass der Messias der einzigartige ist, der die ganzen Sachen erfüllt hat, was die Propheten ihm, äh, über ihn geschrieben haben. Dass er Tote auferweckt, Blinde sehend macht, äh, äh, Aussätzige, ähm, heilt. Ja, und dann erwischt man ihn bei den, beim Lügen und auf einmal kommt so ein Kamelorin raus. Gottes Segen. Hallo, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Ja, dich auch. Alter, was hier schon wieder auf TikTok los ist, das ist ja der Wahnsinn. Ja, nur bei mir gibt's sowas, ey. Ja. Und bei Mensa. Bei Mensa ist auch nur ein schlimmer Zustand. Ich lach mich jedes Mal tot, ey. Einer heftiger wie der andere, ey. Hallo. Ich hab mal, ich hab mal in einem anderen Live, äh, äh, ein Moslem gefragt, wie kann Allah ein, ein, ein Schienbein haben? Keine Antwort. Oh, schöne Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Ja, das ist nicht nur das Schienbein. Zwei rechten Hände kommen ja auch noch dazu. Ja. Ja. Okay, mein lieber Gott, segne dich. Anthony. Gottes Segen. Mach's gut, ciao. Und liebe Muslime, trinken nicht so viel Kamelurin. Dankeschön. Mach's gut, ciao. Der letzte Satz musste noch sein. Am schlafenden Typ. Liebe Muslime, trinken nicht so viel Kamelurin. Komm, Gina möchte jetzt schreien. Beeil dich, komm. Schrei. Wieso schaust du immer so gespannt, wenn ich reinkomme? Ja, mach jetzt eine Show. Komm, beeil dich. Wir haben keine Zeit. Mach eine. Okay. Ah, ich muss mir ein neues Handy holen. Das geht nicht anders. Ja. Ich muss mir ein neues Handy holen. Das werden wir nie vergessen. Wie geht's gut? Handel, Jesus. Wie geht's dir? Ach gut, ich habe eine Frage. Und zwar, ich spiele Fußball und meine Trainer hat gesagt, ich muss meine Schienbeine rasieren. Hat meine Trainer gesagt. Wie mache ich das am besten? Ja, am liebsten würde ich ja Allah fragen, aber der antwortet ja nicht. Aber ich empfehle dir, der Gillette macht sieben. Oder geht auch Kamelurin auf Beine machen und rasieren. Ja, kann auch geil sein. Da musst du halt so einen Klebestreifen drauf tun und mit Kamelurin abziehen. Okay, danke schön. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar, mein Bestes. Wenn du noch eine Dings brauchst, dann sag Bescheid. Okay, danke, danke. Okay, Leo. Gott segne dich. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Siehst du, Beratungsstunde bei Dr. Scheher, aber mir gibt es auch. Hallo? Du musst viele Menschen beraten. Armin Berater für alles, genau. Kommt bei mir, ich berate euch. Meine Beratungsstunde hat auf. Wo drückt der Schuh? Ich bin alles in einem hier. Mami, Papi und hast du nicht gesehen. Psychologe, Seelsorger, Eheproblemlöser. Hallo? Danke. Hallo? Hallo? Ja, Balu. Hi, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Gott sei Dank, dass wir deine Feier sind. Ich wünsche euch auch alle Gottes Segen. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Sprichst du Arabisch? Nein, Persisch. Ah, Persisch, okay. Warum stellen sich die meisten immer so komisch an, diese muslimischen Mitbürger, um den Koran zu übersetzen? Warum haben die immer ein Problem damit? Ja, weil es natürlich für sie schwierig ist und sie sich schämen. Deswegen kommt ihr mit dieser Karte und mit diesem Astenärmel, was problematisch ist, dann sagen sie einfach, kann man nicht übersetzen, falsch übersetzt, dann hast du nicht gesehen. Genau, ich habe den Koran gelesen. Ich lese immer noch die Bibel, immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil die Bibel sollte man ja öfters lesen, damit man sie auch versteht. Den Koran habe ich gelesen, auf Deutsch natürlich, auf Italienisch und es haben arabische Leute übersetzt. Aber wenn ich dann mit irgendwelchen Kollegen darüber spreche, dann heißt es immer, man kann nicht alles übersetzen. Warum? Warum? Das ist dann nur deswegen, weil die meisten sich halt schämen. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich wünsche dir trotzdem Gottes Segen. Mach weiter so. Du bist doch. Mach's gut. Ich war sehr. Bleib gesund, mein... Oh, Entschuldigung, ich habe dich zu schnell rausgeteilt. Ja, moin oder so, Pipapo oder wat oder so, ne moin. Aus welchen tiefsten Osten kommst du denn? Ich komme aus Leipzig, und du? Aus Leipzig, ja, ich auch. Und du? Nee, du kommst nicht aus Leipzig. Nein, du kommst nicht aus Leipzig. Ich bin auch gleich da, du. Ja, nee oder wie oder wat oder so, du kommst nicht aus Leipzig, Pipapo. Nee, du kommst nicht aus Leipzig. Ich komme aus Leipzig. Ja, wir beide, du kommst aus Leipzig. Ja, oder wie oder wat oder so. Ja, oder wie oder wat oder wie, oder wat, hier. Ja, ich bin nicht hier bei der Beratungsstelle oder so, Pipapo. Ja, du bist bei der Beratungsstelle, ja, bist du gut angekommen, ne? Ja, man drückt aber der Schuh, ich habe ein Problem oder so. Ja, die Schuh drückt der, ne? Ja, meine Frau, mein Ex-Frau, die hat mich betrugen mit meinem Schwager oder so, hier, Pipapo, mit meinem Schwager. Ja, der hat den gemacht, der hat, äh, selber wie den Propheten Mohammed, oder was? Ja, aber, aber die war eigentlich schon alt genug, ne? Ja, die waren so, Pipapo, ne? Aber das Problem ist einfach, jetzt bin ich hier alleine, ne, jetzt bin ich hier alleine. Ja, wo sind der Sachsenbaule? Nein, das geht nicht, die laufen hier schon rum mit der Hose offen, ne, oder so, ne, Pipapo. Aber ich will eine anständige, ich will mal eine richtige Frau haben an meiner Seite oder so, ne? Ja, okay, reicht jetzt mal, Pipapo. Ja, was soll ich denn sagen? Mensch, so rede ich denn, ich will auch abgewöhnen hier oder so, ne, mit dieser Pipapo, aber ich rede nicht mehr so oder so, ne? Ja, warte, ich helfe dir dabei, warte, ganz kurz, guck mal einmal, Pipapo. Nein, bitte nicht, nein. Ich helfe dir dabei, damit du nicht... Okay, jetzt reicht, wir müssen einen Fonds für den Ex-Muslim einrichten, für ein neues Handy. Wir müssen einen Fonds einrichten, damit er sich ein schönes neues Handy holt. Für Dr. Sherabuamir, damit er seine Hetzologie weiter betreiben kann. Wer ist dabei, wer will noch nicht, wer hat noch? Eine gute, gute Verbindung mit Kamelurin. Ja, wir müssen mal echt, müssen wir mal so ein Ding starten, endlich. Ja, so ein bisschen zusammenschmeißen, so wäre das doch richtig, nicht wie Anas. Wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand zum Beispiel nach vorne marschiert und das Ganze da macht, dann kann die ganzen Geschwister da ein bisschen mithelfen, dann hat man das doch. Anstatt für eine Frage vier Euro zu nehmen. Mach wie Anas, nimm vier Euro. Glaub mir, die würden mich als größten Betrüger abstimmen, aber bei Anas ist er natürlich der edelste Mann. Anas ist der edelste von allen, aber wenn Sheikh Abu Amir das machen würde, wäre er natürlich der größte Betrüger aller Zeiten. So sagen die, guckt ihr, Christen, seht ihr das, was der Amir macht? Aber wenn Anas das macht, ist er der Beste der Besten. Ja, super. Boah, tolle Logik. Hallo Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich schon deine Familie. Wie geht's dir, deine Familie auch? Ja, hamdül Jesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Es freut mich, solche Leute wie du hochkommen mit ihren Gesichtern und die Wahrheit zu sagen. Ja, weil die Liebe fürchtet sich nicht, ne? Aber was mich wundert, die Islam sind wie, wie soll ich sagen, wie Monster. Hast du keine Angst vor denen? Ne, warum soll ich denn Angst haben? Warum soll ich denn vor Menschen Angst haben? Aber man sollte vorsichtig sein. Wir sind die richtige Gefahr. Richtige Gefahr. Ja, das ist die eine Sache. Es ist klar, dass es natürlich gefährlich ist, aber man sollte keine Angst haben. Wenn wir alle Angst haben, dann wo gehen wir denn da hin? Ja, ja. Und deswegen, ich sage zu jedem Aramäer, jedem Christ aus Arabien und jedem, der den Islam kennt, sollen die wie Amir richtige Männer werden und so Gesichter zeigen und zeigen, was der Islam ist. Ja, musst du für sie beten. Das ist keine einfache Aufgabe, ne? Natürlich, du kannst für Menschen beten, aber... Sehr anstrengend auch, ne? Ja. Du kannst für Menschen beten, aber ein Moslem, sobald die Kuram fährt und Surah in ihrem Kopf, die werden zu Zombies, zu Monstern, zu Dämonen. Ja. Wenn ein Löwe bei dir ist, kannst du für Löwe beten, dass nichts auf dich kommt. Du musst eine starke Glaube haben, dass die Löwe gestoppt werden. Und das ist die größte Gefahr, was in Europa wird. Und mit diesem Kalifat, Deutschland muss handeln. Ja. Und ich habe eine Lösung und diese ist die einzige Lösung, diese Monster aus den Wurzeln rauszuholen. Monster aus den Wurzeln rauszuholen. Ja. Erste Sache. Alle Demo machen. Das ist die erste Sache. Zweite Sache. Die Surah von dem Koran, 206 Tötungsbefehle. Muss verklagt werden, den Koran. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache. Die ganze Moschee zu. Weil der Islam ist keine Religion, sondern eine terroristische Organisation. Und mit diesen drei Sachen muss man anfangen. Okay. Es wird ein bisschen Regen kommen, ein bisschen Gewitter geben und ein bisschen Schnee geben. Aber nachdem alles wird die Sonne scheinen. Ja. Aber du weißt ja, wir sind nicht so. Wir müssen ja für unsere Feinde beten und sie zum Herrn führen. Guck mal. Für unsere Feinde beten, aber vorsichtig sein. Und wer als Christen, der muss nicht mit einer Löwe mit Schwamm gehen und zu schützen. Nein. Ein Christ muss nicht ein Schwamm sein, sondern so wie man sagt, wie Metall. Damit die auf Gesetz bleiben. Das heißt, wenn der Islam bleibt und der Koran bleibt, der frisst die Menschen langsam. Nach 20 Jahren. Was kann passieren, wenn der Islam bleibt und der Koran bleibt? Was werden unsere Kinder, wenn die Islam wie in Arabien, wie die Syrien geklaut haben, wie die Ägypten geklaut haben, wie die Irak geklaut haben, das war alles christliche Land. Die haben so eine Mulleimer gemacht. Was werden die unsere Kinder später an uns denken? Warum habt ihr uns nicht geschützt und ihr habt gewusst, was der Islam ist? Ja, ein sehr, sehr schönes Vermächtnis hinterlassen, ja. Wir müssen handeln, Amir. Handeln. Jeder muss handeln. Die Politiker müssen handeln. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und nicht hier auf Erden. Eine Frage, Amir. Wenn einer geht mit Pistole und schießt eine andere. Was wird dieses Gesetz mit diesem Mann machen? Lebenslang Gefängnis. Lebenslang Gefängnis. Und der Islam muss lebenslang Gefängnis und verbotene Buch wie Hitlerbuch werden. Das ist die einzige Chance. Weil der Islam ist wie jeder Moslem, wie zu einer Atombombe. Ich weiß, dass du da recht hast in sehr vielen Hinsichten. Aber wir als Christen sind natürlich raus aus dieser Welt. Und wir haben den Auftrag natürlich, Menschen zu Jüngern zu machen. Aber ich weiß, dass es recht aus einer weltlichen Perspektive, was natürlich absolut recht wird, dass der Islam eine absolut gefährliche Ideologie ist. Und danach strebt die gesamte Menschheit dem Islam unterzujochen. Unter den Gesetzen Allahs. Ja, was hat Allah in Arabien gemacht? Ägypten hat den Pharaonen gehört. Das gehört dem Islam. Was jetzige Kopfen, das sind selber die Pharaonen, die haben nicht mal eigene Rechte. Die haben vor einer Woche das ganze Dorf in Ägypten verbrannt. Hat jemand damit gehört? Nein. Und die Regierung unterstützt die Leute. In Syrien. In Syrien hat die Aramäer gehört. Wo ist dieses Land? Gehört die Islam. Wo sind die Aramäer? Die haben Hälfte geschlachtet und die Hälfte nach Europa gekommen. Irak gehört der Assyrer. Das ist auch klar so passiert. Armenien, die haben eineinhalb Millionen Armenien umgebracht im Namen Islam. Adatürk. Was werden wir machen, wenn Europa so passiert? Wo sollen wir gehen? Sollen wir Taxi nehmen und auf den Mond gehen? Nein, aber der Jesus Christus sagt das schon. Alles prophezeit. Dies muss geschehen. Das ist der große Abfall. Und er wird dann auch bestraft vom Herrn Jesus Christus. Guck, guck, Amir. Was passiert ist in Deutschland mit diesem Kalifat. Das ist eine Warnung. Eine Warnung von Jesus Christus. Das sagt, wir müssen aufstehen. Wir müssen nicht mehr feindlich bleiben. Wir müssen das Recht. Jesus Christus sagt mehrere Mal. Wer Angst hat, hat mich nichts verdient. Angst von Wahrheit zu erzählen, der hat mich nichts verdient. Das heißt, man muss überall die Wahrheit sagen. Man muss den anderen schützen. Wenn du siehst, ein Kind, eine Löwe geht auf ihn. Du willst dieses Kind mit deiner ganzen Kraft schützen. Und diese Menschen, diese Menschen, die sind wie Kinder. Wenn ein Soldat umkommt, dann muss das geschützt werden. Die Muslimen, die kommen ins Stream, die versuchen, die Islam so schön zu machen. Die kommen mit Kreuzrittern, was sie gemacht haben. Aber man muss erst mal die Geschichte erkennen über Kreuzrittern, was sie gemacht haben. Aber Kreuzrittern waren wie die Engel damals in dieser Zeit. Die Islam haben die Leute geschlachtet. Die Kreuzritter sind gekommen, die haben diese Leute verteidigt. Die haben die München geschlachtet in dieser Zeit. Und als Kreuzritter gekommen sind, die haben diese Leute geschützt. Diese Leute geschützt. Und jetzt kommt ein Moslem, der versteht seine Haare von seinem Kopf und seine Füße, wie lang er ist. Und sagt, Kreuzritter, wir versuchen die Geschichte immer so umdrehen. Und auf diese Häuscherei, wir müssen nicht mehr still bleiben. Warte mal, ich muss mal kurz... Einer schreibt von mir, ich soll Deutsch lernen. Nein, 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 ich lerne, wie ich die Islam vernichte. Jack, 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 Beruhigung. Sonst wird Stream gesperrt. Alles gut, alles gut. Bist du fertig mit Telefonieren? Ich bin fertig mit Telefonieren. Also, ich rede von Faxen. Ich rede von Wurzeln, wie kann man das lösen. Ich sage nochmal. Und jeder bleibt in seinen Ohren. Erste Sache. Den Koran, den Surah anklagen. Den Koran muss verbirten ein Buch werden. Automatisch werden die ganze Moschee geschlossen. Die ganze Moslem, ich sage ehrlich, für AfD, für ganze Politiker, alle Atheisten, alle, die nicht Moslem sind, alle Christen, alle Budden, alle, die kommen nach Europa als Asyl, die haben Asyl verdient. Aber nur die Islam, die haben kein Asyl verdient, weil wir sind von denen abgehauen. Die Islam sind hier gekommen, um Islam zu erobern und eure Geld zu klauen. Und wegen Geld gekommen, wegen Money Money. Aufwachen, alle Islam, wenn einer sagt, Mohammed, direkt ins Flugzeug zu Sahara schicken. Das ist die einzige Lösung. Reicht nur einmal den Namen zu sagen, sofort in Sahara rein damit, ne? Ja, die Araber kommen von Sahara. Araber haben kein Land. Die haben echt kein Land. Die haben nur das mit Arabien, sonst nicht. Ja, aber sehr viele Leute, die sich radikalisiert haben, sind hier geboren. Was sollen wir mit denen machen? Die sind hier geboren. Dann muss man, wie einer, der psychisch krank ist, zu Psychologen gehen, dass er gesund wird. Das Buch, wenn Koran verboten wird, der kann nicht mehr Koran erlassen, dann wird er ein normaler Mensch mitreißen. Na gut, wir können ihn nicht abstimmen, dann müssen wir ihn in Psychiatrie reintun. Wir müssen Betontabletten geben, damit er wegkommt von Islam. Okay, 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 aber du hast recht, du hast recht. Du hast eine Schlange, eine kleine Schlange bei dir nach Hause gebracht. Du hast Essen, Essen, Essen gegeben, die ist groß geworden. Ich weiß, was du meinst. Der Islam ist zu betrachten, wie ein Babykrokodil. Und dann sie will dich fressen, was willst du machen? Was willst du machen? Jack, Jack, der Islam ist zu betrachten, wie ein Babykrokodil, sinnbildlich. Und am Anfang fütterst du dieses Babykrokodil, das kann dir nichts anhaben. Aber sobald es dick und groß wird, siehst du, wie dieses Krokodil dich auf einmal auffrisst. Ja, und das ist der Islam, wenn die sich vermehren und Macht haben, gnadenlos. Die werden nicht, wie du, ins Stream kommen und sagen, Islam ist schön, bitte komm zu Islam. Nein, der nimmt es schwer. Entweder zu Islam oder Jizia. Oder wirst du getötet. Eins von drei. Das ist das. Und die erwarten das. Und guck mal, gibt es im Koran ein Vers, ein Hadith, der sagt, wenn du Ungläubige triffst, es gibt eine Sura, wenn du einen Ungläubigen triffst, musst du auf die Nacken schlagen. Und gibt es im Hadith und andere Sura, der sagt, wenn du Ungläubige triffst und hast du nichts getötet, dann hast du größte Sünde bei Gott gemacht. Und wenn du nicht töten kannst, dann musst du denjenigen so viel schaden, wie du kannst. Ich erkläre dir das. So viel Schaden, wie du kannst, das heißt, in Europa kann er nichts töten. Immer noch nicht. Aber in Arabien, wie viele Christen werden die umgebracht von Regierung, wer dieser Moslem nicht verhaftet. Und die sagen, der ist psychokrank, die lassen ihn frei. Wie lange soll die Sache weitergehen? Wie lange sollen wir still bleiben? Wie lange als Christen wir handeln mit Liebe, Liebe und als Schwarm zu Moslem sein? Nein. Nein. Wir müssen richtiger Soldat von Gott sein. Wir machen das für unsere Kinder, für die Menschlichkeit. Mit Liebe kannst du mit einem normalen Menschen mit Liebe handeln. Wer wird verstehen. Aber mit einem Monster, mit einem Zombie geht nicht. Mit einem Zombie? Kennst du diesen Film Zombie, wenn die laufen wollen und Menschen fressen? Ja, Zombie. Ja. Zombie-Apokalypse. Ja. Das ist die einzige Lösung. Vielleicht hört man, dass es lächerlich ist. Man lacht. Aber das ist die Wahrheit, Amir. Ich weiß doch. Der Islam ist im Kern natürlich sehr, sehr gefährlich. Das wissen wir alle. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Ich bin sowieso Christ geworden. Ich habe nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Verstehst du, was ich meine? Diese Welt ist sowieso. Willst du die Apokalypse aufhalten oder was? Das geht doch gar nicht. Der Herr hat das so bestimmt und der Herr wird uns zurecht rücken, wenn wir nur versuchen, irgendwas dagegen zu machen. Nein, nein. Ich habe voll Respekt vor deinem Glaube. Aber die christliche Glaube, man sollte richtig verstehen. Ein Christ zu sein, der sagt Jesus Christus, Glaube. Aber ich will, du sollst glauben, wenn du glaubst, aber ich will deine, wie sagt man, deine tun. Du sollst auch was tun, du sollst auch was tun, was tun für diese Glaube. Wenn du siehst, einer leidet und hilfst du nicht, was hast du getan? Hast du gar nichts getan? Deine Glaube kannst du, du gibst dir nur die Freude, du glaubst, aber du hast nichts getan. Dann deine Glaube ist, ich meine, nicht stichiert. Das ist ein Beispiel. Dann ist diese Glaube für diese Menschen falsch. Jack, du weißt, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollen und dass wir nicht mehr aus dieser Welt sind. Wir sind Himmelsbürger. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Nicht mehr hier auf Erden. Okay, dann gehen wir alle islamischen Länder. Wer sagt, er konnte uns schlachten, wir wollen zu Jesus gehen. Ist das richtig? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber die Obrigkeit wird sich schon darum kümmern. Du sollst nicht zur Obrigkeit werden. Du bist hier, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen und sein Evangelium zu verkündigen. Guck mal, die christliche Glaube, du musst das alte Testament mit das neue Testament zusammen verbinden. Dann hast du genau Antworten, wie man sollte auch leben. Ja, aber du weißt doch, dass die Apostel und die Jünger nie mit Gewalt reagiert haben. Der erste Märtyrer im Christentum war ja der Stephanus. Stephanus hat sich ja steinigen lassen von den Menschen. Ja, stimmt. Aber Paulus, wo der Schauel war, wo der Schauel war, wo der Saulus war. Als er dann Saulus wurde, hat er dann Gewalt angewendet? Nein. Ja, aber warte, warte. Wo er an Jesus Christus später geglaubt hat, was hat er gesagt? Ich werde meine Anklage zum Kaiser geben. Das heißt, wir müssen was machen. Und dieser Kaiser meinte die Politik. Die Politiker müssen was machen. Und Politiker, wenn die Volk alle einigen, die Politiker machen, wenn wir alle einigen, den Koran muss verklagt werden und verurteilt werden, dann wird das auch passieren. Ja, ich habe das sehr oft gesagt. Wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir ja quasi wirklich den Koran auf den Index schicken, weil dieses Buch natürlich sehr gefährlich ist, sowohl für die Muslime als auch für die Nicht-Muslime. Da muss jemand, der sich auskennt mit Menschenrecht und alles Mögliche, da muss sich nochmal hinsetzen, ein Menschenrechtler und dann muss man das Ganze Stück für Stück demontieren und zur Anklage bringen. Da muss der Islam, beziehungsweise der Islam muss verboten werden. Und der Koran muss auf den Index landen, genau wie die ganzen anderen islamischen Schriften. Und wer es wagt, hier in Europa Werbung für den Islam zu machen, der muss unter Strafe gestellt werden, weil der Islam eine gefährliche Ideologie ist. Ganz genau wie die NS-Leute, verstehst du? Keiner würde jetzt hingehen und die einfach machen lassen, sondern sie werden beobachtet und das ist illegal, was sie da tun. Verstehst du? Natürlich. Und die Realität beweist, was der Koran gemacht hat mit diesen Ländern. Der hat eineinhalb Millionen Armenien umgebracht, über eine Million Aramäern umgebracht. Das ist so viel Fakten da. Hallo. Hallo. Amir, ich habe meine Frage. Ja. Wenn wir Muslimen zum Beispiel sagen, Gott kann doch kein Mensch werden, dann sagt er zu uns, er dürfte Gott nicht begrenzen, er kann machen alles, was er will. Stimmt? Ja. Jetzt nochmal ein Beispiel. Du kannst zum Beispiel jetzt einen Löffel nehmen, nur ein Beispiel. Und Scheiße essen. Nur weil du kannst, musst du es machen? Raus hier. Geisteskrankheit. Das ist der Islam. Das ist der Islam. Die kommen, die reden nicht über Religion, die springen auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, wie viel Dreck der in seinem Gehirn hat? Was für ein Vergleich? Guckt mal bitte an. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und du überlegst dir, solche Leute, die sollen Europa reagieren. Was machen die Leute? Die fressen. Da siehst du, da spreche ich jetzt mit Jack und dann kommt so einer rein und der auf einmal so einen vergleicht sich. Dann sagt der Jack, ja du siehst doch, mit diesen Leuten kann man nicht anders so umgehen. Dein Gott im Koran ist ein Baum geworden. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Du kennst diese Geschichte mit Baum, Amir. Ja, in Suche 27, Vers 7. Der spricht aus einem Baum. Ja, er spricht aus dem Baum. Ja. Wenn er über Jesus redet, wenn diese Glaube ist falsch, ich werde vor Knie gehen von dieser Glaube. Wenn er sagt zu mir, liebe deine Feinde, bete für diejenigen, die für dich schlecht tun. Wer dir, da braucht man, ich möchte gerne nur über Islam reden. Bibel, das ist der wahre Gott an alle. Der einzige wahre Gott. Und 473 Leute hören uns. Ich war ein Mensch Atheist. Atheist. Weißt du, was Atheist ist? Ich war Atheist. Ich bin Christ geworden, aber ich war Atheist. Eines Tages, ich bin auf Knie gegangen. Ich habe gesagt, wenn Gott dich gibt und du hast gesagt, wenn du was mich fragst, ich werde dir antworten. Ich habe gesagt, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Bist du von Islam? Ich werde Moslem werden. Damals, ich kannte den Islam noch nicht. Bist du von Buddha? Ich werde Buddha werden. Bist du von Christen? Ich werde Christ werden, aber du hast gesagt, egal was er sagt oder was betet, er wird Antwort kriegen. Glaub mir, Amir. Ich habe gebetet von ganzem Herz. Einen Monat lang, einen Monat lang, wie Offenbarung mit Jesus. Mit Jesus. Ich fliege in den Himmel mit Jesus. So wie Offenbarung. Wie du auf der Schaukel bist. Schaukel, du hast diese schöne Gefühle. Da habe ich das gehabt. Und ich habe viele Wunder erlebt. Viele Wunder. Und ich bin stolz, Christ zu sein. Stolz, Christ zu sein. Ja. Also, Amir, ich habe eine wichtige Sache gesagt. Wer hört, müssen wir Soldaten von Gott sein für Gerechtigkeit. Keine Tötung mehr. Frieden auf der Erde. Aber wir müssen was tun. Was tun. Okay, danke dir, Jack. Ja, Gott segne dich einfach. Gerne, Amir. Und Gott segne dich und schütze dich. Und wir hoffen, dass mehr Soldaten kommen. Amen. Okay, mach's gut, mein Bester. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Habibi. Der hat sich angehört wie ein Armenier oder ein Arameer. Der ist entweder Armenier oder Arameer. Eins von beiden. Entweder Armenier oder Arameer. Hallo. Hallo. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Oder Arameer, ne? Ich wollte dir sagen, deine Videos auf YouTube sind so gut, ne? Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, mein Bester. Ja, und zwar habe ich eine Frage. Und zwar habe ich mich mit einem Kollegen über Religion geschritten. Und er sagt jetzt halt so Leuten, die ich kenne, dass ich denen irgendwie keine Hand mehr geben soll. Also, dass die mir keine Hand mehr geben sollen. Er sagt mir nicht mehr, hallo, er redet nicht mehr mit mir und das war so mäßig mein bester Freund. Ist er Moslem? Ja, ja, er ist Ahmadiyya. Und er darf dir keine Hand geben? Nein, also, sonst hat er mir eine Hand geben, wir haben uns richtig gut verstanden und sowas. Aber dann wollte ich ihn halt, weil er mein bester Freund war, aufs Liebe konvertieren, verstehst du? Ja. Und jetzt gibt er mir keine Hand. Er sagt allen anderen aus der Schule, die sollen mir keine Hand mehr geben. Sowas halt schickst du? Ja, ja, klar. Aber der ist ein richtiger Moslem dann, ne? Ja, also, ich habe mir dann auch deine Videos angeguckt. Die dürfen uns irgendwie nicht anlächeln. Erst müssen wir die zuerst anlächeln. Nein, du musst dir nicht anlächeln. Nicht anlächeln. Da verwechselst du was. Er darf dich nicht grüßen. Erst wenn du ihn grüßt, dann darf er nur sagen, wassalam. Also nur so, ja, dir auch mäßig, ne? Das heißt, du kompratierst zum Islam, ne? Ja, aber ich verstehe nicht. Warum sind die so? Guck mal, verstehen die die Liebe dahinter nicht hinter dieser Aktion oder denken, die ich will Fitner machen oder was ist los? Nein, du bist in ihren Augen ein Ungläubiger und mit Ungläubigen dürfen sie nicht verkehren. Also, wenn der Ahnung hat von seiner Religion, dann ist das so. Ja, guck mal, wir sind vier in der Gruppe. Zwei Christen, also ich und noch ein Kollege. Und zwei Muslime. Der eine Sunni, der andere Ahmadiyya. Und dieser eine Christ, er ist seit so vier, fünf Monaten so richtig gläubig geworden. Und er chillt jetzt noch mit denen, so weißt du. Und die geben ihm Hand. Hast du mein Video gesehen bei gegen Schef Ibrahim, als ich gezeigt habe, dass die Ahmadiyya per se schon ökophal sind, ne? Ja, ich glaube, mal sehen, überall, wo man sich, sie dürfen noch nicht mal nach Mekka reißen. Wenn man sie erwischt, sind sie dran. Ja, ja, aber ich check nicht. Wenn der andere Christ, der muss ja genauso denken wie ich, weißt du? Weil von wem soll der Islam denn sonst sein, wenn der Christus nicht als Gott darstellt? So, und die geben ihm immer noch Hand. Die reden mit ihm und sowas, das verstehe ich halt nicht. Okay. Euchelei, ne? Ja, ich verstehe das nicht, Kollege. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dich auch, drei, hau rein. Okay, ciao, ciao. Hallo? Amir? Ja, ich kann dich hören, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine ganze Familie, du bist echt der Beste, muss ich dir ehrlich mal sagen. Der Esel ist der Beste. Ja, natürlich, er ist der Herr. Ich war bei Pavlos Extreme, ich war ja früher Katholik. Oh, warte mal, scheiße, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Aber ich bin gerade Kopf voraus. Ich war früher Katholik gewesen, dann habe ich deinen Stream geguckt, den von Pavlos und von Urban II. und so weiter und so fort. Und dann bin ich auch ein wiedergeborener Christ geworden. Aber ich muss natürlich noch die Taufe machen. Das ist aber für mich ein bisschen schwierig, weil ich nach Düsseldorf muss, wo ich in Belgien. Mmh, das kennst du, okay, Belgien kennst du aber, oder? Natürlich. Aber ich wohne nicht weit von, also direkt hinter der Grenze. Wir sind da damals hingezogen, weil die Mieten so billig waren. Aber das hat mir eine richtige Kraft gegeben, muss ich sagen. Und ich finde, dass wir Christen auch das Abendland auf einer gewissen Art und Weise verteidigen müssen, damit das nicht übernommen wird. Ja, aber du weißt, dass das alles nicht geschehen wird, weil der Herr selbst weit zurückkommen wird. Und das war es dann. Die Muslime werden dann in die neue Welt auch noch schüttern, samt der abgefallenen Christenheit und diejenigen, die keine Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Ja? Ja. Meinst du, die werden untergehen? Ja, natürlich, die werden in die neue Welt auch noch kommen. Hast du denn, hast du das gesehen in England, in einer Stadt, Bradford, glaube ich, heißt die Stadt? Habe ich auf TikTok gesehen, aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Fake oder so, ne? Dass die Islamisten da eine Wahl gewonnen haben. Was haben die gemacht? Ja, die Islamisten haben da anscheinend irgendeine, in Bradford, eine Wahl, also so eine lokale Wahl, wollen wir, ne? Ach so, ja, habe ich auch gesehen auf TikTok. Hast du das gesehen? Das ist Fake, ich weiß nicht, ja. Ja, meinst du, das stimmt, oder wie? Die Engländer lassen sich doch nicht ihr Land wegnehmen. Ja, wenn du da mal rüber guckst, wie das da aussieht, dann denkst du, ganz Indien und Pakistan ist drüben. Ich habe das gesehen, das ist echt schwierig. Allerdings, dass es in Birmingham aussieht, in London und die Großstadt in England, ist verloren. Verloren. Verloren, ja. Ja. Um Gottes Willen, das wird aber heftig, wenn das so passiert. Ja, der ein Pakistaner ist doch Bürgermeister, halt. Ja, 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 ich glaube in London ist auch ein Mosklin dran, oder? Ja, genau, der Mosklin. Unglaublich, unglaublich. Ja, da müssen wir aber aufstehen und das irgendwie ändern, ne? Du kannst da nichts dran ändern. Der Herr Jesus Christus setzt die Uhr für Sprecher. Römer 13. Egal, was du begegntest. Wir müssen an den Glauben und hoffen, oder? Genau, die nächste große Aktion wird ja die Entwicklung sein. Wenn du nicht dabei bist, dann war es das für dich. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich. Bist du auch ein wiedergeborener Christ? Ja, natürlich. Aha. Und wie kann ich mich denn taufen lassen? Weil in Belgien gibt es das gar nicht. Oder such dir einfach eine Gemeinde. Oder von einem Bruder, den du zertraust. Kannst du dich schaukeln lassen. Der Pavlos meinte, in Düsseldorf könnte ich das machen. Das ist nicht so weit von mir. Ich kann es auch von dir in der Nähe machen. Es ist egal, spielt keine Rolle. Du brauchst nur einen Bruder oder eine Gemeinde, die du prüfst, die an das glauben, an was du glaubst. An den dreieinigen Gott, dass die Christen an die Trinität und an Jesus und die Bibel. Das war es auch. Ja, das ist das Gleiche, was ich auch glaube. Ja. Okay, meinst du? Okay, danke, wa? Gott segne dich und deine Familie. Mögest du ein gutes Leben verbrechen. Möge der Gott uns Kraft geben. Amen. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, Alice Weidel verhindert muslimische Bürgermeister in Deutschland. Fürchte dich nicht, genau. Fürchte dich nicht. So, Mr. Sachsen-Paulus wieder da. Paulus oder wie oder so, ne? Möin oder was oder so. Pipapo, ne? Ja, pipapo, ne? Ja, sicher. Möge Gott dich segnen und so, habe ich gehört, ne? Ja, habe ich auch gehört. Möge Gott dich auch segnen, ne? Na sicher, danke dir und so, ne? Aber was denn, man sieht dich ja gar nicht mehr oder so, hier, ne? Pipapo, bist du ja auf an der Kamera jetzt hier so, ne? Ja. Oder wie oder was, ne? Ja, oder wie oder was, ne? Naja, sicher, ne? Aber... Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, ne? Ach, Mensch, lass mich doch mal hier öben oder so, Mensch. Hier, Pipapo. Das darfst du hier sein. Öben hebst du nicht. Öben, öben. Was ist öben? Was muss denn da? Kann ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Aber du hast keine genügend Follower. Und außerdem kostet das vier Euro. Ich brauche ein neues Handy. Ich muss jetzt vier Euro pro Frage nehmen. Mein Handy ist platt. Ich brauche ein neues Handy. Ich muss vier Euro nehmen, Leute. Tut mir leid. Ich muss jetzt den Arnav-Style machen. Ich muss schnell zu einem neuen Handy kommen. So geht das nicht weiter. Und dann muss ich schnell ein Handy holen. Ja, genau. Daher vier Euro hab ich jetzt pro Frage. Wer hat eine Frage? Komm, vier Euro reinschmeißen. Jeder vier Euro, dann hab ich das schon zusammen. Da kriegen wir ja wohl hin. Jeder vier Euro, dann haben wir die Sache, ey. Ja, gibt Paypal, genau. Paypal ist immer angepinnt unter den YouTube-Kommentaren. Da könnt ihr das machen. Wer dem Dr. Scherer, woher mir helfen will, der kann das machen. Immer unter den Kommentaren bei YouTube. Ich habe nur drei Euro, ja. Ich habe gar keine Autor. Der Dr. Scherer, aber mir muss jetzt weiterkommen. So geht das nicht weiter. Ich wollte, hi, grüß dich. Hi, grüß dich Gott segne dich und deine Familie. Danke, ich wollte eigentlich nur kurz die Möglichkeit und greifen. Warum hättest du so viele, ja? Ohne Scheiße, ich mach nicht. Warum hättest du immer so krass gegen den Islam? Ja, wo redet sich denn gegen den Islam? Das interessiert mich extrem. Also du redest immer extrem schlecht. Du hättest ab, nochmal gegen den Islam. Und ich würde mich mal echt gerne interessieren, wieso. Ja, meinst du nicht, dass wenn eine Schrift aufruft, dich, mich und die gesamte Menschheit zu unterdrücken, dass wir irgendwas sagen sollten? Ach, nee, also umbringen tue ich dich nicht, Alter. So jetzt, als würde jeden Tag in Osläm zu der nicht umbringen wollen, Alter. Ich werde schon zweimal fast mein Leben verloren. Wusstest du das? Ja, weil du so bist, wie so bist du nicht, weil du Christ bist. Also, es läuft nicht wahrlos. Also, weil ich das erwähne, weil ich das erwähne, was sich im Islam befindet, deswegen... Nee, 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 du erwähnst das auf eine ekelhafte Art und Weise. Schau mal, ich zeig dir mal was. Es laufen doch nicht hier. Also, dass Allah aber uns beleidigt, dass es hier, dass es nicht stimmt, ne? Darf ich ganz kurz, bitte? Ja, aber was ist das für eine Doppelmoral? Es läuft doch kein Mensch durch die Straße und sagt, hey, wir müssen euch jetzt alle töten. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Die haben noch nicht die Möglichkeit. Doch, klar, klar. Möglichkeit heißt immer. Was? Doch, wie bitte? Kommt ganz kurz schon. Oh, sorry. Ich wurde kurz gehindert. Ich muss vier Euro pro Frage nehmen. Wo ist deine vier Euro? Du hast Fragen gesteckt. Ich wurde kurz gehindert. Du schuldest mich vier Euro. Kein Problem. Die gebe ich dir. Sehr gerne. Ja, wann? Wo? Jeder kann sagen, gebe ich dir. Wo ist die vier Euro? Okay, auf jeden Fall. Doch, der Chef braucht ein neues Handy, damit der bessere Hessologik hat. Also, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Also, es ist nicht schwer, draußen auf die Straße zu gehen und irgendjemanden niederzumetzeln, wenn man möchte. Weißt du? Aber es macht doch niemand. Ach, du siehst nicht fast jeden Tag in den Nachrichten, dass irgendein Syrer, Afghaner oder irgendein anderer Muslim aus einem anderen islamischen Land die ganze Zeit in der Welt kommt. Ja, du redest von Menschen, die seit maximal zehn Jahren in Deutschland sind. So weißt du? Ja, aber du siehst, was sind das denn? Sind das Christen, Buddhisten, Hinduisten? Ja, da gibt es auch genauso viele deutsche Christen, die das machen. Ach, die Deutschen laufen mit Machete rum? Nee, nee, es gibt es natürlich, natürlich gibt es sowas. Ich weiß nicht, wo du herkommst, Alter, aber da, wo ich wohne, gibt es auch natürlich Allmanns-Stramme, die auch so rumlaufen, wenn es sein muss. Allmanns-Stramme Allmanns. Die laufen mit Machete rum. Ja, klar, natürlich, und mit einem Beil und mit einer Axt, wenn es sein muss. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich, die hauen auch wahllos auf alles ein, was dich bewegt, auch vierjährige Kinder. Ja, klar, klar, natürlich, natürlich gibt es Assis. Ja, natürlich, da ist es in deiner Welt auf jeden Fall, den geht dir auch in der Welt. Assis gibt es überall auf jeden Fall. Nee, um Gottes Willen. Also, wo ist meine vier Euro? Ich brauche mein neues Handy. Behalte dich, komm jetzt, vier Euro her. Du hast jetzt eine Frage gestellt. Boah, nee, Mann. Ich glaube, ich möchte so einem Menschen mit dir kein Geld schenken, Alter. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, kriege ich doch. Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Nee, dir nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die viel bedürftiger sind als du. Ja, okay, dann musst du rausgehen, wenn du mir nicht helfen möchtest. Dann geht das nicht. Immanuel, Gott mit uns. Gottes Segen, Amir, wie geht es dir? Gott, segne dich uns einfach, Amir, du geht es gut. Ham, du Jesus, wie geht es dir? Ham, du Jesus, mir geht es auch gut. Mein Name ist gut, ne? Ja, dein Name ist heftig. Der ist sehr, sehr schön. Ich finde den auch sehr schön. Ich habe meinen ersten guten Namen ausgesucht. Sehr, sehr schön. Am besten, ich nenne mich auch Immanuel. Amir, Immanuel, Sheikh. Wie dieser orthodoxe Bischof, wie heißt der aus? Manuel, 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 Manuel. Ja, ich wollte kurz ein Thema ansprechen, was das Thema Neugeburt angeht. Johannes 3, Vers 3. Also wer nicht aus meinem Geboren ist, der kann nicht mein Jünger sein. Aber wir haben mit TikTok leider das große Problem, dass sich viele ja Christen nennen, aber halt leider keine richtigen Christen sind, beziehungsweise gehen nicht nach der Lehre Christi. Und ich finde, es gibt einfach viel zu wenig Aufklärung darüber hier auf TikTok, was die Fake-Christen angeht, die sich halt Christen nennen, aber nicht, dass die im Fleische wandeln. Ja, haben wir ein großes Problem auf TikTok. Wollte man wissen, was du dazu sagst, ist deine Meinung dazu. Zu Wiedergeburt meinst du? Ja, auch und auch, dass Leute hier sich Christen nennen, aber im Fleische wandeln das auch. Natürlich, wir wandeln alle irgendwo im Fleische. Natürlich, das Fleisch streitet immer mit dem Geist. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Du siehst ja, dass der Apostel Paulus selber sagt, dass nichts Gutes in meinem Fleisch wohnt. Die Sünde beherrscht mich. Das Gute, das ich eigentlich vollziehen sollte, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun sollte, das tue ich. Verstehst du? Das ist das Problem, was in unserem Fleisch herrscht. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Muslime hier lautstark Dinge fordern, die ultrabrutal vor unsere Ohren sind und unser Fleisch total gegen den Geist kämpft. Wir wissen, dass wir geistig handeln müssen und das nicht an uns ranlassen sollten, dass die Muslime versuchen, uns zu reizen, beziehungsweise der Satan durch sie. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Ängste und Sorgen, was zurzeit hier so abgeht. Aber im Endeffekt müssen wir dem Herrn Jesus Christus vertrauen, weil wir aus der Welt rausgeschaffen worden sind. Wir haben ja gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Klar leben wir in dieser Welt, aber der Herr hat alles unter Kontrolle. Wir dürfen keine Angst haben, ihr Lieben. Das ist das, was der Satan will, uns in Angst und Schrecken versetzen. Ja, das ist auf jeden Fall recht. Was die Oma sagen wollte, Joker, Joker war auch mal bei dir im Live, das war einmal, ich weiß nicht, das war 2023. Er hat gesagt, warum schießt du die ganze Zeit gegen Muslime? Ja, er hat gesagt, warum schießt du nicht gegen Jesiden, gegen Juden? Ja, sind es Jesiden, die uns angreifen? Sind es sind Buddhisten? Nein, es sind immer die Muslime, immer die gleichen. Ich habe auch keinen Buddhisten gehabt, der mich angegriffen hat. Ich habe auch noch keinen Buddhisten gesehen, der zu mir gesagt hat, entweder du glaubst an meine Religion oder wir müssen ein ernsthaftes Gespräch führen, das sich in die Ewigkeit schickt. Ich kenne keinen Buddhisten, ich kenne auch keinen Jesiden. Ich kenne viele Jesiden. Ich habe noch niemals einen Jesiden gesehen, der gesagt hat, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder wir müssen ein ernsthaftes Gespräch führen. Ja, hol mal den Joker hoch. Hä? Hol mal den Joker hoch. Welcher Joker? Diese Nagellackentfernung oder was? Genau, der mich auch ohne Mund blockiert hat. Ist doch gar nicht shit, der Typ. Was war da jetzt eigentlich los mit Hamdi und Anders? Hast du das auch mitbekommen? Ja, ich habe doch heute darauf reagiert. Ich habe alles wieder auseinandergenommen. Okay, Emanuel, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, danke, dass du mich hochgenommen hast. Alles Gute dir. Gottes Segen. Dir auch, ciao. 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 Tone. Tone. Wo bist du? Tone. Where are you? Armin fährst du Tag und Nacht ja mittlerweile irgendwie gefühlt auf jeden Fall. Ja, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich ja nur am Schreien. Dann macht mein Nachbar oder meine Nachbarin, stellt mir da wieder so einen Zettel da vor die Tür. Bitte leise. Du sehr laut. Du bist so laut. Bitte einmal leise sein. Das war die Muslime. Mann, Mann, Mann. Unser Krieg ist der Gute, der verbale Umstand. Amen. Sehr gut. Tone. Wo bist du? Mr. Tone. Ach ja. Ja, für Gottes Segen. Warte Segen, Tone. Ja, ich habe gerade einen Anruf von Bruder Danny bekommen, weil der hat mir auch das Video zugespielt. Und diese Liebe zur Nasen-OP, der Ananas-Islam und dieser Hansi, die waren mit Bruder Pavlos live und die haben das Bild seiner Mutter veröffentlicht. Ja, natürlich, Dreck bleibt doch Dreck. Was willst du von solchen Menschen erwarten? Ich hoffe, dass jemand die Kinder von Hansi fotografiert, dass man dann auch sie als Hintergrund benutzt. Weil der dann natürlich dann eine Kursprobe von dem bekommt, was der anderen antut. Groß im Hintergrund und dann kam, äh, 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 gefühlt wie Moor. Man hört dich nicht. Also, jetzt ist es. Ich glaube, das ist wieder. Man hört dich nicht. Ja, der hat das begründet mit, äh, ja, wer über, wie er das so schön ausspricht, äh, äh, so über sie, äh, quasi hetzt oder sie beschimpft. Braucht man sich nicht wundern, wenn man, äh, äh, er meint dann, dann braucht man sich nicht wundern und hat dann so seinen Kopf zur Seite und, äh, auf das Bild von seiner Mutter wieder gezeigt. Ja. Aber wenn man das mit seiner Frau machen würde oder mit seinen Kindern, was meinst du, wie empört der Typ wäre? Ja, natürlich. Ja, natürlich aus dem Fleisch heraus muss man sich natürlich, äh, würde ich, würde ich Ihnen sagen, äh, zur Anzeige bringen. Zur Anzeige bringen, ne? Ja. Zur Anzeige bringen, alles andere, äh, bringt nichts. Und, äh, äh, anders werden die auch, äh, nicht lernen. Einfach, äh, die Obrigkeit, ähm, den Rechtsstaat, äh, äh, walten lassen. Aber, ey, unglaublich. Aber guck mal, äh, wirklich, wie, wenig Argumente muss man haben. Das ist, wenn du 24 Stunden nur aus dem Koran und die Tafsir lesen würdest, kein Hochholen würdest, auf keine Kommentare achten würdest, einfach nur lesen würdest, würden die trotzdem sagen, guck mal, wie er hetzt. Aber es sind doch deren Bücher. Das ist doch, äh, das, ach. Ja, deswegen lacht doch jeder. Diese Hetzakeule funktioniert einfach nicht mehr. Nein, oder dieses, äh, der Grund, äh, der Grund, äh, dass man, äh, über Aisha, äh, so hetzt, wäre, äh, guck mal, wie intellektuell, äh, äh, zurückgebildet. Kein Mensch bis heute von euch hat über diese Person gehetzt, in anderen Zeichen, sondern über den Opa, der sie geheiratet hat. Den hat man erwähnt, aber, äh, weißt du was ich meine, äh, sie war doch ein kleines Kind. Und da, ach, keine Ahnung, mir fehlen auch die Worte. Also, ich, ja, ja, wollte ich nur einmal sagen, da kann man mal sehen, äh, auch dieser, äh, Ananas Islam, äh, erst mal halbe Stunde Video machen und, äh, rumheulen und, äh, Hansi so und, äh, so und hin und her und dann wieder in seinem Stream sein und, äh, äh, ja, wieder die Hosen runterlassen und sagen, hier, bitteschön. Tja, was willst du von deutschen Menschen erwarten? Wir haben diesen Low Class, Low Level, geistig zurückgeblieben, ja, was willst du von deutschen Menschen erwarten? Null Geist, Null Stil, Null Klasse, müssen von anderen Menschen die Fotos verwenden. Aber ich, auch wie der Nagelag der Pferner, ohne mein Bild im Hintergrund oder irgendein Bild von irgendwem, kann er nicht. Nein, und ist dir mal aufgefallen, und das ist ja auch Tatsache, die Generation, die damals hierher kam, die hörst du ja nicht. Du willst doch keine, äh, 55-jährige türkische Mutter, äh, hier, äh, rumbrüllen hören, keinen 60-jährigen türkischen Vater hier rumbrüllen hören, oder sonst welche Nationalität oder Muslim, das ist die Generation, also die Kinder, die hier geboren wurden, genau das sind die. Kaum bis wenig Schulbildung, äh, drei Blätter lesen, gucken, ah, guck mal, der macht hier Islam-Pod, ich mach das auch. Äh, nach jedem Cent betteln, äh, irgendwelche, ähm, Clickbait-Titel benutzen, versuchen dich in irgendeine Debatte zu, zu locken, dass, dass, dass sie da schon, äh, Klicks auf ihre Videos kriegen. Das ist diese Generation, Paris Saint-Germain, äh, Trainingsanzug tragen, Bauchtasche, äh, um den Hals hängen, keine müde Mark in der Tasche haben. Keine müde Mark. Das ist unfassbar. Ja, aber das ist echt, also, äh, 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 weiß ich nicht. Also die Generation, die jetzt hier, äh, äh, draußen ist, äh, 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 also das ist echt Hardcore, echt Hardcore. Also mich wundert's nicht, äh, äh, wenn Leute, ja, ähm, äh, 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 sich nicht anders zu helfen wissen und dann, äh, eine gewisse Partei wählen. Ja. Ja, natürlich, klar. Und Gott sei Dank, der Typ, der, der in Hamburg ja, äh, äh, das ja angeführt hat, dieser, äh, George Jerome, oder wie der heißt, der studiert ja Lehramt und, äh, Hamburg hat Ihnen das jetzt verboten. Der darf niemals in Hamburg Lehrer werden. Ich glaube, der darf überhaupt in Deutschland nicht Lehrer werden. Ja, die prüfen das jetzt in allen anderen Bundesländern auch, dass er niemals in seinem Leben, also eine lebenslange Sperre kriegt. Wundervoll. Er hat sich sein ganzes Leben versaut und ruiniert. Für was? Für ein Buch, das behauptet, dass Gott sagt, dass Frauen Spermien haben, dass sie in ihrem Rippenbereich sitzen und dass das Spermien in den Lenden des Mannes sitzt. Jetzt guck dir das mal bitte an. Was für ein, wie kaputt muss ein Mensch nur sein? Ja. Und, äh, würde man, äh, äh, Allah der Alabama und Tralala, all das Ganze mal rausstreichen aus dem Koran? Ja, dann hätte man natürlich dem entsprechenden Song von Kid Rock. Sweet home Alabama. When I'm coming home to you. Yeah. Sweet home Alabama. Hey, du hast wirklich alle, alle Songs aus meiner Jugend hast du ruiniert mit dem Islam, ne? Ja, das muss so sein. Das muss so sein. Nein, aber eine Sache, wenn du, wenn du das alles rausfiltern würdest, wo, äh, äh, er drin vorkommt und nur noch diese Passagen lassen würdest, dann, dann wäre das, äh, keine Ahnung, dann wäre das, äh, keine Ahnung, dann wäre das wie, dann wäre die Geschichte Mohammeds wie ein Chinggis Khan, äh, ähm, ähm, weißt du, wie, wie, irgendwie, irgendwie, irgendwie fällt her und fertig, das war's. Ja, genau. Ja, genau. Mehr nicht. Einfach jemand, der, äh, Land für Land erobert hat und, äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, warum ging, der, 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 also, warum ist nicht der Islam im europäischen Bereich so weit ausgeprägt? Weil dort, wo es entstanden ist und, äh, also entstanden ist und Mohammed dann quasi mit Schwert, äh, äh, gezogen ist. Was war denn das für, für Menschen? Äh, die hatten ja gar keine andere Wahl. So, es war ja nicht so, dass, äh, dass die alle gebildet waren und, äh, sonst was oder, äh, in der, äh, Mehrzahl und deswegen ist der Islam ja im meisten der Fällen ja nur in diesen Ländern verbreitet. Und hätte Saudi-Arabien kein Öl, dann, äh, wäre das Land immer noch, äh, beduinisch. Ja. Na gut. Ja, heftig. Okay, alles klar. Gottes Segen. Gottes Segen. Vergiss nicht, vier Euro vor Frage. Dr. Scheef braucht neues Handy. Ja, ich hab, ich, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab mit, äh, geht auch, äh, hier, äh, McDonald's Coupons. Ja, aber nur die heftigsten der heftigsten. Okay, gut. Gottes Segen. Okay, Gottes Segen, Toni, bis später. Ciao, ciao, ciao. In Gottes Segen, Robert. Gottes Segen, Favorita. Schön den Herrn Jesus erkündigen, so wie ich es sehen. Und schön den Islam aufdecken, so soll es sein. Amen. So nicht anders, meine Damen, so nicht anders. Genau so, wie läuft das, was, was geht da ab? Ach, soll er ja machen. Ich hab das ja gesehen, gemerkt, hab mit ihm da geredet, paar Sachen. Hab ich dann jetzt gemerkt hier, was der Typ Menschheit ja sind, einfach Muslime, die ja der Meinung sind, Sachen zu machen. Das liegt einfach nur daran, weil ich den widerlegt habe. An dem Tag, wo ich ihn erst mal in meinem Leben richtig komplett widerlegt hab und dann losgestellt hab damit, dass Mohammed einfach nur ein falscher Prophet ist, hat er keine Argumente mehr gezogen und hat nur diese Karte gemacht. Mit dieses Bild. Ja, und dann sehe ich einen Anders. Was war mit Anders? Ich weiß, dass er gesagt hat. Siehst du, Anders, was ist mit dir? Was sagst du dazu? Ja, Anders, der war richtig ruhig. Der hat sich fertig machen lassen von einem Handy, von einem, der Fußnägel lackiert und einer, der, was weiß ich, nie bis zum Bürgergeld ist oder so. Unfassbar, er hat sich von diesen drei fertig machen lassen, der Anders. Der Anders hat nur gesagt, ich persönlich würde das nicht machen, das war's, mehr hat er nicht dazu gesagt. Er war ganz klein an diesem Film. Da dachte ich mir, ein Anders hat doch trotzdem mal mehr Wissen als die drei zusammen. Oder liegt das daran, dass die den richtigen Islam praktizieren und er weiß das und der es ihnen kann er nichts dagegen sagen. Und genau so sieht es aus. Was heißt den richtigen, den richtigen Islam siehst du ja in Irak und Syrien. Also die, die du da auch siehst auf TikTok, das sind kleine Chabalinas sind das. Nichts weiter. Für mich sind das Monarferien, die auch zur Hölle fahren. Laut ihrer Schrift und laut unserer Schrift, also von beiden Seiten aus. Sie rücken nicht aus, um für Allahsache zu kämpfen, obwohl sie kampfbereit sind, verstehst du? Das ist ihre Religion. Und sie möchten ihre Religion nicht richtig praktizieren. Deswegen wird ihr Gott Allah sie auch immer erniedrigen und im erniedrigen Zustand lassen. Ja, die wollen viel lieber iPhone und AOK, weil die wollen Versorgung von Kuffarstadt, weil Allah natürlich das fliegende Bein ist und sie nicht versorgen kann. Das ist das Problem. Die wollen AOK von Kuffarstadt versorgen. Unfassbar. Ja, die wollen lieber von Kuffarstadt versorgen, statt von Allah. Ja, genau. Da sieht man nicht, was die mit das sind. Aber der Hamdi hat Takiyah richtig gemacht. Aber richtig, Takiyah. Der sagt zu mir auf einmal, der Hamdi. Ja, ich fand das nicht richtig, was ich bis vor dies gemacht hat. Ne, Pavlos, ne, das war nicht richtig. Ne, da muss ich sagen, ich gehe aus dem Stream raus. Joker, du weißt, warum ich so geregelt habe. Ne, damit Kuffarburg kommt. Damit die Makuffarburg kommt. Bist du fertig, ey. Der hat einfach gelogen. Der sagt, er wird das, das ist nicht richtig. Das ist auch nicht Islam, ne. Ich bin auch richtiger Muslim. Du Heuchler, Amdi. Komm, mich aus dem Stream raus, hast du direkt schon Joker gesagt. Du weißt, warum ich so reden muss, ne. Damit der Wochenende kommt und Kuffarburg auch dabei ist am Wochenende. So, die haben den Stream gemacht wegen mir, Bruder, ne. Nicht wegen einem anderen. Der Stream war daran. Anders hat sich Bruder genannt und die wollten Anders fertig machen. Ja, ich bin Bruder von Anders. Ich bin Bruder von Ananas, weil ich bin Birne. Ich habe was in der Birne. Dieser Kuffarburg, wie kannst du ihn? Wie kannst du den Bruder nennen? Dann kommt der andere hoch, der ganz groß wie der Joker, der zeigt seine Fußnägel immer schön lackiert, ne. Und dann sagt er so, ja, als richtiger Muslim muss ich zum Islam stehen. Anders, das war ich richtig. Wie will er forschen? Wo steht in Israel, dass man Fußnägel lackieren darf? Wenn er ein richtiger Muslim ist. Ja, aber der ist doch gar nicht mehr weit entfernt, ne. Also, sein Vorbild, ne. Hat auch Frauenkleider angezogen, ne. Und hat sich den Bauch von Männern küssten lassen. Also, der ist schon eher praktizierender als Hansi und die ganze Bande. Da fehlt nicht viel. Also, der, der Meinhofen hat, ist auf jeden Fall sehr weit vorn, Islam zu praktizieren. Sich Eyeliner drauf zu machen, ne. Mohammed hat ja Eyeliner getragen, hat sich die Haare gelb gefärbt, hat den Bauch von einem Mann küssen lassen, hat den PNIS von einem Kind geküsst. Also, da fehlt nicht viel Zunge im Mund von einem Kleinkind, also, ne. Hat er schon mit Kindern da irgendwelche behämmerten Videos da gemacht, wo der sich so umarmt und das sehr verstörend aussieht, so. Ja, fehlt nicht mehr viel. Also, der ist treuer dem Mohammed am Folgen als die anderen da. Sehr gut. Der singert an, dass sich dann was sagen lassen von einem der Fußnägel lackieren ist. Weil er gesehen hat, oh, der, der Meinhofen hat, der praktiziert Islam besser als alle anderen. Der hat auch so ein Homo auftreten und möchte, äh, auch hier so ein wenig, äh, mehr oder weniger irgendwie, ja. Also, dazu fällt es mir gar nichts mehr ein. Was, Bruder? Ich hab gesagt, also, dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Und jetzt vier Euro pro Frage, weil ich. Vier Euro pro Frage. Dr. Scheer braucht eine neue Kommunikations-Dings. Hier, beeilt euch. Vier Euro pro Frage, heftig. Vier Euro pro Frage. Vier Euro, ja, ich bin pleite, da muss ich jetzt runter. Ich hab kein Geld. Genau, keine Kohle. Ich will so, dass ich die Kohle habe. Gott segne dich auch, mein Lieber. Gott segne dich auch, mein Lieber. Flatter, das wird auch keine Ahnung. Leute, er braucht wirklich senden. Die vier Euro, vier Euro, vier Euro. Ja. Ja. Keine Ahnung, das Handy von mir ist natürlich sehr, sehr, also nicht mehr fähig genug. Ihr seht ja, dass das immer wieder Aussätze hat und keinen guten Prozessor hat. Ich glaube, du brauchst auch einen guten Prozessor für so Livestreams, damit das flüssiger ist und alles. Je besser der Prozessor, desto flüssiger sind auch die Livestreams oder was? Nein, ich brauche keinen Partner. Wenn ich sowas mache, dann sage ich, Leute, helfen oder... Hallo? Hallo? Ja, guten Tag. Alles gut bei dir? Bitte? Alles gut bei Ihnen. Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir? Alles gut, alles super. Mich haben viele Leute gesagt, ey, geh mal mit diesem Ex-Muslim live. Gut, du bist also der Ex-Muslim, ne? Was hast du da? Free Israel, deutsche Herz, Deutschland ist kein Platz für ein Kalifat. Ach so, okay. Genau, ist halt so. In Deutschland ist einfach kein Platz für sowas. Wir leben in einer Demokratie. Das sieht aber nicht gerade aus wie so ein Deutscher. Ja gut, ich habe einen Migrationshintergrund. Ich habe einen Migrationshintergrund. Hä? Ich habe einen Migrationshintergrund halt, ne? Migrationshintergrund? Genau. Okay. Aber das Kalifat ist eh eine Erfindung von den Leuten selbst. Du weißt es doch. Und was machst du da für ein Content? Ja, ich supporte die Sportworte Deutschland und die AfD und mir den Leuten sagen, ey, passt auf, die ganzen T-Streamer auf TikTok, die hier ihre komischen Schwachsinn machen mit Islam und so, passt auf, geht da nicht rein, Leute. Das ist doch sportlich. Alleine dieser Shere Ibrahim, was der erzählt, Wahnsinn, Leute. Was der Shere Ibrahim erzählt? Das ist nicht normal. Was erzählt er denn? Viele Sachen. Hast du mal die Doku gesehen von dem Typ? Der hat damals, damals hat ein junger Mann, das immer geschaut, was er halt so macht und so weiter. Und der hat wegen denen seine Bäckereiausbildung abgeworfen. Ja, aber der Shere Ibrahim hat ihn auch nicht dazu aufgerufen, die seine Bäckereiausbildung abzulegen. Nee, aber du musst dir trotzdem mal überlegen, wie weit das schon geht, Alter. Ja, wenn jemand dumm genug ist und seine Worte nicht richtig hört, dann kann er doch nichts dafür. Ja, aber ich bin nicht für ihn, aber da muss man klarstellen. Willst du Christ? Willst du mal fangen, da? Warte mal ganz kurz, ich höre nicht so gut, weil hier ist laut. Das ist gut. Es regnet. Mhm. Okay. Okay, ich wollte fragen, bist du Christ? Ja, genau, ich bin Christ. Okay. Du warst Muslim, also du heißt ja Ex-Muslim hier. Du warst Muslim oder wie? Und warum jetzt kein Muslim mehr, wenn ich mal fragen darf? Hallo? Hat er mich überhaupt? Warte kurz. Ja, alles gut, Bruder. Tamam, tamam, Abi. Warte, er geht, er geht nach Hause. Aha. Free Israel, Leute. Ex-Muslim muss erstmal nach Hause. Okay. Habt ihr das gesehen mit El-Koti und ihn zusammen in dem Stream damals? Ich glaube, der kommt überhaupt mal. Glaubst du an Jesus? Jesus ist bei Nislam mein Prophet. Also ich denke schon, dass ich an ihn glaube. Oder nicht? Oder glaubst du denn an den ganzen... Ja, es ist rastetabel, man kann es ja machen so. Ich supporte ja Deutschland und ich bin ja auch dafür da, dass die Leute endlich mal aufstehen und dass sie ihre Meinung vertreten dürfen, wie die Bock haben. Weißt du, was ich meine? Jeder soll seine Meinung haben. Jeder. Jeder. Amir, bitte kennen ihn. Amir, du sollst mich bekennen. Ich sage nicht, ich verkehren, ja. Ich wünsche mir von ganzem Herzen. Ich habe mal einen Film von dir auf YouTube gesehen. Da warst du mit einem El-Kodi live gewesen. El-Kodi heißt der auf TikTok. Der war so Salafist, so als Titel für deinen YouTube-Dingster. Und der hat halt auch sehr radikalisiert geredet. Aber... Nee, der hat ganz normal geredet, wie ein echter Muslim reden. Er hat ganz normal geredet, aber der hat den Koran so erklärt, wie er ist. Wie es war. Genau, der hat genau das wiedergegeben, was der Koran da wiedergibt. Der hat auch meine Ehrlichkeit gegenüber dem Koran, ja auch den Leuten mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass ich den Koran, so wie er auszulegen ist, eins zu eins wiedergegebe. Aber ich habe mal eine Frage endlich jetzt. Warum bist du kein Muslim mehr, wenn ich mal fragen darf? Ja, der Islam ist eine Sekte, eine falsche Lehre, die dort vertreten wird. Allah ist nicht Gott. Allein durch die Tatsache, dass Allah 600 Jahre warten ließ und nicht direkt einen Propheten erweckt, um das Ganze aufzulösen und jemand ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlägt und die ganzen Beteiligten an der Kreuzierung betrügt und belügt und es so aussehen lässt, als würde Jesus dort hängen. Weißt du? Also ist Allah der größte Betrüger aller Zeiten, lässt das gesamte Christentum entstehen, wartet 600 Jahre, anstatt das Ganze aufzulösen und dann bestraft er noch die Menschen für etwas, was er den Leuten angetan hat. Guck mal bitte, was das für ein Unsinn ist. Ich habe mal eine Frage, du bist doch ein Iraner, oder? Du bist doch Iraner, oder? Ja, genau. Was gibt es denn in Iran für Religion? Da gibt es alles. Da gibt es von allem etwas. Aber der Islam ist das für die Religionsziggismus. Sirs? Ja. Ja, das sind auch so Mystiker wie die Sufis, ne? Aber... Was ist das? Das ist das Symbol von dem Sprengen. Von dem Sprengen. Ja. Okay. Und die Leute, die haben Respekt vor allen Leuten. Die haben Respekt vor jeder Religion, oder? Ja, wenn ihr natürlich, äh, keine, äh, sag mal schnell, keine Eroberungsfantasien habt, so wie die, äh, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich glaube 2000 und noch was, hat jemand versucht, ein SIG-Tempel hier in Deutschland, äh, in Köln, äh, in den SIG-Tempel, äh, in den SIG-Tempel, äh, in den Sprengenburdings reingeschmissen. In Köln war das. Und das war ein Oslens. Junge Leute, siebtenjährige. Sie haben das Namen erwartet. Wird man 15-jähriger, der Typ. Ja. Mieterjährige Menschen. Ja. Und dann hat man, da hat die Kamera jeden festgehalten, ne? Wieder da, eine Bombe reingeschmissen, aber Gott sei Dank ist niemand verletzt worden. Niemand verletzt, aber man kann alleine das sagen, äh, man kann alleine sagen, äh, man kann alleine sagen, äh, ein Goudouara-Beispiel, Goudouara-Oder-Bende in einer Moschee oder in einer Kirche, oder was weiß ich, man sollte in kein Gotteshaus so etwas anfischen, weißt du, was ich meine, man sollte in jedem Gotteshaus Respekt haben, zum Beispiel bei uns, in meinem Gotteshaus, sollte man ohne Schuh reingehen, das ist bei der Kirche, nicht so, ne? Was muss man machen? Bei euch in der Kirche geht man mit Schuhen sich rein, oder? Bei uns in der Kirche geht man mit Schuhen rein. Also ohne Barfuße. Ja, da ist ein ganz normaler Boden, da ist jetzt kein Teppich, oder was? Okay, krass, stark. Ja. Stark, 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 stark. Aber mein Lieber, hast du dir schon mal Gedanken gemacht um deine Ewigkeit, wo du sie verbringen wirst? Wo ich meine Ewigkeit verbringen werde? Ja, wenn deine Augen sich schließen und du dann in die Ewigkeit gehst, ne? Naja, das Sikhismus sagt, wenn man sich gut verhalten hat, wird man wiedergeboren als etwas Gutes. Also ist das so, Buddhismus? Es kommt um das Karma an, was man gemacht hat. Die Bibel sagt zu dem Thema, einmal ist es bestimmt, den Menschen zu sterben, danach das Gericht. Wir werden also nicht in irgendetwas anderes wiedergeboren. Du wirst für alle deine Handlungen, die du auf der Welt getan hast, gerade stehen müssen vor Gott. Und dann wird abgerechnet. Hast du schon mal überhaupt mal die Bibel gelesen, auch wenn du jetzt in eine andere Religion gefangen bist? Also meine, ich sag dir mal was, in Gurdwara stehen von allen Religionen, auch von Islam und so, die Geschichten drin, von jeder. Aber das ist das Beispiel von den Christen steht auf Latein drin, von den Arabern, also von den Muslimen steht auf Arabisch drin und von den Juden auf Hebräisch. Aber die Bibel selbst habe ich nicht überlegt, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen solltest du dich auch mal damit einmal beschäftigen, bevor du einfach sagst, ja gut, ich bin jetzt in meine Religion hineingeboren. Und das ist auch schon so richtig, anstatt wirklich die Suche nach Gott zu beginnen. Das Segeismus heißt ja auch Schüler, jemand, der lernen will. Wir lernen ein Beispiel, wenn eine von uns nach Europa kommt, nach Deutschland oder so, oder hier geboren ist oder was weiß ich. Wir lernen ein Beispiel von den Deutschen, die Kultur. Das ist dasselbe. Wir lernen ein Beispiel jetzt, ich lerne jetzt seine Religion kennen, den Christentum. Den ganzen Sach. Und ihr sagt ja auch, dass Jesus war Gott oder sowas, ne? Ja, er sagt es selber. Aber ich habe eine Frage, wo ist Jesus geboren? Er ist in Bethlehem geboren. Aber es gibt auch diese Befolgsungen davon auch, habe ich mal so gelesen auch, dass er entgeglich ein Nazareth geboren ist, König von der Juden war er doch. Jesus war doch der König der Juden. Ja, Jesus ist der König der Juden. Er wurde der König der Juden genannt und er ist auch der König der Könige und Herr aller Herren. Und der Herr Jesus Christus hat das ja auch bewiesen, als er am dritten Tage auferstanden ist. Du siehst ja, das Grab ist leer und den Stein, der weggerollt wurde, kannst du nicht mal eben mit zwei, drei Mann wegrollen. Das muss also von jemandem übermenschliches weggerollt worden sein, damit der Herr da aufersteht. Allein die Tatsachen, wenn du das mal anguckst, ich bin damals zum Glauben gekommen, anhand von einer Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad D. Ich schreibe einer bei mir rein, die Moslems beispielsweise sind alle Krebse, die nach Europa kommen, wegen dem ganzen Bürgergeld. Ja, mehr oder mehr. Was heißt, ja gut, wenn Deutschland sie dazu einlädt, dass man ihnen hier ohne Ende Sozialgeld gibt, Wohnungen gibt und der Deutsche dann dafür arbeitet, wer ist denn dumm, das nicht anzunehmen? Verstehst du, die Leute laden die das ein. Ich habe mal gesehen, du hast einmal den Manu Elsen-Hobbs genommen. Einmal? Einige Male, ne? Ja, zweimal. Der ist ja Muslim, ne? Und der hat selber keine Balance in seiner Religion. Irgendwie so habe ich das mal mitbekommen. Ja, weil der arme sich noch niemals damit richtig beschäftigt hat. Hast du mitbekommen? Kennst du diesen TikToker Öhmann auf TikTok? Öhmann oder so heißt er? Ja, bin ich auch mal live heute. Und? Was hältst du von Müllmann? Öhmann? Ich finde ihn sympathisch. Also der macht halt Entertainment auf TikTok. Ja. Ja, was hältst du von Öhmann? Ich weiß noch nicht, was hältst du von Öhmann oder Tesla-Hahn? Ich halte überhaupt für ein gar nichts, Mann. Weißt du, warum? Eigentlich mache ich auch mein eigenes Ding, weil die Leute jucken mich eigentlich auch gar nicht. Diese ganzen TikToker, die hier rumstreamen, der großen Zahlen wie Arafat damals, der ja auch damals sehr scheiße gebaut hat und die richtig auf Kacke gemacht hat. Jünger, das interessiert mich auch gar nicht. Weißt du, was mich interessiert? Die Bibel zu lesen und Jesus Christus immer näher und näher zu kommen. Das interessiert mich am meisten. Erklär mir mal einen Ausschlagspunkt, warum man den Weiz kommen sollte. Warum man zum Herrn finden sollte. Ja. Du und ich und die gesamte Menschheit sind behaftet mit Sünden. Und wenn du ohne den Herrn Jesus Christus, der stellvertretend ja für dich bezahlt hat, in den Tod gehst, dann wirst du für alle deine Schuld, die du in deinem Leben bezahlt hast, gerade stehen müssen. Und der Herr hat einen Ort erschaffen, wo du nicht hingehen solltest. Verstehst du? Deswegen kam er als menschliches Wesen auf die Erde und hat den ultimativen Tod auf sich genommen, den Schmerz, das Leid. Und diese ganze Schmerz hat er auf sich genommen, für dich, mich und die gesamte Menschen hier auf dieser Erde. Jeder, der das Geschenk der Gnade annimmt, was der Herr Jesus Christus jedem Menschen anbietet, der wird gerettet werden. Verstehst du? Deswegen heißt es auch im Johannesbrief, Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Verstehst du? Die einmalige Liebesbotschaft. Die Bibel ist die Liebeserklärung von Gott an dich. Kann ich dir mal was fragen? Es gibt ein paar Leute auf TikTok und auch allgemein. Kennst du den TikTok, den YouTuber Pimpon King? Der hat mal gesagt, egal, scheiß drauf. Es gibt so Leute, die haben mal behauptet, der hat auch ein paar Videos über dich gemacht, der hat mal behauptet, dass du zum Beispiel nie Moslem warst, dass du das alles aus Google gehst. Ja, wir können das einfach nicht mehr hören. Also nur so Frage. Wenn ich das gar probiert habe, komm, die mir erst mal bitte. Ich frage mal, Bruder. Ey, Bruder, wir sehen uns. Bleib wie du bist, okay? Okay, ich werde für dich beten. Wenn du Zeit findest, dann lies dir einmal die Evangelien durch. Schade dir nicht. Alles gut, mach ich, Bruder. Komm, es regt dich mal lieber. Ciao. Ey, dieses Handy ist am Ende, ehrlich, ey. Unglaublich, ey. Ja, wer arbeitet bei Vodafone oder wer arbeitet bei Telekom oder sonstiges? Dr. Scherabwa, mir braucht Hilfe. Dr. Scherabwa, mir braucht ein Handy. Wer kann helfen? Wer kann ein gutes Klar machen? Ihr kleinen Süßen, ihr. Ihr Schnoggis. Ami, ich habe dich vermisst. Ja, ich liebe euch von ganzem Herzen. Gibt bei Anas Mobile gute Verträge. Anas Mobile. Der macht das richtig. Vier Euro pro Frage, ey. Ist das ein Typ. Wie du das noch zugegeben hast, als ich ihn da konfrontiert habe. Das war gut, ey. Schuh, du Ex-Airi. Ja, genau. Ich war ein Airi bei dieser Religion und jetzt bin ich zur richtigen Glaube an Jesus Christus gekommen. Ne, du musst nur den Halbmord und Stern, du weißt schon, was machen. Und jetzt gehst du aufs Stummstadt-Paket. Kleiner Lümmel. Benehmen dich. Benehmen sie sich. Armin, er nimmt jetzt nur noch 3,50 Euro besser für Steuer. Ja, krank. Ja, das ist traurig, ne. Wie die den glauben, so mehr oder weniger verkaufen. Ja gut, die denken sich so, die haben eine große Reichweite. Warum soll man das dann quasi nicht nutzen, um Profit daraus zu schlagen. Kann man die Trinität so erklären? Ein Mann kann Vater, Sohn und Ehemann gleichzeitig sein. Ja gut, er ist ein Mensch und kann Vater, Sohn und Ehemann gleichzeitig sein. Kannst du an vielen Beispielen die Trinität erklären. An vielen, vielen Beispielen. Auch ein Ei besteht aus Schale, Eigelb und Eiweiß. Aber es ist immer ein Ei. An vielen. Es gibt so viele Beispiele für die Dreieinigkeit. Eine Million voll machen jetzt. Wie wir, Körper, Seele und Geist. Genau. Er macht Vergleich mit Ei. Ja, für solche Sonderfälle wie dich, habe ich das mit einem Ei gemacht. Damit du das besser verstehst. Damit Sonderfälle das besser verstehen, habe ich mit Ei gemacht. Danke. Küss doch dein Herz. Wo hast du die Kraft, immer weiter zu erklären? Ja, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der niemals auch nur eine Sekunde daran denkt, aufzugeben. Niemals. Wo ist Resa? Genau, wo ist Resa? Kannst du das Vaterunser? Aber natürlich. Ein Würfel hat sechs Seiten, bleibt trotzdem ein Würfel. Genau. Du bist stark, Jesus ist stärker. Starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Döner, gleich Fleisch, Salat und Brot. Ja, aber jetzt nicht natürlich sich lächerlich machen. Auf damit. Aber natürlich kannst du das auf viele Art und Weise versuchen, den Menschen näher zu bringen. Anhand solcher Beispiele. Dass um uns herum überall drei Einigkeiten entstehen oder bestehen. Hast du gestern Ostern gefeiert? Wie macht Michael Jackson immer? I love you. Ich kann das nicht so wie du. Ich werde immer schnell nervös und sauer. Ja, das lernst du mit der Zeit. Das lernst du einfach mit der Zeit, damit umzugehen. Danke, Tony. Tony! Genau, Raum ist auch eine sehr, sehr gute Bezeichnung. Raum gleich Höhe, Tiefe, Breite. Sehr gut. Materie definiert sich durch flüssig, fest und gasförmig. Wir sind einem Handy näher gekommen. Einem Randy. Einer Randy. Jesus liebt uns breit im Glauben. Amen. Du siehst aus wie Joko. Jasko? Was? Joschko. Joschko Guardiol. Wer ist das, Joschko? Dauerteam gleich Joko. Liebe zu Jara und Hansi. Und er gibt ein Dauerteam. Nokia 3310. Ja, damit kann ich auf jeden Fall sehr gute Livestreams abhalten, genau. Atome, Protonen, Neutronen, Elektronen. Sehr gut, jawohl. Pflanze braucht auch Wasser, Licht und Erde, ja. Joschko Guardiol, Fußballer. Ja, ich bin Fußballer, Leute. Spieler von Manchester City, Bro. Ah, okay. Ja, seht ihr, ich bin Spieler von Manchester City. Ah, mir zwei Fragen für sechs Euro Angebot. Ja, klar, komm rein. Stell mal zwei Fragen und mach direkt Sechser rein. Mach direkt einen Sechser rein. Liebe zum Bürgeröffentlicht ist Mensch. Herr Harzer und Salafist in einem. Ja, genau. Sehr gut. Hilf dich. Verbreite aber doch keinen Hass nur, weil du vom Christentum überzeugt bist. Unglaublich. Ja, ja. Hast du das Video gesehen, wo der Pastor fast erschossen wurde? Ja, habe ich gesehen. Habt ihr das gesehen? Die Waffe hatte Hemmschwelle. Es konnte nicht abdrücken. Habt ihr das gesehen? Das war krank. Der geht so auf eine Deckung so und der Typ versucht zu schießen. Das geht nicht. Waffe hat, wie nennt man das? Hemmung oder was? Ladungshemmung oder was? Hemmschwelle? Ladehemmung. Ja, genau. Ladehemmung. Talbis, Al-Jamiah, Band 7, Seite 294. Allah hat einen Locken. Ja, genau. Ja, heftig. Was für eine Situation. Da kommt jemand, hält die Waffe auf dich so und versucht so abzudrücken. Und das geht nicht. Ich lade Hemmung. Und der Pastor springt zur Seite und die Leute auf den drauf und überwältigen. Aber der war auch betrunken, der das gerade machen wollte. Heftig. Was in letzter Zeit abgeht, das mit Marmari, Messerattacke, dann der nächste Pastor mit Waffe und so. Danke, Toni. Toni! Wann war das? Ich glaube, gestern? Vorgestern? Ich weiß nicht genau. Armi, zwei rechte Hände. Locken und Universum Schienbein. Ja, genau. Mach Bart weg. Nein, ich lasse ihn extra. Für Abdi. Abdi, komm. Ich will, dass du mein Bad begutachtest und bewertest. Abdi. Pastor Glenn, Germany. Ja, genau. Pastor Glenn, Germany. Möge Tesla haben dich recht. Dämonen läuft die Zeit ab, ja. Hast du bei Al-Azhar studiert? Natürlich. Bei Al-Azhar war ich. Ich war in Saudi-Arabien. Ich war in Jemen. Ich war in Iran. Überall habe ich studiert. Ich bin der Scheiki aller Scheiks. Ich bin der Scheiks. MashaAllah. Hast du noch Kontakt zu CP oder Rob Christian? Nein, zurzeit gar nicht. Die machen ihr Dinge. Ich mache mein Dinge. Möge der Herr sie auch zu seinem wiedergeborenen Christen zählen, was soll ich sagen. Durch sie habe ich natürlich auch sehr viel mir Wissen angeeignet. So wie wir alle. Irgendwo haben wir natürlich alle aus der Englischsprache im Graben sehr viel uns Wissen angeeignet. Aber auch im deutschsprachigen Raum. Auch durch Bücherlesen und alles Mögliche. Von allen Seiten können wir uns nur Wissen aneignen. Viele haben sich natürlich auch durch meine Livestreams sich sehr gutes Wissen angeeignet. Die ganzen Beweise sich aufgeschrieben und abgespeichert und so. Und benutzen das selber in ihren Diskussionen. Armin, du bist ein Segen für uns Christen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen, sehr viel in euren Diskussionen einsetzen, das Gelernte. Armin, mögest du Allah recht leiten. Genau. Ich muss Allah recht leiten. Ich habe wirklich viel gelernt. Wenn ich als Christ sage, du lügst. Ja. Wie gut, dass du als Christ sagst, dass ich lüge. Sehr schön. Das machst du sehr gut. Ich habe meinen Glauben durch deine Streams gestärkt. Ja, wundervoll. Du bist Aramea. Da sieht man, was du für ein Low-Class-Typ bist. Du bist Christ und lügst sogar noch über mich hier drin. Unglaublich. Leute, ich bin Aramea. Ich bin von Iraner, bin ich Aramea geworden. Morgen bin ich Armenier. Übermorgen bin ich dann wieder Grieche. Und dann nächste Woche bin ich Pakistaner. Oder Afghaner. Ist das ein Typ, ey. Italiener könnte ich auch sein. Dann Albaner und dann irgendwann mal noch Jugo. Das ist kein Problem von allem etwas. Armea kennt es einfach Street Prophet. Ja, ja. Ich hatte damals Kontakt mit ihm gerade. Ich hatte sogar seine Handynummer. Amir. 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 Sinto, ja. Sinto, Amir. Amir, bitte lassen Sie mich kurz hoch. Ich will dir was fragen. Okay. Farha. Hallo, hallo. Ich bin Farha. Ich heiße Farha. Ja, das ist mir schon klar. Ja, genau. Hoho. Soll ich hier was lesen? Ja, lies mal. Ja, warte mal. Warte, warte kurz. Juhu, da siehst du ja, ist richtig. Guck mal. Kennst du für Musnad Ahmad bin Hanbal diese Safhaat 3192? Hadith 1788. Ja, das ist das, wo der Mohammed auseinandergenommen wurde von den Afrikanen. Juhu. Von den Afrikanen Ja, du kannst ja vorlesen. Was haben die mit Mohammed getan? Oh, ich schäme mich. Wallah billah. Wallah billah, ich schäme mich. Fatiha. La yuntha qata wa tawajjaa rasulah minhum wa hakema haditha fi sunnah hadithi wa hua sahih. Al-Hadith hua sahih. Das heißt... Das ist authentisch. Genau. Fahum fahal raqabun rasul wa al-haditha sahih. Warte, wie mal ich lese. Yarkabun, Yarkabun rasulallah. Genau, sie haben ihn geredet. Yarkabun. Du weißt genau, was Yarkabun ist. Das hast du mit dem gemacht. Ja. Ja. Bongo, 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 Bongo. Imam Ahmad Hanbal, uns überliefert, dass Mohammed von Afrikanern geritten wurde. Schau dir das mal an. Dann sagen die zu mir, Ami, du beleidigst unser Prophet. Ja, was ist da mit dem Imam Ahmad Hanbal? Ja. Ja, die sagen zu uns. Wartemal, Ackmal. Wa Rasul ka Allah, Abni Abdelallah, fima dahebet in Alayhi fi hadith Abdelallah bin Mas'ud. Indama qabla Rasulallahu alayhi wa ala wa salam al jinnah nasibayni min bani as bin bani Sibyan fi jibali Mecca wa alamuhum dienuhum. Jad, bada rioayat, watemal, mhm, wa alish bilisyan fad kudsen, fa klimat rakab hiya, fa lughah al-arabiyya laha ma'ani, jata minha tazakhum wa aqtiraab minha al-haq wa man mat amta wa minha thikl al-deen aulahum wa kathirah wa gairaha. Warte, wabai s-eidu ad-aah hanif ala sahib abduz wa salam lakin hai ad, warte, 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 hadith, warte, warte, abduz daki layinthna wa hakim, ja. This hais inni yatrik allaha rasulam margub fa lma kan nabi muhammad ibn kabshah fa lma qila lahu aina aina rasulallah kala la a'arif fa kail aah ya rasulallah lemadah tetوج'h? lemadah tetوج'h? fa kail inni etوج'h inni etوج'h? fa kail ya rasulallah fa mada bik? fa kail inni euridu fa lshii inni inni anni araa inni araa tawajja fa kail ya rasulallah anta tanzif? anta tanzif? das hais der blut kong von hinten? ya? ya? da zak anta tanzif ya rasulallah? fa kail ya anna anzifu anna anzifu min muakhireti ya min muakhireti min muakhireti kail kail ohaa ya dad ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah kail ya limadah kail inni fa adhaba ila lbyt fa adhaba ila lbytah fa adhaba ila lbytah wa ghti ghtaaak wa akhsil fi mā albārit das hais fi mā albārit das hais mint mizah 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 das mizah aiz wafu zaube zakmada aiz aiz vasa fakaal lā māna aafhaaloo fa kaila idhabu akhsiman fa māda aafhaaloo fiik fa kail inni etawajjah min muakhireti lēni hadathā liya fa inni rakabūli fa innihun rakabūli das haisi rakabū yaani l-nur ya tihad min hidwin dhimah fa sarakha wa kāna wajajan aazīman fa kāna wajajan aazīman bravo ya hali maanā rakabūta taniya jins wa shudūt kama hii ma yabdu min al-tayghan tis hais al-jins tis hais tis hais tis hais kāna jins āxā tershīman qīnse yā aazīman r-jins tis haisīman tis haisīman tis haisīman tis haisīman tis haisīman was ich gelesen habe für die ganzen leute in whatsapp gruppe reingetan das befindet sich in muss hat acht band 1 seite 399 aber warte ich wollte dir was sagen kurz kennst du denk nach denk nach den kaputt warum machst du ihn nicht fertig kam doch schon sehr oft so mit dem kann man gar nicht reden der typ ist fertig gemacht der ist so eine so weißt du so hochnäsig und diese cute stimme weißt du diese manipulieren über christentum das wäre gut dass du ihn fertig machst und dann haben wir haben schon einige male mit denen geredet und da kamen sehr gute aufnahmen zustande sagt es mir ja das hat mir wissen meine frau werden du bist mein satz du ist das hier das hat mir privat ich blockiert aber der kundin baby baby kommen shake mit mir das ist so cute verstehst du ja wie es meine frau werden naja ja und deswegen weißt du das mehreren frauen da kannst du werden auf gar keinen fall bruder hallo gott segne dich und deine familie gott segne auch dich amir dankeschön danke danke ich wollte dich was sagen ich verstehe die muslime nicht guck mal die gehen her und sagen auch noch hat jesus nicht kreuzigen lassen sondern an ihm anstelle von ihm jemanden anderen aber dafür lasst allach den mohammed vergiften zu den letzten angeblichen propheten lässt allach vergiften das macht doch überhaupt keinen sinn ja da sehen wir mal dass der mohammed dass der andere eigentlich mohammed gehasst hat und ihn einfach vergiften hat lassen und jesus mehr liebt als alles andere und zu ihm wo er ist ganz genau so das macht keine logik wenn ich verstehe das nicht wieso muslime nicht einfach mal anfangen logisch zu denken das sind so viele sachen die gegen den koran und dem mohammed sprechen und dennoch bleiben sie dabei es ist eigentlich nicht schwer einfach mal das gehirn einzuschalten und mal die sachen zu hinterfragen ja natürlich aber für den mut ein oder anderen muslim ist es natürlich schwer die dinge dann auch dementsprechend zu berücksichtigen und dann eine entscheidung rauszutreffen sie lesen zwar sie sehen dass das quatsch ist aber sie wollen sich nicht weiter damit beschäftigen weiß dass ich meine damit sie nicht ungläubig sozusagen werden anstatt nahe zu denken und sagen warte ich muss dieses diese lüge verwerfen und zur wahrheit finden wird was das für ein buch wenn es dich gibt zeitig mir ich suche nach dir her verstehst du ganz genau und genau das ist das was zum beispiel bei mir passiert ist damals noch bevor ich oft also auf dich getroffen bin quasi durch youtube genau das habe ich nämlich gemacht ich bin her gegangen ohne dass ich überhaupt von jesus wusste bin ich her gegangen und habe ihn ich habe einfach zu gott gebetet und habe gesagt bitte gott egal wo du bist ich möchte zu dir ich möchte nur nicht in die hölle und dann hat mich gott zu jesus geführt auch wenn es durch dich ist dadurch dass du eben sachen offenlegst und aber so es ist eigentlich ganz einfach man muss einfach mal gott fragen und das machen die muslime nicht sie gehen nicht her und fragen einfach mal gott anstatt die menschen fragt es fragt doch einfach mal gott ja das ist das stolz gepaart mit ignoranz arroganz da kommt einiges zusammen ja und das ist so traurig dass sie einfach hergehen und einfach die einfach und entweder ja rein geboren einfach darauf vertrauen denen ist nicht bewusst wie kostbar ihre seele ist und dass es um die ewigkeit geht die gehen dann ich muss mal mit diesem luka blockieren die leute die die gehen mit ihrer seele und mit der ewigkeit wirklich die gehen also die die gehen irgendwie blind die die vertrauen einfach auf andere menschen die vertrauen einfach die müssen nicht einmal an uns glauben die müssten eigentlich her gehen und einfach mal gott fragen ganz einfach einfach mit offenem herzen gott fragen nicht einmal uns jetzt egal hier einfach mal hin persönlich setzt sich hin mit einem offenen herzen und frage gott wo bist du weil da will ich hin aber das machen wir nicht das machen natürlich nicht das wenn sie aus dem islam austreten ja aber das ist ja das ist einfach so die gehen einfach mit ihrer seele so ich weiß ich mir fehlen wirklich die worte wenn ich da raus schaue auf dieser erde da draußen die menschen aber das ist das sind nicht einmal die muslime es sind so viele menschen die nicht einmal an gott glauben und die interessieren sich nicht einmal da wünscht man zum beispiel menschen gottes segen ach das will ich nicht wirklich dass das so was kann ich mir hören das will ich nicht da denke ich mir weißt du eigentlich was das bedeutet gottes segen so die wollen nichts damit zu tun haben das ist so traurig bis sie dann wirklich mal vor jesus stehen vor gott stehen und danach danach ist es zu spät ja okay meine liebe gott segne dich und deine familie dort sehen auch dich an mir danke danke gottes segen tschau ich mach das schon jetzt geht der mir wieder auf den kekse dann machst du smoking prayer auf ich überlege noch wann ich den öffnungstermin dann euch mitgebe da hat kamelure in leitung schon mal was zu trinken ich komme sofort wieder danke only gis hetzologen hetzi hetzilein du musst ein hetzer sein wie mein bruder lein gräser ist auch hier niemand verbittet mir meinen mund geht raus wenn es euch nicht passt was hast du denn gesagt danke muslim alhamdulillah ich hab dir doch schon eine anfrage gestellt pavlos wenn wenn riesmann nicht will dann möchte riesmann nicht vier euro dann kommt ihr hoch genau wer will dr schirka war mich vier euro für links geben für eine frage lisa geben wir jetzt mal vier euro pro frage lisa ja du bist kein geschäftsmann wie diese anders anders ja ich muss ich glaube du musst die religion ausnutzen ja hier der oslo al kurdi möchte dir etwas sagen was ist das denn für eine frisur warte beim frisur das ist khabib das ist khabib khabib ah raza kubi raza kubi raza kubi raza kubi 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 merci kubi 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 Meinst du, die Leute sollen jetzt dich auslachen? Amir, ich bin aus der Schweiz, okay? Ja, sollen die Leute jetzt über deinen Akzent totlachen, so wie du über Farah gelacht hast oder was? Zweitens, ich kann sehr gut Arabisch. Farah konnte gar kein Arabisch. Okay, dann zeig mal, wie du Arabisch sprichst. Mach mal, sprich mal Arabisch. Okay, Amir, Amir, haben Sie die Sprache, die Sprache, die Sprache? Ja, mach mal weiter. Hä? Red, wenn du Arabisch kannst. Ja, Lise, rede mal weiter, ich will auch hören. Ich will mich auch über dein Arabisch kaputt lachen. Ja, mach mal weiter. Warte, warte, sie war eine unverschämte Frau und eine unverschämte Frau ist wie ein Kalb, wie ein Hund zu achten. Ja, aber warte, was hat sie denn unverschämt gemacht? Im Sirach, da steht im Sirach 26, 25. Wir glauben nicht an Sirach. Wir glauben nicht an Sirach. Wir glauben nur an Mutter. Wir glauben nur an Mutter. Amir, wenn du die Alte Testament ablehnst, musst du unter drei Augenzeugen gesteckt werden. Wir haben keinen Bezug zu Sirach. Was ist das, Sirach? Sirach sind apokryphe Bücher. Ich sage, ich weiß das, Reza. Ich will, dass er antwortet, Jezar. Ach so, ja, okay. Amir, warum schießt du immer gegen meine Religion? Was ist los mit dir, Amir? Ja, weil Allah in Sura 98, Vers 6 sagt, dass wir schlimmer sind als die Tiere. Aber deine Bibel sagt, andere Gläubige sind Hunde und Schweine. Das sagt dein Jesus? Nein, das sagt dein Gott. Dein Gott sagt, dass wir Hunde und Schweine sind. Das sagt auch deine Bibel. Was sind wir andere Gläubige für dich? Irgendwann haben wir andere Gläubige halt. Hunde und Schweine, das sagt deine Bibel. Ja, kannst du mal bitte für mich Sura 9, Vers 28 rezitieren? Nein, Amir, warte, warte, ganz kurz. Hör mal zu, Amir. Wenigstens, wenigstens ist deine Mama Muslima, okay? Woher willst du das wissen? Respektiere wenigstens deine Mutter. Ich habe Respekt vor meiner Mutter, aber ich brauche überhaupt nicht die Religionen zu respektieren. Hättest du Respekt deiner Mutter gegenüber? Ja, kannst du jetzt mal bitte den Koran rezitieren, oder was machst du? Hättest du nicht den ganzen Tag, und zwar jeden Tag, tagtäglich gegen ihre Religion geschossen. Verstehst du, Amir? Oslo, Kurdi, Mr. Kurdi. Ja, ich bin Mr. Professor Kurdi, ja. Ja, bist du jetzt hier oben, um rumzutrauen, oder bist du hier oben, um jetzt ein Gespräch zu führen? Nein, ich bin hier, um dich zu debattieren, ja. Ja, gut, du hast den Pfarrer gerade so ein bisschen beleidigt, weil sie jetzt hier aus Muslimat Ahmad, hörst du mir zu? Ja, ich bin am Zuhören, ja. Ja, du hast gerade den Pfarrer so ein bisschen beleidigt, weil sie Dinge aus deinen islamischen Schriften vorgelesen hat, in denen Afrikaner auf deinen Propheten herumgeritten sind, und zwar SCXL. Amir, Pfarrer kann erstmal kein Arabisch, ich habe sie auseinandergenommen vor einem Monat, okay? Sie konnte nicht mal eine einzige Sura aus dem Heiligen Koran vorlesen, okay, rezitieren, oder vorlesen, beziehungsweise... Ja, ich kann sie nicht aus dem Koran vorlesen. Sie hat die Sura komplett falsch gelesen, ja, komplett, und sie behauptet, dass sie Araberin ist, verstehst du? Kannst du ihr das dann vorlesen für uns? Bitte? Okay, sie kann kein Arabisch laut deiner Logik, kannst du uns das bitte vorlesen? Nicht laut meiner Logik, sondern sie kann kein Arabisch und sie muss nicht bei den Worten gegen meine Religion, gegen meine Religion schießen, verstehst du? Kannst du Arabisch, Kurdi? Also komm, red, red, kallam Arabisch, Amir. Kannst du Arabisch lesen? Natürlich kann ich das. Okay, kannst du auch verstehen. Klaro. Okay, dann lies bitte vor, was Farha dir schickt. Farha, schick ihm das mal bitte privat und er soll das mal vorlesen. Farha interessiert mich gar nicht, wie gesagt, sie ist eine verschwarte Frau. Sie ist eine verschwarte Frau, Amir. Leza, sei ruhig. Die Farha hat gerade vorgelesen, aus Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399, dass der Mohammed von Dämonen geritten wurde. Und das ist Sahih, korrekt. Ich dachte, von Afrikanern. Ja, Dämonen, die sich so als Afrikaner so in diesen reingegangen sind und ihn geritten haben, so richtig auseinandergenommen haben, der geblutet hat und so. Amir, Amir, hör auf Scheiß zu erzählen, du weißt, dass du lügst. Er hat unglaubliche Schmerzen. Die zweite Sache ist, die zweite Sache ist, Amir, kannst du mir mal nur ein... Kannst du mal bitte den Hadith lesen? Hat er überhaupt den Hadith? Du wirst erst entstummt, bis du das checkst und das uns vorliest. Amir, warum lässt dein Gott? Siehst du, machen wir weiter. Warum lässt sich... Das ist so traurig, wenn ich Kurden sehe, die so den Islam verteidigen. Der Islam hat ja ihre ganzen Vorfahren, ihre ganzen Familien und ihre ganzen Sippen auseinandergenommen und die verteidigen solche Leute in dieser Religion. Das ist so traurig, ne? Hast du Angst, dass du mich... Al-Kurdi, das ist wirklich ein trauriger Fall, ne? Mit euch Kurden, die so Islam verteidigen. Mann, 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 Mann. Was soll das? Ich bin hier oben gekommen, damit ich mit euch reden kann. Aber du schnullst. Das ist kein Reden, was du machst. Das ist kein Reden, was du machst, Al-Kurdi. Ich habe nur gesagt, kannst du mir erklären, warum lässt sich dein Babygott von einer Hure massieren? Kannst du mir das erklären? Das ist genauso, wie Allas Bein zertrümmert wurde von einer Ziege. Genauso das Gleiche. Jetzt kannst du rausgehen. Achirami. Nein, doch nicht. Achirami will nicht rein. Was für ein Bizeps, so heftig. Heftiger Bizeps, ja? Fast so gut wie meine. Fast so gut wie meine. Ich dachte, das wäre Schienenbein. Ja, genau. Ich dachte auch. Ja, das ist sehr, sehr traurig, wie du schon gerade erwähnt hast, dass die Stockholm-Syndrom haben, Al-Alessa, ne? Ja, ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist so krank, verstörend. Aber du siehst auch, dass Yasser Qadi, kennst du den Dr. Yasser Qadi? Ja. Ja, dass er in einem seiner Predigten gesagt hat, ich danke Allah, dass diese Leute in unsere Länder einmarschiert sind und sie auseinandergenommen haben und wir heute Muslime sind. Ich danke ihnen so sehr. Ja, das will ich mal sehen, wenn die Muslime dann zu dem jetzt gekommen wären, wo der jetzt noch sauer wäre, wenn er ungläubig wäre, zu seiner Familie, ob der immer noch sagen würde, danke Allah, dass du jetzt gleich meine Familie auseinander nimmst. Damit meine Nachfahren haben wir in dritte, vierte Generation vernünftig, vernünftig werden. Das ist nicht ein Gramm Gehirn, nicht ein Gramm Gehirn, nicht ein Gramm Gehirn. Mann, 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 Mann. Lisa, diese Baby neben mir hat mehr Gehirn als diese ganzen Leute, glaube ich mir. Der hat mehr Grips in die Gehirn als diese Leute. Der dankt Allah, dass er nicht verwandelt. Lisa, als ich mich damals noch in dieser Zeit befand, wo ich immer wieder geforscht habe und nicht wahrhaben wollte, dass Islam so und dies und das, da habe ich ein Gespräch geführt mit einem Muslim links im Kommentarbereich und dann habe ich ihn so weit bekommen, dass er so dann ausgeflippt ist. Dann hat er auch gesagt, ich danke Mohammed, dass er meine ganzen Verwandten umgelegt hat und dass ich heute Muslim bin. Ich war am Ende. Ich dachte mir nur so. Ja, manche Leute sind Masochisten. Sweet Dreams, kennst du das Lied? Sweet Dreams are made of thee. Dann in du in Kamilurin. Come on, die world, ein fette Scho. Everybody looking for something. Kamilurin for everybody. Dann sagt die in den Lyrics, da gibt es zwei Arten von Menschen. Someone who wants to use you und someone who wants to be used by you. Es gibt nur diese zwei Arten von Menschen auf der ganzen Welt. Heftig. Ja, das ist eine große Weisheit, weil die Frau auch von Satan geritten wurde, die Frau. Wo ist denn mein Handy? Ach, die wurde auch geritten von Satan. Ja klar, natürlich. Ich kenne da noch jemanden, der von Satan geritten wurde. Was suchen die ganze Zeit diese PON Seiten hier bei mir? Was ist das? Woher kommen diese komischen Seiten, Mann? Was ist das denn? Welche Seiten? Ja, hier so PON Seiten. Keine Ahnung, was das für Müllhofen ist. Was? Ja, da siehst du mal in diesen Bildern so einen Mund, der so mal... Und dann steht da 18, irgendwas mit 18 oder so. Ach so. Ja, aber ich bin muslimische Hacker, ne? Ja, hier kommen auch einen Hacker mit großem Reichweite. Wieso? Salamu alaikum. Alaikum salam. Ja, heute willst du dich jetzt gleich wieder beleidigen? Nein, Mensch, ich doch nicht. Ach du nicht, ne, Ahmad? Ich doch nicht. Amir? Ja. Amir, ich habe eine Frage. Ja. Magst du mich? Natürlich, ich liebe dich auch, wenn du mich beleidigst. Ich liebe dich auch. Ich beleidige dich niemals zurück, weil deine Mutter wundervoll ist. Du hast mich aber nicht beleidigt. Nein. Doch. Du hast meine Mutter beleidigt. Und ich sage trotzdem, ich liebe dich und bete für dich und deine Familie. Du hast letztens zurückbeleidigt. Warum lügst du? Nein. Ich habe niemals deine Mutter beleidigt oder dich Punkt-Punkt-Sohn genannt, wie du das gemacht hast. Nein, das hast du nicht gemacht. Aber du hast mich zurückbeleidigt. Also da habe ich dich ein bisschen verstanden. Ja, was war das denn für ein Beleidigen? Komm, ich bitte dich. Du hast zurückbeleidigt. Ja, was würdest du denn machen, wenn jemand so deine Mutter wäre? Würdest du so reagieren wie ich und sage, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du das getan hast? Wenn der am Arsch der Welt wurde, ich würde ihm fahren. Ja, siehst du, was du für ein Mensch bist? Und das ist der Unterschied zwischen Mohammed und Jesus Christus. Das hat nichts mit Mohammed zu tun. Das hat was mit meinem Stolz zu tun. Ja, siehst du, ein Stolz ist von Satan. Das will ich dir damit sagen, Ahmad. Stolz ist von Satan? Ja, natürlich, weil er ist stolz, der Satan. Warum lachst du, er ist doch der Stolze. Stolz kommt vom Satan, oder was? Ja, natürlich. Der Iblis ist doch stolz. Dürfen Menschen keinen Stolz haben, oder was? Ja, falscher Stolz kann dich natürlich zu ganz großen Schwierigkeiten bringen. Und das ist eine Eigenschaft Iblis, also des Satans. Dass er stolz, hochmütig ist, arrogant. Kennt sich gut aus in der Materie, oder? Ja, laut 29, Vers 23 ist noch jemand stolz. Und zwar Allah. Einer seiner Namen ist Al-Mutakabir, der Arrogante, der Stolze. Das heißt, ja, er ist der Schöpfer. Natürlich. Ja, gut, aber kein Gott würde sich der Stolze nennen, der Arrogante, oder? Al-Mutakabir. Er darf sich nennen, wie er will. Er ist dein Schöpfer, er nennt sich, wie er will. Ja, gut, aber der kann nicht die Eigenschaften Iblis sich zuschreiben. Ach, Mensch, Amir, du weißt doch, mit mir diskutierst du nicht darüber. Ja, gut, du kennst dich auch nicht aus, deswegen. Ja, nur du kennst dich aus. Ja, besser als du auf jeden Fall, sag die Wahrheit, Ahmad. Nein. Du sagst immer, suche das und das, suche das und das, fährst der und der und der. Ja, was soll ich denn sonst machen? Sat.1, RTL und WDR? Du sagst immer, suche das und fährst das und dann gucke ich nach und da steht da immer was komplett anderes. Ja, dann geh doch mal nachprüfen. Warum lügst du gerade so? Ich hab das immer geprüft. Immer, wo du gesagt hast. Ja, das stimmt nicht. Dann geh doch mal ins Prüfen, ob ich jetzt die Wahrheit sage oder nicht. Wo du mit anderen diskutiert hast. Ich hab immer die Wahrheit gesagt. Ich hab doch immer vorgelesen. Was hast du gegen den Islam, sag mal? Ist Zure 9, Vers 29, reicht das? Was, sag mir, was steht da? Ich kenn mich ja nicht aus. Kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten und in vollster Erniedrigung, warum Saridon euch gefügig werden. Okay, du hattest mir letztens irgendwas gesagt mit Kinderehe und sonst was. Zuge 65, Vers 4. Zuge 65, Vers 4, warte, ich bin am PC, okay? Ich guck nach. Okay, guck nach. So. Ich weiß, dass er Schiit ist. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich liebe dich, Amir. Ich liebe dich auch. Ich liebe mich auch. Mein Bruder liebt dich auch, Ahmad. Aber nach mir erst, an zweiter Stelle. Reza, ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Aber Amir liebe ich nicht. Welche? Amir liebt mich, aber ich liebe Amir nicht. Ja, Ahmad. Welche? Wer hältst du mal gegen den Islam? Warte, Reza. Zuge 65, Vers 4. Love is in the end. Wenn ihr zwei... Love is in the end. Reza. Love is in the end. Guck mal, wenn du das bei Google eingibst, ne? Hier steht Vers 4, also Zuge 65, Vers 4. Das hat nichts damit zu tun, was du gesagt hast. Lies uns das mal vor. Lies uns das mal vor. Wenn ihr Zweifel habt bezüglich der Wartezeit eurer Frauen, die nicht mehr menstruieren, so geträgt ihre Frist drei Monate. Genau. Das gleiche, die nicht mehr menstruieren, das ist die erste, die noch keine Menstruation haben. Das ist die erste, erste Frau, die hier genannt wird. Was sagst du? Warum liest du einfach weiter, während ich dir mit dir Stück für Stück durchgehen möchte, Ahmad? Okay, okay, sag. Hier werden drei Kategorien von Frauen genannt. Und einmal eine ältere Dame, die aufgrund ihres hohen Alters keine Menstruation mehr bekommt. Jetzt kommt die nächste Kategorie der Frauen, weiter. Und für die Schwangeren endet die Frist, wenn sie das gebären, was sie getragen haben. Nein, du musst wieder zurückgehen. Du bist schon viel zu weit nach vorne gegangen. Das gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation haben. Genau. Wer sind diejenigen, die noch nie Menstruation gehabt haben? Kinder. Dankeschön. Ja, du bist. Dankeschön. Dankeschön. Man muss viel zu sehen. So einfach geht das. Ahmad hat mehr Gehirn als diese ganzen Leute, die den Vers lesen. Man hat ihnen eine Frage gestellt und hat gesagt, wer sind diejenigen, die noch nie Menstruation haben? Kinder. Dankeschön. Sehr gut. Das war's. Dann brauchst du doch nicht nur Kategorie, die Fantasie lesen. Der hat das sofort erkannt, der Ahmad. Hat ihr gesehen, wie schlau der ist? Ja, weil er Schiite ist, deswegen. Ja. Schiiten sind ein bisschen schlauer. Ich glaube, du interpretierst das falsch. Du hast das doch richtig gesagt, Mann. Drei Kategorien. Nein, Mensch. Du interpretierst das so, wie du das möchtest. Nee, das hat das gerade selber zugegeben, obwohl man springt herum. Das gibt's doch nicht. Mensch. Der Islam, der Islam sagt doch nicht. Der Islam, genau. Der Islam. Der Islam sagt doch nicht. Der Islam, 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 bam, bam, bam. Amir, Mensch, bleib mal sachlich jetzt. Du sagst jetzt nicht, bleib mal sachlich. Guck mal, guck dir den mal an. Bleib mal sachlich. Du hast doch richtig gerade gesagt, Ahmad. Du hast es doch erkannt. Das sind Kinder, ja. Wir haben noch nie demonstriert. Babys. Nein, Kinder. Ja. Ja, Kinder, was drei, vierjährige darfst du heiraten. Ahmad, mal. Wer sagt das? Da steht nicht, dass du die heiraten darfst. Wenn du dich scheiden lassen kannst, dann heißt das, du hast die vorher geheiratet. Wie willst du sonst jemanden scheiden lassen, wenn du dich geheiratet hast? Das geht um Scheiden damit. Ahmad, wir waren jetzt so hoffnungsvoll für deine Intelligenz. Aber warte, da steht doch, wenn ihr Zweifel habt bezüglich der Wartezeit eurer Frauen. Wartezeit. Eurer Frauen. Ja, was bedeutet aber Wartezeit? Ja, das bedeutet die Menstruationspause. Wartezeit ist immer Menstruationspause. Drei Monate. Die Idda-Zeit nennt man das auch im Arabischen. Idda. Okay. Ja, und da sind drei Kategorien. Frauen, die wegen hohes Alter noch nicht mehr menstruieren können. Dann Frauen, die aufgrund irgendwelcher Krankheiten keine Menstruation bekommen. Und Frauen, die noch nie menstruiert haben. Und du hast genau richtig gesagt, das sind Kinder. Ja, ich habe eine Frage. Du warst doch auch mal Schiite, ne? Ich bin in einer Schiitischen Familie groß geworden, ja. Ja, also du warst mal Schiite. Ja, kann man so nicht sehen. Also ich hatte gar nichts mit Schiitentum zu tun. Schiitentum. Okay, aber mein Bruder war einer der besten Resiktatorinnen seiner Zeit. Eine Frage, was war ich heute? Amir, jetzt war ich mir gleich, dass ich da ohne Lieb. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu? So über dein Content? Gar nichts. Die haben mit sowas gar nichts zu tun. Die kennen doch gar nicht TikTok und so Blödsinn, Mann. Ehrlich nicht? Kriegen die nicht so viel? Nein, meine Eltern haben mit Social Media nichts zu tun, Mann. Die sind von alter Schule noch. Wo die überhaupt nichts... Wo die können doch nicht mal sein Handy bedienen, Mann. Aber stimmt, der hat ja mit Mama zusammen Debatten geführt. Ahmad, meine Eltern sind seit über 65 Jahren verheiratet. Da kommt ein dahergelaufener, ekelhafter Mensch wie Hansi und sagt, dass meine Mutter den angerufen hätte und mit denen einen Livestream machen wollte, weil sie über mich da so redet. Unsere 70-jährige Mutter, die nicht mal Handy bedienen kann. Aber habt ihr keine Familie hier, die denen zum Beispiel sagen, Cousins oder so, guck mal hier, was die macht, was der Armin macht, hier. Der hat das wirklich gemacht. Gibt es noch was nicht? Gibt es noch was nicht? Die ist so voll wie Expertin. Ach, mal bitte auch mit dem Schrott. Ich frage doch nur. Da muss ich mal vorstellen, dass keiner ihn dran hindert und sagt, okay, Hansi, jetzt hast du die Grenze des Wahnsinns erreicht. Also die Mutter von Ex-Mustream ruf dich an, weil sie mit ihr Livestream machen. Eine 70-jährige Frau hat nichts Besseres zu tun, als dich anzurufen, die noch nicht mal sein Handy bedienen. Und dann ruft sie dich an. Dass Michael Jackson ihn angerufen hat und mit ihm so eine Debatte führen wollte, das ist okay. Das kann ich ja noch glauben. Aber unsere Mutter, das ist ein bisschen zu heftig. Michael Jackson und sowas, ja, aber. Herr Amir, kann ich dich was fragen? Das ist zu heftig. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20? Was laberst du, Mann? Hat sich gut gehalten, bis ich 20, wa? Wie alt bist du, sag mal. Ich bin 39, Ahmad. Du bist 39? Ja. Okay. Ey, was arbeitest du eigentlich? Weil ich seh dich immer in den Lieferwagen und so. Ich bin hezologisch. Ich bin hezologisch und verbreite viel Hezologie. Du bist der Adolf Hitler, der, der Christen bist du. Okay, Ahmad, langsam ist gut auf Gedanke. Nein, 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 das war der Gedanke. Gott ist Segen, Ahmad. Lass die anderen auch mal rein. Nächstes Mal bist du wieder dabei. Gott sei Dank hast du zugegeben, Kinder. Sehr schön. Nachher hier. Kufur pur, geh mit Hamdi live. Ja, du Penny Security Mitarbeiter. Was? Du bist Penny Security Mitarbeiter. Ja, ja. Was war das? Was war das? Geh mit Hansi live. Kufur pur. Du bist doch jetzt hier, du Käfer pur. Kufur pur, geh mit Hamdi live. Bei Allah, du hast Angst vor Hamdi. Guck mal, sein Gesicht bitte. Deine Mimik. Ich muss mich nur beherrschen, nur beherrschen, dass ich nicht direkt Kamelurin auf ihre Köpfe drauf tue. Geht den Joghurt. Kamelurin-Taufe. Da ist er ja, der Ex-Yezide. Da siehst du den Nächsten, der sagt. Du bist auch Ex-Yezide, der sagt. Der Ex-Yezide, Alter. Wir sind ja Verwandte. Der heißt schon Ex-Level-Meins. Guck mal, wie rot er geworden ist. Ex-Muslim. Ex-Yezide bist du, ja? Mach dich ab, mach dich ab. Was war das? Was war das denn? Warum ist der rausgegangen, der Typ? Was für Klappschissen. Wahrscheinlich ist er ein Monatsabo, 5 GB, schon abgelaufen gerade. Jamba Monatsabo, 5 GB. Jamba von Blau. Jamba. Aber es war schon die Oberhärte. Eine Mama ruft den an. Lisa Mama. Steh dir das mal vor Mama. Was machst du, wenn das wahr ist? Wenn unsere Mama im Hintergrund so richtig die Fäden in der Hand hat. So bei CIA arbeitet. Und die hat uns unser Leben lang angelogen. Die ist eigentlich eine Expertin, Lisa. Die ist eigentlich eine Expertin in Deutschkenntnissen und sowas, Lisa. Warte kurz. Das ist so unglaublich. 2016 war das ja. 2016. Wo Armin noch gar nicht mit YouTube war. Ja genau, mit der YouTube-Arbeit noch nicht begonnen hat. Da hat er schon die Mama, die haben die schon auserwählt. In der geistigen Welt. Das ist unglaublich, was die Mama drauf hat. Ich wusste es gar nicht alles. Diese Wundertaten. Das ist schon heftig. Heftig, ne? Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater Angst hat vor meiner Mutter, wenn die was sagt. Jetzt ist mir alles klar, warum das Leben rückwärts gesehen. Jetzt alles klar. Hallo. 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 Ich würde nichts. Gar nichts. Du würdest nichts, gar nichts was. Lisa, was sind das für Patienten, Lisa? Ich weiß, das sind deine Patienten. Ich bin für andere Patienten. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss die Dings wechseln hier. Die Praxis, Lisa. Hier muss andere Praxis machen. Ich bin für Urologie. Ich bin Urologie-Spezialist. Warte. Vielleicht können wir das ändern, indem wir irgendwie was anderes einrichten. Denn die Praxis muss ja dementsprechend dann... Du bist Station 2B geschlossen. Für die bist du zuständig. Ich. Was ist das? Das ist die mächtige Ziege, die Allah fertig gemacht hat. Jeza. Heftig. Brutal. Heftig, ne? Was meinst du, wie die Ferse gekickt haben, hat er die gegessen hat, Lisa? Ja gut, aber guck dir den mal an. Ist doch klar, dass man Angst kriegt. Heftig, ne? Ja. Die mächtige Ziege, Lisa. Ja, der braucht viele Koteine. Der hat alles gefressen. Guck dir jetzt mal an die Transformation. Heftig, ne? Er hat alles geschafft, was er wollte, dieses Schaf. Der hat alles geschafft. Was er wollte. Ich geh kaputt, ich geh doch einfach nur kurz. Das Schaf, das alles schafft. Gottes Segen für euch und eure Familien. Auf, bitte. Ich habe nur eine Frage, weil ich höre das immer bei dir im Live-Streams. Was hat das immer mit Kamelurin auf sich? Das ist eine sehr gute medizinische Frage, Dr. Scheich. Aber er ist für medizinische Fragen zuständig. Ja, also nach einem Hadith zu beurteilen, hat der Mohammed, als es sehr, sehr unerträglich war und dieses Klima kaum auszuhalten war, da hat der Mohammed ganz einfach Kamelurin empfohlen, um das Klima zu neutralisieren. Und zwar wie ein Erfrischungsgetränk, wie eine Cola-Dose zu trinken. In Jamiat-Tirmidhi, Hadith 2042. Okay, aber heutzutage machen das auch irgendwelche irgendwie Muslims noch, ne? Ja, natürlich, weil sie ihren Propheten lieben. Das ist das Erfrischungsgetränk. Okay. Wir haben hier ganz Spaß. Wir haben da die Kamelbull. Ja, genau. Hier ist Redbull, da ist Kamelbull. Ich bin leicht schockiert, steht das wirklich da so drin? Ja. Ja, natürlich. Jamiat-Tirmidhi, Hadith 2042. Dr. Scheich hat gesprochen. Ich selber, ich bin ja kein Muslim, aber ich bin trotzdem schockiert. Natürlich ist man schockiert. Das ist Wahnsinn. Das ist, wie nennt man das? Das ist Erniedrigung, ne? Wenn man zum Beispiel jemandem so Pipi empfiegt und das so von den Leuten von der Sekte dann auch getrunken wird. Sowas kennt man eigentlich nur im Satanismus, sowas. Verstehst du? Dass der Kultführer da irgendwie die Leute erniedrigt, in denen er so Fäkalien so gibt. Verstehst du? Ja, ja, ja. War das jetzt vom weiblichen Tier oder männlichen? Steht da auch was? Nee, das ist nicht bekannt, nein. Ist egal. Macht das einen Unterschied? Ja, es kann sein, dass das weibliche, es kann sein, dass das weibliche dann dir mehr Busen gibt. Dann ansonsten kann es sein, dass du einen kleineren PINIS bekommst durch den männlichen. Ansonsten bleibt alles gleich. Ja, wenn du das weibliche trinkst, bekommst du dann eventuell schöne, du weißt schon, Bausens. Und dann, wenn du das männliche trinkst, bekommst du eher so einen kleinen Juju. Ja, aber darauf kann der Doktor Abu Reza dann darauf eingehen. Ja, es kann auch sein, dass dir die Höcker wachsen, damit du halt für schlechte Zeiten dann halt Nahrungsmittel in deinem Rücken speicherst. Diese Vitamine sind extrem. Das ist auch für schlechte Zeiten. Für gute Zeiten und schlechte Zeiten. Kennst du die Serie? Ein Kamel, das noch seufzt. Oh ja. Durch Wüsten geht's mit dir. Trink einen guten Pipi, schlechte Pipi. Ein Leben lang neu. Ja, und natürlich die naiven, armen Muslime, die denken, wenn Mohammed das gesagt hat, dann muss das schon richtig sein. Ich habe schon Videos gesehen, wie die dann nach Saudi-Arabien oder in die arabischen Länder gereist sind. Und dann haben die dann so eine Kamelstute genommen und da haben die halt dahin gehalten. Kamelstute hat dann die Vitamine reingemacht und dann haben die es getrunken. Ich habe das auch mal gesehen, aber ich habe mich immer gefragt, wieso, was hat das für einen Hintergrund? Ja, es ist einfach nur, weil der Mohammed das gesagt hat. Das ist einfach nur Volksglaube, armen Glaube. Du kennst das im Mittelalter, wenn es Volksglaube war, dass du halt zwei Spinnenbeine nimmst, wenn du was weiß ich, Husten hast und sowas. Ja, 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 dieses... So in etwa, es ist Volksglaube gemischt mit ein bisschen abrahamitischer Religion, ein bisschen gemischt mit Frühzeit, frühchristliche Gnosis. So eine Mischung aus Heidentum, das ist Islam. Volksglaube, Aberglaube gemischt mit ein bisschen Judentum, ein bisschen Christentum, ein bisschen Gnosis, ein bisschen Heidentum von Mekana. Aber das ist diese Mischmasch. Insgesamt ist das dann halt Islam geworden. Ja, also von alles ein bisschen. Ja, du siehst ja zum Beispiel, dass diese Umrundung der Kaaba mit diesem Stein, das war ja ein vorislamischer Gebrauch bei den Kuraich, bei den Heiden in Saudi-Arabien. Und Mohammed hat das einfach reingeholt in sein Islam. Das ist ein Götzenkult gewesen. Steht da, es steht nicht im Koran so viel auch wie, dass der Stein aufstehen kann mit Mund und Augen und bezeugt, wer da war oder so viel wie in der Richtung? Ja, ja. In einem Hadith steht es, glaube ich, im Koran auch. Müsste man aber raussuchen. Ja, dieser Eckstein soll ja Sünden vergeben. Und das ist eine Nachmachekopie vom Herrn Jesus Christus in der Bibel. Der wird ja als ein kostbarer Eckstein genannt in der Bibel. Der Herr Jesus, das ist ein Titel für den Herrn Jesus, der unsere Sünden wegnimmt. Und also die Macher des Islams haben diesen Stein als Götze, als ein Gegenpol vom Herrn Jesus dahin gemacht, wo die Muslime eben diesen Stein verehren und küssen und darauf hoffen, dass dieser Stein ihre Sünden aufsaugt. Also wie der Herr Jesus, der die Sünden auf sich genommen hat von uns und uns reingemacht hat. Das ist einfach nur eine Kopie, aber im Götzendienst. Brutal, ehrlich. Kostbarer Eckstein ist der Herr Jesus. Das sagt der Apostel Petrus zum Beispiel. Amen. Den die Baumwölte verworfen haben. Ja, genau. Die Schlese von Epheserbrief, Kapitel 22, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Amen. Amen. Das ist aus dem Alten Testament in Jesaja, findest du das? Genau, Apostel Petrus oder Jesaja, darum spricht Jesaja 28,16, habe ich aufgeschlagen hier, darum so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, und das ist der Eckstein an der Ecke von Kabah. Genau dahin haben sie es angebracht, an der Ecke, um den Herrn Jesus nachzumachen, der aus festesten Gründen ist, wer glaubt, der flieht nicht. Das ist der Herr Jesus. Heftig, ne? Und der Herr Jesus Christus ist selber der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, also die Menschheit. Wahnsinn, ne? Ja, total. Welcher ist Christus selber der Eckstein? Heftig, ne? Ja, Palatte 2,20. Ja. Christus ist der Eckstein. Epheser 2,20, muss man sich merken. Epheser 2,20. Christus selbst ist der Eckstein. Genau. Und ein Nachbau, also ein Götzen-Nachbau ist eben dieser Eckstein an der Kabah. Wie der Satan die Muslime verhöhnt, indem er die wahre Geschichte der Bibel nimmt und daraus ein Götzenkult macht und die Muslime hinpilgern lässt, damit sie Götzendienst betreiben und einen Stein küssen, obwohl sie den Herrn Jesus Christus küssen müssen, und zwar zu ihm zu kommen. Ja, gut, da müsst ihr die Bibel lesen. Wenn die die Bibel lesen, dann sehen die, oh, viele Sachen, die wir da im Koran haben, ist schon 600 Jahre schon vorher auf Jesus Christus. Zum Beispiel die ganzen Namen Allahs, das hat der Herr Jesus auf sich bezogen, dass er die ganze Titel Gottes auf sich gezogen hat, 600 Jahre vorher. Ja. Dann würden die Muslime, aber weil die die Bibel nicht lesen, sind die verloren. Da hat der Satan... Es ist verboten, die Bibel zu lesen. Das musst du dir mal vorstellen. Den Muslimen ist es verboten, die Bibel zu lesen. Sie dürfen nur die Bibel lesen, um quasi mit Christen so Dauer zu machen. Heftig. Um die Bibel zu widerlegen oder irgendwie die Christen zum Islam zu bringen und sowas. Aber es ist wirklich aufrichtig zu lesen, ist ihnen verboten. Du kannst doch nicht mal in der Bibel in Saudi-Arabien einreisen. In Afghanistan ist sowieso eine Katastrophe. In den islamischen Ländern. Lauf mal damit in der Bibel rum. Das ist verboten unter Todesstrafe. Wir haben Leute in den islamischen Ländern, die keinen Zugang haben zum Evangelium. Die müssen um ihr Leben fürchten. Brutal. Ja, und hier fühlen die Muslime, haben so ein Überlegenheitsgefühl. Merkst du so? Und sporten und machen und tun, ne? Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Gottes Segen wünsche ich dir und deine Familie. Tschau. Hasta mañana, Santiago. Hasta mañana. ABC, kommt doch vor die... Da ist irgendein Fehler. ABC, muss das eigentlich heißen? AB. AB. AB, also... Hallo, wie geht's euch? Gut, gut. Gut, sehr gut, schön, deine Familie. Über was redet ihr gerade? Über Kamelurin. Ja, Kamel. An was glaubt ihr? An den Eckstein. An den Haupt-Eckstein. Also Jesus hat den Haupt-Eckstein. Genau, Jesus ist der wahre Eckstein. Und wer ist dein mächtiger Vater? Gott. Naja, welcher Gott? Unser aller Gott. Ja. Gott der Juden, Gott der Christen, Gott der Muslime, Gott der Atheisten, Gott der Gehirnlosen, Gott der Gehirnvollen, Gott der Halbgehirnverschlagenen, Gott der Ganzgehirnen, Gott der Halbgehirnschädigten. Das ist der Gott. Das ist der eine Gott. Wisst ihr den Namen von diesem einen Gott? Das ist unser Vater im Himmel, ja. Das ist der, das ist einer. Wie heißt der? Der wird hergenannt, Yahweh im Alten Testament. Genau, Jehova. Das ist genau, das ist der Name. Jehova. Das ist der Name von Jehova. Jehova kannst du nicht sagen, weil das, du hast Tetragrammaton, J-H-W-H, kannst du nicht Jehova sagen. Jehova, der Seiende, der ewige, der Seien. Angeblich wurde es vielleicht Jehova ausgesprochen, Jehova. Jehova, ja, ja. Weil die Juden Angst hat, denn eben diesen Tetragrammaton falsch auszusprechen, haben sie halt immer gesagt, Adonai, also Herr. Ja, sie haben Angst, den Namen auszusprechen, weil sie viele... Falsch auszusprechen. Falsch auszusprechen. Falsch auszusprechen. Aber das ist der einzige wahre Gott, der alle Propheten inspiriert hat. Man kommt nur zu ihm durch seinen Sohn Jesus. Ja, aber ist der Herr Jesus Christus Jehova selber? Das ist die Frage. Nein, ist er nicht. Hat er nie gesagt. Jetzt haben wir ein Problem, siehst du, weil der Herr spricht in Jesaja, warte ganz kurz. Der Herr, J-H-W, spricht in Jesaja 44,6, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Okay? Und dann sehen wir auf einmal in Offenbarung 1,18, spricht der Herr, siehe, ich war tot, ich bin der Erste und der Letzte, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist der Erste und der Letzte? Der Erste, der tot war, war Jesus. Wer ist der Erste und der Letzte, der Titel? Erste und der Letzte. Was Jesus sagt, mein Vater ist größer als ich. Jetzt guck mal, siehst du, wie der auf einmal abhaut, das ist ein Zeugen Jehovas, der Typ. Bist du ein Zeugen Jehovas? Ja, natürlich. Siehst du? Hab ich sofort gesagt. Was steht in Matthäus 4,10, bei der Probe auf dem Berg, Jesus zu Satan gesagt, Jehova, deinem Gott sollst du anbeten. Du weißt schon, dass du einen muslimischen Geist hast, der unseren Gott angreift. Und was hat die Oma auch? Genau die selben Sachen, die du sagst, bringen Muslime als Angriff. Mach dir mal Gedanken darüber, mein Lieber. Mach keinen Angriff, ich rede nur so, wie es in der Bibel drin ist. Die selben Argumente, die du gegen uns jetzt bringst, bringen die Muslime, um den Gott der Bibel anzugreifen. Verstehst du es nicht? Mit denselben Versen kommen die, wie du gerade. Das heißt, du hast denselben Geist wie die. Nein. Einen antichristlichen Geist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ich bin Christ. Du bist kein Christ. Du bist doch kein Christ. Ich gebe den Oberkott an, ich bin Christ. Nein, du bist nicht wiedergeboren. Ich erkenne den Oberkott und Jesus als sein Sohn an. Nein, nein. Die Dämonen, die Dämonen haben auch. Du erkennst den Herrn Jesus Christus nicht als allmächtigen Gott an. Na ist er ja nicht, das habe ich nie gesagt. Doch, er ist der allmächtige Gott. Weiß auch wieso, weil er zu dir sagt, wenn du nicht glaubst, dass ich bin, ich bin heißt er, ich bin der Sein, der Ewige. Zweite Mose 3,14. Ja? Nein, er ist nicht Gott, weil er hat, wo er getauscht wird, wo er eigentlich auch schlafen kann, ich bin dem Weiterreden. Er wurde getauscht und hat sein Vater vom Himmel gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mich gefallen. Ja, genau. Wie kann Jesus, wenn er auf der Erde ist, dann selber sprechen und sagen, ich bin sein Sohn, wie geht das? Weil der Herr Jesus Mensch geworden ist. Dann müsste es so sein, dass er eigentlich verrückt wäre, wenn er sich selber dann... Guck mal, komm, 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 wie der Rede, siehst du, sofort kommen die Läste, aber der ist sich darüber nicht bewusst. Aber warum soll einer den Herr lässt? Warum hat er nicht selber zu der Mensch gesagt? Ich bin Gott, hat er noch nie gesagt. Wird tausendmal gesagt. Warum hat er gebetet? Vor Abraham war, ich bin. Wer ist denn nicht? Wer ist, ich bin aus 2. Mose 3,14. Wer ist, ich bin? Na, das kann man nicht so wörtlich übersetzen, dass er gleich hieß. Ey, komm, das kann man nicht so übersetzen, was der macht. Das ist eine Interpretation von euch. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, mein abc.de, wenn du nicht von neuem geboren wirst, nach Johannes 3, Vers 3, Johannes Kapitel 3, Vers 3, wirst du in die Hölle kommen. Das war mein letztes Wort an dich. Und du bist nicht von neuem geboren. Den Glauben neu geboren. Du musst die alte Persönlichkeit ablegen. Du bist nicht von neuem geboren. Du bist noch auf dem Weg zur Hölle. Wie geht das? Wenn ich Jehova Gott anbette, kann ich gar nicht zur Hölle gehen. Du kannst nichts, ohne den Herrn Jesus als Gott anzubeten, ihn anzuerkennen, als Gott wiedergeboren sind. Warum hat er Jesus Gott gebetet? Für was? Wenn zum Beispiel Jesus Christus nicht Gott ist, wie kann Stephanus in den Himmel schauen und sagen, Herr Jesus Christus, nimm meinen Geist auf? Ja, weil er einem geholfen hat, aber er ist nicht Gott. Er ist ein starker Engel. Also zu wem würdest du denn beten und den Himmel sehen? Für Jehova. Wie kann denn Jesus Christus auf einmal die Gebete hören und Stephanus sieht Jesus Christus dort stehen und betete, nimm meinen Geist auf, Herr Jesus? Ja, er hat ihn gesehen. Wie meinst du, Stephanus hat ihn gesehen? Stephanus hat den Himmel aufgehen sehen und dann sah er Jesus Christus und betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ich dachte, ihr dürft nur zu Jehova beten. Er hat ihn nicht angebetet, er hat ihn nur was gebittet, aber er hat gebetet. Aber er hat es ganz vergessen, der ist verloren. Der ist verloren. Unglaublich. Ihr habt es mit euren eigenen Ohren gehört. Guck mal, was er versucht zu machen. Also Stephanus war natürlich in seinen Augen völlig verrückt, als er den Himmel aufgehen sehen hat und dann sprach er und betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Aber er hat dann auch gesagt, wo sie ihn gesteinigt haben, Jehova rechnen die Sünde nicht an. Na ja, sieh doch den Himmel auf. Selbst in deiner verfälschten Übersetzung, in deiner neuen Weltübersetzung hast du es drin. Aber warum soll er zwei verschiedene Namen sagen? Das ergibt keinen Sinn. Warum soll er zuerst ihr zu Jesus geredet und dann wird er gesagt, Jehova rechnen die Sünde nicht an? Hast du deine Bibel zur Hand? Hast du deine verfälschte Zeugen Jehovas Bibel zur Hand? Ich habe genug Bibel. Ja, natürlich. Ja, dann schlag mal auf. Apostelgeschichte 7, 58. Machen wir bitte. Warum braucht man zwei Namen für einen und dasselbe? Das ist derselbe Herr. Der redet zum Herrn Jesus und sagt, Herr, zum Herrn Jesus sagt, Herr, nimm meinen Geist auf. Was ist jetzt? Du da zwei Namen? Der Herr Jesus ist, der es geht um Jesus Christus da in der Apostelgeschichte 7. Und warum ist Jehova und schade Juden wissen ganz genau selber, dass Jesus nicht Gott ist, sondern die wissen, Mach deine Bibel auf. Jetzt hör auf zu quatschen. Mach deine Bibel auf, wie der Arme gesagt hat, das Apostelgeschichte 7. Welchen Text? Apostelgeschichte 7, 58. Und schau, was Stephanus sagt. Das heißt, 7, 5. Eigentlich dürfen wir gar nicht mehr mit dir reden, aber es liegt was an deiner Rede. Vers 58 und folgende bis 60. 58. 58. Nachdem sie aus der Stadt hinausgetrieben hatten, begannen sie denn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Obergewände zu Füßen des jungen Mannes hin, der Saulus genannt wurde. Während sie Stephanus steinigten, flehte er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Jehova, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er sprach und betete, Herr Jesus, würdest du jemals den Namen Jesus Christus rufen oder wem welchen Namen würdest du rufen? Damit er deine Seele aufnimmt. Deinen Geist aufnimmt in den Himmel. Er ist ja von Jehova Gott bevollmächtigt, viele Sachen zu machen. Ich lese nochmal vor für die Leute, damit die nicht verwehrt werden. Lese das, damit er die Leute verwehrt. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Beten steht in der Mannschaft. Warum sagst du das, Leute, beten? Weil das Wort beten. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, es geht weiter, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und jetzt weiter, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist der Herr Jesus. Er hat gesagt, Jehova rechnen die Sünde nicht an. In deiner verfälschten Bibel ist das so. Geh in den Urtext und schau nach. Sie haben den Namen J-H-W-H aus der Bibel rausgenommen und überall mit her ersetzt, auch im Alten Testament, obwohl er 7000 Mal drinsteht im Alten Testament. Ja, okay, das war es dann von meiner Seite. Weil die Juden darauf bestanden haben, den Namen rauszutun. Der zweite Johannesbrief ist ein Antikrist und man darf dich nicht aufnehmen, man darf nicht mit dir überhaupt reden. Die Juden sind darauf bestanden, dass er Namen... Welchen Namen würdest du denn anrufen? Fragen wir mal so, Welchen Namen würdest du denn anrufen auf jedem Ort der Erde? Jehova. Dankeschön. Warum macht der Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 bis 2 ruft den Namen des Herrn Jesus Christus an jedem Ort der Erde? Wo steht das? 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 bis 2. 1. Korinther... Bist du jetzt besser als Apostel Paulus? Na, wieso? Ja, also, wenn der zum Beispiel den Namen des Herrn Jesus Christus an jedem Ort der Erde anruft... Er stellt Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und von Sosthenus, unserem Bruder, an die Versammlung Korinthstätter. Weiter. An euch, die ihr durch die Verbindung mit Christus Jesus geheiligt und zu Heiligen berufen wurdet und alle, die irgendwo den Namen unseren Herrn Jesus Christus anrufen, ihres unseren Herrn. Wo? Hast du gesehen? Du hast uns gerade noch gesagt, du würdest niemals den Herrn Jesus Christus anrufen auf der Erde. Hast du gesehen, wie du deinen Knockout bekommen hast? Aber, was steht da? Ab Vers 3 bis 2. Warum hast du bekommen? Hast du das reihaft? Wir wünschen euch gut und verdiente Güte und Frieden von Gott, unserem Vater und vom Herrn Jesus Christus. Sie ist gut erklärt. Aber vorher? Aber... Was hast du vorher gelesen? Aber, ich... Kennt ihr nicht einfach... Eigentlich ist die Wahrheit leicht zu verstehen. Der macht mich wahnsinnig, der Typ. Ich weiß, dass du nicht einfach mit dem nicht ein Wort diskutieren. Hör aus. Hör aus. Hast du deine Dings bekommen und jetzt kannst du schlafen gehen. Hast du gesehen? Er würde niemals den Namen des Herrn Jesus Christus rufen. Apostel Paulus ruft den Namen des Herrn Jesus Christus an jedem Ort der Erde. Seit wann beten Engel Engel an? Ja, genau. Seit wann beten Engel Engel an? Der Herr sagt ja nicht, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, versucht ihn zu überzeugen, sagt der Herr nicht. Er sagt Schluss. Nehmt ihn nicht auf, grüßt ihn nicht. Das war ein schöner, kleiner Vers für ihn von unzähligen, damit er zum Nachdenken angeregt wird. So, Ende aus. Bitte die Christen keine Anfragen stellen, wenn dann nur Muslime. Da seht ihr, dass die Zeugen Jehovas dieselbe Taktik benutzen, um den Gott der Bibel anzugreifen, um den Herrn Jesus anzugreifen. Es ist derselbe antichristliche Geist. Es hat nun verschiedene Gesichter. Mal ein Zeuge Jehova, mal ein Moslem, mal ein Atheist und, und, und. Bart Ehrmann. Der Bart Ehrmann würde genau dieselben Methoden anwenden als ein Atheist wie der Zeuge Jehovas oder ein Moslem, um den Herrn anzugreifen. Das ist dieser antichristliche Geist in der Welt, der sowohl von Atheisten als auch von Zeugen Jehovas als auch von Muslimen und was weiß ich, was es da draußen noch gibt, Besitz ergriffen hat. Von dem ihr gehört habt, dass er jetzt schon in der Welt ist. Die gesamte Bibel der Zeugen Jehovas ist eine einzige Verdrehung. Hinzufügung und ihn wegnehmen. Einzige Verdrehung ist es so unglaublich. Was glaubst du, warum Charles Tess Russell auf einem Freimaurer Friedhof begraben ist und auf seinem Friedhof steht der Laodizeer Prediger. Prediger der Laodizeer. Steht so auf seinem Grab. Laodizeer und Preacher. Grauenhaft, grauenhaft. Grauenhaft. Grauenhaft, ja. Ja, das ist diese Ablehnung der Dreieinigkeit. Das ist beim Islam so, bei den Zeugen Jehovas so und, und, und. Die haben ein Problem mit dem Dreieinigen Gott, weil sie es einfach nicht so direkt begreifen können. Ja, die wollen halt einen einfachen Gott haben, weil der Gott, die Natur Gottes so nicht direkt zu erfassen ist von uns Menschen. Also gehen sie hin und machen dann dieses Unitarismus, so wie beim Islam. Der Islam ist eigentlich auch einfach nur eine christliche Sekte, unitarische christliche Sekte, mehr ist das nicht. Eine weitere. Tauhid. Ja. Dieser Streit mit den Muslimen, was wir jetzt haben, hat es schon tausendmal gegeben. Spätestens zu Konzil zu Nicea. Das war eigentlich der Streit zwischen Christen und Muslime. Ja, genau. Arius, ne? Arius wollte also Tauhid. Ja, und wer war da nochmal? Athanasius? Oder wer war da als Streitgegner? Die Kirchenväter, ne? Die Kirchenväter, ne? Ja, ja, ja. Die Dreieinigkeit verteidigt haben, ne? Am Konzil zu Nicea, ne? Ja, genau. Ja, dann kam auf einmal, ne, die ganzen Christenheit haben an die Dreieinigkeit geglaubt und dann kam auf einmal ein Sektierer nach oben und hat gesagt, nee, nee, nee. Christus ist nicht Wesens eins mit dem Vater, sondern er ist ein erschaffenes Wesen vom Vater, aber so untergeordnet oder was, ne? Was ist das für eine Lehre? Ja, genau. Und dann fing das an, dieser Streit der damaligen Zeit. Und dann haben die Kirchenväter die Dreieinigkeit zum Konzil zu Nicea verteidigt. Und dann wurde es festgelegt, die Doktrin ist so und da kann keiner von den rumrütteln. Genau. Und das war das. Und das haben wir am eigenen Leib zu spüren bekommen. Als wir in der Brüdergemeinde waren, da haben wir denen gesagt, glaubt ihr nicht so, wie die Kirche das lehrt, wie die katholische Kirche die Dreieinigkeit lehrt? Wir glauben doch nicht an ein Kirchenkonstrukt. So haben die mir geantwortet. Die denken, das wäre ein Kirchenkonstrukt, Leute. Ja. Nein. Nur weil die katholische Kirche hier und da ein paar Ehrlehrer eingeführt hat, die Dreieinigkeit sitzt, das können wir da nicht verneinen. Die Dreieinigkeit, sie lehren die echte Dreieinigkeit. Dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist ein Wesen sind. Also dieses eine Wesen Gott sind. Jeder von ihnen ist gleich ewig. Es gibt keine Klangordnung oder was auch immer. Nein. Die sind alle gleich ewig, alle gleich allmächtig. Christus wurde wesensgleich gestellt mit dem Vater. Der Vater. Homo Rousius. Homo Rousion. Griechisch. Amen. Also in der Essenz. Sind sie... Oh, was habe ich dich rausgetan? Oder was war es denn? Entschuldigung. Ich bin auswesend auf Knopf gekommen. Jezá? Genau. Die Muslime denken, dass sie eine neuzeitliche Update mit Unitarismus bekommen haben, mit ihrer Tauhid-Religion. Aber Raffen, nicht, dass das schon längst Schnee von gestern ist. Im dritten Jahrhundert hatten wir schon Islam und die Streitgespräche mit den Muslimen, mit den Unitariern, mit Arius, mit den Arianen. Ja. Das ist das Problem mit den Zeugen Jehovas. Und es gibt ja nicht nur Zeugen Jehovas, die sich hineingeschlichen haben, die den Herrn Jesus verleugnen. Nach Judas Brief. Es haben sich etliche hineingeschlichen, die den Herrn Jesus verleugnen. Hallo? Oh, scheiße. Ich wollte gar nicht dran. Sorry. Joker. Ich bin drauf. Why so serious? Sorry. Warum denn so ernst? Nee. Ich bin gerade überrascht, warum du sich reingekommen bist. Ich habe gar nicht gedrückt, beizutreten. Du hast eine Anfrage gestellt, deswegen habe ich dich angenommen. Ja, aber alles gut. Ich habe nichts zu sagen, es will nur zugucken. Also, okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe nichts mehr, lieber. Danke gleich. Ich weiß, ciao. Okay, ciao, ciao. Ja, heftig, ne? Ja. Der Mensch fasziniert sich deinen eigenen Gott. Ja. Wie können denn drei ewig sein? Das kann der Mensch nicht fassen mit seinem Verstand. Warum ist das so Psch, 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 kommt so ein Nebensaukel. Ist das bei mir? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gehe nochmal raus, das ist bei mir. Ja, dann geh nochmal raus. Ja, dann geh nochmal raus. Ja, dann geh. Danke, Only Jesus. Only Jesus. What a great name. Danke, Sararia. Wo bist du hin, Lisa? Danke, danke dem. Danke, Jesus. Danke, Martin. Vielen lieben Dank. Danke an alle. Gott segne euch. Danke fürs Like und Geschenke. Danke für das Teilen. Vielen lieben Dank. Möge der Jesus Christus euch segnen. Das Ganze. Was? Moderator. Alex, antwort. Ah, okay. Perfekt. Danke, Toni. Danke, Xavi. Danke, Martin. Danke, vielen lieben Dank. Wer ist das? So, ja. Jetzt ist es besser, ne? Ich gucke mal. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, schon wieder so ein bisschen. Hoffnung. Danke schön für ihn. Ja, ganz wichtig, ihr Lieben, ja. Ihr dürft nicht verhandeln, was die Gottheit des Herrn Jesus anbetrifft. Ihr dürft dann, das ist das, was euch dann wirklich dazu bringt, standhaft zu sein oder durchzukommen oder eben abzufallen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Es beginnt und es endet, erste und letzte, mit der Gottheit des Herrn Jesus. Ja, das musst du mal laut machen. Mach du mal laut, damit ich dich höre, wenn ich das. Mach du mal laut, damit ich dich höre. Ja, die hört doch nebenbei den Stream, das ist ja natürlich, kommt da echt schon, wow. Oh, Mann. Die müssen es einfach leise machen. Das ist irgendwie vielleicht zu laut bei Armin, der muss ein bisschen noch nicht schlecht runter machen. Ihr könnt nicht mit beiden Geräten da drin sein. Das schallt doch. Das ist doch echt schon. Ja, aber die hat das jetzt leise gemacht. Ja, trotzdem schallt. Das hat auch ganze Zeit schon gestohlen. Ja, nee. Es liegt nicht am Ende. Nee, nee, es liegt nicht daran. Hörst du mich doppelt? Mit ein bisschen Echo? Was passiert? Ja, okay. Ja, gut, aber bei mir geknallt das die ganze Zeit. Das halt hier heftig. Total roboterhafte Rückkopplung. Ja, vielleicht hätte es einfach zu laut, den Lautsprecher, dass das so zurückschallt. Oder muss Kopfhörer anziehen vielleicht. Wo ist jetzt der Armin hin? Was passiert mit ihm? Hörst du mich? Ja. 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 Was ist denn? Ja, ich glaube, das ist mein Handy. Leute, vier Euro. Wir müssen alle reinhauen jetzt. Alle ein Vierer. Ja, ist das heftig, ey. Oh, nie Jesus. Oh, nie Jesus. Heftig. Vier Euro Spiel, oder? Ja, genau. Ah, wir machen Rabatt heute drei Euro. Okay, weil ich heute einen guten Tag habe, aber man braucht die nur drei Euro. Ja, okay, mach weiter. Wenn das so bleibt, dann ist das halt so. Hörst du mich denn? Hörst du mich doppelt, oder was machst du? Nee, ich höre mich selber doppelt so ein bisschen. Also, willst du mal in ein anderes Zimmer gehen? Vielleicht wird das dann besser. Ich kann es ja mal versuchen. So. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich? Ja. Ja, okay, versuchen wir mal. Hörst du besser geworden? Nee. Moment. Nee, ich höre mich immer noch doppelt. Immer noch doppelt. Ja, ist egal, ist egal. Hauptsache, die Störung kommt nicht bei euch so an. Nee, bei uns ist alles gut. Okay, dann ist das bei mir nur. Frage an Bruder Reza, fünf Euro. Genau, Reza nimmt fünf Euro. Ich bin günstiger. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal überweisen. Meine Antworten sind auf einem ganz anderen Niveau des Champions League. Kostet mehr als die von anderen. Ihr habt die erste Bundesliga gehabt, die mit Reza zu tun. Weil ich zitiere sofort erste Paulus 13 und sowas. Das kann nicht jeder. Ja, er ist Paulus 13. Genau. Ja, er ist Paulus 13. Ja, er ist klar. Ja, Gott segne sich an deiner Familie. Gleichfalls bin ich jetzt. Ja, ich höre euch sogar im Gym. Das ist echt krass. Also, wenn ich da so auf dem Land sind, wir dabei sein, kochen, auf Toilette, im Gym, beim Bergsteigen. Überall sind wir dabei. Ist kein Problem. Das ist krass. Ich muss mich immer kaputt machen, während der Laufbahn. Und die Menschen denken, ich wäre dann komisch. Du bist nicht der Einzige. Ich glaube, manche kriegen meistens einen Lacheranfall, wenn die irgendwo auf einmal unterwegs sind. Und dann hören die, was hier so los ist. Komm, das Ding ist, ich war ja, ich bin ja im Gym so. Und ich halte dann so dieses Handy da an diesem Tisch, da kam so ein Viertigjähriger, sag dir so, ist das, 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 so, ja, ja. Und er war okay, okay. Ich dachte schon, was passiert ist. Er hat übelste Bällen geschlagen. Er ist das, ist unglaublich. Ich muss schon, Jim, aufpassen. Ja, ich kann ja kaum dort trainieren, wo du da, die ganze Zeit mit den Leuten Fotos, zu machen und hier ich da um zu unterhalten und so blödsinn habe ich gar keinen mehr gehabt aber pro foto vier euro und ja genau also ich habe einen guten tag gehabt das war 299 wasser sondergeburt in diesem tag ja ich wollte eine sache fragen weil ich bin ja nicht mehr katholik dank resa und pavius das problem weil ich bin halt immer mit einem kollegen zur katholischen gemeinde gegangen und ich möchte jetzt nicht auch davon abhalten aber also ich weiß nicht wirklich weil ich da noch sagen kann weil ich habe ihn halt jetzt alles gesagt was ihr gesagt hat aber die meisten sachen also der sagt halt dieser erkennt er sagt ja der bibel steht nicht auf das verboten ist oder so etwas das zum beispiel dieses zeichnet maria anbeten irgendwie dann sagt er immer ja eine bibel steht nicht drauf dass man sich darf oder sonst etwas aber wenn man so argumentiert ist auch quatsch ja dann darf man auch nachts auf den ampel schlafen und so den leuten dann halt so die nase zeigen dass der ampel vorbeifahren da steht auch nicht in der bibel dass man nicht auf der ampel sitzen sollen und die leute die daran vorbeifahren die nase zeigen soll so soll man das jetzt machen so jeden jeden abend auf die ampel sind gehen hoch gehen und sitzen das ist ein argument das ist dass er ganz ganz schwach ist naja ich versuche du kannst natürlich nicht den menschen retten entweder der nimmt das an dass wenn er wenn ein geist in den geist gottes an sich handel ist oder in den menten also der nimmt das nicht an du kannst die leute nicht zwingen das ist freiwillig der jesus zwingt sich niemanden auf das ist das schöne an seinem herrn und gott wir können freiwillig eine entscheidung für ihn treffen oder auch sagen nein ich lehne dich ab aber diese freiheit bleibt gibt es ja nicht im islam also du hast im islam halt nur diese option islam annehmen bezahlen oder in die ewigkeit gehen 5 genau das kennt aber auch nach mir kennst du erst die motivos kapitel 25 es gibt nur ein mittler zwischen uns und gott das ist der mensch jesus christus kennst du keine maria oder sonstige oder heilige oder sowas ja keine ahnung das ist so dass halt ein guter kollege von mir deswegen ist es halt ich versuche halt mein bestes ja für so ganz so weiter versuchen kannst du auf ihm beten ja mach ich auf jeden fall ja aber du musst deinen freien will akzeptieren ich weiß dass schmerz hast ja das ding ich bin halt immer mit ihm zur kirche gegangen müsst ihr wahrscheinlich ja ja das ist schmerzhaft ja ich kann das verstehen du wirst jetzt einen anderen weg und es ist da noch so drin also ich habe eine frage gibt es überhaupt noch so gemeinden die irgendwie zu die wahrheit sagen so nur die bibel ich würde dir erstmal keine empfehlen wenn du selber dich auf die suche machst nach der gemeinde bibeltreue gemeinde kannst du machen aber ich empfehle die keine weil ich habe menschen die mich gefragt habe ich soll ihnen eine gemeinde empfehlen dann habe ich ihnen gemeinde empfohlen und dann kamen die zu mir und meinten was hast du oder aus den empfohlen das sind englische leute die hände auflegen zappeln in den zungen reden nicht so fast es ist verloren es ist verloren aber wahrscheinlich verstehe es zum beispiel warum also es gibt ja die bibel aber wieso wieso wurden jetzt nach der bibel halt diese religion gegründet wie orthodox katholisch es gibt immer von menschen handgemachte religionen und es gibt immer eine schar von gotteskindern oder gottesgläubigen es war immer schon so abraham glaubt ihr gott damals gab es keine synagoge oder kirche welches in welche gemeinde ist abraham gegangen was er rettet wurde der hatte nur sein glauben an gott verstehst du es rettet sich immer der glaube und zwar der wahre glaube du hast du gesehen gerade den zeugen jehova da hat auch ein glauben da habe ich gesehen habe ich gesehen da hat auch ein glauben aber dieser glaube ist es gibt nur ein glaube und das ist der glaube eines wiedergeborenen kind gottes das ist der rettende glaube alle anderen glauben retten nicht die muslime glauben aber rettet sie ihr glauben nein das ist das das ist das traurige an der sache und deswegen sagt der hegesus nur wenige werden errettet dem matthäus 7 der weg ist schmal und nur wenige finden diesen weg zu wiedergeboten ja das stimmt weil also es glaubt meinen freundeskreis und so weiter die ist mir zum beispiel wiedergeborener so ein gottes so was so was kennt man nicht in meiner stadt das habe ich zum ersten mal gehört deswegen bin ich jetzt auch zum glück kein katholik mehr so es gibt bei uns nur halt katholisch evangelischen orthodox du kannst davon ausgehen dass du der einzige bist in einer ganzen stadt errettet ist so grauenhaft ist die tatsache muss davon ausgehen dass du der einzige bist in der stadt ich sage euch ehrlich als das gehört hat von euch habe ich auch erst mal gewundert dass sie da überhaupt redet da habe ich mir das natürlich angehört ich war ja und dann habe ich mir selber gedanken was weil ich wollte halt auch selber recherchieren ob das auch wirklich stimmt was er sagt ja und stimmt das natürlich aber ich danke dem herrn jesus christus dass du dein herz und dein geist geöffnet hat dass du dadurch gedrungen ist das ist schon mal eine sehr gute sache ich danke dem herrn du hast ja noch was du hast in meinem leid noch gesagt ich habe mich schon mal buße getan jetzt wegen weichheit katholik war dann hast du einmal im live gesagt wenn du dir sicher dass das nicht zu mir gesagt das hast du einem anderen gesagt wenn du dir sicher sein willst dann bist du noch einmal dann habe ich das noch mal gemacht und ich habe es nicht du musst dir vorstellen ich habe so ein kreuz über meiner ziel und auf dieses glaube ich genau in dem moment wo ich das halt alles gesagt habe hat dieses kreuz geleuchtet das ist bei mir immer so wenn ich gerne mal bieten dann leuchtet dieses kreuz ja wichtig ist die wiedergeburt ohne wiedergeburt und das empfangen des heiligen geistes bist du bist du halt kein kind gottes das ist das ist die grausame wahrheit religionen retten dich nicht falsche glaube ich nicht nur nur die wiedergeburt nur wenn du nicht selbst abgestorben bist wenn du wenn du der sünde abgestorben ist von dem herrn jesus christus dann bist du errettet irgendwelche kerzen anzünden oder oder statuen ablecken oder so sowas bringt die muslime was was müssen die da anstecken an der ecke von kava in der hoheit dass sie in den dem ich wollen ein stein er muss ja und wenn sie dadurch gerittet und sie sind schlecht also muss dir mal vorstellen dass sie sagen dass dieser stein vom himmel vom paradies weiß abgeschmissen wurde und durch die sünden der menschen schwarz wurde und dann sehen wir auf einmal die aussage von oma eben als er gesagt hat du bist nur ein wertloser stein dass du niemanden nützt noch schaden kannst hätte ich nicht gesehen dass der gesamte alas ich geküsste hätte ich niemals geküsst also diese oma war überhaupt nicht begeistert von diesem götzendienst den mohammed da betreibt ja der wurde stützig genau weil diese steine sind ja immer wieder runtergefahren das sind ja meteoriten und dann die koreich die koreich haben solche steine immer genommen und angebetet weil sie gedacht haben ja das ist vom himmel runtergefahren weil keiner aus dem himmel von gott runtergefahren und was auch immer ja das steht ja auch ist ja ja wir haben immer steine angebetet wenn sie einen besseren stein gefunden haben dann haben wir den alten stein weggetan und das den neuen stein angebetet okay amir gott segne dich ja okay ich will noch sagen wenn jemand zweifel hat dann also an den die glauben sollen oder so oder ob jesus wirklich der wahre weg ist dann dies die sei ja 44 vers 6 genau habe ich ihm gerade noch gesagt ich bin der erste und der letzte und außer mir gibt es kein gott verstehst du ja okay mach's gut aber gott segne dich ja gleich jetzt ja dieser ganze kürzen kult um den islam das ist für mich so unvorstellbar dass die muslime danach saudi arabien pilgern tausende von euros ausgeben damit sie da auf der straße pennen und dann ein stein umrunden sieben mal wie durch wie man es schon sagt eine saturnumrundung den planeten und du bist an dieser kranz ja besser die original aus wie planen der ring des saturns dieser nebel bringt ja genau richtig ja das ist der ring des saturns und der saturn symbolisiert diesen kubus diesen schwarzen stein deswegen heißt es ja auch einer der größten investment von uns der welt black rock heiße der schwarze stein schwarzer fels rock fels stein genau das ist dieser immer diese saturn saturn ist damit gemeint das sind saturn anbieter und saturn ist ein anderer begriffe saturn ist er auch deswegen auch die sind diese saturn sagt dann der thema logische ähnlichkeit zwischen saturn und sagen jetzt sicher ja und dann trampeln die sich das tode und dann es ist sehr sehr grauen auf die bilder bei der umlande ja das hat vollziehen sie sind ja damals nackt es war ein fruchtbarkeit kult damals der korea schon eben kinder zu bekommen also fruchtbar zu sein und sondern haben sie sich dann halt bei der umrundung dieser saturn ding da erhofft dass sie halt dann kinder wo reichlich kinder bekommen und haben sich dann vereint weil diese umrundung haben sie da es exuell vereint heftig nirgendwo die korea und frauen mit menstruation haben ihre links da an den stein gerieben dass er damit dieses stein eben hofbarkeit bringt ja das ist halt sitzen dienst gewesen von korea und der wurde dieser kürzen kult wurde übertragen mitgenommen hinein in islam aber nur halb nur noch ein paar fragmente von diesen kürzen kürzen nicht ganz aber so so die hälfte 50 prozent ja alles will sich um sex ja es sind halt alte glaubens modelle die eben mit fruchtbarkeit und so weiter verbunden waren so war das ja auch mit baal baal war ja auch ein fruchtbarkeitsgott im alten testament und die völker haben ja baal angebietet und auch solche ähsäuexuelle tempel und so was ja für baal woher wisst ihr sowas ja aus den islamischen schriften die kaba war damals ein christliches haus wo maria und jesus statuen drinne waren das sagen uns die islamischen schriften heftig ne statuen von maria waren da drinne bilder von jesus und seiner mutter waren da drin er ist ja damals die war ja christin oder war es nicht der oder kreben auf also die bioniter die hatten ja damals die war ja sehr vertraut mit dem was der was die doktrin aber auch ist also beziehungsweise mit dem mit dem in gil der damaligen zeit aber sie haben es natürlich verdreht sehr verdreht haben wir die gnostischen lehre mit ein reingebracht ja genau das ist doch weiteres gnostisches gnostische religion die aufgestellt worden ist das evangelium ließ oder bahnabas evangelium oder bartholomeos evangelium das ist in bartholomeos evangelium an mir da sagt der falsche jesus der jesus der jesus da sagte ich war am kreuz aber ich bin weggeflogen vom kreuz weil ich etwas geheimes machen wollte an diese gnomenschriften ja 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 auch im thomas das ist dann islam die ganzen lust wird sich auch dass der herr jesus dann vom kreuz also weggenommen wurde bartholomeos evangelium zum beispiel bartholomeo ja ja moikei bei moikei bei leute entfolgt ihm alle mache dann ja wie kannst du sowas sagen ich meine in der christlichen bibel in arabisch ist gott auch ist auch der allah aus der arabischen bibel der gleiche aus dem koran das ist die frage jetzt also in johannes 3 vers 16 auf arabisch steht denn so sehr hat allah die welt geliebt dass er seinen eingeborenen sohn gab ist das der allah aus dem koran ja kann man so sagen auch kann man so sagen deswegen verfluchte alle auch in zuge 9 vers 30 alle die sagen dass ein sohn hätte er hat ja er hat er wirklich auch keinen sohn du musst dir vorstellen es ist quasi der wille gottes jesus ist ja der wille gottes das weißt du auch im evangelium john 5 vers 20 er macht alles durch wille gottes deshalb will ich will auch darüber gar nicht lang streiten und so weil ich gucke ist der champion sieg an die christliche bibel gott auch erleicht also es wird auch als alle schön und gut von das war es verloren er macht sich überhaupt keine gedanken darüber was passiert wenn er jetzt beim champions league gucken auf einmal eben etwas passiert ich verstehe das nicht damit er das spiel der denkt er wird das überleben so die zeit mit dem tempels league noch mal damit die leute das verstehen wenn ich sage allah ist satan ich meine nicht den allah der arabischen christen nein ich meine diesen allah götze aus saudi arabien den meine ich und nicht den allah aus der bibel den dreieinigen gott vater sohn heiliger geist das ist ein himmelweiter unterschied deswegen habe ich ihm gerade gesagt wir haben hier nicht denselben gott der allah aus der bibel der arabischen christen ist vater sohn heiliger geist und er sagt denn so sehr hat allah die welt geliebt dass er seinen eingeborenen sohn gab damit jeder dann glaubt nicht verloren geht hat anna im koran einen sohn nein er verflucht all diejenigen die sagen dass sein sohn hat schlagt auf surin 9 fest 30 alles fluch sei auf denen besser der allah sagt alles fluch sei auf ihnen besser aber er hat sich drei genaue hallo 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 ich wollte nur persönlich noch mal kurz sagen dass ich das sehr schön finde dass sie eigentlich zu sehen zu sein was ist das für ein profilbild schaute ich das mal an der sieht sich das das ist also land beglaubt ich glaube das ist also lande könnte immer ein bisschen mehr über die sieben erzählen also land bist du das also lande nein ich bin einfach das ist eine also lande klärt mich bitte auch warum hast du das ist ein also land da ja was ist was will er gesagt welcher cherub ist der stärkste ragnarök ist dieses nordische fest so zu ehren von dem einäugigen odin unsere dieses endgericht das endgericht über die erde das ist diese mythologie von diesem die offenbar aus dem aus der antike aus dem artikel glauben die heidnischen götter wir haben ja auch so eine art endgericht herbeigezaubert so aus ihrem heidnischen bäuchen die wollen ja natürlich auch die offenbarung oder nicht aber bist du das auf dem bild das sieht sehr sehr brutal aus du siehst sehr sehr anregend aus das ist noch ein bild ragnarök du siehst aus wie konan der barbara kennst du konan die barbara barbara weibliche konan die barbara das das erb zu sehen und dann von mir aus nackt rumzulaufen aber so mit dem körper auch noch nackt rumzulaufen das ist ja unglaublich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin dass diese also land ist das ist der also land hat was ist das wer ist der ist auch so ein bisschen wie wie so vor wie jokers bruder lisa guck mal bitte ein bisschen längere haare hat sieht er richtig süß aus ja das leonidas von dreien gefällt sich doch das merkt man direkt der hat eine riesen stehen gucken dass man an sechs meter groß guck mal bitte ist ja nicht so präsentieren wenn du gehirnmasse hättest ich habe ich habe auch einen kleinen arm hier und hier einen kleinen riesen hier drin das ist also von gestern ach das ist also lande ecuador ja 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 ecuador genau mein lieber du musst dir gedanke machen um deine ewigkeit du kannst du nicht so das kann doch nicht mehr wahr sein du sitzt in deinem kinderzimmer in seinem kinderzimmer mein kinderzimmer das ist riesig sie die doch wenigstens bh an damit man die musen dann wissen nicht sieht ich schicke gerne ein bh von mir zu oder ein bh über den kopf ziehen bh an und unterhose über den kopf damit man das kann doch nicht das ist das ist dieses was der satan mit menschen macht ja ihre würde wegnehmen dass sie somit unterhose mit bremsstreifen unterhose in den live stream ich habe mich für jetzt bekleidet jetzt hast du wieder den kopfwindel an jetzt erinnert mich ein wenig an dings wie heißt es aus alte ägypten dieser wo die wochen steine und baut meine pyramide ja genau sehr gut ja ich hätte auch nur sklaven erhalten die über zwei meter groß sind aber du musst dich vorbereiten gleich kommt vielleicht zwei männer mit weißen kittel um den abzuholen davon der seite sagen die kommen es ist eine medikamente die dürften sich zu denen reihen die schon in meinen flur leblos liegen das machst du das machst doch nicht weil du verrückt bist das mal das spielte genau das ist nicht gespielt das ist vollkommener ernst ja das ist noch was der satan aus den menschen macht er nimmt die ihre würde weg dass sie halt so eine witzfigur werden mein lieber willst du denn nicht deine würde und deine deine wahre menschlichkeit zurück zu kommen lieber rieser willst du im himmel nach deinem leiblichen leben leben oder willst du endlich lang mit einem leiblichen leben leben asylante du bist du schon das kommt davon wie man diese kopfwindel trägt da weiß dass das da alles nur kacke rauskommt damit der windel das aufhalten kann aus den kopf diese windel gefühlt jede jeden tag hoch was genau das gleiche schon seit halbes jahr kenne ich den schon hallo 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 ich komme jetzt gleich wieder da machst du mal kurz weiter ja es ist schon verrückt was da auf tiktok rum die verlieren alle ihre zeit ihre wertvolle zeit mit nichtigkeiten das ist traurig und die wissen ganz genau dass dass der tote jede sekunde sie ereilen kann und trotzdem spielen sie damit sind einfach unvorsichtig die menschen leider ja so war ich nicht ich bin seitdem ich denken kann schon als kind hatte ich schon direkt als ich herausgefunden mit vier jahren dass der mensch sterben kann dass sie sterben kann hatte ich sofort angst bekommen was auf mich zukommen nach dem tod mit vier jahren er hat es war diese urvertrauen in gott dass wir schon nichts passiert aber ich wusste ganz sicher bin ich nicht vertrauen ja aber ganz sicher 100 prozent war ich mir nicht was passiert was ist wenn er auf einmal doch etwas anderes denkt der gott und mich dann nicht in der ewigkeit aufnimmt oder irgendwie sowas habe ich gedacht also musste ich alles dran setzen herauszufinden was oft nach dem tod auf mich zukommt in iran da kann ich mich nur ganz genau hin als kind aber die menschen die setzen ihre hoffnung nur auf diese welt auf diese paar jahre die sie hier auf der erde haben und das ist das traurige an der sache dabei wissen sie noch nicht mal ob die diese paar jahre auf der erde haben keiner kann mit sicherheit sagen ich habe noch zehn jahre keiner habt ihr von dem fall gehört ihr leben ja von diesem martin oder sehen in wo war das in oldenburg oder wo war das wurde jetzt tot geprüget wurde von den zwei migranten da er hat der wollte nur was zu trinken holen vom büchen ihr kennt doch diese situation ja wenn man zum büchen geht und was zu trinken holen geht doch nicht so zum büchen spaderborn ja genau ihr werdet doch nie darauf kommen dass wenn ihr zum büchen geht dass sie nicht mehr zurück kommt dass sie da schirrt oder was will er uns damit solche sachen sagen leute das ist nicht selbstverständlich dass ihr vom büchen zurück kommt dass es vorbei ist das ist das leben der tod kann dich sofort ereilen von der seite es kann sein dass wenn ihr gott bewahre ja ich will euch keine angst machen aber wo jetzt liegen liegt zu hause so ganz cool ihr denkt ihr werdet doch jahrelang noch leben auf einmal so ein typ der flug das erst mal flugzeug und privat flugzeug fliegt und das nicht so gut kann auf einmal in eure haus rein stürzt in euer zimmer in dein zimmer mit dem flugzeug mit 300 kmh in euer bett rein ja das war das kann passieren und und deswegen muss man sicherheit haben für die ewigkeit deswegen muss man die sache festgemacht haben mit gott hier auf der erde 100 prozent damit man auch sicherheit hat wenn man stirbt diese leute die haben keine sicherheit wenn die sterben die gehen einfach mit risiko in den tod ja und dann beginnt das wahre leben die ewigkeit auf der anderen seite lukas 16 ja die kommen dann halt mit ihrem geist im hades an in der toten welt im gefängnis und warten da gepeinigt auf das auf das gericht auf das endgericht und sie sind verloren die wissen selber dass es doch gott gab und die wissen ganz genau was sie in ihrem leben getan haben böses und dass sie gerichtet werden plötzlich lukas 16 jahr zum beispiel wurde reiche mann damit nicht gerechnet hat dass nach dem tod etwas schlimmes auf ihn zukommt und bam wurde gestorben ist kommt er da in dieses gefängnis könnt ihr nachlesen lukas 16 und der wird gepeinigt und dann schreit er und er sieht abraham auch in der totenwelt aber im schoss also also im paradies und sagt vater abraham bitte bitte geht zu meiner familie mitglieder und sagen die sollen auf gar keinen fall hier an diesen ort an diesen schrecklichen ort kommen warne sie und abraham sagt dass wenn sie auch die haben den propheten und wenn sie auf die propheten nicht hören wie wollen sie dann auf mich hören wenn jemand aus den toten aufersteht und zu ihnen geht die werden ihm das nicht glauben ja grausam genau der reiche mann und lazarus genau und solche muslime bringen auch dieses argument ja wenn die sagen ja der erstgeborene aus den toten und dann sagen wir im moment mal der der lazarus war ja auch sozusagen der erstgeborene da war doch der herr jesus noch nicht gestorben am kreuz ist lazarus also der erstgeborene nein der erstgeborene der erstgeborene aus den toten der nie mehr stirbt der erste der nach dem tod schon direkt in das ewige leben eingeht lazarus ist ja wieder gestorben er wurde zwar auf erweckt vom herr jesus aber der später ganz normal wieder gestorben deswegen lesen wir ja dass lazarus auch in den hades kam und er wartet immer noch auf seine auferstehung im toten reich aber der herr jesus nicht der jesus ist der erstgeborene aus den toten der nicht mehr stirbt jetzt einmal gestorben hebräer hebräer brief ja einmal gestorben und er geht als erster voran für alle die auch ihm nachfolgen die das ewige leben haben die erretteten das ist der unterschied das muss die den menschen der den muslim so erklären ja wenn die es nicht verstehen wieso ist der aber er wieso ist der lazarus nicht der erstgeborene obwohl er ja vorher gestorben ist aus den toten ja der jesus hat den auferweckt aber der lazarus ist wieder gestorben er hat nicht nicht nach dem seiner auferstehung ewig gelebt nein bruder so muss man sich zwingen mit ehemann zu leben wenn es nicht funktioniert ja wenn du im glauben geheiratet hast und der mann ist auch glaubt gläubig ja wenn du geheiratet hast dann ja du darfst dich nicht scheiden lassen du kannst wenn es so schlimm wird dann kannst du den mann warnen wenn er sich nicht verbessert dass du halt dich räumlich trennst aber verheiratet bleibst bis er sich benimmt und dann wieder zusammenkommen aber scheiden lassen darfst du nicht wenn er gläubig ist wenn er auch gläubig ist und du im glauben geheiratet ist wie oft fließt ich lese die bibel jeden tag so wenn ich es schaffe ja solche heute habe ich jetzt die apostelgeschichte gehört die letzten kapitel 26 27 28 was wenn er fremd geht wenn der ehebruch begeht der mann ja dann ist vorbei dann ist die ehe gebrochen die frau darf sich scheiden lassen sie muss sich nicht scheiden lassen aber sie kann ja sie kann auch vergeben aber wenn sie es nicht schafft zu vergeben dann darf sie sich scheiden lassen aber auch dann darf sie nur noch einmal heiraten und dann auch nur einen gläubigen ist dass der tote scheiden hast du tipps um besser beten zu können es gibt kein besser beten zu können du musst du musst das fleisch überwinden und den körper dazu zwingen jetzt jetzt hinzuknien oder einfach ist still zu legen den körper still zu legen nicht ablenken der körper will ja also das fleisch will die ablenkung der will ja nicht im geist sein der will ja die ganze zeit befriedigung im fleisch da musst du den halt durch den heiligen geist überwinden und den körper zwingen dass er sich mal ruhig verhält damit du beten kannst das ist nicht einfach so dass fleisch wird gegen dich kämpfen resa bist du ex muslim ja genau ich bin ex muslim was ist wenn sie erst in der ehe zum glauben gekommen ist wenn sie erst in der ehe ja was soll dann damit sein das ist auch gut wenn die in der ehe zum glauben gekommen ist die frau was meinst du damit was ist wenn du kannst du überall beten weil wenn du den heiligen geist empfangen hast dann kannst du überall beten während der bahnfahrt während du im bett liegst während du auto fährst resa von wem wird der mensch im toten reich gepeinigt ja wir lesen halt in lukas 16 dass er in diesem gefängnis gepeinigt wird von diesen flammen das heißt also es ist ein ort der qual bis zum gericht bis zum endgericht muss er da verweilen und dann kommt er vor das gericht gottes von dem ewigen gericht er meint glaube ich wenn beide ungläubig sind und ein partner zum herren gekommen ist ja okay ja auch da darfst du dich nicht scheiden lassen egal wie außer wenn der partner jetzt die ehe gericht resa woher weiß ich dass ich wieder geboren bin das das kann dir keiner sagen das weißt du und gott römer 8 sagt dass der heilige geist wenn du den empfangen hast dass er mit deinem geist zusammen bezeugt dass du ein kind gottes bist du merkst eine versiegelung ja du merkst du du kannst gar nicht mehr sündigen wie vorher du siehst plötzlich die welt in sünde die ganze welt die und nicht errettet ist du bist plötzlich in so einer art gefangenschaft aber doch frei du bist frei gemacht von gott dem herrn jesus christus aber du merkst du bist du bist jetzt gerade ein knecht ein sklave aber doch frei so wie der apostel paulus das sagt der sklave jesus christi und doch bin ich frei oder diese kennen die im totenreich schon den herrn jesus ja ja klar ja 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 die wissen was sache ist welche bibel liest du ich lese die schlachte 2000 oder resa wo kann man die privat schreiben ja du kannst mir hier auf tik tok schreiben aber ich muss mal schauen das sind so viele zu viele nachrichten die eingegangen sind ich komme nicht mehr hinterher also ich kann dir anbieten bei uns in die whatsapp gruppe zu kommen und da sind auch brüder und die die auch fragen beantworten können ich war nur interessiert wie du immer betest ich bitte auch über ja ja genau es gibt da kein wir sind freien christus im heiligen geist überall zu beten egal wo darf man mit aktien handeln ja darfst du wo ist dr resa ich denke ich danke dem herrn jesus christus dass er euch brüder mit dem heiligen geist danke danke simon die heute simon vielen vielen dank alle dank und ehre dem herrn jesus christus der uns berufen hat als seine knechte wir sehen mit seinen augen amen sünde bekennen bereuen buße tun amen genau welche bibel dies zu schlachten 2000 oder resa sehen wie wiedergeborenen herrn direkt nach dem tod wenn wir jetzt noch sterben sind wir noch im hardes im schoße abrahams und warten auf die entrückung dass unser leib mit den lebenden bei der entrückung zusammengefügt werden und dann wir den auferstehungsleib bekommen nach erster grünter 15 abvers 51 unser unser leib wird verwandelt werden und wir bekommen einen neuen leib der für die ewigkeit geschaffen ist wenn nicht mehr sterbt ich möchte und dann bekommen ja dann sind wir entrückt und dann kommen wir erst in den himmel zum herrn jesus bruder resa sehen wie wiedergeborenen herren direkt nach dem tod es kann sein dass wir schon im paradies den herrn jesus sehen können ja ja aber wir kommen noch nicht zu ihm in den himmel oder sie kommen wir später telefonieren wollte sich was fragen ja telefonieren später das ist was ein bisschen schwierig ich bin ich bitte euch die geschwister ihr könnt euch dann bei uns in die worte gruppe an mit die worte gruppe anmelden damit wir euch dann einfügen dann könnt ihr euch auch da könnt ihr die fragen stellen oder eure anliegen resa sündigst du nicht mehr doch ich sündige leider erst johannes 1 vers 8 und 9 wurde resa gibt es im totenreich noch vergebung nein im totenreich gibt es kein vergebung mehr da sind die würfel schon gefallen vor dem totenreich solange du noch lebt sagte herr jesus der sohn des menschen hat macht auf der erde sünden zu vergeben solange der mensch noch auf der erde wandelt als lebender kann er noch vergebung seiner sünde kommen sobald er stirbt ist ist es vorbei es gibt keine vergebung mehr im totenreich wie kommen wir in deine gruppe ist da ja ihr müsst mal den geschwistern hier ist da jemand der die geschwister aufnehmen kann im whatsapp bruder angelo zum beispiel pavlos anschreiben ex-katholiken willst du privat oft angesprochen nein selten was meint ihr mit götze allah es ist ja so dass allah einer der 360 götzen aus kaaba war und er hatte drei töchter und die kuraich hatten ja schon vor mohammed allah angebetet ja das ist also dieser mond gott die kuraich hatten der sonne mond und sterne götter für jeden himmelsgestirn hatten sie eine gottheit ich finde ich immer noch aber nicht mehr so wie früher das ist gut das ist gut wie finde ich diese du musst bitte den bruder pavlos ex-katholik schreiben damit er euch dann in unsere gruppe aufnehmen kann wer ist der antichrist das wissen wir noch nicht prinz auf persia der antichrist wird erst nach der entrückung der gemeinde jesu christi auftreten wir solange wir die gemeinde jesu christi die wiedergeborenen der leib jesu christi noch auf der erde ist als licht und leuchte für die menschheit kann der antichrist nicht kommen weil wir ihn aufhalten zweiter tessalonischer kapitel 2 vers 5 ab vers 5 so lange sobald sie entrückt werden dann erst wird der antichrist auftreten das gibt es im totenreich nein gibt es nicht im totenreich gibt es keine vergebung alle also fallen dort würde ja genau resa wenn man vor jahren kaufe überredet wurde und jetzt doch ist die taufe gültig nein die taufe nach markus kapitel 16 16 sagte jesus wer glaubt und getauft wird die taufe zählt erst wenn du wahrhaftig zum glauben gekommen ist vorher zählt nichts vorher hast du einfach nur ein bisschen freibad planchen gemacht ich habe einfach noch ein paar fragen beantwortet die geschwister hatten fragen in dem chat der lief der und bin habe ich noch nicht gesehen ich wollte das war anschauen ich habe es vergessen aber merkte das ist ja perfekt für uns lief der world behind wir sollen die welt hinter uns lassen genau du musst erst mal das ist eine voraussetzung für eine errettung dass du erst ein ganzes herz reinigst für alle menschen die die was lösches getan hast du musst von ganzem herzen es war alle menschen vergeben weil wenn gott dir vergeben hat also nicht schrott taten alle seine bösartigkeiten da muss auch die bösartigkeit den menschen an der vergeben es geht nicht anders entweder oder nein das alte auto habe ich nicht weil sie sich aus und doktor sound klinik leider nicht mehr oder gott sei dank wie kommt man am besten von einer sünde generell von der sünde ist es schwierig erstmal los zu bekommen der gott wird dich züchtigen und erziehen du musst natürlich versuchen bibel zu lesen zu beten und mit den geschwistern gemeinschaft haben dann wandelst du im geist nach galater kapitel 5 wenn du im geist wandelst dann wirst du die werke des fleisches nicht vollbringen da wirst du stark sein aber wenn so fleischlich wandelst ja dann wirst du die werke des fleisches von und dann wirst du gezüchtigt vom herr ist so nein ihr müsst kein kauftuch außerhalb der gemeinde tragen wenn du ins gebet gehst oder weiß sagst dann ja oder wenn du in halb der gemeinde bist das ist gemeindeordnung ansonsten hat der herr wie ein schleier gegeben ansonsten hatte herr die die haare gegeben als schleier so sagt dann lange lange habe ich kurz geschnittene lesbenhaare keine lesben schnitt lange haare schön lang wachsen lassen letztlich für eine frau gehört oder rese das tut so gut mit der fragerunde ja bitte ich versuche so lange möglich hier fragerunde zu antworten ja wunderbar und natürlich bibel lesen ihr lieben eben müsst euren fleisch dazu zwingen euch hinzusetzen und die bibel aufzuschlagen ihr werdet staunen ihr werdet wunder ihr werdet sofort merken dass gott direkt durch diese worte zu euch spricht und dann ist das unglaublich aber wenn ihr es nicht schafft zu lesen dann muss die behörbuch wenigstens ein hörbuch euch besorgen aus youtube da habt ihr die gesamte bibel an schlachter 2000 da könnt ihr euch das jeden tag wenigstens ein bisschen anhören genau ansonsten 40 euro pro frage welche bibel soll ich erleben wie eine schlachter 2000 ja genau ja gerne ich liebe dich auch ich liebe dich ich glaube wenn es ganz lange sagt okay alles gleich dann gottes segen machen wir es langsam schluss ne komm möchtest du noch mal beten oder soll ich noch mal beten deshalb kannst du auf die knie gehen kann das auf die knie gehen wir sitzen möchte er kann sich ich danke dir von ganzem herzen für diesen stream für diese wundervollen menschen die hier drin waren auch die wundervollen menschen die mit uns geredet haben herr dass du ihnen die augen öffnest jesus christus dass du ihnen den weg zeigt herr dass sie nicht blind umherlaufen herr und dich als ihren hirten akzeptieren herr jesus christus denn eins waren wir auch blinde schafe herr aber durch dich den wahrhaftigen hirten dürfen wir dir nachfolgen herr und deine schafe sein jesus christus bedanken dir von ganzen herzen dass wir zu deiner herde gehören dürfen dass du uns retten möchtest jesus christus und ich bitte dich herr rette jeden einzelnen der das hört und hier drin ist jesus christus und öffne du die herzen derer die noch sehr sehr weit entfernt sind jesus christus von dir ich bitte dich von herzen herr denn jeder braucht eine gnade herr und lass sie dein helles heiliges und wundervolles licht erkennen herr jesus christus dass sie rauskommen aus dieser finsternis und zu dir finden herr mit all ihren schwächen fehlern sorgen ängsten sünden die sie haben herr zu dir zu bringen herr und sich eingestehen herr dass sie ohne dich verloren sind herr jesus christus und dich als ihren retter annehmen ich danke dir von ganzen herzen dass wir tagtäglich dieses leben mit dir leben dürfen herr dass wir jeden tag noch einen tag mehr haben und dich zu loben ehren und zu preisen herr jesus christus und dir einfach danke zu sagen herr für alles was wir in unserem leben haben herr und wir durch dich eine riesen bereicherung haben in unserem leben herr jesus christus dass wir sogar unsere feinde lieben sogar diejenigen segnen die uns fluchen und beleidigen herr und ich bitte dich von ganzen herzen dass du diejenigen die gerade auch pläne gegen uns schmieden herr dass du ihre pläne vereitelst und deine schützende hand über uns hältst herr so wie ein schützender vater seine hand über seine kinder hält herr ich danke dir von ganzen herzen herr und bitte auch innigst darum dass du unsere geschwistern in islamischen ländern niemals vergisst herr und wir werden sie auch niemals vergessen in unseren gebeten werden sie immer einschließen dass du sie bitte trötest in ihrer schwierigen zeit und für sie da bisher dass sie nicht leiden und wenn sie ja in die ewigkeit gehen her dass du sie als deine kinder auch akzeptiert jesus christus und sie bei dir sein dürfen ganz nah da wo du bist jesus christus und darum bitte ich dich in deinem heiligen namen jesus christus anbefohlen ja jesus werfen sie will noch was sagen ich habe keine ahnung mit dem du leiter hast keine ahnung also wirklich 11 aus wie du also wirklich als aus wie du hallo das ist einzigartig wie kannst du was sagen wirklich ich dachte das wirklich weil der muslim und ich war so okay ex muslim schon passt aber gut bei mir steht das ex vor dem muslim ich bin kein muslim ich bin ein ehemaliger muslim ich weiß und es hat mich also gewundert ich war so okay hat es jetzt bekehrt oder was hast du eine frage oder willst du irgendwas wissen ich habe gerade eben gleich schon mal drinnen und da hat er über den über die frage geredet ob jesus gott ist ja mit dem zeugen jehovas du nennst den zeugen jehovas bruder ja da war einmal gerade vorhin drinnen der die gott hat ist ein jesus christus geleugnet meister den oder was ich meine den der kalt drin ist also da wird irgendein gut drin der meinte dass jesus nicht gott sei das war diese zeugen jehovas den haben wir dann aufgeklärt und er wollte partout nicht begreifen und hat das ganze verdreht und ja da muss er gehen wir dürfen nach erste johannesbrief kapitel 2 fest 22 keine gemeinschaft mit diesen leuten haben ich weiß aber das ist krass 22 ich muss ich mal nachschlagen sekunde ein so jemand nimmt ihn auch nicht auf gerade weiter die gott hat ist denn jesus christus leugnet wenn jemand nicht bekennt dass christus ins fleisch gekommen ist ja was bedeutet das denn ja das erhält christus logisch ja aber was bedeutet christus im fleisch bekennen was meinst du meine liebe also ich denke dass das heißt dass man christus hat von ganzem herzen bekennen wirklich dazu steht zu seiner entscheidung doch danach lebt oder zumindest versucht nein 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 christus ins fleisch bekennen heißt dass gott mensch wurde das wort war bei gott und das wort war gott vers 14 und das wort war fleisch und wohnte unter uns also das wort ist gott selber und war fleisch und wohnte unter uns wenn jemand nicht bekennt dass christus ins fleisch gekommen ist der ist kein christ und das ist ein antichrist verstehst du es jetzt verstehe ich ich bin noch nicht so ein christ du bist kein christ ich oder was bist du ich bin jetzt aber halt noch nicht so lange deswegen kenne ich mich nicht so gut damit aus mit der ganzen immer wenn es jemand wenn also du kennst dich noch nicht so richtig gut aus mit der lehre meinst du ne ja ja also wenn jemand zu dir kommt und sagt jesus ist nicht gott das ist ein antichrist ein lügner ein betrüger ein täuscher und hat keine ahnung von der bibel das haben wir auch also so weit das wusste ich schon ich will noch nicht dass du dich verführen lässt an solchen wölfen die in schafs schafskleidern zu zu dir kommen aber in wenn dich reißende wölfe sind und dir von dich von deinem heil abbringen wollen verstehst du ja oder bist du zeuge jehovas ich nein nein zeugen jehovas ich hab die letzten gesehen also nicht dich nicht verführen lassen von irgendwelchen leuten die sagen dass jesus nicht gott wäre auf gar keinen fall sie sind wirklich sehr belastigend diese menschen hast du den buße getan vor dem herrn jesus christus bist auf die knie gegangen hast ihn angenommen als ein herrn und heiland ja ja also ich wurde noch nicht getauft aber ja also halt nur kind ist drauf ich habe nicht gesagt getauft ich habe gesagt hast du dich zum herrn jesus christus bekehrt bist auf die knie gegangen und hast deine schuld vor ihm bereut in einem gebet ja schon sehr oft ja aber gab es einen tag in deinem leben wo diese bekehrung statt wo du umgekehrt bist und dem herrn jesus christus dein leben übergeben hast nein nein also ich bin dabei ist es halt nicht so einfach aber ich bin dabei wollen wir das heute zusammen machen das ist mir sehr bewusst aber es ist halt dann auch umzusetzen im leben das ist halt manchmal ein bisschen kritisch dann bete zum herrn jesus christus und bitte ihn um vergebung das mache ich jeden abend und jeden morgen ich meine jetzt in einem gebet dass du deine schuld vor ihm bereut und von neu geboren dass du den heiligen geist empfingst also das habe ich schon also ich habe das schon mal gemacht also schon länger her ok dann ist es okay deswegen habe ich mich gefragt meine liebe hast du dich zum herrn jesus christus bekehrt das heißt hast du buße getan vor ihm ja das habe ich glaube ich also ich kenne mich so klammelt aus es gab eine zeit in deinem leben wo du den herrn jesus nicht gekannt hast und nicht mit ihm gewandelt ist richtig ja schlimmste zeit meines ganzen lebens ja moment was noch mal schlimmste zeit meines ganzen lebens schlimmste zeit das leben genau und dann kam ein tag oder ein moment in deinem leben wo du dein altes leben gestorben bist und ein neues leben begonnen hast mit jesus christus richtig es gab den moment wo ich ihn kennengelernt habe danach aber halt auch erst mal nicht morgen danach irgendwann halt wird einmal zu beschäftigen und irgendwann kannst du ja zu ihm irgendwann hast du ja zum glauben an ihn gefunden oder nicht oder glaubst du dich an ihn ja doch in menschen genau das war es gab eine zeit ohne den glauben an den herrn jesus christus in deinem leben und es gab eine zeit einen moment wo du gewechselt hast zum glauben an den herrn jesus christus und diesen wechsel von winsternis zu licht von unglaube zu glaube nennt man wiedergeburt wenn du dabei gleichzeitig auch seine ganze sünden was in deinem ganzen leben getan hast vor dem allmächtigen gott jesus christus bekannt hast um ihn um vergebung zu beten ja das habe ich ja gut dann bist du durch dann bist du errettet damit einer merkt okay man muss jetzt aufpassen dass du nicht in die falsche lehre reinrutscht jetzt musst du die lehre bewahren also der herr jesus ist gott der gott ist dreieiniger gott vater sohn heiliger geist alle drei sind anmächtig ewig das weiß ich und dass du nicht alttestamentarische gebote und sowas einhältst verbote wie zb sabbat oder speisegebote das ist davon muss sich fernhalten es gibt auch diese art von ehrlehrern also muss sich an den herr jesus christus heißen und in der freiheit bleiben die er dich ja berufen hat ganz wichtig ja dann bist du auf dem richtigen also ich war vorher auch christ aber halt nicht so ich war so pseudokrist vorher das ist ja ich habe irgendwie geglaubt aber dann halt auch und dann war ich was satan ist denn aber dann doch nicht ich hoffe natürlich dass du mit dem herrn jesus christus jetzt zur ruhe kommst und nicht wie eine meereswoge hin und her gepeitscht wird und mal hier mal da sondern wirklich zur ruhe kommt und sagst ich gehe den weg mit dem herrn und das war's verstehst du ja ja so ganz überzeugend klingt das nicht bei dir na also doch schon aber also ich versuche es halt aber es ist halt nicht ganz so einfach das ist halt schwierig oft was ist schwierig na also dann ist halt dann wieder die sünde und dann jetzt doch wieder das meine ich nicht ich will nicht dass du auf einmal von was weiß ich von dieser ideologie zu der anderen ideologie sondern einfach sagst der herr jesus ist mein herr und ich folge ihm nach und mein kreuz nämlich täglich auf mich ja das 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 tue ich ja ja okay dann ist gut ja bekenne einfach den herrn verleugne ihn nicht vor den menschen und stehe zu ihm so wie er zu dir gestanden hat als er im kreuz die strafe die du verdient hast verdient hast auf sich genommen hat das tue ich auch dann hätte ich ja jetzt kein tiktok naja gut aber manche menschen schämen sich eventuell für den herrn das darf nicht sein nein nein das ist nicht so na gut dann ist okay okay meine liebe gottes segnen gott segne dich schon deine familie danke okay ihr leben ich mach mal jetzt langsam den livestream beenden ach so mein das auch ich wünsche euch alles gute möge der jesus was heißt ich wünsche euch alles gute ich wünsche euch das ewige leben in jesus christus dass eure namen buche des lebens verzeichnet sind egal mit euren fehlern schwächen sünden egal was sie begangen habt der jesus christus ist derjenige der alle sünden trägt und stellvertretend am kreuz bezahlt hat ihr dürft aus gnade errettet sein und haltet immer an der botschaft des jesus christus fest ob er weiß ich nicht noch in finsteren finsteren tage gewandelt seid aber seid bedacht dass der herrte israels gekommen ist um uns das ewige leben zu schenken amen wundervoll ich bin der gute herrte spricht der herr der gute herrte lässt sein leben für die schafe und jeder einzelne von euch hat das geschenk der gnade verdient sagt ja zu jesus christus und sagt nein zur welt und zur religion aber macht's gut die lieben dankeschön für alles gottes segen und vier euro pro frage das ist unglaublich ich krieg das nicht in meine wöhne wie viele arme hundert wie tausende von muslimen vier euro pro frage es ist unglaublich wie kohle haben die da gemacht ist unfassbar naja möge der jesus christus uns vor sowas bewahren amen gott segne euch ihr lieben macht's gut ciao jes frage jes frage jes frage